Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum großen Civ-Gipfel von den Pete's Meats. Es geht direkt los, wir sind Russland, was geht ab? Nun beginnt eure größte Aufgabe von der Riege der Menschheit zu den Sternen. Genießt die kühlen Winde von Mütterchen auslösen. Wer hat die Mauri? Das ist ein super Push für dich. Warst du das, Sepp? Ja. Ey, Mauri, meinst du? Du sollst die Szene wenden. Ja, das ist richtig. Das sollte man vielleicht mal tun. Unter eurer Herrschaft wird Russland aufblühen und alles in seiner Umgebung aufnehmen. Ja, ehrenmann, der ich bin. Und ich hab grad richtig übles Ingame-Flimmern. Weiß jemand, woran das bei Civ nochmal liegen kann? Das Menü flickert. Da gab's irgendwas. Skill-Issue. Warte mal. Richtig. Ja, genau. Wir haben Shooten jetzt schon. Und jetzt ist das Spiel bei mir auch abgestürzt, anscheinend. Was? Ihr möchtet nicht von dir gespielt werden, würde ich das interpretieren. Okay, aber dann speichern mal. Ich find das ganz gut. Meine Startbeziehung ist eigentlich auch toll. Ich würd's auch gerne nehmen. Naja, eigentlich nur, weil's bei ihm abgestürzt ist. Heißt das ja, also normalerweise dürfte es dann jetzt bei uns nicht weitergehen. Ah ja, er joint, ja. Richtig, so war's ja. Also Maurice ist jetzt raus, hat verloren und die anderen spielen. Ich bin verloren, ich hab direkt verloren, ja. Auf zu Stronghold. Okay, so Bock hat er. Irgendwas war da, was man bei Civ beachten sollte, aber ich hab's wieder vergessen. Wir müssen nur einmal im Jahr spielen. Ich weiß nicht was. Die DirectX 11 oder 12 Variante. Genau. Ich hab die 11 Variante genommen. Na, nimm mal die andere. Ich bin mit der 12 drin. Ich bin nämlich auch mit 12 drin. Okay, ich bin auch mit 12 drin. Ich hatte sich im Kopf, dass er, also oft ist ja eher das Neuere, was die Probleme macht, aber... Peter, müssen wir Neu laden oder wie läuft das hier? Klicken oder nicht? Ähm, du kannst klicken in der Regel, da gerade die erste Runde... Ah, jetzt sehen wir auch gerade, dass das Spiel verstanden hat, dass Maurice rausgeflogen ist. Ich hab mir auch den kompletten PC abgeschossen. Ich muss den PC neu starten. Da wurde schon wieder Sabotage bei Maurice betrieben. Ich fragte es, wer war das? Ah, wer in dieser Runde... Also ihr könnt jetzt nichts machen und müsst jetzt warten, bis Maurice wieder da ist und dann sollte es automatisiert weitergehen. Okay. Na klar, dass wir hier so auf Maurice warten müssen. Ja, dann erzähl doch mal, die wartet mich bisher so durch. Dann haben wir das Gala von 1 bis 10. 10 ist geil, 1 ist nicht so geil. Wie geil findest du deine Nation? Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Steinwallen oder Gaios oder BB hätten, dann wäre das ein safer win. Okay. Da ich die hab, wird das so viel überbläht. Oh, letztes Jahr. Ja, okay. Dann brauchen wir jetzt schon Runde 1 sagen, wir halten für immer und ewig zusammen, ganz offiziell. Äh, nee, du fängst wieder mit allen Leuten Krieg an. Für immer und ewig, meine Güte. Ja, weißt du, du meinst so ein... Du meinst dann, wir greifen uns nicht gegenseitig an oder wenn der eine den Krieg zieht, muss der andere mit? Wir unterstützen uns. Das gab's noch nie. Runde 1... Runde 1 Bündnis zwischen Bram und Mike. Egal, was passiert. Ich spiel's dir hier an. Du wirst... Nein, das werde ich nicht tun. Du wirst mich einfach... Du wirst dann... Du wirst dann... Du wirst dann... Du wirst dann... Dann wirst du herausfinden, dass ich rechts von dir bin. Und rechts von mir ist dann WB. Und dann erst mal, du machst das, du bist WB an den Karten. Niemals. Die beiden sind stärker als WB. Wir sind BM. Also, ich hab jetzt auch das Spiel sicherheitshalber gespeichert, weil ich möchte nicht, dass hier Völker oder Positionen geriggt werden, indem in Anführungszeichen der PC abstürzt. Ist doch noch nix passiert. Jetzt haben wir nochmal neue drauf geschissen. Ich versteh schon, warum man all der vier macht, wenn man dann irgendwie Kackland hat. Es war nicht Georgien. Ja, so viel kann ich hier mit allen spoilern. Das heißt, eigentlich gibt es nichts, worüber ich beschweren kann. Also, dieses Misstrauen von Peter gegenüber Maurice finde ich auch persönlich unangemessen, weil ich mir auch nicht dieses Maß an Raffinässe zutrauen habe. Wenn du mit Georgien gewinnen würdest. Aber Riding Grund, ich kann dir versichern, ich hab dir gegenüber das gleiche Misstrauen. Ja. Und damit allen. Wann ist so das beste erste Gebäude, was man bauen kann? Ram, du brauchst einen Freund. Die Giotine. Die Giotine. Du brauchst einen besseren Freund. Einen besseren Freund als die Giotine. Ich spiele auf jeden Fall ein Volk, das ich noch nie gespielt habe. Das geht mir tatsächlich genauso. So, ich gehe jetzt nur mal kurz ins Tutorial rein, um zu sichern, ob das wieder crasht, bevor ich zu euch reingehe. Ich muss halt in irgendein Singleplayer-Spiel halt schnell rein, nur um zu sehen, ob das jetzt gut aussieht hier. Ne, GTA 6 starten. Wenn dir das Spiel nicht liegt, wir können auch wechseln. Minecraft Pornio Simulator, was du möchtest. Okay, nee, das sieht aber besser aus. Jawohl. Jetzt ist auch das Flickern weg. Das geht von deinem persönlichen Timer ab, ne? Also dein Timer ist ab jetzt immer zehn Sekunden kürzer als die der anderen. Das tut mir leid, aber für dich reicht es trotzdem noch. Wir werden sehen. Emotional löst es bei dir, Maurice, auch kein Maß an Verunsicherung aus, dass du der Einzige bist, der vom Spiel aktiv abgelehnt war, gespielt zu werden. Doch, ein bisschen, ja. Aber, aber ich meine, welcher Herrscher lässt sich denn von emotionaler Unsicherheit von einem Feldzug abbringen? Also, da hat ja noch nie jemand die Welt erobert. So, jetzt komme ich wieder rein. Überleute Peter und wir probieren das. Ach, du grüne Neune. Ich würde gerne wissen, wer ihr alles seid. Du könntest, wenn du dem Beispiel vorangehen, Markus, und diese Information von deiner Seite aus in den Ring werfen und dann hoffen, dass wir durch deinen Edelmut alle inspiriert werden, selbst ehrlichere Menschen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon... Ich bin der Herrscher vom Kongo, ein kongolesischer König. Ach, echt? Ich auch? Doppelherrscher, du auch? Wow! Wollen wir das Großkongolesische Reich gründen? Also, ich hatte eigentlich fest vor, nur für mich allein zu spielen, aber das sind einfach Dinge, die kann man nicht übergehen, ne? Einer macht Ost-Kongo, andere West-Kongo. Okay, Maurice ist wieder da. Die Geschichte mit dem Ost- und West-Ding ist nicht schon gelaufen. Ich sehe nur ungültige Spieleoptionen unten. Okay, vielleicht kommt der nächste Runde weg. Ich habe versucht, bei dir zu joinen, bin jetzt in der Lobby, wo nur Pete Smith als Host und ich drin sind und ungültige Spieleoptionen. Das heißt, du siehst nicht das Spielfeld? Nee. Er ist in der Lobby. Aber lädst du schon rein, Maurice? Ich kann gar nicht. Also, er hat jetzt Spielerverbindungen gemacht. Unten ist das Startsymbol auch nicht verfügbar. Da steht ungültige Spieleoptionen. Also, hier steht, gelb tritt bei. Der Spieler tritt dem Spiel bei. Ob er irgendwas lädt, ist nicht ersichtlich, ehrlich gesagt. Doch eine veraltete Version einer Mod? Aber gerade ging es ja. Also, ich habe die gleichen Mods wie alle anderen. Also, bei mir steht in der Spielerliste, Maurice tritt bei. Ja, das Spiel denkt, er wäre auch schon drin. Deswegen könnte ich hier den Countdown runter machen. Dann wäre ich, glaube ich, wirklich an eine Verschwörung gegen mich, muss ich ehrlich sagen. Nein, nein, das würden wir nie tun. Wer kennt Ziff am besten hier wie B und seine Community? Ich glaube, denen würde ich es am ehesten zutrauen. Ja, ey, Maurice, ich muss aber ganz ehrlich sagen, jeder von uns hätte ein Motiv, dich rauszuschmeißen. Das stimmt. Aber hätte jeder vielleicht auch den Skill, mich rauszuschmeißen. Nur bei der Kartenbauern-Mikkel in meiner Community ist, das hat überhaupt gar nichts zu heißen. Stimmt nicht, nee. Das ist schon ein großer Indiz eigentlich. Ich wusste schon, warum ich den vorher nicht gelobt habe. Wenn du die Augen aber zusammenkneifst, dann siehst du, wie die Inseln so WB-Formen als Buchstaben. Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, Maurice, musst du jetzt entweder nochmal versuchen zu joinen oder ich muss den Server neu machen. Genau. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ich versuche mal über einen anderen Spieler jetzt. So viel zu viel fangen drei Minuten früher an und die ist voll krass und so. Die Schalke ist der Hammer, ey. Auf meinem Chat musst du deine Farbe ändern. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, bestimmt. Änder deine Farbe. Wenn ich über Set beitrete, kommt was deutlich Besseres. Ja, guck mal. Ich bin auch der nettere Dude. Ja, jetzt kann ich auf bereit gehen und dann... Das klingt doch gut. Dann? Sag mal, die akademische Viertelstunde können wir ja hier auch noch einhalten, oder? Das gehört doch zum Produktoren. Also wir fassen das. Das ist ja wohl... Was ist denn dann? Was passiert dann, wenn du auf bereit drückst? Jetzt habe ich den normalen Ladebildschirm. Jetzt fragt er nicht immer solche wichtigen Fragen. Dann halt. Dann Stille. Ja, was denn dann? Ey, sag mal, gibt es eigentlich Barbaren außer Maurice jetzt, meine ich, im Spiel? Na. Werde ich nicht hier. Ja, oder? Das sieht richtig aus. Ich bin drin an der Reihe, spielpausiert durch Pete Smith. Fantastisch. Oh, wir können starten. Geil. Keiner von uns. Oh my God. Let's go. Es geht jetzt nicht so. Super. Großartig APS. Let's go, Leute. Schön, schon ein Heckwebern jetzt. Nicht auf der eigenen. Heckwebern. Wo ist das Tutorial mittlerweile durch, Maurice? Ja, ich habe es geschafft. Es geht jetzt los. Minus eins. Minus zwei. Minus drei. Ja, es hat kurz gedauert, was man sagt. Hm. Hm. Ah, es gibt zwei Kongo-Anführer. Du hast dann die Zynga am Bande, ne? Ja, Nils. Und ich habe den Vemba als Zynga. Ja. Das ist aber so, wie es ist. Ja. War das los? Ramm abgestößt. Mit C-fartig. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Die C-fartig hat sich beendet. Nein. Ramm abgestimmt. Wie das denn? Was hast du denn gedrückt? Oh Gott. Der hat minus eins, minus zwei, minus drei gezählt. Und dann hat es nur gedreht. Und dann war die Sache durch. Was ich sage, wie es ist, ich habe gar nicht mal einen Zynga. Nee, genau. Jetzt habe ich auch eine voll weirde Fehlermeldung hier. Habt ihr die auch? Ja, die hat mir vorne als Tuch rausgezogen. Ja. Ah, okay. Seht ihr jetzt immer, was derjenige ist, der rausfliegt? Ja. 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 Den Herrscher oder die Herrscherin. Das ist natürlich doof, ne? Irgendeinen Nachteil müssen die Leute haben, wenn ein Auto hier antreten. Ich habe es aber überlegt, wir können von mir aus auch nochmal komplett neu starten. Hast du dir doch nochmal überlegt? Die doch nicht so gut aus Steinwallen. Ein Feld erkundigt. Ich habe bei den nächsten 30 Runden im Geiste vorberechnet und das ist doch nicht so gut. So schachmäßig, ja. So was aber auch. Nein, wir werden nicht neu starten. Seht ihr da auch keinen Vorteil da drin. Ich meine, wir haben immerhin jetzt so 5 Sekunden gespielt. Also das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wir haben fast die erste Runde nach 16 Minuten. Nein. So sagen Sie, wir sind 4 Stunden die Runde. 24 Stunden, wenn wir noch machen. Ja, ne? Bisschen Olli Games spielen, ne? Ja. Dann dürfen die Speer gegeneinander kämpfen. Das wäre doch auch mal was. Wer darf noch nicht angreifen? Das ist gegen die Genfer Konvention. Ach so. Aber wer hat immer die Siedler angegriffen, wenn die ungeschützt irgendwo rumgelaufen sind? Oh, das ist Maurice. Kasmatiker. Ich habe ja noch nie einen Siedler geklaut. Ach so, noch nie. So eine Ehrlosigkeit. Mir wurden manchmal welche geklaut. Und von wem? Weiß ich nicht mehr. Hey, hey, hey. Das geht schneller als ich mache. Ich habe ja extra eine Liste. Ich mache jedes Mal, wenn Maurice den Begriff Ehre macht in irgendeinem Zusammenhang. Ehrlos, Ehrsam oder was auch immer. Mache ich einen Strich auf den Zettel. Ich habe jetzt schon zwölf Strichen drauf. Bitte ein bisschen langsamer, Maurice. Das ist schon interessant. Peter, John habe ich denselben Fehler mit Maurice. Also soll ich nur nicht. Aber dann John mir. Dann geht das. Alles über das App. Dann läuft das. War ich das Server einfach nicht vernünftig aufgesetzt dieses Mal? Vielleicht. Also wenn jetzt direkt als nächstes nochmal jemand rausfliegt, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir tatsächlich nochmal gucken. Aber wir hoffen einfach das Beste. Bist du wieder drin? Die pausiert durch PietSmith. Okay, das klingt ja so, als wärst du drin. Richtig? Bist du ja schon. Okay, sind alle maximiert und ready to rumble? Yes, sir. Jawohl. Das Ostkongolesische Reich freut sich, dass es endlich weitergeht. Ist das weiblich-kongolesische Reich und ich bin das männlich-kongolesische Reich. Einer von uns ist Yin, unter anderem ist Yang. Oh, oh. Finde ich gut. Ich bin Yang in dem Fall, okay? Dauert kurz. Hallo, nenn mich ab jetzt Yin. Hallo Yang. Ja. Es geht. Ja, dann ab geht's. So. Bei mir passiert noch nix. Bei dir passiert noch nix. Bei mir geht alles. Also du fließt mit minus 1. Ja, schon weg. Ja, ich war halt immer kurz. Aber das hatte Bram ja gerade genau so. Ja, gerade noch weiter runter gezählt. Ja, boah, geht. Ja, nice. Let's go. Easy. So. Ich will mal heute forschen. Easy. Ah, was forsche ich noch? Fünf Minuten hast du jetzt warten. Ah, warten auf Gaius. Naja. Ich hatte schon Fehler gemacht. Ich habe meine Stadt aufgelöst. Ich habe jetzt verloren. Was? Was? Das geht doch gar nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das muss das Weiß-Sie-Sie sein. Das geht gar nicht. Ich glaube, der will uns hier irgendwie, der erzählt jetzt irgendwelche Fake News, der Sepp. Schmarrn. Den übt er schon den ganzen Tag, der Sepp. Ja. Rinkt nach einer klassischen Sepp-Lüge. Bluff. Vom Feinsten. Ja. Seid ihr alle durch? Ja. Ich gucke noch so ein bisschen nach oben. Kleine Frage an Peter. Hat er das Rufenwahrscheinlichkeit auf normale eingestellt? Ja. Ändert das jetzt schon was? Achso, deswegen überlegst du noch. Achso, okay, verstehe. Ja, genau. Magst du nochmal, weil bei mir im Chat, glaube ich, wurde es schon gefragt, bevor ich nicht mal reingucken durfte, mit welchen Mods wir spielen. Magst du das mal beantworten? Weil bislang hat es, glaube ich, noch keiner aufgelistet. Ich kann das eben sagen, weil ich hab das Fenster noch offen. Ja, sag doch mal bitte, Sepp. Äh, warte. Also, wir spielen mit, zum einen, Better Balanced Game, macht, dass das ganze Game einfach gebalanced ist und die Leader nicht so OP sind. Better Balanced Starts, damit alle ungefähr einen gleich guten Start haben und keiner gefickt wird. Multiplayer Helper ermöglicht uns, einige Sachen zu approven, die Peter einstellen konnte. Und Better Spectator Mod, äh, benutzen wir, damit Peter Bob zugucken kann. Alles verbunden. Einfach mal auf CivLeak, äh, der Webseite von denen nachgucken, da stehen die Mods auch nochmal. Standardpaket. Das dazu führt, dass wir immer super gute Startpositionen haben und uns feiern. Weil letztlich hat jeder, und hier hat jeder von uns gute Startpositionen. Findest du? Naja, also ich starte, hab jetzt direkt meinen Start neben einem Vulkan gegründet. Das ist ein schwerer Fehler. Das ist, das kann das jetzt schon das gut ausgelesen sein. Damit ist Steinwallen ein Grund erledigt. Aber deine Stadt kann doch nicht durch den Vulkan zerstört werden. Aber die Bürger können sterben. Echt? Die Bürger können sterben, ähm, die Anzeigen, je nachdem. Das ist ein Tanz auf den Vulkan, Leute. Ja, durchaus. Also du musst sehr an das eigene Glück glauben, um sowas zu machen. Du musst halt irgendwann wegsegeln und neue Ufer finden, wie die Bronze Age Study Sea People und sowas. Und dann musst du halt nur diesmal besser navigieren. Steinwallen ist einfach in Stellaris unterwegs und spielt diesen Zustand, dass er innerhalb von... Ich spiel Vulkan, ja. Ja, genau. Oh, jetzt hab ich hier irgendwie komischen Kram. Peter, hast du bei WhatsApp die Nachricht gesehen? Oh, der Vulkan wurde aktiv und kann gleich ausbrechen. Ich kann es dir aber sagen, äh, bitte das Spielen nur mit P pausieren. Alles andere führt's im Multiplayer zu Problemen. P wie Probleme. Aha. Scheiße, der Vulkan bricht aus. Können wir eure Hauptstädte wieder nach euch benennen, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer erkennen, wer wer ist? Klar, war mal. Ja, gute Idee. Macht man das nochmal? Oh, dieses Stress. Das ist ja natürlich Stress. Das wollte ich gerade in der ersten Runde noch sagen, aber da hatten schon alle auf bereit. Sorry dafür. Stress. Hat noch geklappt. Ja, ich hab's auch gerade noch so geschafft. Nee, ich nicht. Ja, wenn da so Satzzeichen drin sind oder so, ist nicht schlimm. Ich wollte halt einen langen, cleveren Titel machen. Oh, loi. Machen wir jetzt halt einfach. Ich bin auf einer Insel. Nein. Ach, was. Why? Du bist auf der Insel, da bist du der Einzige, glaube ich. Verdammt. Ich hab Festland, das ist ja schlimm. Ich dachte, ich hab ein Kontinent. Und wusstest du auch, dass Jay nicht mit dabei ist? Hä? Wollte ich als erstes fertig machen. Ich weiß. Dammit. Wegen meiner Hand. Wegen meiner Hand. Wegen meiner Hand. Wegen meiner Hand. Aber es ist egal, wenn Leute sterben, weil die werden auch wieder schnell geboren. Weil es hier alles sehr fruchtbar ist. Du rede ich immer mal über meine Chatmoderatoren. Wow. Okay. Das ist mutig zu sagen, wenn du deinen Chat und was die da anstellen nicht sehen kannst. Mir steht, das Spiel von Bram ist nicht... Ich hab sie ja auch die Reaktion nicht. Ich hab jetzt grad einen Ladebildschirm auf einmal. Ach toll. Großartig. Also er lädt jetzt neu. Ich hab jetzt wieder den Start... Ich glaub, das von dir und von Bram, das Spiel nicht mehr Synchrones kann so sein, dass von Bram das auch gleich kommt. Müsst ihr mal nachhören? Ja, meinst du jetzt schon. Ich mein, letztes Mal haben wir das immer so gemacht, dass wir leider nochmal raus mussten und die Lobby in neu reingeladen haben, oder? Letztes Mal hat's mal nur... Das kann passieren. Das schauen wir uns jetzt nochmal gleich an, wie häufig das passiert. Ja. Würde ich auch sagen. Teilweise war das nur eine Runde tatsächlich. Jetzt dadurch, ähm, gibt's allerdings längere Überlegungszeit für die Nachzügler. Genau. Aber hey, das Spiel ist auch so alt, ne? Kann halt was sein. Ja, das sind leider Probleme, die kommen nicht durch die Mods, sondern das ist, äh, tatsächlich äh, ein Civ-Problem. Wie alt ist denn Civ 6 mittlerweile? Ungefähr so alt wie GTA 5. Sechs Jahre alt. Sechs Jahre. Naja, das ist auch Civ 6, Gaius im Ernst. Das sind alle Anfängerfragen hier. Da muss ich WW zustimmen. Letztes Jahr hieß es doch noch Civ 5. Ja, richtig. Wissen aber auch nur die Profis. Komm ich schon nächstes Jahr auf Civ 7, ne? Na, du... Boah, du denkst doch nicht mit. Nächster ist V2. Wenn's rauskommt, ist Civ 0 erstmal, weil es 0 Jahre alt ist. Gerade wieder. Wer, wenn ihr euch glaubt, denn wie lange wir noch warten müssen, bis Civ 7 rauskommt? Äh, noch anderthalb Jahre. Okay, Bram lädt. Das klang sehr überzeugt. Wenn du nächste Runde nochmal lädst, machen wir einmal die Lobby neu. Weil, Lukas, kann halt nicht... Es geht halt nicht, dass Bram jedes Mal lädt, weil sonst haben wir jedes Mal einen kaputten Timer. Ja. Ja, und vor allem, das dauert halt on top jede Runde die 30 Sekunden, die Bram neu lädt, Ja, genau. Ja, genau. Nee, jetzt muss man nicht, dass wir auf mich warten würden. Genau, das ist der Fall. Nee, das ist immer gern. Ah, stimmt, du warst richtig schnell, holy shit. Ja, ich war die Runde davor auch schon schnell, hab die ganze Zeit gewartet. Obwohl du noch geladen hast. Ja, obwohl ich geladen habe. Jetzt muss ich wieder rumladen. Ich glaub, wir kommen nicht gleich rum oben. Ja, ich speichere einmal. Okay, ich hab jetzt mal nix gemacht. Und muss leider einmal neu machen. Ja, das ist... Oh Leute, ich kann die ganze Karte jetzt sehen. Ich hoffe, dass wenn das nächste Civilization kommt, dass auch bei großen Lobbys, wobei wir hatten das auch selbst bei kleinen Lobbys, muss man leider sagen, bei Civilization, dass dieser Fehler vorkommen kann. Wir gehen alle raus, sich richtig ins Hauptmenü, ne? Ja. Es reicht auch ins Hauptmenü zu gehen, oder? Ja, aber ne gute Runde. Hat Spaß gemacht, ne? Absolut. Ey, Maurice, Stronghold, Multiplayer, sagst du. Ich glaub, es soll auch kaputt sein. Ah, toll. Das übersteht wieder. Hier im Chat gibt's einige Leute, die hatten das sogar in drei Mann-Lobbys. Das ist halt ein bekannter Bug. Oh, okay. Ja, manche Leute haben's auch zu zweit, dann hat's das halt irgendwie gehangen. Wobei, wir haben erst am Dienstag zu zehnt gespielt, da hat's sogar alles mal technisch funktioniert. Ich mein, auch letztes Mal war bis auf so einen kleinen Ladeschluck auf, war's richtig gut. Jetzt sehen wir natürlich alle, wer, wer, wer ist, ne? Oh, ich hab nicht hingeguckt. Oh, da kannst du nix dran ändern. Ich kann nicht mal die Symbole erzählen. Peter, der Zweite aus dem Ostkongolegischen Reich, ne? Wer braucht noch ne Einladung? Ich brauch ne Einladung. Wieso kannst du nicht einfach so, John? Ich versucht hab. Überladen oder über... Über die Steam-Freunde. Über Rechtsklick einen von uns anklicken, der mit spielt. Ja. Ist aber immerhin tatsächlich niemand, die Maori, das ist doch auch... Ach, da ist ne Einladung. Wer ist denn die Maori? Das ist ne Alter. Ja, ich hab dir grad ne neue geschickt, bevor du da jetzt die neuen Steam-Funktionen suchen Aber ich würd sagen, Steinballen hat schon eine richtig starke Nation, ne? Oh, ja. Wer ist denn das? Dafür hab ich nen Vulkan, der gleich ausbricht. Johann. Er hat tatsächlich ne gute Marine-Nation, ne? Ja. Ja, mit Portugal. Also, Boris, ich würd sagen, wenn jemand in der Nähe von Steinballen ist... Ach, kommt jetzt... Also, Peter, der Große, ist ja wohl auch mit die beste Fraktion, die es gibt. Warum? Lass den Moderator hier raus. Bitt ihr alle aufbereit? Jawohl. Äh, ich nicht, oder? Ich bin... Doch, ich bin drin, tatsächlich. Ich find die Fähigkeit geil. Die Aggressoren vertreiben. So nennt er das ab jetzt, ne? Ach, großartig. Das ist dann auch keine Kack mehr, wer was hat, ne? Sonst labern alle immer, ja, ich bin der und der und der und der. Ich glaub, ich weiß, dann dachte ich da das Green noch. Dieser doppelte Kongo und so, ne? Diese schöne Geschichte, die da uns erzählt wurde. Das war schon ne krasse Lüge, da ich so am Anfang... Ja, ganz schnell die nachte Wahrheit. Ganz schnell ein ehrliches Feedback von euch allen. Wer ist derjenige unter euch, der glaubhaft sagen kann, ich hab seit dem letzten Multiplayer-Event bei den Pits mit Civ6 nicht mehr gestartet. Ich habe gestern eine Runde davon, dass er letzte Woche gestartet hat. Ja, jetzt ist einmal ein Mod-Test. Ja, gut, das fehlt ja nicht. Interessanter wäre doch die Spielzeit, Riding Bull. Wie viele tausend Stunden hast du schon drin? Oder seit dem letzten Mal noch dazugekommen, ja. Ja. Ich glaub, also irgendwas zwischen zwei und drei Millionen, glaub ich. Aber ich kann auch sein, dass ich... Oder Billionen, ich komm mal mit dem Englischen und dem Deutschen. Und den... Das hat sich jetzt auch... ...ne Male Monate sein Namen, ne? Was? Jetzt hab ich hier auf einmal... Jetzt sind hier auf einmal... Räuber. Baban. Auf einmal? Nein, die waren gerade noch nicht da. Frech. Verrückt. Wartet auf Gaius. Aha. Ja. Ah ja. Warten auf Riding Bull. Sollen wir das nicht so weiterführen? Warten auf Stimmen. Immer den Blame, der gerade noch zieht. Ja, ja, ich merk schon, ne? Du-dum. That's a way. Immer dieses Hetzen. Ach, du grünen, ne? Ich bin übrigens der Meinung, dass als Maurice ich die Maori hätte bekommen sollen, weil das gar nicht so unähnlich klingt. Und man da doch vielleicht auch mal Rücksicht drauf nehmen könnte. Ja, ja, nein. Erst mal ein bisschen Alan. Nils ist so ruhig, ne? Ja, weil ich immer am Anfang echt Zeit brauche, äh, zu checken. Oh, dann ist es aber jetzt wirklich knapp hier mit der Zeit. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist echt, ich finde es lustig, wie inzwischen sind diese Events ja nicht mehr neu für uns, aber der Gedanke ist, hier ist auch so, oh Leute, der Timer ist aber echt. Ja, nee, wenn du eine Runde hast, wo deine Stadt fertig ist, deine Technologie fertig ist, und du dann auf einmal jetzt mit dem Barbaren kämpfen musst, dann ist halt schon doof. Ich muss auch wieder laden. Ja, klar, mal ne Runde, ne? Ja, ich muss gleich niesen. Okay, Spide. Das ist ja krass, dass ich das hier jetzt nochmal... Bei Bram standen, glaube ich gerade aber auch dran, Mods fehlen. Echt? Weiß nicht, ob der da irgendwas synchronisiert muss falsch oder so. Vielleicht alte... Die sind ja Mini-Versionen. Ich habe vorher nochmal extra über den Link die Mods auch neu gemacht, also weil ich Sif halt E9 installieren musste. Hast du in... Achso, dann hast du ja nur die Neuen. Ja, erst Freitag oder Donnerstag, ich weiß nicht, wann wir getestet haben, habe ich es installiert. Da habe ich ja noch gesagt, den Jungs sogar, ey, ihr müsst kurz warten. War nicht so schnell. Das ist true. Ich meine, da kann jetzt vielleicht nur der Peatsmeet-Chat mal helfen. Habt ihr noch ne Idee, woran das liegen könnte? Ja, mal eben gucken. Vielleicht muss er nicht immer neu laden. Ich habe ja auch gerade neu laden müssen. Ja, das sind genau die beiden, die halt einmal den Absturz hatten. Und ich frage mich, wie wir das jetzt wieder rausbekommen. Ja. Oh, gute Frage. Du kriegst aber nicht hin, den Start genauso hinzukriegen, wie wir den gerade hatten, oder? Der hattet 0 MS in der Lobby, die müssen zweimal in die Lobby jointen. Was? Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir mal neu starten würden. Ja, schnell. Die Welt nicht untergehen. Ja, meine schon jetzt. Also das ist auch schön eigentlich. Also ich fand das mit Yin und Yang total romantisch. Und auch das Geplärre von Steinwald, entschuldige Steinwald, dass der Vulkan bei dir in der Nähe brennt. Und dass Maurice so traurig darüber ist, dass er die Maori nicht spielt. Das sind alles herzergreifende Momente. Aber wir könnten vielleicht neue Momente finden, wenn wir gemeinsam neu starten. Ich werde jetzt einmal nochmal das Spiel speichern. Wir werden einmal den Tipp des Chattes ausprobieren. Ich werde die Lobby jetzt hier also wieder beenden. In dem Fall müssen jetzt gleich Maurice und Bram einmal der Lobby joinen und dann wieder rausgehen und nochmal neu joinen. Und dann gucken wir, ob ihr eine Ping-Anzeige habt oder nicht. Das dürfte bei keinem 0 MS angezeigt werden, wenn er bei den anderen grünen Punkten ja drüber havart. Also jede Person sollte das vielleicht auch überprüfen immer. Ah, ja. Das würde ich auch wirklich nochmal zur Sicherheit checken, dass ich die Mods alle habe. Aber ich habe die eigentlich alle aktiviert. Sollte das nicht zum gewünschten Ergebnis führen, müssen wir leider tatsächlich einmal komplett restarten. Kann natürlich sein, dass wir dann in die gleiche Problematik kommen, aber es ist ein Lösungsvorschlag. Dieses Mods Missing, was da am Anfang beim Joinen steht, ist aber tatsächlich normal. Das ist ein kurzer Überprüfer. Ja, aber bei Bram stand es bis zum Ende. Ah, bis zum Ende. Okay. Ich dachte halt tatsächlich nur, dass es bei mir ein Anzeigefehler war. Deswegen habe ich da nichts zu tun. Zusätzliche Inhalte. Ja, bei mir steht es bei Bram tatsächlich nicht. Ja, jetzt auch nicht mehr. So, warte mal. So, ich komme auch gleich. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch das Spiel nochmal neu gestartet. Ich sage mal, ganz kurz, das ist wahrscheinlich, dass Peter, du hast jetzt quasi auch Peter, ne? Das ist wahrscheinlich kein Kollisionsgrund oder so, ne? Ich habe keine Ahnung. Auf meinem Bild. Ich werde dich deswegen nicht schlechter darstellen. in meiner Motivation, als du bist und auch nicht besser. Ne, aber ich meine, nicht, dass das Spiel irgendwie nicht damit klarkommt, dass jetzt zwei Peter-Lieder im Spiel sind. Ja. Was weiß ich, ich habe das nicht geschrieben. Ja, ich finde, das ist gar kein schlechter Gedanke. Ich habe es auch nicht geschrieben, ne? Wer weiß. Anil, wir können auch eben deinen Herrscher ändern. Also, Writing Bull hat von mir eigentlich wieder eine Einladung bekommen. Dann komme ich dazu. Joine grundsätzlich immer erst dann, Peter, nachdem du gesagt hast, komm dazu bitte, WB. Ah, okay. Das ist einfach so, weil du diese Extrawurst gerne hättest. Ja, einfach so. Ja, okay. Verstehe ich. Das ist menschlich fragwürdig, aber so bin ich halt. Cool. Also, ich sehe bei Maurice eine Ping. Ich sehe bei Bram eine Ping. Und bei Maurice, ich sehe Maurice nicht mal in der Lobby. Das finde ich. Also, wenn du bei Maurice eine Ping hast, dann fände ich das ganz schön interessant. Jetzt steht das Schritt bei bei mir. Ich sehe tatsächlich. Ah, interessant. Ich sehe ihn auch noch bei Steinbein auch. Ja, Steinbein lädt irgendwas. Jetzt ist Maurice bei mir drin, ja. Ja. Jetzt sehe ich auch Maurice. So, jetzt bin ich da. Und ihr überprüft jetzt mal links, überall wo die grünen Punkte sind, ob da irgendeine Millisekunden steht, die nicht null ist. Bei jedem ist es eine Millisekunde. Bei Maurice steht gar nichts da. Wo steht die? Einfach bei der grüne Havarnbam, ne? Nicht bei dir selber. Links lebt der grünen Punkt neben den Namen von jedem. Bei den anderen, ja. Ja, bei allen anderen. Maurice 25. Genau, das ist ja dann, also wenn bei dir überall, Writing Bull zum Beispiel, was angezeigt wird, dann passt alles. Und Maurice und, ja. Ich habe tatsächlich, ich habe null zu WB. Ja, ich bin noch nicht drin. Also, ich bin noch. Steinbein sehe ich noch nicht. Der ist noch nicht reingeladen. Das ist das geilste. Steinbein habe ich 14. Ich auch, deswegen. Aber der ist nicht drin. Ich habe zu den meisten null. Ich gehe vielleicht nochmal raus. Ja, okay, dann müsstest du nochmal raus und nochmal reinkommen, Maurice. Ja, alles dann, Maurice, okay. Wenn du null hast, dann geht es nicht tatsächlich. Dann musst du nochmal neu inschein. Ich hatte 34 zu, ich glaube, Peter oder so, aber zu den meisten hatte ich null. Ich habe vier Farbfehler jetzt aber. Was hast du? Ja, die Farbfehler von den Flangen ist immer normal. Das ist, glaube ich, weil die sich farbentechnisch sehr ähneln. Ja. Okay, du hast zu allen einen Ping. Ich habe zu allen einen Ping, aber ich hatte sogar zu Steinbein einen Ping, obwohl ich nicht da war. Jetzt habe ich zu allen einen. Das hat tatsächlich was bewirkt. Genau, das ist ganz wichtig. Darf ich auch nochmal ein zweites Mal, John? Ja, ich wollte gerade sagen, Bram, try it einfach. Bin raus. Und bin da drin. So, jetzt bin ich auf jeden Fall auch drin. Genau. Bram habe ich auch eine Ping. So, Peter, habe ich zwei MS, Alter. Ja, gut. Kein Wunder. Alter, das sieht aber besser aus, als vorher. Sehr gut. Ich hole mir auch gleich Doritos und knack erstmal rein. Wir waren das gerade mit dem Lärm. Das ist ja echt abstoßend. Warten Sie doch um zu essen. Ich könnte noch ein bisschen Pizzer schmassen, wenn es gewünscht ist. Ja. Für das volle LAN-Partner-Feeling. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Warte mal, bei mir steht WB Offline. Bei mir steht, ich wäre verbunden. Jetzt mache ich das Häkchen wieder weg. Jetzt mache ich es wieder hin. Jetzt bin ich verbunden. Keine Ahnung. Nein, weil hast du überall Millisekunden angezeigt geblieben? Ja, bei allen, außer bei WB. Achso, und dann auch einmal neu joinen? Ja, dann müsstest du nochmal neu joinen steinwollen. Mir wurde ja von den Experten bei Bongewa nahegelegt, das, was jetzt gerade hier passiert, ist Gold für die Zuschauerzahlen. Weil bei der Bongewa lahn, sich wohl die Erfahrung rauskissiert, es gucken mehr Leute dazu, wenn sie verzweifelt versuchen, irgendwas zum Laufen zu bringen, als wenn sie es dann tatsächlich spielen. Das heißt, es ist alles gut, was hier passiert. Ja, das ist schon eingeplant. Okay, jetzt ist alles gut. Perfekt. Okay, jeder hat MS-Sekunden-Ping zu jedem. Das heißt, wir gehen jetzt alle aufbereit. Okay, let's go! Oh Gott, ich möchte nicht krank sein. Sieg und Ruhm! Auf geht's! Rein in Runde 5. Alles gut dann. Das ist faszinierend, dass wir jetzt seit Jahren diese Art von Multiplay-Event machen und immer noch neue Fixes lernen für Probleme, die auch seit Jahren immer noch bestehen und nicht rausgepätscht werden. Ich finde es auch immer faszinierend, irgendwer muss es ja mal dann rausfinden, dass man dann die Pings überprüft und dann wieder raus und wieder rein. Und irgendwann ist man verzweifelt. Das faszinierend. Hä? Achso, ihr habt den Spielstand wieder geladen. Ich dachte, wir starten neu. Hast du dich jetzt, warst du überrascht, dass du zufällig dieselbe Nation? Ja, ja, ich war schon mega überrascht. Nee, nee, das war jetzt noch unser Triform-Nord. Ah, stimmt, richtig. Achso, ja, ja, ja. Alles gut. Wunderbar. Na dann. Ja. Aber jetzt als erstes erst mal ein Blokanabwehrschild. Das ist meine Lieblingsrunde. Tja, 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 tja. Könnten wir für immer in Runden 9 bleiben. Ich finde, die einstelligen Rundenzahlen, die haben sowas episches, sowas archaisches. Da ist doch noch die Welt in Ordnung irgendwie, ne? Du siehst unberührtes Land vor dir. Das stimmt. Hast noch nicht irgendwelche Schurken getroffen, die Liebes planen. Noch nicht verpestet von Industrialisierung. Ja, wir haben keinen Restart jetzt gehabt. Also keiner musste jetzt neu in die Lobby joinen. Geil, Hammer, Gaios, super. Hammer, Gaios, super. Ähm, den Beinamen nehme ich gerne. Und der Chat, dass du im Vergleich zu uns ein bisschen zu leise bist. Also entweder musst du in deinem OBS uns runter skalieren oder dich höher. Bei mir, bei meinem Stream oder bei euch? Äh, in deinem Stream. Bin ich zu leise? Genau, in deinem Stream bist du zu leise. Das kann dir ja dein Chat leider nicht sagen. Das ist sehr freundlich, danke. Das ist sehr nett, ja? Der Chat immer, obwohl WB vorher noch gegen seine Chat-Moderatoren, also sie quasi als expandable bezeichnet hat, ne? Helfen sie ihm noch. Oh nein. Ich glaube es wieder eine herausfinde. Ich lade. Ich muss auch wieder laden. Oh no. Gut, diesen Fix hat absolut gar nichts gebracht. Wir werden jetzt einmal komplett neu starten. Nooo. Okay. Wollen wir dann trotzdem die Völker nehmen, die wir hier random gekriegt haben? Oder machen wir komplett random? Wir waren komplett random. Okay. Du willst ja vielleicht auch in einer anderen Position starten. Das ist halt gar nach neun Runden ist noch nichts passiert. Also an die Zuschauer, ihr habt alle nichts gesehen. Das war alles ein Fieberwahn, den ihr hier gerade gesehen habt. Jetzt geht's los. Kann man ja auch alles in die Chats gehen. Kann man ja auch alles in die YouTube-Video hochladen. Stimmt, dann kann man jetzt wieder in den Chat schauen, bis es losgeht. Ey, was glaubt ihr euch? Das wäre sehr, aber gar nicht so schlimm. Ich habe in Runde 1 und 2 der kolossale Fehler gemacht. Was glauben die Leute da draußen, die alles gesehen haben, nur anhand der ersten vier Runden? Was glaubt ihr, wer jetzt das Spiel gewonnen hat? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das würde mich auch interessieren, lieber Chat. Peter, kannst du mal? Kannst du mal gucken? Wer hätte schnell, er guckt, löschen und alles löschen, hat bei mir geschrieben. Ja, aber mein Chat hat ja nicht alles gesehen. Achso, ja, good point. Peter hätte gewonnen, sagt mein Chat. Also damit du, Nils. Yes. Mein Chat ist natürlich gänzlich zynisch. Alles für die Zuschauerzahlen steht da. Ja, in der Tat. So, ich lade euch wieder ein. Soll ich jetzt nochmal was machen mit den Mods, die ihr abonnieren, einfach so reinjoinen, damit er die dann da drüber lädt, oder einfach nur nochmal neu starten? Wollen wir mal kurz die Versionen überprüfen, nochmal auf sich, Herr Bram? Das ist eine gute Idee. Lass sie es auf jeden Fall machen. Boah, ich bin anscheinend immer noch super leise. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Auch lauter... Werde ich von euch irgendwie automatisch... Es kann ja nicht sein, dass Teamspeak mich leiser macht, ne? Also wir hören dich hier angenehm. Wie du Teamspeak eingestellt hast, ist das nicht unmöglich. Echt? Also ich empfehle da zum Beispiel, wenn du bei Teamspeak bist, du gerade in der App drin. Ja. Extras, Optionen. Ja. Und dann bei Wiedergabe würde ich auf jeden Fall die automatisierte Lautstärkeanpassung deaktivieren. Wo ist das? Ganz rund meiner, der... Hm? Hab ich, da hab ich... Ähm... Hab ich gar nicht. Wo wäre das denn da? Bei... Moment, welches Teamspeak hast du? Teamspeak 3 oder Teamspeak 5? In Älteres. Weil die neueren führen bei mir zu Problemen. Ich hab noch eine 3.3.2 Version. Nein, das ist aber in Ordnung. In den Optionen unter Wiedergabe, in dem Reiter... Da bin ich gerade. Dann steht es bei mir, dann hast du den Wiedergabemodus, das Wiedergabegerät. Ja. Dann so zwei Lautstärke-Regler, Testton abspielen. Und darunter müsste es mehrere Häkchen geben eigentlich. Ja, das ist bei mir Mono zu Stereo, Mono zu... Also diverse Mono-Geschichten und unten drei Optionen. 3D-Positionen immer sind verfügbar. Okay, dann haben wir unterschiedliche Versionen und die automatische Lautstärkeanpassung gibt's bei dir scheinbar nicht. Okay. Das ist ja dann gut eigentlich. Ja. Und dann könnte das Gleiche nochmal bei Aufnahme sein, aber da gibt's das dann wahrscheinlich auch nicht. Da gibt's eigentlich auch keine automatisierte Sprache. Können wir mal gucken? Also ich hab oft... Ich war ja schon oft auf TeamSpeak unterwegs. Ich hab die Probleme noch nie gehabt. Bei mir auch die Audioaufnahmequalität in Windows... in Windows auf einen absurd hohen Wert mittlerweile gestellt bei einem Mikro. Kurze Zwischenfrage. Die Better Spectator Mod, die haben wir alle auch an, richtig? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie aktiviert hab, aber ich hatte ja bislang keine Probleme gemacht. Also es ist... Äh, ist das jetzt immer noch das Thema mit null Millisekunden vermeiden? Oder ist das... Ja, ja, das ist immer das Thema tatsächlich. Also wenn du irgendwo null Millisekunden hast, dann nochmal raus und nochmal neu in die Lobby rein. Wow. Ich schluss das mal anders und mache euch alle leiser. Das ist doch auch mal eine Möglichkeit. Wir können auch alle leiser sprechen, wenn du das möchtest, die ganze Zeit. Ja doch mal, so ein ASMR-Stream. Ja, das haltet ihr niemals acht Stunden durch. Leise sprechen geht so auf die Stimme. Dreamer-Heise werden das nicht durchhalten, nicht acht Stunden, nee. Aber mal jetzt mal Butter bei die Fische. Ich hab keine Ahnung, wie ihr gestartet seid und so. Ich glaube, es ist ja auch Better Starting Positions und so irgendwie aktiviert. Aber ich hatte, glaube ich, eine richtig gute Startposition mit meinem russischen Peter. Ja, ich war auch sehr zufrieden. Hatte Eis. Ob ich Eis hatte? Ja. Ist doch für Peter auch wichtig. Ja, Tundra kriegt ja einen Produktionsbonus. Aber ich hatte erst mal absurd viele Ressourcen. Ihr wahrscheinlich auch. Da hatte ich ein Naturwunder, was mir zwei Felder mit drei Kulturbonus gegeben hat. Oder drei Felder sogar mit drei Kulturbonus. Okay, alle haben Ping zu jedem. Sind wir überhaupt vollzählig? Wir sind noch nicht vollzählig. Ist noch nicht vollzählig. Hast du mir mal wieder eine Einladung geschickt? Noch nicht, ne? Dann ist es bei 60%. Da ist sie. Join doch einfach das Team, Alter. Er hat so wie ich auch keine Freunde. Doch, wir sind befreundet. Also Steinwallen hat keine Freunde. Bei WB zeigt sich gerade, warum er vielleicht keine hat. Definiere Freund. Es ist ein mir völlig neuartiges Konzept. Freund ist, wie du jemanden nennst, wenn du möchtest, dass er Dinge für dich tut, obwohl du ihn nur als Spielfigur betrachtest. Also Freund ist jemand, den man nicht essen darf. Habe ich dich richtig verstanden. Es sei denn, es ist ganz dringend notwendig. Durch Freund und Tritt ein. Ich bin da. Hast du zu allen eine Ping? Ja, ein Null bei Sepp. Ja, dann musst du nochmal. Bei mir steht noch was. You do not... Ist das von... Ist das von Pete zu mir? You do not have a fully loaded version of MPH. Please subscribe to the mod on Steam. Das habe ich aber gemacht. Ja, das ist, weil ich oben einmal auf Modcheck geklickt habe. Die von mir auch. Okay. Eben 80%. Schickst du mir noch mal eine Einladung, Peter. Das geht am schnellsten. Perfekt. Irgendjemand mit jemand fighting, will ich mal zeigen, wie das geht, Leuten hinterher zu joinen. Ich bin nochmal kurz raus, weil ich jetzt null Millisekunden hatte. Ich bräuchte nochmal kurz eine Einladung. Peter hat mehr Einladung verschickt, als wir... Ich glaube, Geil ist, du kannst mir einfach joinen. Ah ja, das kann ich natürlich auch machen. Richtig. Wenn du das hinkriss. War mir da alles gepasst mit den Mods? Sind die alle aktuell bei dir? Ja. Mensch. Kommt der Computer da oben her. Mach kurz wegen der Mods. Du kannst doch gar nicht starten, oder? Also... Ich meine, es würde gerade gesagt, müssten wir... Also können wir alle mal gucken. Es gibt ja auch noch im Spiel diese aktive Inhalte-Liste, oder? Bei Gaius habe ich die Meldung. Nee, jetzt ist sie weg. Hätte nicht alle Mods. Ich bin gerade auch erst reingekommen wieder. Genau, das ist dann normal. Alles gut. Jetzt passt bei mir auch wieder alles. Keinen Ping. Ich auch. Ich auch. Bin auch auf Breit. Ich auch. Ja, dann schauen wir einfach mal. Okay, let's try this again. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich muss auch nochmal raus und rein, sorry. Bei mir ist bei Maurice und Andi kein Ping. Ich hatte bei dir den Ping nicht. Jetzt hat irgendwer bei dir wahrscheinlich keinen Ping. Wir spielen heute übrigens Ping-Pong, liebe Zuschauer. Das ist jetzt die Starteröffnung gewesen. Bei Maurice wird mir keinen Ping angezeigt, sondern ein Pong. Jetzt werdet ihr albern. Das muss ich kritisieren. Albanien. Das kann mir erinnere ich. Oh Gott. Zipzi-Nation. In Zip-Sex. Pong. Jetzt schon. Peter, du musst mir keine Einladung schicken. Alles gut. Dankeschön. War jeder beim Mic überprüfen? Ja, habe ich. Sieht gut aus? Ja. Passt. Mir sieht es auch jetzt gut aus. Ich bin sofort drin. Let's roll, let's roll. Andi kommt hier noch. Das lauert mich so. Du warst gar nicht drin. Ja, was ist da los? Immer noch nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich noch nicht drin bin. Da fehlt doch noch jemand. Der hat einfach gestartet. Wir wären jetzt schon auf Start alle gegangen. Ja. Ich sehe schon YouTube-Clip, die große Fake. Ich habe gerade auch durchgehend gedacht, mehr an neun Leute, so alle drin passen. Also jetzt mal eine ganz Zür... Zu einer weiteren Runde. Civilization 6. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Wir sind schon seit einer Stunde dabei, technische Probleme zu fixen. Aber ich glaube, jetzt geht es wirklich los. Deswegen habe ich jetzt den Part weggerschnitten. Und es sollte direkt ins Spiel gehen. Du hast so viele Klugscheißer da draußen, die dir Tipps geben wollen. Die bleiben eher dabei, bis du das Leben gelöst hast. Das stimmt, ja. Richtig. Als die Koks einfach. Ja, das ist richtig. So ist es. Ich meine, die Sache ist, du hättest bei Ziv-Spielen, glaube ich, auch richtige Klugscheißer. Aber denen ist natürlich der Spaß komplett genommen, sobald der Streamer sagt, ich gucke den Chat nicht. Richtig, richtig. Weil natürlich gäbe es ganz viele... Die Stadt musst du da drüben gründen. Boah, kann ich mir echt nicht geben. Hast du vergessen mit dem Hügelbonus und sowas. Aber die haben ja alle keinen Spaß, wenn wir sie nicht sehen. Ich habe übrigens gerade nachgelesen, exakt dieser Satz mit dem Hügelbonus stand bei mir gerade im Chat. Natürlich, natürlich. Was ist ein Hügelbonus? Hast du jetzt einen Hügelbonus? Perfekt. Chat sagt außerdem auch noch, neue Chance auf Maori, aber auch neue Chance auf Georgien. Ja. Oh, scheiße, Georgien. Das ist ja stimmt. So vier Orgien habe ich null Millisekunden. Was ist das Problem mit Georgien? Dürfen die keine Flotte bauen oder was ist mit denen? Nee, die sind einfach super weak. Es ist einfach eine richtig schlechte Fraktion, die ich durch Zufall in zwei Civ-Events glaube ich in Folge bekommen habe, wenn ich mich recht entsinne. Hast du auch beide gewonnen? Georgien hat halt diesen diplomatischen Sieg als Main und den haben wir aus. Das heißt, sind mega am Arsch. Und der ist auch sonst, finde ich, in solchen Multiplayer-Events mit am schwersten zu erzielen, weil er wirklich darauf setzt, dass die anderen dir aktiv sogar noch zuarbeiten. Genau. Das stimmt so nicht. Du kriegst ja auch Diplomatie-Punkte, wenn du einfach nur das wählst, was die Mehrheit gewählt hat. Das stimmt, aber er ist schon, finde ich, also bald Leute sehen, dass du darauf abzielst, ist es schon schwierig. Dann ready. Ready, ready, ready. Ja, alles klar. Oh, jetzt wird spannend. Okay, Chat, lebt wohl. Ja, tschüss. Auf geht's, Leute. Bermuda. Also, ich meine, sage ich jetzt, in fünf Minuten sitzen wir alle wieder zusammen und chatten. Ehe wir das Spiel fixen können, wir sind auch in einer sehr komischen Beziehung mit unserem Chat gerade, weil wir kicken euch immer weg und dann halt, wir brauchen euch noch zu reden. Was ist das denn? Bitte, weil wir im Chat war gerade noch ein. Oh nein. Hey. Oh nein. Ich ziehe WB mal kurz. Nun beginnt eure größte Aufgabe. Ich hasse es. Jetzt schon Praktikgesprächung. Kupe der Entdecker. Ihr gab dem Land der langen weißen Wolke seinen Namen und nun werdet ihr gerufen, um neue Länder zu bilden. Ja, dann ist das schon mal scheiße alles hier. Direkt neben dem Vulkan, das war gut, ne? Ja, hochbares Land. Ach, du grüne, neue Beraterin sagt. Denkt dran, in Runde 1 schon die Hauptstadt zu benennen. Oh ja, guter Hinweis. Jetzt gibt es noch kein Zeitproblem. Wenn man dann die Stadt schon hat. True. Ich habe gerade auch den Fehler gemacht in der vorherigen Runde in Runde 1 den Sie da bewegt und danach wieder genau zurück. Ach so. Oh, das ist auch hart, ja. Habt ihr auch den gleichen Startpunkt wie eben? Nein. Nein, einen trefflich. Ich glaube, ich habe den von Steinwallen direkt neben dem Vulkan. Ja, du hast den Vulkan-Startpunkt. Ich habe den gleichen wie eben. Wirklich? Ja, das kann passieren. Sind ja neun. Krass. Scheiße, den anderen, also ich fand meinen anderen besser, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich fand meinen auch ganz schön. Aber dafür ist meine Fraktion jetzt total beschissen, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich habe, glaube ich, auch die schlechteste, die es gibt neben Georgian. Echt? Wow. Das ist hart. Die verstehen nicht mal, was sie machen. Ich habe tatsächlich eine von den klassischen Standardfraktionen, die recht basic, aber glaube ich, recht gut sind. Ja, das ist eigentlich sehr gut, ja. Also nichts Besonderes halt. Wünsche ich mir auch. Aber so simple Boni, die man gut versteht. Das ist eigentlich ein Nachteil mit ganz vielen Liedern. Es gibt ja inzwischen einfach so ein bisschen richtig weirde, abgedrehte Lieder, die dann jemand wie WB vielleicht schon kennt, aber wo ich so, hä, was? Okay. Ja, da muss ich mich auch einlesen. Das ist das Erste, was ich gerade auch gemacht habe, obwohl ich jetzt hier mal ein Spiel mit dem ich kürzlich auch noch ein Let's Play hatte, nämlich Abraham Lincoln. Ich oute mich mal wieder. Erzähl gerne, wen ich habe. Abraham. Trotzdem, lieber sich jetzt halber einmal nachgedrückt. Der ehrliche Ape, ne? Passt, ja. Aber ich meinte jetzt so welche, also wie die Maori zum Beispiel. Die Maori sind super stark, aber ich würde sagen, hä, Moment, okay, die funktionieren ja sehr anders als grundlegendes Civ-Gameplay. Das wäre für mich, glaube ich, gar nicht ein Vorteil, wenn ich die bekommen würde, weil ich kann nicht wüsste, wie ich das ausnutzen kann. Ja, ich finde es schwierig. Genau, ich finde es schwierig, wenn du halt eine Fraktion hast, wo du diesen Spielstil überhaupt nicht kannst und magst. Ich kann halt nur einen, so einen Standard. Ich kann auch einen, so einen Standard. Dann darf ich das nicht spielen, auf jeden Fall. Ich auch. Ich hätte wieder benennen. Aber ich spiele ihn trotzdem. So einfach ist das. Jetzt haben wir ja auch keine Wahl, ne? Ach ja. Aber das ist ja auch, ich meine, das ist, manchmal muss man sich auch neuen Herausforderungen stellen. Das ist auch der Grund, warum ich zugesagt habe, als dieser wahnsinnige Sepp mich gefragt hat, Maurice, wir haben da noch so ein Card-Event. Willst du da nicht auch mal? Ich so, bist du das Wahnsinn, Sepp? Warum? Aber, ja. Ist das normal, dass ich noch warte oder so? Ey, ich brauche eine Sekunde. Ich brauche auf jeden Fall eine Sekunde. Ich brauche auch noch kurz, tatsächlich. Okay, alles gut. Der Start überfordert mich. War er gerade auf? Doch nicht. Ey, mein Startplatz ist einfach sowas von tausendmal anders, als das, was ich davor hatte. Das ist für mich nirgends. War besser oder schlechter, Nils? Schlechter. Das ist aber schade, Nils. Das ist mir so leicht. Also, das ist so, das ist einfach, das ist unfassbar. Wie viel anders der einfach ist. Ja, bei mir auch. Ich bin sehr verwirrt. Das ist, das ist so traurig. Und ich war bei den Leichen, ne? Scheiße. Mir ist so wichtig, dass du ein gutes Spielerlebnis heute hast und jetzt das. Bist du nicht mitverantwortlich mit deinen... Ja. Absolut. Das war alles abgekatert, Nils. Ich seh das doch. Ich würde sogar sagen, ich bin hauptverantwortlich, weil Brammen ist erst nach mir rausgeflogen. Absolut. Kacke. Gai, du baut schon die dritte Start? Ja. Ja, ich kann ja nicht mal weg. Das ist ja einfach voll scheiße. Ey, ich stehe neben dem Vulkan. Ich weiß nicht, wie schnell man sich fühlt. Ich glaube, ob Nils jetzt den Startplatz hat, den letztes Mal Sepp hatte. Der war nice. Der war richtig gut. Nee, dann hab ich den nicht. Diamanten am Stizzel. Einfach gar nichts mehr. Es wurde mir alles geraubt. Ich hatte mit Peter, dem Großen, ich hatte alle Reichen mehr. Wirklich, ich hatte Orangen, ich hatte Diamanten. Ich hatte einfach wirklich gefühlt jede Ressource, die es gibt. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo du vorher warst. Aber, aber doch, hast du auch Peter? Nee, ich bin, ich bin, nee, das ist Gips, das sind keine Diamanten. Aber ich hab zwei Orangen. Ich weiß nicht. Ach so, Orangen. Du bist steinreich. Also im Ernst wunderbar. Das ist doch einfach scheiße. Die sind gerade in der Weihnachtszeit. Also, nee, zwei Orangen, zwei Bananen. Und klingt das nach deinem Start? Ja, was, wie viele Bananen? Wir können zusammenlegen, Maurice. Du hast die Orangen, ich hab die Schokolade. Dann können wir zusammen ein schönes Weihnachtsfest. Dann können wir zusammen diese Schoko-Orangen-Kekse machen. Die schlimm sind, aber die ich immer mochte. Wir sind immer noch in der ersten Runde, oder seid ihr schon in der dritten Runde? Ich bin in der ersten. Dann müssen wir zurück aufs Weiter-Klicken. Ja, in der ersten Runde klicken wir uns raus. Ich war schnell auf. Weiter-Bildschirm. Weiter. So, wenn ihr fertig seid, gerne fertig drücken. Geht gleich los. Ich muss mich ganz kurz einmal hier. Manche haben noch nicht mal eine Stadt gegründet. Boah, da hätt ich so chillt. Was? Ich hab einen dubiosen Interface-Bug. Ich hätte ja noch mal auf Klo gehen können, meine Güte. Ja, das hab ich gemacht. Ich möchte bitte auf meinen Chat hier hinweisen, dass diese Stadt auf einem Hügel steht. Nur falls ihr, ich weiß, ich kann euch gerade nicht sehen, aber ihr schaut zu. Reh, ich hab gerade ägyptisch gelernt. Bist du das aus? Ach, du bist ägyptisch? Oh ja. Oh ja. Oder ist das ein Umlaut für, ich war gerade kacken. Ägyptisch, ich hab ägyptisch gelernt, ist ein Umlaut für, ich war gerade kacken. Sepp, das musst du mir echt mal erklären, wie... Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das so eine Rede, wenn du in Berlin... Ich muss ägyptisch... Das haben wir jetzt auch ganz schön heikel. Also den Gedankenprozess, Sepp, hätte ich jetzt gerne mal aufgedröselt von dir. Ey, das muss nicht sein. Sind jetzt Ägypter im Chat? Oh mein Gott. Wow. Scheiße. Betretener, schweigen. Du bist doch Historiker, Steinweilen. Wie ist die Historie des Toilettengangs im alten Ägypten? Wie hat sich das entwickelt? Das hat langsam echt ein Scheißniveau hier, muss ich ehrlich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. Beschissen. Du kannst auch nicht nur den Chat ausmachen, du kannst auch einfach den ganzen... Altenius, was machst du denn da jetzt? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, let's go. Komm, mach die jetzt. Okay, let's go. Scheiße. Denkt wieder daran, eure Stadt umzugenennen für die Zuschauer. Lass mich doch in Ruhe. Ja, erstmal ausgebaut werden hier. Was kann man in Runde 2 jetzt so lange machen? Weiter drücken. Außer weiter drücken. Ich grunde erstmal meine Stadt und mache alles, was Nils in der letzten Runde gemacht hat. Aha. Wohin schmeiße ich die Nils? Ich meine, Forschung und Gesetzgebung und so weiter muss ja am Anfang auch bedacht werden. Zum Kotzen. Oh. Oh, kein Schick. Ich glaube, ich bewege meine Krieger weiter. Ich glaube, Bram und ich sind nicht die besten Sith-Spieler, aber wir sind die schnellsten. Und vielleicht sind wir deswegen so schlecht. Was ja tatsächlich in dieser Art von Runde irgendwann auch ein wichtiger Skill wird. Also unehrolisch. Ich habe Ledger in diesem, während dieser Sith-Battle-of-the-Leaders-Sachen, habe ich noch nie ein Zeitproblem gehabt. Echt? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß einfach nie. Okay, krass. Ich habe beim letzten Mal sogar nebenbei noch Sachen gespielt. Was? Nein. Das ist ein Flex. Das ist ein Flex. Nein. Am Handy oder was? Dafür Beweise oder Lüge. Nee. Das ist unfassbar. Das ist nicht glaubwürdig. Ich habe aber alle drei Teile von Hell der Ringe geguckt nebenbei. Okay, schön natürlich. Auch türkisch. Bisschen Rotateo. Bisschen Warcraft Rumble nebenbei noch. Ja, Warcraft Rumble ist ja echt kein Wohl. Kannst du ja pausieren. Schon irgendwie KM COD oder so. Schon mal komponiert. Okay. Also ich bin meine, das hat das Set denn jetzt nicht geil gemacht. Das hat vielleicht jetzt nicht, aber generell trotzdem so richtig krassen Zeitprobleme, die hatte ich wirklich noch nicht. Aber währenddessen die Tanzmutter auspacken und Just Dance spielen. Ja, zum Beispiel. Also, wer ist der Meinung, ich habe einen wunderbaren Startplatz erwischt, besser als eben, wie gut ist er neu gestartet haben? Ähm, ich habe besseren Startplatz, aber eine viel schlechtere Zivilisation. Du vermisst deinen Vulkan nicht, der neben dir war. Äh, nee. Wenn ich jetzt wieder Portugiesen hätte, würde ich die wieder tauschen. Das ist der erste Moment mit vier Sekunden schweigen seit einer Stunde. Und du musst den kaputt machen. Ey, sag mal, ich habe eine Frage. Bei mir steht in der Zivilisationsbeschreibung, stehen Sachen, die in der Realität nicht eintreffen. Es verändert eine der Mods irgendwie die Eigenschaften der Zivilisation auch. Ja, also wir haben hier eine Balancing-Mod installiert, die dafür sorgt, dass alles ein bisschen besser gebalanced ist als im Hauptgame. Und da kann es vorkommen. Als wenn das besser gebalanced ist, als die sich das vorgestellt haben. Wenn du im Game deiner Zivilisation nachguckst, also die Sachen, da solltest du das sein. Erzähl, ja, kannst ja gerne mal später im Separee, Peter Seed, zeig dir jetzt mal, was das Problem ist. Möchtest du jetzt in Separee? Ja. Will man an der mitkommen? Also Nils, ja, mir wurde vom Chat schon gesagt, dass es vor wenigen Tagen einen Patch für diese Mod gab, deswegen du nicht mehr zu Beginn segeln kannst. Obwohl das vielleicht noch eine Sache ist, die du im Kopf haben könntest. Exakt, und das ist ja auch das, was hier steht, steht ja hier auch noch für die, und wir haben ja eben gerade gesagt, Maori sind voll geil, weil die genau das können. Und jetzt freue ich mich, dass ich die kriege, diebisch, lese die Beschreibung und denke, geil, ich kann jetzt direkt meine Einheiten wassern und bin voll verwirrt, weil das einfach, weil diese Zivilisation völlig normal ist. Und das ist ja die eine große Stärke dieser Zivilisation. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sonst mit der machen soll. Ja, diese Stärke wurde dir genommen, weil die Entwickler der Balancing Mod gesagt haben, diese Stärke ist zu stark und sie wurde dir einfach interessiert. Das ist einfach so kacke! Das ist jetzt noch doppelt belastend für dich, muss ich sagen, weil die anderen denken, dass du stark wärst, obwohl du vielleicht gar nicht so stark bist und du deswegen vielleicht in die Gefahr gerätzt, gefokust zu werden. Scheiß, die Wand. Obwohl, ja, und da, aus dieser Nummer musst du dich jetzt erstmal rauswieseln. Ich glaube, nur Atombömmen können helfen. Ich befürchte es auch, alles ist schlimm. Ich will nach Hause. Okay, danke. Danke, danke. Ja, ja. Und dann schätzt du ja, Twitch Prime ist mehrkostenfrei. True. Schön, dass du heute Prime. Ich bin aber froh, dass ich jetzt noch schnell in diesen Raum reingekommen bin, um diese wichtige Information mitzunehmen. Ja, das ist doch nochmal, Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Ja. Und ich würde auch sagen, dass mit einem Prime-Abo ihr jetzt auf den Sieger wettet, im Grunde. Also jeder Zuschauer kann doch jetzt mal ein Prime-Abo bei dem lassen, wo er denkt, ob der Startposition, dass der gewinnen wird. Ja, warum? Da hat BB jetzt gleich dann meistgestoppt als Streamer der Erde oder was? Oh ja. Ich bin so... Du's so. Ach Gott, am Ende. Kennt ihr das, wenn man sich freut und dann ist man voll niedergeschlagen? Ja, ja. Ja, warum? War das jetzt so eine Sache mit deinem Charakter und deinen Fähigkeiten, die jetzt leider durch die Mod aber kaputt sind? Hm, vielleicht. Ja, sowas wie, ich gewinne Instant. Leider nicht, weil du spielst halt, ich weiß nicht, Gotha oder so. Die Stadt Gotha oder was? Ja. Stadt-Staat? Nee, Stadt-Staat Gotha einfach. Gotha. Ey, ich erzähl's euch etwas später. Es wird nochmal relevant werden. Und dann werde ich euch das offenbaren. Ihr seht jetzt an meiner authentischen... Ihr werdet nachher sagen, du lügst doch. Und dann werdet ihr aber jetzt anhand meiner authentischen Reaktion feststellen, nee, fuck, das ist ihm wirklich passiert. Okay. Und deswegen, später werde ich euch offenbaren. Du hast deinen allerersten Siedler genommen und entfernen gedrückt? Nee, ich hab keinen Fehler gemacht. Diesmal bin ich nicht Fehler. Der Fehler ist Spiel. Ich bin nicht Fehler. Ich bin nicht Fehler. Nicht Nils. Weiß nicht so, ob das so richtig ist. Fassbar so Empörung ist unglaubwürdig, oder? Alter, was hab ich denn hier für ein zerklüftetes Scheißding? Ich weiß es doch nicht. Warum fragst du mich das? Alter, hier sind so viele Berge. Ja, aber das ist eigentlich ganz gut. Ja, stimmt. Für Campus und so ist das gut, ne? Naja, und zum angegriffen werden und so ist halt schwierig zu machen. Ja gut, ich bin direkt an der Küste, ne? Da werde ich halt im Nissen gewusst. Ey, Luxusgüter behält man doch, wenn man da drauf siedelt, oder? Was? Ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich klingt immer so ein bisschen... Ja, Nils, du behältst die. Also ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, Nils, du behältst die. Du behältst die auf jeden Fall. Aber wurde das vielleicht gemoddet, oder so? Ja, eigentlich nicht. Genau, außer ist es weggemoddet. Das ist alles einfach so schäbig. 100% behältst du das. Oh, cool. Wieso habe ich denn jetzt hier so einen Stadtstaat? Das gefällt mir nicht. Doch, schön. Dem kannst du viele schöne Dinge machen. Was denn? Friedlich mit dem Auskommen, ihn versuchen zu bezürzen. Du kannst ihn erobern. Du kannst Gesandte hinschicken. Viele Möglichkeiten. Endlose Option. Kriege ich aus dem Job nicht. Klingt auch gut. Zähl weiter. Kacke, kacke, kacke. Wie viele Plätze sollte man zwischen den Städten freilassen? Das würde ich auch gerne mal wissen, wenn einer die... Gibt's keine Faustregel? Nicht? Oh, gibt's rechte? Aber eher mehr oder eher weniger? Das hängt ganz von der Karte ab. Kann man nicht sagen. Kann auch bestimmte Zivilisationsbonus so eine Rolle spielen. Ja, okay. Pi mal Daumen. Keine Regel. Wirklich nicht. Ich war gerade so verwirrt hier. Ich gebe, was ich in dieser Art von Event mit dem Platz meistens versuche, ist tatsächlich so eng aneinander zu bauen, wie es erlaubt ist, wenn der Standort einigermaßen Sinn ergibt. Weil du halt einfach echt nicht viel Platz hast. Ich will immer zu Bram bauen, weil ich vermisse den. Stimmt, Mike. Ich hab dir noch gar nicht gesagt, aber schlechte Nachrichten. Beim nächsten Event bist du leider nicht mit dabei. Das würde ich jetzt mal alles daran nutzen. Peter wollte das nicht. Tut mir leid. Ich hab alles versucht. Aber der sagt, so Chabas, zu viele Subs. Und ich kann auch nicht mehr sagen. Was ist das eigentlich für ein Scheiß, den ich jetzt schon wieder habe? I don't like it. Das ist alles Quatsch, oder? Ja. Ich bin relativ angetan, muss ich sagen. Das ist uns allen sehr wichtig, Maurice. Ja, ne? Ich weiß. Ich frage mich gerade nur, ob ich eine kleinere Insel als beim letzten Mal habe, weil die wirkt irgendwie sehr winzig, was ich hier habe. Ja, meine ist auch nicht groß. Es ist halt mehr Qualität statt Quantität diesmal bei mir. Das bist du gar nicht gewöhnt, Boris. Man kann schon was damit machen. Was hast du wieder gestichelt, Steinwallen? Nichts, nichts. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott, der Tunguru... Tungura... Gesundheit. Hua ist gerade ausgebrochen. Ja, toll. Das tut mir echt leid. Ist das selbst Volkan? Also bei mir ist es auf jeden Fall schon Matsch auf dem Boden. Ich glaube, das heißt, hier ist schon was geflogen. Ja gut, wenn du es nicht mitbekommen hast, dann ist ja alles in Ordnung. Ach, meine Stadt, die hat so viel... Die ist so geboostet von Food. Ja, ja. Das ist eine krasse Food-Gegend. Welches Level hat denn deine Stadt schon? Vier. Oh, Level sechs. Ach so, erst. Okay, schade. Das ist natürlich belastend schlecht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier auch Massen an Barbaren auf dieser Insel. Das ist auch schön. Deine Gefühle sind nicht relevant für diese Gruppe. Wow. Nils, das Monster Boomhoff, wie man ihn auch nannte. Ich bin so sauer auf alles gerade. Boah, eine alte Zivilisation wäre so gut. Ich würde gerne wissen, magst du mir jetzt ein paar Gb erzählen, was hier passiert ist? Weil ich kann mir damit strategisch wahrscheinlich am wenigsten anfangen, aber ich möchte es unbedingt wissen. Warte mal, das ist aber kein Wissen, was dir zugänglich ist. Nee, ich weiß, deswegen möchte ich auch, dass du mir das erzählst. Ja. Das ist ja auch sehr in Nils Interesse, das zu tun, ne? Also, Nils, wie sieht es aus? Wir beide? Du bist einfach nur neugierig, ne? Oder was? Ich bin halt... Wir brennen jetzt so fällig, wenn du den Fick an den Gern hat, kannst du dir gar nicht vorstellen. Geht doch auch noch... Geht doch auch in Separi. Warum ist das eigentlich nach Sepp benannt? Ich verstehe das nicht. Was hätte er jemals geleistet, dass er seinen eigenen Namen dafür... Eigentlich nirgends. Warum können wir in diesen Runden nie mal irgendwie irgendeine Form von Gesprächsniveau, zumindest in der ersten Stunde halten? Ach, halt doch die Klappe. Die erste Stunde ist schon vorbei, Maurice. Wir haben uns in der ersten Stunde eindrucksvoll über Bugfixes unterhalten. Also, ich fand das schon sehr hochwertig. Nils, wie sieht es aus? Schnacki. Ja, wir beide. Pass auf, dir ist natürlich völlig klar, dass ich dir überhaupt nicht vertrauen kann. Du bist immer so ein Buddy. Das erste, was du machst, ist, du schickst mir erstmal ne Allianz. Aber auch nur, wenn es dir irgendwie hilft. Wann hab ich dir das letzte Mal, hab ich dich angegriffen? Erinnere dich. Das letzte Mal, das letzte Mal, hast du mich angegriffen und ich hab mich dann auch darum gebeten, dass du mich einfach komplett vernichtest. Simba, erinnere dich. Ja, da ist natürlich was dran. Das ist die Wahrheit, leider. Nein, ich würd's dir, aber du musst mir versprechen, dass du das für dich behältst und das nicht als Information verkaufst gegen den Höchstbietenden. Ich werde das nicht als Information gegen den Höchstbietenden verkaufen. Dann geh ich mit dir ins Separee. Oh, oh, oh. Komm, da geht schon was, Leute. Wir sind am Arsch. Aber ey, wir sind dann gegen. Wollt ihr jetzt ins Separee? Ja, okay. Ja, wenn irgendwie mir das so interessiert. Scheiße, jetzt gibt's hier schon... Dann. Sonja, das Horror. Ich bin einfach nur gespannt. Wie hat dich das Spiel betrogen? Du musst mir nur eine Sache im Gegensatz versprechen. Wenn ich dir jetzt sage, was es ist, musst du mir die gleichwertige Information von dir geben. Okay, ich bin Ägypten, wenn dir das hilft. Pass auf. Ich bin Maori. Okay. Und ich hatte mich voll gefreut, weil ja vorher habt ihr alle gesagt, ja, Maori sind voll immer bei dieser Karte. Ja, stimmt. Writing Bull hat zählt. Und dann lese ich mir das so richtig schelmisch grinsend durch, was das alles für Eigenschaften hat. Nämlich, dass ich quasi direkt zu Beginn meine Einheiten fassern kann und sozusagen instant aufs Meer kann, um Inseln zu besiedeln. Ja. Und dann gucke ich so auf meinen Technologiebaum und denke so, hä, irgendwas stimmt doch da nicht. Stellt sich raus, die wurde gepatcht und ich habe eine stinknormale Zivilisation. Alle Vorteile dieser Nation sind quasi weg. Wow. Und jetzt spiele ich diese Maori, die ich überhaupt nicht kenne und es ist die eine Sache, die sie gut machen. Es ist einfach komplett weg. Es ist alles weg. Ja, exakt. Das heißt, du kannst, das heißt, du kannst jetzt eigentlich early hier wassern können und mit deinen Siedlern schon mal hier mal den Fuß ins Wasser stecken können und das geht jetzt nicht. Exakt. Exakt das. Mann, da hat doch Better Balance, was sein Harder wirklich verdient. Ja, oder? Und was? Das ist ja nicht, das ist ja, boah, das ist ja schon gemein, Alter. Das ist richtig mies. Und was kann dein so Volk so? Ja, mein Volk hat eine Sache, aber leider ist die Scheiß. Ey, exakt das. Und du bist Ägypten, oder was? Ja, ich bin Ägypten. Kacke, ey. Und ich habe so eine riesige Bergkette bei mir in der Mitte der Insel, die sie so teilt und das ist richtig kack, meiner Meinung nach. Also ich muss mal kurz was gucken. Ach, naja. Gut, das war's dann auch. Dankeschön, Nils. Danke, tschüss. Ich bin da oben, tut mir leid. Ja. Hier ist ja still. Bauen wir eine Ressource ab. Was war das denn normal? Luxusgut ist keine Ressource, Bonusgut ist keine Ressource. Wann ist denn eine Ressource? Ach, Pferd wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ja. Pferd kriege ich jetzt nicht hin. Ja, toll. Die Barbaren greifen jetzt meine Stadt an. Stark. Stark. Aber nicht mit mir! Ich fick euch. Okay. Entschuldigung. Ich bin übertrieben, die Reaktion. Ich weiß es nicht. So früh. 1320 vor Christus. Mike ist super leise geworden. Was war los? Ich bin auch nicht so zufrieden. Mit 2000 Jahren wird ein Weihnachtsereignis stattfinden. Was ist so ein Ereignis? Vor Krr, ein Weihnachtsereignis. Drei weise Männer aus dem Morgenland, nennen sie wir Brammen, Beta und Sepp, werden dann im Rahmen einer Volkszählung irgendwo hinlaufen und wird jemand finden, der geboren wird wahrscheinlich. Maurice, da passieren wunderhafte Dinge und Sternschnuppen ziehen quer über den Himmel und Jahrtausende später wird man sich noch Orangen und Schokolade und Salmonellen reichen oder was auch immer an Kostbarkeiten. Genau so wird es sein. Hast du schon eine Religion gegründet? Nee, aber ich würde gerne. Ich merke das schon. Ich möchte einer von euch gerne als heilige Gestalt in meine Religion spawnen. Ich bin bereit. Also im Ernst, wenn ihr mir einen guten Segen anbietet, werdet ihr spirituelles Oberhaupt- und Namensgeber meiner Religion. Im Ernst, wirklich. Was willst du als Gegenleistung? Äh, ein Segen. Also, wie, okay, ich spreche dir ein Segen aus, okay. Ähm, aid auf dem Mund. Ein richtiger Segen, mein junger Mann, ein richtiger Segen, bitte. Was war jetzt an meinem Segen falsch? Hört sich also aus wie beim Schlafen. Da war der Wind aus dem Segel. Okay, ich weiß nicht genau, was du von mir erwartest. Deine Erwartungshaltung ist zu stark. Es gab da so einen Gouverneur hier mit, äh, wirklich gefickt vom, vom Vulkan, ne? Scheiße, da gab's ja was. Ja, ich wusste, 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 míste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ichcem, ich wusste. Du musst eigentlich Mr. Spock gewesen sein, oder? Stille. Du merkst mal, dass die Leute jetzt alle super beschäftigt sind, keiner geht noch irgendwas ein. Wir können an alle die Weltherrschaft. Du, da brauchen auch so viele Teilnehmer bei dieser Art von Event, dass zumindest immer einer mal was sagen kann ist auch gerade ein vulkan ausgebrochen also die dinge von uns in dieser spielphase am längsten schweigt ist vermutlich in der späten spielphase der gefährlichsten ja das kann tatsächlich sein ja wer hat denn bislang am meisten gestiegen den auf den sollten wir schon uns jetzt stürzen eine frage nicht beantwortet sehr wenig gesagt bisher sogar aufgefallen ich weiß nicht ob das relevant ist aber ich habe gesagt hat man wer hat wenig gesagt weil wir mit diesen mod spielen und die ganzen automatismen die kann ich nicht abspulen weil ich mich nicht daran gewöhnen kann was kommt normal welche bonus gibt es wodurch ist es mit den gouverneuren pantheon bonus musste ich eben lange dran drüber nachdenken und so ne das ist der vorteil wenn man keine ahnung hat man kann einfach so im rei kann man einfach was was kriegt man denn wenn man diesen pantheon bonus wann wann aktiviert er sich erst nach gründung einer religion nach gründung des pantheons hast du sofort dann nämlich verarschen ich habe mein bonus aber nicht gekriegt das glaube ich das kann eigentlich nicht sein nein ich schwöre ich habe mein wohnen gekriegt dann ist das meine art ich möchte nichts vorwerfen aber also das ist das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht persönlich gemeint aber du lügst uns gerade ins gesicht nicht okay peter ökig peter jetzt kannst du mal bitte kurz die die wahrheit meiner worte überprüfen und dann bestätigen im chat ne kommt so was gibt es nicht kein parteiischer moderator das ist ja eingriff in die diplomatie dann müssen wir peter abwählen und hinsetzen durch einen moderator den web durch persönliche wahl annennen ich würde sofort moris annennen weil der moderator muss natürlich dann als aktiver mitspieler ausscheiden ich glaube ich verstehe deinen punkt aber ich gebe zu ich hätte als moderator auch verdammt viel spaß ich nummeriere moris glaube ich auch peter hat sich gerade als wenig unparteiisch geoutet wer stimmt für moris bitte so entsteht das auch mit dem steinwallen und navigator das ist der situation noch was für dich raus das ist einfach vorbeugende kriminalitätsbekämpfer also normalerweise menschen an ihren taten gemessen wir messen menschen an den gedanken ihrer mitmenschen also in dem von das oh mein gott das ist ja echt eine krasse dystopie wenn ihr möchtet könntet ihr auch mich als moderator wählen ich verspreche euch eine gewaltherrschaften eigener fasson die durchsetzung völlig herbeifabadisierter gesetze mit roher faust und bisweilen auch ein prall gefüllte schweizer nummernkonto auf meiner seite wer votet für mich bitte jetzt die hand hochheben die frage ist bist du für eine dünner preisbremse also als erstes würde ich glaube ich losen öffentlich natürlich es wäre keine keine fake losung wäre als erster von euch mal rausfliegt eine unverschämtheit was hier passiert also irgend ein seltsames pochen und poltern von meiner seite hört es ist nicht ich ich das ist der kleine daniel die direkt über mir wohnt und der gerade herumtornt er ist wirklich so wie ich und direkt über mir schallschutz in köln leider eine legende ist nicht im mietpreis inbegriffen der wird den ganzen abend über puzzelbäume schlagen und mit den folgen gegen die wand schlagen eventuell aus seiner eltern prügeln ich weiß es nicht hast du den da eingesperrt klingt leicht gefrustet von deinen nachbarn ja in der tat nette menschen ich kann leider nichts tun ich kann ihn nicht mehr hassen die sind total nett und er ist ein kleines kind ich kann ihn noch nicht mal hassen bb 2023 mann das ist aber schade ne ich bin da komplett auf deiner seite er ist so ein putziges kind es wäre so viel einfacher wenn ein arschloch wäre ja wie wir alle hier manchmal wünschte ich mir ich wäre so wie moris oder wie steinwall oder so meinst du ohne gewissen kann das bitte jemand klippen diesen satz einfach out of context mein leben wäre ein einfacheres ach du grüne neun die die müsste mich nicht mehr darüber nachdenken ob ich moralisch irgendwelchen standards entsprechen muss ach du schuldig diesen kontext lass dir bitte weg in dem clip nur den satz gerade eben davor ey die die sind ja auch alle die wie heißen die die gouverneure sind ja auch alle komplett anderer ja die sind dann sehr geblendet was auch finde ich ganz gut ist weil der wer zum beispiel der kultur und wissenschaftstyp ist nicht mehr ganz so ob wie ist der no brainer es immer noch glaube ich der beste aber nicht mehr so stark dass man ihn nur nimmt ja was mir auch gerade wieder aufgefallen ist nicht so ach verdammt ich dachte den nehme ich jetzt natürlich und dann ach nee es ist ja tatsächlich gebalanced und alles wie absurd ich weiß das alles gar nicht und entscheide das spontan doch auch gut ja ist peter immer noch moderator nicht mehr dabei haben die kai ach so doch peters ich habe voll die problematisch sie von irgendeinem die landesgrenze ich weiß nicht wert ist ich bin doch gar nicht auf dem wasser ich kann noch gar niemanden entdecken produktion ist nicht das stärkste von meiner stadt ja das war das problem da also ein produktionsfeld aber im hinterland viel produktion bei dir andere dinge und ich glaube ich habe ein dunkles zeitalter und ich auch das spiel verhöhnt uns aber auch sehr schwarz ist doch kein problem ich bin für einen ponyhof simulater wer macht mit ja voll absolut immer ich kann mich damit identifizieren infizieren womit infiziert du dich infiziert haben ja schon mit ms jetzt kommt das dunkle zeit weiter ich kann ja auch gerne eine infektion mit wb anbieten nee lass mal du und die neid 88 punkte der galoppiert davon alles zusammen schließen wie kannst du das sehen wie ist denn schon hast du getroffen eben woher weißt du das schon wenn ihr oben auf die weltbankliste geht und dann auf die punkte geht muss ich euch das spiel erklärt ihr seid die cracks lol an die night 91 punkte writingball 78 alter ich glaube ich so du bist letzte hinter peter bin entsetzt boah ey das ist ja so lächerlich so lächerlich richtig durchlöchert geil was kann ich mir denn noch alles angucken weil ich eigentlich mal gar nicht wissen dürfte das habe ich überhaupt keine zeit für was macht ihr denn lol es gibt einfach die religion von trich prime was is not a crime lol null zivilisationen bekehrt wie du hast ja nicht mal deine eigene bekehrt Andi ja warte also wir arbeiten dran wir schreiben grad noch unsere version der bibel oh sepp geht auf kultursieg lol ich bin tatsächlich bei der kultur hinter peter ich geh jetzt kultursieg ich hab sieben kultur ja damit bist der erste aber ich bin noch hinter peter das ist geil ich bin hinter dem spektator ich bin ja richtig kacke ey mein gott ja ich mein wir hatten es doch sogar schon mal dass peter als kommentator fast gewonnen hat durch diplomatie oder? das stimmt das sogar durch kultur ich erinnere mich an diese unsäglichkeit das geht das auch nicht mehr it's funny it's funny because it's true uiuiui uiuiui oh man ey ich bin hier ja ah lol lol das auch mhm ich bin jetzt schon in der kultur ja ja wer kennt denn wen also ich hab wirklich außer einem gewissen oh gott wie heißt der miet spektator ist sein Adelszittel noch niemanden kennengelernt ich hab auch noch niemanden ne ich seh ja die grenze von einer person aber völlig allein auf meiner insel ja ich hab halt nen stadtstaat ne und der ist leider schon deutlich besser als ich richtig geil komplett ausmaten vom stadtstaat mach ich hier eigentlich für ne scheiße anstatt des stadtstaats habe ich erstmal zwei barbaren hier die mich ein bisschen beschäftigen und ich hab auch nen vulkan gefunden um mich da jetzt mal in die vulkanreihe einzubringen gut damit nein wer hat stonehenge gebaut wer war so schnell bessere jungs geil hier vor vier runden aber weil du einmal eine religionssieg hattest ne vor vielen vielen jahren das war an die bb nicht ich doch du warst natürlich nicht ich weiß das ganz genau ich weiß das ganz genau weil es das für irgendjemanden relevant ist verdammt ja war für mich relevant okay dachte ich erwähne es mal kurz ja schön gerne was soll ich machen maurice ich bin doch auf deiner seite ja natürlich das weiß ich doch ja ich weiß das du weißt aber ich wollte trotzdem gesagt haben wie lang können wir diese konversation am laufen hat ich weiß doch dass du sie am laufen halten kannst aber ich weiß dass du dich ficken wolltest wollt ihr euch ficken ja geht man nicht so mit maurice bitte ich bin eigentlich ganz so also ich finde jetzt meine meine klasse mein volk eigentlich ganz cool auch wenn die glaube ich scheiße sind aber für den anfang sind die echt cool nächstes volk hast du noch mal die leckt mich am arsch ich glaube schon weil ich stehe nämlich gerade an deiner insel mit drei galären und wollte da gleich mal was übernehmen ach komm im moment aber hat wb nicht gesagt er hat noch niemanden gesehen aber wenn du ihn siehst müsste er dich doch aussehen breitere breitere vision er hat eine breitere vision ja das klingt nach verrat ich werde nicht beim spiel ok mach ich hab jetzt beim spiel angerufen ach leute mal ganz ehrlich ich check's wirklich ich hatte ich hab mir ich das mit diesem komischen äh religions äh ja aber hä ich check's halt trotzdem nicht da steht sie kriegen das und das wenn sie diesen bonus auswählen bei der bei den pantheon dann mach ich das und dann krieg ich das einfach nicht welchen hast du denn sag mal war wohl jemand schneller wahrscheinlich ne aber ich hab ja gesehen der ist ja aktiv bei mir verstehen sie das ich kann dir gerne was sagen wenn ich wüsste worum es geht ja ja sag ich dir sofort pass auf gib mir eine sekunde ich muss noch kurz ja twitch prime gibt es als pantheon mega gut das ist ja auch einfach alles komponente ach guck mal ja was nicht freund äh bin ich auch so hier ah guck mal hallo hello again oh Gott wie viele sekunden haben wir noch gerade gesehen und ins sind die freundschaft sepp das wird ein bunt fürs leben ja ich glaube das wird also du und ich wir gemeinsam gelogen ich gebe jetzt 15 wer hat gelogen ich wurde gerade mir wurde gerade gesagt oh warte mal hier ist ja oh ich habe einen übersehen fuck me jedes mal wenn sepp das f-word benutzt heute muss jeder im chat ein trink nice oh sepp da ja halt so ein geiles trinkspiel ah gaios hast du meine küsschen erreicht ja du siehst hier live meinen kampf mit den barbaren gleich ah du hast schon schleuderschützen let's go ach guck mal hallo mein ehrenwerter könig ja was denn ich wollte gerade sagen er hat hier mit mir gesprochen kann man eigentlich warum galt ihr euch jetzt so gegenseitig an was soll das ich ich pangere das an fangere er muris mach das doch mal was jetzt du als gottkönig von ich weiß nicht von 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 suppe denn das hier ja ich würde gern ich bin tatsächlich immer noch mit meiner eigenen insel beschäftigt deswegen sind mir diese komischen händel von irgendwelchen fremden nationen einfach so egal aber ich habe einen so krassen bug entschuldigt ich kann keine politikkarten auswählen ich weiß nicht warum ich habe nur eine von vier möglichen politikkarten drin und kann die anderen nicht zuweisen habe ich noch nie gesehen mir fällt doch nicht ein was da nicht ich hatte einen runden wechsel verbracht bei einem politikkarten zeug vielleicht ist das nicht mehr offen weil du hast nicht innerhalb einer runde gemacht das müsste es eigentlich bezahlen ich habe ich schon auf eine runde weiter geklickt ich gucke es jetzt nochmal rein nein das kann wahrscheinlich das wird mutmaßlich der fehler gewesen sein ich nehme alles zurück ich hatte schon angst bb ich hatte schon angst das ist lieb wie mitfühlend du bist immer oh leil was ist das denn was ist das denn das weiß ich nicht ähm äh peter äh kannst du mich mal kurz in den äh in separat stellen da können wir bei deinem chat mal eine frage stellen weil mich das wirklich äh geht nicht der ist gerade weg achso der ist wie der ist weg der ist schon im separat literally in der gleichen Sekunde wie der du angefangen hast ist der wahnsinn oder was der ist ja wirklich verrückt der ist ja unverschämt ja der traut sich was hier so geht er aber nicht ja witziges gefühl mal wieder mit dem runden timer zu spielen bislang ging ja alles aber sobald irgendwann der erste krieg ausgebrochen ist ja gut ich denke ein großer davon wird halt echt durch die religion einfach kommen was ist das denn was ist das denn interesting Oh, großartiger Set. Aber wen habe ich getroffen? Ja, Mike hat ein Schiff. Awesome. Ihr habt ein Schiff? Awesome. Wir haben alle schon so Schiffe. Weißt du, wenn ich nicht das Volk hier hätte, hätte ich in 1000 Jahren wahrscheinlich noch kein Schiff. Hm. Verstehe. Schiffe werden auch überbewertet. Ja, alles Quatsch. Wer braucht das schon? Wie gut man mit ihnen umgehen kann. Seefahrt. Aber Gaius, also... Ich weiß nicht, dass ich mehrere Seefahrer heute im Chat habe. Die sind jetzt alle gerade entsetzt und sicher auch gerade sehr enttäuscht. Habt ihr da was geschickt? Du hast mir was geschickt, sagt es doch. Das übersehe ich regelmäßig. Ja, deshalb wollte ich da einfach nur... Ja, schön. Bitte, weiss das drauf hin. Ich bin auf dem rechten Auge blind. Ich verstehe das. Passiert das auch ständig. Erstmal... Blame. Okay. Ich übersehe das nicht, weil mir ist das wichtig. Ja, ey, du. Ich verstehe das. Mir war das auch wichtig. Ei, 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 ei. Ich schließe mich an, Nils. Dankeschön. Ja. Oh, ich sehe jemand. Wer ist denn das? Bramann. Ach was? Direkt von den Toren von Chicago. Hallo Bramann. Grüße an die Galera. Also du bist nicht für mich eine Galera, aber du bist vielleicht an Bord der Galera, oder? Hallo Bram, bitte kommen. Vor allem Captain zu Captain. Bram, bitte kommen. Bram, bitte kommen. Wie geht's dir? Jetzt ist Bramann wieder da. Aloha. Entschuldigung. Na, wie ist es? Das ist gerade leider kurz unterbrochen worden, weil ich mit dem Moderator mich halt unterhalten sollte. Unfassbar. Ja, das war auch nicht meine Schuld an der Stelle. Warum sind wir immer Nachbarn? Ja, wir sind irgendwie überdurchschnittlich oft Nachbarn, oder? Ja. Meistens im besten Einvernehmen. Meistens schon, ja. Ich finde das auch immer schön. Ich werde hier einfach mal an der Küste entlangfahren und hoffe darauf, mit dir eine starke Handelsbeziehung eingehen zu können. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Brauchst du schon irgendwas? Hm, können wir uns schon irgendwas geben? Nein, eigentlich nicht. Na, was hältst du denn davon? Möchtest du Zitrusfrüchte gegen Bernstein tauschen? Können wir machen. Schick mal ein Angebot. Ich mach das. Habe ich gerade getan. Habe ich die doppelt? Den Bernstein? Anscheinend ja, ne? Du hast den Bernstein doppelt, sonst wäre es ganz schön gemein, dir so ein was abzunehmen. Ja, es gibt die schlimmsten Dinge. Der ist richtig, da musst du aufpassen. Du bist halt nicht so wie die anderen. Ich bin nicht so wie Maurice. Nennen wir es beim Namen. Nennen wir das übel beim Namen. Das ist so einer, nee. Maurice hat ja zu Beginn gesagt, er hätte auch Apfelsinen. Er hat mir keine geschickt. Wir haben es schon gesehen. Ich habe mir was zum Start unserer Allianz geschickt. Wir hätten da schon Allianzen gestartet. Das geht aber schnell hier. Wieso wolltest du das nicht? Ja, da muss man aufpassen, ne? Was jemand sagt und was jemand tut, sind oft zwei unterschiedliche Dinge. Was machst du mit mir? Er webert wieder. Maurice hast du gesprochen, ne? Weiß ich? Ich habe... Stille. Verwirrt und schweige jetzt einfach. Stille. Andi, hast du... Mit wem hast du gerade geredet? Mit dir. Mit mir? Was ist denn los? Deshalb habe ich gefragt... Wir haben in Chicago sind Barbaren. Nutze Info. Ich wollte einfach nur ganz normal deinen Kaffee gegen mein Elfenbein tauschen. Für ein paar Runden. Und du lehnst das ab. Ah, aber wenn man nur eins davon hat, ist das doch doof, oder? Nein, aber du hast ja nicht nur eins davon, sonst wäre er da nicht angezeigt. Nicht politisch total inkorrekt, Elfenbein zu tauschen öffentlich. Wait a second, ich muss mal eben hier... ...längern. Einen zweiten habe ich doch gar nicht modernisiert. Wie kann ich denn zwei haben? Vielleicht brauchst du zwei pro Runde ab. Vereinbarung ansehen. Weil bei mir steht 1,1 und du hast auch einen. Ja, ja, aber die werden da gar nicht angezeigt, wenn du nur einen hast. Oh, ernsthaft? Scheiße. Weil ich weiß, ja. Sicher? Hasse euch. Wieso hast du uns jetzt? Relativ sicher. Wie ist das hier eigentlich passiert? Ach, Bram, wie furchtbar, dein Schiffchen ist beschädigt. Woher kommt das? Ja, wie gerade erwähnt, ist da die Galere direkt. Nein, nicht die Galere, der... der Barbar. Fuck, 12 Runde. Du bist ja wirklich direkt neben mir. Hatten uns eben ewige Freundschaft geschworen, oder hatten wir das sicherheitshalber noch nicht gemacht? Weil man nie weiß, was kommen kann. Mit Maik wollte ich das nicht machen, aber du möchtest, können wir uns von mir aus doch die Freundschaft verkünden. Du bist ja mein Schweinchen. Mit Maik wollte ich das auch nicht machen. Du bist da auf jeden Fall noch nicht raus. Also, Bram ist so ziemlich der einzige in der Runde, bei dem ich weiß, sagt er was, hält er sich dran. Wow, finde ich auch frei. Mit Arsenal von Maurice, der mir schon mal... der einmal irgendwann gesagt hat, egal wann, ich mit dir rede, werde ich immer hintergehen. Das war natürlich auch ein korrekter Spruch. Okay, ne? Liegt Jahre zurück. Maurice kann sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran erinnern. Das ist mal im Traum erschienen, dass mir das ins Ohrchen geflüstert. Ja, das ist interessant hier. Was denn? Was denn? Soll ich noch nicht. Ich hab eine Atombrombe gefunden. Das war jetzt mit meinen Galeran einfach diesen Barbaren hinter mir. Einfach richtig dumm im Kreis. Ja? Ach, so schön. Wo bist du denn? Ich seh den noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wo du bist, aber ich habe dich entdeckt auf meinem Punkteboard. Ah ja, hier bist du... Alter, hier bist du. Ja. 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 Okay. Oh shit. Bin am Arsch. Das ist nicht... Das ist interessant. Okay, du bist da, dann baue ich mal eine Stadtmauer. Warum? Boah, er weiß nicht. So ab jetzt... Ah, jetzt sehe ich deine... Okay, alles klar. Ich kann doch gerne eine Stadtmauer bauen. Was? Wir sind tatsächlich freundlich einfach. Ich will noch was Gutes tun. Oh, du mal kleiner Dingerfehlergrad. Der erste, aber ein doofer gerade. Was hast du getan? Die falsche Stadt an die falsche Stelle gestochen? Den Hafen an die falsche Stelle gesetzt, eventuell. Ach wie. Kann man sowas eigentlich wieder abreißen? Da kann man sicher unschlüssig sein, ob das stimmt. Kann man sowas wieder abreißen? Nee, leider nicht. Einmal platziert, dann lasst das. Das ärgere ich auch. Bezirke, das wäre wirklich angenehm, wenn das ginge. Es ist ja einfach so, ich habe es... Okay, jetzt aber... Ich habe doch hier... Wo ist es? Wobei mein Teil hat immer noch verblätzt, weil Nils war, der zwei Möbernecker leere in den drei Fels Ich weiß, welchen Fehler du vielleicht hattest, weil ich hatte ihn auch gerade. Wenn du den Pantheon-Bildschirm aufrufst und du hattest zwölf Glauben dafür und dann klickst du zu spät, jetzt sagt er mir wieder, also ich konnte im letzten Zug nicht mehr machen, jetzt sagt er mir wieder, arbeitet auf ein Pantheon hin, sammelt zwölf Glauben, um ein Pantheon zu gründen. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Fehler ist, wie was du hattest, aber ich habe es gerade. Also bei mir sagt, der arbeitet auf eine Religion hin und Pantheon-Effekt wird mir auch dargestellt, nur ich habe das nicht bekommen, was, vielleicht ist das auch gebildet, aber es gibt offensichtlich derlei Fehler. Das kann aber auch sein, dass es die Balancing-Mod irgendwie gemacht hat. Nils, hättest du eine Einheit nicht bekommen? Ja. Ja, den Fehler hatte ich in anderen Runden auch schon. Was heißt das? Dass dann die Einheit nicht kam. Ja, das ist halt ziemlich scheiße. Das ist, deswegen haben wir Mittler mit dir. Das ist einfach ein Bug, oder was? Nimm es an. Ich will es nicht annehmen, es ist einfach, ich wäre an deiner Stelle aufbruchsteufelsbild. Also es ist ja wirklich lächerlich, erst kriege ich meinen Volkbonus nicht und dann kriege ich die Einheit für meinen Religionsbonus nicht. Ich fühle mich hier schon ein bisschen... Oder ich weiß nicht, ob da jetzt schon bei mir einfach ein Pantheon... Moment, halt, jetzt geht wieder was. Ah, okay, jetzt geht's. Sehr schön. Ich fahre hier ziemlich weit schon auf dem Gewässer, aber bis jetzt habe ich noch keinen anderen getroffen. auf dem Front. Aber immerhin schon einen freundlichen Sepp, das freut mich. Ja, sowas freut mich. Wir machen auch exakt gleich viele Punkte, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch sympathisch, finde ich. So. Ach, das war ja dumm. Ach, Mist. Hoffentlich geht noch was. Noch geklappt? Nein, das ist nicht. Ach, du Scheiße. Fuck. Ich habe jetzt gerade hier so eine alleine Wüsteninsel gefunden, wo einfach zwei Barbaren Speer drauf chillen. Na, das ist doch schön. Oh, wen habe ich denn hier entdeckt? So lange sie da sind, stören sie keinen von uns. Wen habe ich denn da entdeckt? So, das ist so verlockend, aber... Ah ja. Ah ja. Mike? Ich glaube, ich habe dich gefunden. Ja, wir haben uns vor zehn Runden schon gefunden. Also, ich... Dich auf jeden Fall nicht. Hm. Hm, das habe ich auch noch. Was macht mein Siegler jetzt hier? Hm. Nice. Das ist aber mit den Runden schon so ein bisschen tricky. Wenn du mal ein paar Städte hast. Ja, jetzt hat mal einiges zu machen, ne? Ich fühle mich auch etwas schwer gerade. Ich gebe es zu. Ja. Ich würde mal interessieren, wie viele Städte ihr so habt. Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Ja, ja. Durchaus. Ich habe fünf. Oh. Habe ich auch. Ah, endlich. Boah, diese Puhren. Na, also, das ist aber jetzt auch ein bisschen... Entschuldigung. Teilweise. Oh, das ist ja... Oh. 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 er zurück ja es ist nicht so einfach ja nicht so so kennen wir dich in der tat wie viel städte hatten ihr so nicht genug oder was die selbe frage die ich gerade gestellt war also ich war da weg expandiert das was nein 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 weil letzte hundert die frage gestellt wurde und habe ich fünf gesagt deswegen bist du dabei lustig weil tru ok ist gemein mit dem verbauen sehr gemein ich habe eine frage tatsächlich eine echtes für mich hansche auf bonus ressourcen kann man ruhig was bauen weil das kein problem war ja aber dann ist du christel die bonus ressourcen auch aber die wird halt zu einem 2 1 fällt ach so oder du meinst allgemeinen bezirk das ist exakt das du hast mir die frage perfekt beantwortet schön richtig ich bin hier überall von den barbaren angegriffen cool sprach schüt 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 Oh shit. haben dich auch ein paar barbaren getroffen mike eine galere ja ja nimm dich nach deinem freund was ist hier denn los ah und hier ist dieses der stadtstaat interessant okay keine stadt start getroffen ja doch einen habe ich jetzt auch macht mich ein bisschen traurig mir ist einfach mal wach jetzt braucht er nicht so lang Neuer Kontinent entdeckt, hallo! Ja, was Neue Kontinent angeht, ist es bei mir noch etwas dürftig, gebe ich zu. Na, ich bin jetzt endlich mal auch auf dem Wasser unterwegs. Ja, ich ebenso. Nach langer Zeit... Ja, passt auf die Barbaren auf, die zerschießen ihre Schiffe schnell. Ich glaube, mit einem Lebenspunkt hat man eine einiger Lehre überlebt, ist sehr glücklich. Das wäre mehr als genug, ne? Ja, das reicht ja. Durchaus zufriedenstellend. Ein Lebenspunkt ist ein Lebenspunkt. Genau. Wie war das denn? Ja, ich nicht. Okay, sorry, dass ich gefragt habe, ne? Ich bin auch ein Wichser. Auch nicht. Das ist ein Fehler. Hm. Ja. Boah, das ist so eine Klickerorgie. Meine Güte. Mhm. Das Problem, wenn man so viele Städte hat, ne? Ja. True truth. Suffering from success. Das Steinbein-Story. Ja. Das Steinbein-Story. Moritz könnte meine Biografie schreiben. Ich würde das gerne machen. Boah, das wäre aber auch richtig lustig. Das wäre so einfach so ein Post-it. Manni, was hast du denn gemacht, dass du so viel Glauben hast? Und zwar, weil er dann der Link drauf wäre, den man abtippen müsste. Ja. Holy shit. Ich habe mit meinem Glauben bisher aber noch nicht viel gemacht. Was sagst du? Das glaub ich dir nicht. Ah! Der war gut. Danke. Mir wird auch ein gewisser Humor mit mir zugeschrieben manchmal. Ja, glaub ich, glaub ich. Mhm. Ja. Da, irgendeiner greift Akkad an. Ich weiß aber nicht wer. Stadt-Staat? Ja. Kann ich sehen, mit wem der im Krieg ist? Er hat Beziehungen zu Amerika und zu Ägypten. Aber da steht nicht welche. War es in welchem Stadt-Staat? Greifst du den gerade an, Bull? Dann finde ich jemanden an. Ich bin mit der Religionsgründung beschäftigt. Ich greife niemanden an. Okay, sorry. Wenn ich gefragt habe, auch da geht ganz krass jetzt in die Karte. Sie meint vielleicht, ich bin wohl ein Wichser. Ich werde nicht mehr fragen. Ich dachte, ich könnte nochmal was lernen, aber dann lasst mich halt umsterben. Was the fuck? Wenn ich die Religion fertig habe, kann ich gerne Fragen beantworten. Ein ganz kleinen Augenblick. Okay. Ja, Andi, zieh doch davon. Das ist mega-strong. Weil im E1 hast du. Ziehe ich davon. Ja, mit den Religionen. Das ist mit Abstand Erster. Also mit großem Abstand. Was mache ich denn? Okay, das ist technisch gesehen korrekt. in prozent gerechnet unendlich viele präsent richtig das sind mehr als drei das sind deutlich ich entdecke irgendwie nur den nordpol oder den der südpol dürfte es sein dass es nicht begeistert die die seefahrt bislang in meiner zivilisation immer noch umstritten das volk sagt in den straßen wir hätten doch auch einfach auf dem land bleiben können glaube ich so die maori habe ich kennengelernt es existieren wirklich die maori im spiel fähigkeiten oha krass die müssen wir als erstes platt machen ja ich frage mich gerade wer das ist oder wb hier uns mal wieder auf sich über uns lustig geführt ja eine option bei ihm wer weiß schön sie bitte was das ist natürlich quatsch gewimmelt es hier bin ja manometer religion gründen ist aber auch immer so ein kampf hier es ist super nervig deswegen weigere ich mich ja beim letzten mal habe ich auch nicht die besten erfahrungen damit gemacht ja die ernsthaft ja ich mach es nicht auch religion sie können viel viel spaß machen ja ja das glaube ich ich sage nur dass ich inkompetent bin in dieser sache ich bin ich auch stolz drauf reden immer glaube wir haben nils getroffen hallo nils hallo mein beileid nils großer herrscher ja was geht ab wollen wir freunde sein ja was halten was erstmal was halten sie davon hatte ich sehe gar nichts vielleicht bei dir direkt als zeichen für einfach cool was immer naja der ist aber warte mal das habe ich doch selber ja das kommen wir lassen uns mal so machen und so machen weil den rest habe ich selbst habe ich jetzt eine geschickt aber das ist super angenommen hat das geklappt ja auch noch die ja hat ja auch noch die freundschaft verkündet wenn das möchte ist großer herrscher ich finde wir sind gute auf jeden fall gut geeignet gute kumpels zu sein ich weiß was lächerlich sind das sind diese barbaren mit ihren schiffen da ich habe 1000 barbaren schiffe in meinen ja ich auch wohnzimmer dann zeichen dass die dich als reiche bäude betrachten das ist eine ehrenbezeugung bezeugung da verzichte ich habe ich wirklich gerne drauf aber die denken sich nils das ist ein fetter fisch du bist diesmal der letzte im bundel wir hatten ja am anfang schon mal ganz kurz gesprochen hast du dich von deinem schock etwas erholen können da kann man direkt der nächste dazu macht da bin ich gekränkt was ist der nächste schock naja ich hatte bei religion pantheon effekt ihr fruchtbarkeitsrieten gewählt damit ich den handwerker bekomme ich habe den handwerker einfach nicht gekriegt hast du dich darüber aufgeregt hast dass da war ich wohl in den einzelgesprächen gerade das glaube ich auch und da ok jetzt habe ich mir davon hier eingeholt nee aber das fand ich nicht in ordnung also erst die eine niederschmetternde meldung und jetzt dann das das fand ich schon nicht fand ich das wort man aber auch sagen vom storytelling her wirst du jetzt hier aber natürlich als der underdog aufgebaut der wenn du es nachher schaffen sollte er gewinnen die beste geschichte dabei zu jetzt wenigstens etwas oder der chat stimmt zu dass mit den handwerkern ist mega nervig da auch weil es schon gerade zu beginn deswegen habe ich sehr ehrlich gesagt deswegen nehme ich das ja das ist ja das pontort zu diesen siedler pantheon da und wenn man stell dir vor du kriegst den siedler nicht das ist ja fast noch schlimmer aber das ist ja nicht hinnehmbar ich verlange dass wir neustart ja abgelehnt ich sehe du du besiedelt aber jetzt auch schon so langsam die erste insel die nicht direkt zu beginn deine war ja ich muss ich muss mal gucken dass ich hier vorankommen soll ich habe da bist du dein plan für die nächsten kommenden runden ja ich werde jetzt versuchen paar siedler loszuschicken dafür muss ich aber parallel auch ein paar schiffe pumpen weil das jetzt wimmelt von super nervigen schiffen der barbaren ist alles voll und dementsprechend muss ich jetzt machen dass ich hier überhaupt von meiner ende weg kommen ohne dass sie mich kaputt ballern ich verstehe ich bin in dem moment ein bisschen langsam weil ich hier gerade ist ich denke du hast stress ja ich bin voll im stress liebäugelst du schon mit einer siegbedingung ach da bin ich noch überhaupt nicht das ist ein wohl realistisch grad leider aber erstmals so weit erstmals so weit exakt so ist es und ja mal hier ist meine erste jetzt bist du live zeuge meine erste stadt darauf an kontinent genau dass wir davon hier ist übrigens die writing boy der muss nach hause weil er sonst tot ist ja mehr kann ich dir gerade nicht sagen aber ich schrei gleich laut wenn das nächste wenn die nächste ungerechtigkeit nicht peitscht okay ja alles klar ich komme jetzt noch wieder in den allgemeinen channel danke dir bitte geben in der barbaren schallern auch anders ich war jetzt ja relativ lange unterwegs hat mit ihm gesprochen war hier schon erst oder irgendwie habe ich was wichtiges verpasst die barbaren stressen jeden also in der anwesenheit haben uns auch keine große mühe gegeben haben so von uns hingeschwiegen der eine oder andere hat ein butterbrot und ein sandwich gegessen ja einer hat pommes mit zwiebeln gegessen habe ich bis hierhin gehofft und ist ja nicht ausgesprochen unangenehm ich weiß nicht was war holländische spezialität ach du warst das peter echt von dir aus ist das bis hierhin gerät unfassbar das haben wir durch den anderen teamspeak-channel gerochen ihr dürft ihr dürft euch jetzt wieder ankeifen ich bin wieder darum mute mich weil alles dank wieder so hier gibt es ja nur wüsteninseln also wenn du dabei bist peter dann will ich nur kurz eine frage an den chat reichen lieber chat bei bei peter wer ist dafür dass peter das nächste mal mitspielen muss hand hoch wer ist dafür dass peter das nächste mal mitmachen muss und jemand anders aus dem pizmiet team moderiert ganz schnell hand hoch nein es ist kein aufstand das ist demokratie bitte mal kurz handheben eine meinungsnachfrage das ist nicht mehr demokratie kann das ja nicht entscheiden ja ja sagt er der versuch eines putschers sagen wir mal irgendwer hat mir eine vereinbarung geschickt und ich war zu doof die anzunehmen fahrer ich würde ja auch mitmachen aber der grund dafür dass ich es moderiere ist ja dass die chance relativ hoch ist dass es sonst potenziell nicht stattfinden würde weil sonst niemand moderiert gibt es da nicht so viele auswahlmöglichkeiten lieber ww aber wieso will denn keiner diese sendung moderieren ist eine super sendung das lachen das lachen von steinballen war sehr schön mag das ja auch gerne macht also alles gut das ist doch schön wie gesagt ich habe mich ja vorher freiwillig gemeldet zum zum von wb zum moderator gewählt werden war ja im grunde was das das ganze war ja ich bin schön ich finde schön wir das hier beneidet was ich mache das ja moris bei dir läuft nicht so gut oder was mittel hat was er im moment nicht da also ich will es nicht übertreiben aber gefühlt alle 30 sekunden bekam so eine beinahe lautloses und herzreißendes wimmern aus der ecke von moris oder ja es war es ist ganz traurig was hier passiert das würde gerne mal neues land entdecken ist so ein bisschen der kern des problems und es ist ein land man das würde ich auch gerne aber ich entdecke nur kleine wüsteninsel ja ja ganz traurig aber auch alle hier wenn man einmal nicht dazu kommt eine neue forschung auszuwählen wird dann eigentlich der forschungsvertrag gespeichert und dann übertragen oder ist der lost er wird mitgenommen goldene seite alter wunderbar habe ich auch ich habe wb entdeckt also hast du ein dunkler seite alter genau ich habe gerade einen großen admiral bekommen und ohne scheiß er hörte auf den namen ich bin nicht steinwein na dann klingt das besser war ja toll sein genau so wer ist denn das hier ach steinwein hallo ach das bist du alles klar und dann brauche ich das machen wir das machen wir jetzt wenn wir können auch alle sagen und wenn alle wählen können dann können alle wählen ja ja okay dann sind jetzt glaube ich zwei eher irrelevante sachen oder wir können natürlich glauben abstrafen damit der führende spieler der viel glaube hat auf jeden fall ist das ist gut ja aber wo ist die söldner kompanien kauf von militäreinheiten kostet plus 100 prozent mit glaube das obere ist glaube ich also jeder von euch kann gerne vorschlag einbringen ich habe noch keine internationalen handelswege ich glaube ich werde auch keine haben auf absehbare zeit glaube ich mit die habe ich einen schönen handelsweg aufgebaut oder ja dann los stimmt für mich ab oder ich würde mich freuen über eure stimmen ich kann das immer kann ja nur für die stimmen ich kann für wb stimmen die man kennt ich würde mich freuen als beweist unserer verbundenheit und tiefen freundschaft bb es muss wirklich verzweifelt sein ja ja also er also ich meine wir sind jetzt nicht bei pizmied aber pizmied würde sagen der lutscht schon hart wir sind doch bei pizmied auch ja natürlich unbekannter spieler selbst wurde gewählt ich bin sicher der unbekannte spieler freut sich dankeschön ihr könnt gerne mit mir handeln also stein die handel mal mit ja ja also no joke mein eines schiffes grad und hier barbaren schiffen umzingelt vielleicht kommt das fünfte wahrscheinlich und ich kann mich nicht mehr weg bewegen das ist aber auch ein fehler gemacht ich habe schon so das mikrofon schält er nicht aus dafür brauchst du ein besseres oh genau was erforsche ich dann eskortierst du mich jetzt hier ja ich wollte nach rechts weiter um weiter zu erkunden okay so heißt es auch da sind schon wieder aber ist doch hallo hallo mein admiral ist hier um mit dir gegen diese galere also dich an zu feuern irgendwie ich kann dich nicht unterstützen aber es geht hier in rhein meine güte ja ein händler wird gerade bedroht von einem barbaren das ist ungünstig klär das fantastisch dann kann unser handel weiter gut florieren ausgezeichnet so selbst hier habe ich auch mal wieder was geschickt ich versuche mal wieder zu handeln die barbaren machen da leider immer ein strich durch die rechnung ist ein bisschen bitter aber ich baue jetzt einfach überall nur noch quadriche rehmen und mal schauen gute idee hallo ja verstellt new york new york andy ja wir sind ja freundin ja möchtest du ja auch so lassen ja das ist im hinterkopf weil es für später nur so eine erpressung halt du das mal mit dem hinterkopf ja du wichser mach dich nämlich platt so kam es an ich habe hier nur weiter gesagt was zu dir gesagt worden ist merken wir das genau an die was da in deine richtung gefeuert worden ist ich würde mit mir nicht so umgehen lassen ich würde jetzt alles was du hast mobilisieren und rein was ist hier los das habe ich mich auch nicht sagen wo sind wir jetzt machen sachen selbst ich schicke sogar ein zeichen unserer freundschaft ach guck mal dass ich einschüchtern lassen wir sind benefit für beide in dem fall wird glaubt dort glaube ich du hast dich ganz gut ausbreiten können mike kann das sein wieso ich habe jetzt noch nicht so viel von dir gesehen aber du hast ja scheinbar mehr als eine insel schön besiedelt ich habe noch jemanden entdeckt aber ist das das ist ein stadtstaat mhm interesting oh der runde und heim ist schon heftig lange nicht mehr gehabt halbes jahr liegt zurück das letzte mal gezockt hatten hier leider immer noch keinen schönen platz gefunden zum ausdehnen außer nichts der runde ist hier weg und Das war ein Dorn im Auge. Oh, Steinwall, ich hab dich gefunden. Ich hab nur keine Ahnung wo. Wo leu. Ja, schön. Das ist ja eine sehr spannende Nation. Das war ernst gemeint. Nicht, äh, chämisch. Mhm. Also mit der, mit dem Herrscher würde ich schon gern Freundschaft schließen, muss ich sagen. Ja, das mag ich dir. Wobei, wenn man ein traditioneller Zip-Spieler ist, eher nicht. Gandhi, oder was? Ich wollte es auch gratis raten. Geil. Schön. Das ist ja Quatsch, mit Sauce passiert das hier. Ich nehme ich so als alternativen Zip-Spieler, Steinwall. Oh, das ist natürlich geil. Da wäre ich auch gerne suzerain. Das kann er machen, das ist mir doch egal. Lalalala. So. Toll. Wow. 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 Was ist denn eine Loserstadt? Sicherlich eine Loserstadt. Was machen wir denn da? Das bringt mir ja gar nichts. Das ist hier alles nicht so cool. Shit. Shit. Na, verstehe ich. Hm. Das muss ich eigentlich hier tauschen. Ja. Wer ist auch der Vater für den Runden-Timer so 20% Schilder machen? Ja. Ja. Du kriegst uns hier alle gleichermaßen. Finde ich super. Nächstes Tun. 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 Das gibt es auch nicht mehr. Hilfe, 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 Hilfe. Lass uns doch einfach mal einen Ausschentisch stehen in Fragen, der Gelegenheit hat, zu reden, während wir denken. Peter, bei dir im Chat, was glauben die Leute, wer die besten Siegchancen hat? Da wird ja sicher viel gepostet. Ja, sehr gute Frage. Oder wer am Abkacken ist. Das wird sich jetzt sofort ändern, nehme ich mal stark an, jetzt wo du gefragt hast, ich werde berichten. Sehr gut. Halt uns bitte auf dem Laufenden. Wenn der Flügel da ist, mit 143 Punkten, habe ich da einen wilden Tipp. Wie viel? 312. 312, toll. Ein winziger Vorteil hier. Ja, das ist viel. Ein bisschen was, ja. Also WB, ich weiß nicht, ob du dir ins eigene Fleisch damit geschnitten hast oder nicht, aber mit der größte Teil sagt, also wirklich mit riesenem Abstand, dass du gewinnen bist. Ich glaube, er wollte sich einfach nur noch mal selbst beneisen, ne? Ob sie das ist. Das ist aber auch unregelig. Oder? Das kann man auch mal machen. Wir sind alle arrogante Säcke hier, also why not? Warum redest du jetzt so von allen? Warum redest du jetzt so? Willst du es etwa anzweifeln, Framben? Ja. Prangere das, ich zweifle das nicht, und ich prangere das an. Das ist, das ist eine solche Unverschämtheit. Boah, aber du wirst doch wohl leben müssen, ne? Ja, das stimmt. Das muss ich wohl. Ach ja, ihr seid alles Assis. Wow. WB, du weißt doch bestimmt, was ist nochmal der Radius für die ganzen Sachen wie Industriezentrum? Sechs Felder oder fünf? Äh, sechs. Also die Gebäude darauf. Ja, genau. Wie weit die wirken. Das sind sechs, genau. Perfekt. Das heißt, zwei, zwei. Wow, du bist ja schon richtig bei den Details. Ja. Respekt. Merken wir uns das. Der Ausstellungsradius ist sechs, was sehr gut so ist. Schreib das auf, schreib das auf. Das ist was Smartes. Schreib das auf. Los, Mike. Jetzt. Ich muss die gerne tauschen. Ich muss mich mal vermissen, ihr Piraten. Danke. Er ist auch wieder am, so. Boah. Ich habe so viele von, von diesen Barbaren um mich rum. Das ist wirklich lächerlich. Hm, ein schöner Stadtname hier. Wo ich vorbeifahre. Was gibt's noch? Stadtnamen? Hm. Ich weiß nicht, wie ihr noch Zeit habt, da schöne Stadtnamen zu machen. Das ist bei mir leider nicht mehr möglich. Nee, bei mir aktuell auch nicht, muss ich sagen. Dafür habe ich zu viele Barbaren zu managen. Was haben wir jetzt gefunden? Ah, da drüben. Da, guck dir an den, an die Knight, an, ey. Was hast du denn schönes? Du hast da gar keine Resources, ey. Völlig lächerlich. Völlig komplett. Aber hier, vielleicht gefällt dir das. Ich, exakt das gleiche habe ich auch gemacht. Ein Herz und eine Seele. So, wir sind schon so lange halt. Ja. Mori. Was sagst du dazu, lieber Nils? Oh ja, ich nehme alles, was von dir kommt. Wollen wir Freunde sein? Wir sind schon Freunde. Aber Freunde für immer? Meine Freunde für immer. Solange du dich mit Mike befreundet bist, kann ich mit dir für immer sein. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Was hat Mike denn Schreckliches getan? Hast du richtig was getan jetzt nicht, aber... ...und überdurchschnittlich. Also eher so... ...schwierig mit dem, wenn man so auf der ganzen Linie auch so über alle Emotionen hinweg. ... Das war's für heute. jetzt aber den stress hier machen müssen alle ja überhaupt nicht in ordnung geht gar nicht finde ich welche richtung benennst du deine sachen denn so hast du noch eine stadt dieses jahr ja okay ganz ehrlich meine frage war eigentlich gewesen warum schreibt den namen der mutter nicht dazu den kannst du natürlich geben und die ehrliche antwort wir darauf war ich doch mit der zusammen gott das mittelalter endet schon die zeit vergeht das ging jetzt sehr schnell ja noch so am goldenen ist aber ziemlich dunkel ja ich glaube wir auch punkte gesammelt habe ich überhaupt punkte gesammelt und 10 und ist vorbei dann kriegen wir noch ein bisschen was richtig ich habe es denn hier schon wieder Also Andi, mit dir handeln ist mir immer wieder eine Ehre. Ja? Du musst mit einfach meinen Geldbeutel so zählen. Die handeln Luxusgüter 1 zu 1, da hat es mir genauso den Benefit von. Achso, du meinst, die handeln es wirklich? Wir handeln es wirklich, ja. Also die Hälfte von euch kenne ich immer noch nicht. Ich höre andauernd Namen und Stimmen von Leuten wie Gaius und Sepp und Mike und Steinwein, aber ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt auf der Karte. Kann auch ein Fake sein. Ich glaube sie auch nicht. Ich suche auch noch aktuell. Ich glaube die sind alle erfunden. Ach du Scheiße. Ich meine irgendjemand muss ja auch diese Barbaren steuern WB, ne? Ja, das stimmt. Ach. 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 Ähm. Oh. Es hat mir nicht teilweise gedauert bis die Einheiten sich geheilt haben, ey. ich dachte schon mein boot wird tot aber es lebt du reibst ja sogar in der situation bei dem rundheimer respekt ich dachte schon mein boot wird tot doch es lebt also das ist also ich war zu keine sekunde mehr beeindruckt als gerade es hat sich sehr sterbend angehört da fragt man sich ob man überhaupt noch expandieren sollte wenn man schon jetzt nicht klarkommt du hast ja so recht ich höre einfach auf was wird so dunkel ich habe gerade gerne schützt verloren so ärgerlich dann ja und vielleicht auch keine kriege mehr führen im wasser habe ich auch schon halten kann also ich weiß ja nicht aber den herrn stiefel habe ich gerade beim bahn hat man doch eigentlich nur wenn die bei einem so am stissel sind oder es ist stissel und es ist stissel und es ist noch über eine minute auf dem zeitheimer gehabt der fuhr weiter an die äh was ist denn du bist big oder war eigentlich recht schmal ich habe maurice bram nils und writing bull noch nicht gesehen aber er ist strong also von mir aus gesehen bin ich ziemlich mittig auf der karte ich nicht ist eigentlich mein schiff hier unten ach das ist jetzt einmal im kreis gefahren bist du doof ich habe ich mir noch ein militärschiff jetzt du ja ja das könnte zu problemen führen was du davor hast also wenn du das so weiß ich habe hier gerade sieben barbaren schiffe sowie die ganzen einheiten auf dieser insel vernichtet sepp wenn du das meinst was ich gerade denke ich habe da alles vernichtet und weggeräumt gerade hier ein schiff platt gemacht ich habe sonst auch nichts ja natürlich das kann dass das können das kann natürlich der chat hier der beobachter bestimmt bestätigen dass da nichts anderes war und ich nicht seit stunden gefühlt hier rum mache ich habe mich daraus wir haben so gute freundschaft okay gaios das ist auch die einzige ins ich habe noch nichts anderes außer meine hauptinsel dann möchte ich gleich dass du auch einmal kurz weg schaust okay wenn es mich nicht betrifft da ist es nicht so da an deinem nach der ansicht gaios die du da hast wenn es nicht nicht zu deinem nachteil ist es nicht zu meinem nachteil ist okay dann schauen wir mal ich glaube das passt noch hat sich irgendeine anfrage habe ich bekommen aber zwei nicht mehr schnell genug falls es ist viel zu tun ja es ist leider nicht ich stimme jenem zu der dort jammert die haben auch schon die guten schiffe das tut richtig weh asozial schon cool wie du so mit füllen ja dann hört das mitleid echt raus ich glaube jetzt weiß ich was du vor hast oder ist weit weg meine runde ist fertig freunde das ist doch gut das ist mir wichtig gewesen dankeschön ich habe mich versteckt im ganzen darf von morris moment auch hier auch ein ort und schon gut oder ich denke doch auch sehr viel ich habe da was für dich und da fliegt die zeit davon ja wirklich wirklich kann ich mal bei allen städten was bauen ich habe auch ich habe so viel so viel ineffizienz hatte ich in letzter zeit ganz suboptimal alles holy shit entdecke ich hier endlich mal die ganzen städte ok ja moin ey karavelle was los barbaren ich verpiss mich mal zu dir ach so du bist auf der flucht ja die barbaren die kommen aber nur hinterher wie gesagt ich habe die barbaren hier erst mal völlig platt gemacht bis ich mich jetzt hier auch ausbreiten kann mit diesen schiffen dass ich überhaupt mal was von der welt sehe wir sind schon ein bisschen endlich neugierig vielleicht finde ich auch irgendwann diesen sagen umbogenen writing bull man als man man erzählt immer nur geschichten von seefahrern die hier stranden aber man weiß nichts steht das mythos der da aufgebaut wurde ich meine das muss man sich mal vorstellen ein reitender bull ist das ein reizender oder ein reißender wir können wir können alles drei reihen davon habe ich guck ja guck mal guck mal will teo kalli wird gebaut hallo noch nie gehört als begrüßung man hältst du davon angemessen wert ich bin ja so dumm das ist alles schrecklich rahm ich hab da was für dich ich sehe da überhaupt keinen nachteil irgendwas was uns an die kehre kommen könnte da bin ich dabei super da sehe ich was doch scheiße wo seid ihr hin hallo steinwallen oh wen haben wir denn wo getroffen der gandhi ist es das ist einfach zu gut steinwallen als gandhi das passt so unglaublich gut was haltet ihr von diesem ersten freundschaftlichen geschenk ja ja gaios checken sie ihre mails gerne einen moment ich checke meine mails naja oh gott ich habe schon so viele anfragen ignoriert ja danke ich bin nicht der einzige es freut mich zu hören das ploppt hier so viel auf auf der rechten seite ja das kann doch jetzt nicht sein mein nächstes weltwunder kurz vor der fertigstellung welches war es und was ist dann geschehen ich hab doch noch ein einziges zuvor wer hatte die zeit dafür unglaublich ich hab noch kein einziges weltwunder gebaut ich habe eins geschafft den äh ja doch eins hab ich auch geschafft da war ich ganz happy damit weil der ist auf der seite glaube ich recht wertvoll der persönlichen große freunde von viele weltwunder am ende der partie zu haben aber die nicht selber zu bauen weil die leute die das schenken weil du so netter warst ja ganz klar ich hab dich durchschaut meine leute gehen gerne im rahmen von touristischen weltreisen auf erkundung man schnappschüsse also die betonung liegt sowohl auf schüsse als auch auf sich etwas schnappen jetzt nicht mehr lustig weil es ist nur erklärt kann das so dumm sein der kam so trocken meine schrecklichere person als die andere hier das muss man betonen auch die ganzen politiken meine güte was habe ich denn hier entdeckt los angeles ja fast fast ja ich hab mich fast verlesen ein bisschen interessant ein bisschen interessant ja war nicht ganz interessant steigen wir doch die rechte mal schön an wie viel rund noch drei insane das wird lustig haben dich habe ich auch irgendwo gefunden ich weiß nur nicht wo ja von mir aus gesehen sehr weit weg wir machen ehrlicherweise die 700 militärische stärke von bb ein bisschen sorge warum kann ich hier die politik nicht zuweisen ah da oben ok das fehlt noch ein platz irgendwas reingeslottert tja wo machen wir das jetzt ja wir diesen mit diesen Countdown war da einschlaßen ja dem dem der ressourcen au Das war's für heute. ist noch mal der abstand zwischen städten das zentralding und dann noch drei felder gehen nicht oder insgesamt drei also die drei den stadt auch bewirtschaften kann das ist quasi der schutzraum und ab dem vierten feld könnte so eine stadt war okay aber das ist da das mittlere mit gezählt oder drei aus okay drei mit doch einfach nicht hast du vier drückst du siehst du bei aktiviertem siedler wurde sie gehen kann und wo nicht genau ich meine gerade städte und wollte gucken dass ich die nicht so baue dass der eine dann nicht mehr kann oder andere schon ist du kannst städte gründen das ist ja beneidenswert überhaupt keine möglichkeiten dafür optionen gibt es schon nicht cool und du hast so viele städte sagst mal kurz wo etwa auf der karte du liegst ganz grob ich glaube nicht wb weil wir sind sehr bedauerlich immer gewesen aber frage ist warum kann ich hier nicht an land oder bisschen dinge so viele dinge scheinbar dass du gesehen hat auf der esel schon jemand sitzt ja ja das hatte ich ja natürlich ist da habe ich nichts mit zu tun das war ihr plan sie wollten doch nicht etwa hin ja doch ja das ist manchmal ich meine so entstehen halt diplomatische verwicklungen was ich dir einfach genau hin das ist das geronimo rüder und er sagt ich wohne hier der tat komme ich schnellst an staudämme also was auch immer man braucht um überschwemmungen zu verhindern auch vom meer staudämme genau das ist was anderes naja das wird anders wollte ich trotzdem bauen auch in dieser bezirk es gibt das bermuda dreieck genau da mal rein da erlebst du eine sehr hübsche überraschung ja genau so gebeamt ei 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 weltkongress ist auch gleich nein und dunkles zeit alter scheiße also haben wir auch richtig reingeschissen gerade oh gott ich komme überhaupt nicht hinterher gerade ja das wird für mich jetzt auch ein dunkles echt gold meine freunde gold das ist doppelgold stinken aber das ist ein normales doppelgold okay naja zwei gold hintereinander halt ne ja ja merken wir uns wie viele kontinente hat die welt hier gute frage alle wenn man das wüsste das wäre gut zu wissen jetzt für die widmung von der karten groß nee nicht unbedingt das ist eine handgebaute karte müsste man den kartenbauer fragen ja gut dann wird es wohl doch was anderes so eine festgelegte anzahl standardmäßig ich glaube das skaliert bei zufallskarten normalerweise mit der kartengröße genau wenn ich das richtig im kopf habe ich finde die maori sind echt aggressiv hier am siedeln der unangenehmes volk findest du wow das kann man jetzt auch noch so raushauen ne der unangenehmes volk der unangenehmes volk bleibt ja nicht mehr viel übrig also ich finde tatsächlich die die dreistigkeit mit der du auf einer vollbesiedelten insel deinen siedler in so einem kleinen zipfel steckst und also das ist wahrlich das dreisteste was mir jemals untergekommen ist komm beim weltkongress perfekt ja die stimmung ist super ja okay spione hat überhaupt schon wer spione nein wenn du die frage stellst hast du offensichtlich keine was sind spione ja dampbruch finde ich gut dampbruch ja das finde ich auch okay komm skandal skandal erfinden wow ja ja was ja ich habe keinen dampf achso ja ich glaube niemand hat einen dampf wer ist aktuell so der stärkste spieler steinwall ne wie ist ja erstmal pandas ich lieg total weit hin aber ich seh ihn nicht beim militär what the fuck alter daniel warum hast du 900 militär stärke oh was das sind äh freiwillige das sind leute die sich freiwillig bei mir gemeldet haben was was um zu kämpfen also rein defensiv falls irgendwas schief geht 100 was hast du schon so'n 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 ne die sind rein rein vorsorglich rekrutiert worden das sind meistens milizen freiwilliger frauendienst frauenwehrdienst habe ich auch eingeführt beispielsweise ich kenne wb ja wirklich schon lange und ich kann euch wirklich versichern dass er niemals lügen würde oder sowas nein genau also aus wb's mund wb's mund tut ewig wahrheit kund geflügeltes wort ja kennt jeder ja ja absolut ich kann das auch ich kann mir ein Stück gucken sagen peter wäre es möglich mal so ne minütchen so ne mini pause zu machen mit dem einen oder anderen menschlichen bedürfnis nachzugehen oh ja das fände ich auch ganz gut was ist dein menschliches bedürfnis rache totschlag nein nase putzen 2 sekunden vorher sehr schön vielen vielen dank ja wir machen weiter um 45 ja das ist klar wie spät ist es dann egal ob du da bist oder nicht korrekt okay dafür dass du da bist gehen denn jetzt alle oder sind auch einige cool und noch hier also ich esse hier gerade meinen auflauf aber nils du kannst uns ja mal erzählen warte mal ich zieh dich mal mhm wenn jetzt gerade eh nix passiert also ich muss ja sagen deine nach deinem etwas schwierigen start läuft die expansion ja ganz gut bei dir oder wie würdest du denken ja also ich also das muss vergleiche bedingen ja die ein ordnung mit anderen und daher kann ich nicht sagen inwiefern meine expansion gut oder schlecht läuft weil ich nicht weiß wie weit die anderen expandiert sind aber es ist zumindest okay ich habe jetzt hier diese eine insel weiß nicht ob du das gerade siehst wo sich steinwall noch reingezeigt hat mit agra die habe ich jetzt natürlich relativ kurz vor zwölf in besitz genommen weil ich da drei siedler hingehe das habe ich sehr interessiert verfolgt tatsächlich in der hoffnung dass da ganz großer beef passiert bisher haltet ihr euch ja noch zurück mit den anfeindungen genau weil ich meine er hat jetzt natürlich diese ecke dass er die da noch besiedelt hat man sieht ja er hat ja gar keine felder mehr er hat da lediglich zwei feld ne drei felder die er bewirtschaften kann ähm plus die wasserfelder das ist natürlich eine affront diese stadt und die wird er auch am ende des spiels nicht mehr haben ist ja klar ähm ansonsten ist im süden wollte ich auch hin aber da hat sich jetzt der dicke morisse da noch reingesiedelt was interessens konflikt ist ich hoffe dass ich vielleicht noch irgendwie im norden der insel noch ein siedler runterkriege bevor er äh seinen zweiten siedler hochzieht das wird ja nur eine frage von der zeit sein und was mir sorge bereitet ist tatsächlich wb weil der so viel militärische stärke hat dass die wird er ja nicht ewig passiv halten diese stärke deswegen wird er irgendwann losschlagen und da bin ich natürlich so nah an ihm dran dass ich vermutlich sein erstes ziel sein werde es sein er geht in den süden ähm und im süden ist moris das wäre natürlich sehr sehr ne nicht äh bram ist im süden sehe ich gerade bram ist im süden das wäre spannend ja spannend und finde ich wahrscheinlich super ja besser als die variante dass er mich angreift tatsächlich weil ich das wäre schwierig für mich zu überleben ja ok kommst du klar mit der zeit ja also einige runden überhaupt nicht ich habe schon diverse runden nicht alles geschafft ähm aber andere runden hat man dann wieder 30 sekunden zeit das ist immer so ein bisschen abhängig manchmal hast du dann in allen städten gleichzeitig neue bauvorhaben die du bearbeiten musst und dann insbesondere wenn es um die bezirke geht oder so und dann musst du erstmal gucken wo baue ich den bezirk hin und dann ist die zeit schon vorbei das ist ein bisschen aber ey das ist ja für alle gleich und ähm so kommen wir wenigstens voran ok dann schiebe ich dich jetzt wieder hoch danke vielen dank auf wiedersehen so hallo freunde ich habe gerade bei peter am channel echt richtig ausgepackt ja hast du ausgepackt wir haben das leider nicht gehört willst du das bitte nochmal wiederholen ne das geht nicht das kann man das kann man nicht einfach so wiederholen aber das war wirklich sehr interessant was ich da alles gesagt habe undi ja was ist denn deine hauptstadt hast du die beiden stadtstaaten dinger dir da gesnackt äh war wie gesnackt die inseln also dich mit denen draufgezeigt oder ist der eine stadtstaat bei dir mit auf der insel ja ach du bist los angeles ne los angeles ist doch nicht dein hauptding das ist nicht meine hauptstadt dann aber das ist deine hauptinsel warum fragst du das mir einfach aus interesse hm so wir haben 44 okay warte ich habe gesagt 45 ne ich sehe halt dahinter nix bürokratie peter am schlüssel das wird nicht los ja wir haben 45 let's go viel spaß oh das ist aber sind dann alle da achso die erste runde nach pause ist ja quasi ohne zeit ne ne nur noch ein restart ne ich wäre natürlich dafür zu warten dass alle da sind also fairplay und so oh nils kriegt ein 45 angesagt ja aber wir sind ja jetzt Freunde und so nein keine Freunde ich glaube WB ist noch nicht da weil das wäre jetzt echt scheiße wenn er jetzt aber der war doch mit peter im call oder nicht die runde versaut ja ok dann mach ich nochmal Pause ja find ich besser ehrlich gesagt das ist für WB und so kacke wer weiß wo der seine Toilette hat wobei WB führt ne das ist unsere Chance ja aber wenn der jetzt nicht wie sympathisch findet ihr ihn eigentlich wenn ihr mal so drüber nachdenkt guck mal Maurice das ist mit 918 Tech das geht nicht um Sympathie das geht darum dass wenn du deinen virtuellen Siegespokal in dein Buchenholzregal über deinen Streaming Station stellst und da jedes Mal rauf guckst jedes Mal wird da ein dicker schwarzer Fleck der Schande drauf sein das stimmt natürlich der wo draufsteht haha ich hab Brighton Bull nicht auf Klo gehen lassen willst du das für dich ja das ist richtig ne da hast du ja der Nils spricht weise Worte ausnahmsweise mal ja ja gut gibt es denn jemand der hier noch was mit dem anderen besprechen muss weiß ich nicht wo bist du Nils Andi und Steinwein oder so wo bist du Nils ey wir haben die Steinwein wieder da mittlerweile bitte ja ähm ich auch wir können das ja auch in offener Runde machen Steinwein ja was hast du dir bei dieser Dreistigkeit von Partner gedacht das ist einfach nur ne Stadt eine schöne Stadt das ist nicht dass das einfach nur eine Stadt ist aber hast du dir auch Gedanken gemacht wo die ist hat er das bei dir auch gemacht ja komm Leute warte mal warte mal stopp mal wenn ihr der Meinung seid irgendwelche Inseln gehören euch dann müsst ihr es auch mal sagen wenn ihr es nicht sagt gibt es keine Verabredung dann kann jeder Siedelwurbeln oh mhm gülig gülig ja guter Punkt ja das nennt man Diplomatie ja ich bin da ah er ist da dann ab gehts oder ich musste gleich niesen entschuldige mich schon mal vorfüllen wir verteilen dir nicht ich hab dir was geschickt ach da hat er sich doch noch da du hast mir was geschickt warte mal ich hab dir was geschickt falls du dich tröstet Nils auch du hast mir einen Strich durch eine andere Rechnung anderweitig gemacht äh wir sind glaube ich leidensgenossen warum haben wir beides uns offensichtlich zur Aufgabe gemacht den jeweils anderen leiden zu lassen ich weiß es doch auch nicht ihr beide zieht euch gegenseitig runter bitte boah kram hat man 3-4 Minuten nicht gespielt schon bin ich in nem ganz anderen Tempo wieder dran so nem ganz normalen Lebenstempo und ich in nem gehetzten super effizienten und in diesem Roboter-Sein von eben das ist echt krass dann magst du mal ganz kurz mit mir ein Quatschi machen ja kann man machen ich rede immer mit jedem auf auf dem Pfennchen gar nicht war da jetzt schon ticken? come on ja das geht jetzt das naja naja what the fuck also Sepp um die Zeit warst du letztes mal schon raus ne oh oh wow ach ich glaube du weißt jetzt wo es hingeht scheiße ich weiß warum es raus war hast du denselben ja diesmal ist äh äh Maurice hab ich nicht mal gesehen bisher also das stimmt ich kann diesmal kein Verbrechen begehen außer das übliche das übliche natürlich ja das sowieso klar äh hä so ah 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 oh geil stay alive hm alles doof hier ja wirklich sag ich zu grüne neun hier los hier los uhr ho uhr 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 das hier gott ich habe ihn jetzt getroffen gerade bin ich völlig überfordert das regnet sich hoffentlich gleich wieder ein regierungswechsel und solche sachen sind finde ich bei diesem timer echt mal wenn wir das nicht auswendig das stimmt definitiv das schon gott welche auch diese zehn slots rein aber auch wieder alles anders ist durch diese mod ja genau genau richtig man muss nachlesen also nicht komplett anders das stimmt schon aber aber es ist ein problem dennoch so ehrlich kann man sein so ehrlich kann man sein du bist mein kleiner sonnenschein ich habe zu viel musik im herzen das ist wirklich krass muss ja nicht peinlich sein alles gut jetzt kann ich sagen was vorhin passiert ist ja das ist halt so man kommt an irgendeine insel und dann ist da schon eine da muss man sich doch auch mal irgendwie das ist richtig nervig das gibt's doch nicht man hat sich die ganze zeit darauf gefreut dass man jetzt diese siedlung sich holen kann ach wie schön wäre das und dann das ich weiß es ging mir auch schon so das ist ein problem hat jemand von denen die ich schon kenne interesse eigentlich am diamanten um das mal in den raum zu ja kannst du jemanden oder mit dem aber für ich glaube kennen wir uns schon tatsächlich seit wann kennen wir uns denn das ist ganz neu welche nation bin ich denn nils wenn wir uns schon so lange kennen mein lieber freund naja müssen wir jetzt ernsthaft drüber reden robert von schottland ist schnell nachgeschaltet na bei babi 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 okay na gut ich glaub dir das mal und glaube an eine freundschaft schon ein bisschen gut war gut glaube ich ja das könnte mir teuer zu stehen kommen aber ich sehe du hast tatsächlich was für mich im angebot wie ich sehe ja das ist die frage ich müsste auswärtig wissen was bernstein oder honig bringt um die entscheidung zu treffen das alles bringt das beides hast du schon mal eine frau verführt in einem aus bernstein gewossenen zuba mit honig gefüllt ja das also das würde ich gerne mal ausprobieren wenn du mir beides über lässt und das auszutesten wie war es ehrlich sagt sehr viel klebriger als angenommen habt ihr das angebot geschickt ich möchte mich recht herzlich für dieses angebot bedanken ich werde mich damit auseinandersetzen aus der auch ein angebot geschickt oha jetzt würde ich schon gebrüllt finde ich weiß wer hat mir an ich kriege angebote land der könig von schottland du bist warte mal hädwig oh was hädwig nein nee das hädwig will aber das ist jemand anderes schön der name bitte die reihenfolge der angebote annehmen war wie warte mal wieso gibt es gebe ich dir zwei und du mir eine das hast du doch gerade gesagt ein ein badezuber aus bernstein und innen drin ist honig entschuldigen sie bitte das hast du mir so angepriesen ja aber doch das haben alle gehört ja klar aber du musst das ja auch bezahlen können wenn händler seinen wahren anpreis ich habe ich habe gesagt ich habe einen diamanten im angebot das habe ich auch offen kommuniziert ja aber das reicht mir natürlich nicht dann 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 wähle einfach eins der beiden was du schöner findest was ein mann des wortes hier habe ich bereits ach so die zeit verdammt ist das jetzt noch da oder das ist es wieder weg das angebot ist wieder weg die freundschaft hat es irgendwie angenommen so neues abkommen alter moris ich will nichts sagen aber es wird wir können jetzt nicht den hat trick irgendwie es geht einfach nicht was ist mit moris der wird gleich gewinnen gleich der hat überall seine kleinen inseln reingepopelt das ist und genau das ist unfassbar ja überall 1 2 3 4 die ich jetzt auf dem ersten befinden auch moris was was so viele inseln hat jetzt ja das ist die delt fünf inseln das moris wo siehst du sie inseln ich sehe sie frage mich wo ich sie nicht sehe meine stadt ist von drei barbarischen karabellen ja karabelle tut weh na dies ganz bitter es ist einfach nur empörend aber moris stadt gehört ja bald griechenland hier zulu na ok das ist nicht mangel an loyalität in der stadt du hast ja recht wie unverschämt ich finde das nicht okay es mangelt an realität muss gestehen ich mag diese dudelsack musik im hintergrund ist schon schön warum die welt ist doch schon größer als ich dachte sehr militärisch geprägt wenn ich so kamen see 482 ja ich muss mich halt verteidigen ja bram ist ich noch nicht den habe ich noch nicht kennengelernt habe ich völlig harmlos nur moris und wb fehlen mir noch auf der welterkundung bb hat halt tatsächlich sehr viel militär stärke und die die weltgemeinschaft blickt also ein bisschen drauf mit dem fragezeichen ja aber ganz ehrlich hat es gerade so also ich stelle euch das gerade vor ist das jetzt unangemachten echten blödischen vergleich zu bringen vermutlich ist unangemachten wenn man die frage stellen ja dann reden wir nicht weiter drüber ja was auch immer du gerade im kopf hattest wahrscheinlich war es unangemachten wahrscheinlich war es ja 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 was jetzt Wo sind denn jetzt meine Schiffe hin hier? Sind die gesoffen? Komm mal, Vigga. Ah, nimmst du Bruder-Dreieck rein. Ja wär mir egal, hauptsache die kommen jetzt endlich mal einmal rum, die sind schon seit einer halben Stunde sind die glaube ich straight einfach mal nach links. Hab A immer noch nicht alle gefunden, B bin ich immer noch nicht einmal rum. Ey, ich komm einfach zu nix. Jetzt wird es jetzt hier auch schon nochmal einfach zu nix. Was willst du? Was willst du tun? Was willst du tun? Da brodeln noch Konflikte. Brodeln noch so einiges gleich. Die Kanonen brodeln gleich. Ähm, Sepp? Ja? Äh, ich bräuchte Salpeter. Hast du Interesse an Kohle? Mal ein bisschen zu tauschen. Ja? Machen wir einmal 25 zu 25 tauscht, dass es dann wieder voll gefüllt wird. Ja. Gut. Jo. 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 nicht mit dir gewesen, ich will wollen zu sein. Wunderbarer. Gewesen, das ist schon mehr. Bau eine Universität neben dem Berg? Ich hab eine fucking Uni neben dem Berg. Willst du mich verarschen? Klingt sinnvoll. Hab ich doch. Überall. Ich hab nur Berge auf meinem scheiß Land. Da müsste man jetzt die Inkas sein. Die sind gut, ne? Ja, die hatte ich. Vorhin. Grüne Neune. Shit. Bin ich eventuell der schlechteste aller Zeiten? Doch, ich bin wirklich der schlechteste aller Zeiten. Tatsächlich keine Ideen mehr, was ich in meiner Hauptstadt so machen soll. Also bei allen anderen Städten kein Problem, da fallen mir tausend Sachen ein. Aber in der Hauptstadt irgendwie nix mehr. großer König von Schottland. Was hält ihr denn davon? Das würde mir sehr helfen. Bin gespannt. Wahrscheinlich reicht die Zeit nicht aus. Selbst ohne Einmischung würde mir das helfen. Dafür muss ich erst mal wissen, von Schottland aus gesehen, wo befinden sich denn ihre Ländereien? Im Westen, im Osten, Norden, Süden? Im Osten. Ich muss mal eben AFK, also ich kann niemanden ziehen, falls die Person gezogen werden möchte. Falls, also ihr könnt sonst Bram oder Sepp fragen, die können euch in einen anderen Raum geben und dann bitte mich mitschieben, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer das hören. Alles klar. Alles klar. Danke. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Peter. Hey, Tschüss. Gut kacki, meinst du? Ja. Ei, ei, ei. Was? Ich dummer Typ. Oh. Oh Gott, war das. Ich rede da nicht so. Bram, lass uns doch. Was hältst du denn davon, wenn wir mal in einen separaten Channel gehen und mal reden? Das können wir gerne kurz so machen. Ja. Habt ihr beiden Schlawiner vor. Nenn mir mal ein Format von euch, was ihr öfter macht. Sowas wie, äh, Pokerquiz, oder? Ich hab gerade meinen blöden Stadtstart angegriffen und jetzt, jetzt kommst du so. Also, ja, ich kann dir das gerne nennen, ich kann dir das gerne nennen, aber später, wenn's geht. Ich hab nämlich nur 20 Sekunden Zeit hier zu löten. Scheiße. Ja, jetzt, 40 Sekunden hab ich. Format, was wir haben. 50 Fragen zum Beispiel. Das ist mega. Da muss man dabei sein, wenn wir so... 50 Fragen, nehm ich. Sport. 50 Fragen zu Sport. Ach so, wegen A, wegen Namen. Boah, Alter, dafür hast du Zeit. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Wer hat denn für sowas Zeit, bitte? Ich? Aber du hast ja voll viele Inseln. Gar nicht. Das ist jetzt nicht so, dass du kacke bist. War Zeit, was soll ich sagen? How do you do that? How do you do that? Gerade hat mir Johnny, der angefangen hat, Football Manager zu spielen, durch die Steam-Meldung verwehrt, auf den Handelsbutton zu klicken. Ich kritisiere das. Johnny, du sabotierst mich über die Ferne. Denk nicht, ich krieg es nicht mit. Ist das hier? Ja, ne? Jetzt hab ich das denn noch nicht gemacht. Holy shit. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Scheiße. Also ich sag euch eins, kurzes Zwischen-Fazit. Boris und Writing Bull sind wirklich gefährlich heute. Und Andi, oder? Die drei sind noch vorne. Andi ist auch vorne vorne dabei. Andi schmeißt es mal hinten raus, noch weg. Richtig. Wie letztes Mal. Andi, Andi ist richtig am Abgehen mit 460 Punkten. Alter. Writing Bull hab ich endlich gefunden. Das ist der gemacht. Mitten in seine Insel gefahren. Level 10 statt. Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Dann können wir wieder zurück. Leute, seid ihr weit weg. Halleluja. Man ist echt, äh... Also ich bin, glaube ich, von Steinweilen... Ne, von Bram bin ich maximal weit weg. Die haben uns doch als erstes getroffen. Ach, nicht Steinweilen, äh... Writing Bull, Entschuldigung. Ja, ich glaube auch. Ist ja jetzt nicht die schlimmste Position von dem mit dem größten Militär am weitesten weg zu sein. Tausend zwei... Ja. Oh Gott, der Mann. Ich wüsste nicht mal... Ich hab nicht mal so viel Platz auf meinem Land, um so viele Truppen zu behaben. Die so krass sind. Wer ist denn im WB? Wahrscheinlich hat er die auch auf dem Wasser, ne? Warte mal, wer ist denn... Andi, Gaios und Writing Bull sind echt... Ne, Andi ist am weitesten vorne mit der Tech. Krass. Jetzt habe ich mal richtig am Durch-Taggin. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, auch Writing Bull hier gefunden. Wie schön. Uiuiui, das ist aber eine erschreckende Zahl beim Militär. Ach, alles rein defensiv. Eventuell ein kleines Stück Vorwärtsverteidigung. In welche Richtung der Karte liegst du nochmal? Ich glaube, es ist sehr weit von dir weg. Ich bin sehr froh, weil ich dich als letztes gedenkt habe. Hallo, Peter. Willkommen zurück. Endlich, Straße. Bündern. Scheiße, ich bin im Arsch. Das ist ja so lustig. Was machen wir denn? Ich glaube, kannst du noch irgendwas Sinnvolles tun. Was war die frecheste Aktion bisher im Spiel? War es wirklich Steinwallen, der eine Stadt bei Andis Insel baut? Ja, total. Das klingt schon erbärmlich. Ja, scheinbar nicht nur auf meiner. Wo noch? Wieso eure? Nils hat sich doch genauso beschwert. Ja, das war aber auch echt eine superkack-dreiß-Aktion. Nils, wer dich? Du bist doch ein starker Mann. Ja, aber oftmals betrat für's mehr Stärke, den Schwachen nicht zu zertrümmern. Das sind philosophische Worte hier. Okay. Schön gesagt. Soweit in der Wissenschaft. Da gucke ich gar nicht hinterher. Da hat er echt Taschentuch-Alarm gerade bei mir. Der ist so ein guter Mann im Herzen. Dein Siedler neben meiner Stadt. Wozu? Heute kommt der her und was macht der hier drüben? Der ist auf Side-Seating unterwegs. Ich habe ihm gesagt, guck dir an, wie man es nicht macht. Und dann kommst du wieder und dann machst du in die Stadt. Okay. Ah. Das seh ich ein. Wacker, wacker, hey. So, was? Ich guck mir das nochmal an. Keine Sorge. Ja, so. Du hast hier aber auch schon wieder alles, die da ... Das ist unglaublich. Das sind alles ein Bierlatze. Das ist unfassbar. So, ey, jetzt kann ich euch das ja erzählen. Ja. Und zwar, ich hab's dir, ähm, Bram und Pohnen schon erzählt. Und zwar hatte ich die Maori. Ähm, und wir haben ja noch zu Beginn gesagt, wie geil die Maori in diesem Spiel sind, weil die von Anfang an wassern können. Ja. Und stellt sich raus, dass durch diesen Patch jeglicher Vorteil, den diese Nation hat, weggepatcht wurde. Ernsthaft? Das heißt, ich hab nichts von dem, was in meiner Civilization-Beschreibung steht, ist nichts von drinne. Es ist eine stinknormale Zivilisation, mit der Ausnahme, dass sie einfach überhaupt gar keinen Bonus offensichtlich hat. Oder ich hab ihn nicht gesehen. Dann haben sie jemand anderen, einen anderen Bonus reingeschrieben, und der steht nicht im Text. Dann kenn ich ihn halt einfach nicht. Ähm, das heißt, das ist einfach das Einzige, in dem die gut sind, ist einfach rausgestrichen worden. Das klingt sinnvoll. Klingt sinnvoll. Das heißt, du konntest von Anfang an nicht über Ozeane? Richtig, ich musste alles erforschen, ich hatte nichts freigeschaltet, konnte nichts wassern, und ich hab mich jetzt, als ich im Ladebildschirm, hab ich gedacht, geil! Ja, okay. Bis ich gecheckt hab, dass das alles nicht, ich so, hä, warte mal, wie geht denn das, hä? Wieso ist das denn nicht, hä? Ja. Ich finde, als Entschuldigung, als Wiedergutmachung, solltest du von Writing Bull 600 von seinem Militär abbekommen. Ja. Das fänd ich auch nur fair, tatsächlich. Oder 50 seiner Wissenschaft. Such's dir auch. Alter, der 220 Wissenschaft. Wer? Ja, der ist wohl. Andi ist ja ganz vorne mit dabei, und bei der Kultur ist er auch ganz vorne mit dabei. Der haut richtig rein. Wow, Alter. Also in allen Werken am meisten, aber mit am, sehr weit vorn auf jeden Fall. Ja, vielleicht kommt das zugute, dass er den Charakter erst letztlich in einem Let's Play gespielt hat, und damit wahrscheinlich die ganze Welt unterjobbt hat. Ja, okay, das ist natürlich... Meinst du, das ist ein Vorteil gewesen? Ich glaub, der ist einfach richtig gut. Nee, ich glaub, der ist nicht. Vielleicht beide so. Der tut immer nur so, als würde er Civilization kennen. Alles bluff. Ja. Das einzige Spiel, was ich wirklich gut kenne, ist mein Lieblingsspiel, der Ponyhof Simulator. Kann ich jedem empfehlen. Großartiges Game. Hilfe, Hilfe. Was mach ich hier eigentlich mit meiner kostbaren Siedleinheit? So dumm. Ja, das freu ich mich auch grad. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Daumen ist nix. Don't ask. Also du kannst gern versuchen, da mitten drin, aber ich sag dir, die hält nicht lang. Nee, ich weiß, du würdest mir die... Was ne Drohung? Naja, ist... Alter, ist da ein Komet eingeschlagen in meiner Welt? Das gibt's. Aber eigentlich ist... WB, wollen wir Pelze gegen Salz tauschen. Fuck, alles brennt. Das ist gut. So schön neu. Always on fire. Alles brennt. WB, ich hab dir ein Angebot geschickt, nur falls du ein wenig mehr Luxus in deinem Leben möchtest. Das ist sehr freundlich. Ich guck mal, ob ich dazu komme, es mir anschauen zu lassen von einem meiner Belieinstiteln. Verstehe ich tatsächlich dieses Problem. Ja, das ist ja einfach das Mieseste, was ich je gesehen hab. Oh mein Gott. Was ist das Mieseste, was du je gesehen hast? Das hier alles brennt. Verstehe. Gaius, check your E-Mails. Jumper City. Endlich mal Maurice getroffen. Jetzt haben wir doch alle. Hallo. Welt umrundet. Hey, ich hacke jetzt. Alter, ich bin immer noch nicht durch. Glückwunsch. Ach, da hinten, da ist das Ende. Missify. Mist, Mist, Mist. Sehr gut, jetzt pumst du dich. Nies, ich sag dir, wie du es da ist, riskant zu siedeln. Ich siedle da auch nicht. Ich bin auch, ich guck nochmal, ich siedle da. Ich bin auch nicht blöd, die Stadt hält drei Runden, dann gehört sie dir. Richtig. Naja, das wurde auch gesagt von Steinwallen in Pattner. Schon mal fünf. Hast du das beobachtet? Das ist direkt neben meiner Insel. Ja, siehst du. Kann man ja was gegen machen. Kann ich nicht mal beobachten, oder? Wie war das bei dem Regierungsding, wenn du das erste genommen hast? Ah, das steht bei den anderen. Ah. Ist egal, welchen du nehmen kannst. Ich kann keine Fragen aus der Beantwort, danke. Ich weiß leider nicht, was die Antwort darauf ist. was die Antwort war. Oh shit. Alles ist hier schon voll, ey. What the fuck. Der ORWB hat auch ein richtig starkes Wunder bekommen noch. Er hat das Arsenal von Venedig, mit dem er jetzt 75% Produktion auf Marineeinheiten in allen Städten bekommt. Oh nein. Das ist unfrei. Das ist, äh... Oh was? Nur so zur allgemeinen Information. Ihr seid da drüben. Ihr kümmert euch um den. Ich bin da maximal weit weg. Ich weiß gar nicht, immer noch nicht, wo er eigentlich ist. Ich bin gar nicht da. Steinwallen, der ist maximal weit weg von dir. Der ist genau auf der anderen Seite von uns beiden. Klingt nicht gut. Auf der anderen Seite werde ich wieder rauskommen und dann... Ja, aber das ist ja trotzdem der weiteste Weg, den du zurücklegen kannst, ne? Oh man, ey. Just saying. Was sind denn das hier? Ah, Nils hat schon einen Fregatten. Aha. So noch nicht. Kann nur so ein Loser sein. Wow. Das war jetzt aber von beiden so ein recht süffisanter Ton. Hör ich das Gefühl. Das stimmt. Von oben herabschauen. Hier sind wir ein Gentleman in dieser Konversation. So, was ist denn das alles mit Quatsch hier? Wollen die Karabellen eigentlich nochmal upgraden oder ist das wirklich nochmal ein Anteil? Ne, die bleiben bis zur bis zur Moderne bleiben die so. Später zu schickeren Schiffchen. Oh, ein Sturm in meiner Nähe. Das sind dann Traditionssegler. Haha, okay. Das sind nette Geschichten. Gibt noch so einen Tourismusbonus. Ach, du kriegst dann tatsächlich Tourismusbonus für so alte Segelschiffe, oder wie? Ja. Das finde ich lustig, wie sie das tatsächlich in die Spielmechanik verwoben haben. Das ist so schön. Er verarscht ich. Maurice, er verarscht ich. Ich habe ja nur mit zum Spezialprojekt so ein Seglerwettbewerb. Ich habe, es gibt es ja wirklich. Mit Renaissance-Mauern ist das ja eine Mechanik. Deswegen, es ist ja nicht ausgeschlossen. Aber Stefan tut immer so, als würde jedes Wort er seinen Lippen verlässt, Wissenschaft und Wahrheit sein. Und wieso, warum falle ich immer noch drauf rein, frage ich euch. Ich habe doch diese Erkenntnis lange gewonnen, was sein wahres Wesen ist. Vermutlich, weil dir ein solcher Charakter zufällig fremd ist. In der Tat, WB. Danke, dass du es... Ja, könnte das auch noch mal geklippt haben, lieber WB-Chat. Ich finde, der Mann tut heute so viel Wahrheit kund. Und mein Kichern war auch ein rein wohlwollendes und zuständiges. Ja, natürlich. Natürlich. Ich finde das auch so ehrenwert von dir. Das kannst du auf deine Liste schreiben. Das Wort Ehre wieder. Da ist es wieder. Ja. Was für ein guter Mann, dieser Writing Bull. Ein anständiger Kerl einfach, ne? Er leckt ihm so die Füße. Das ist ja unglaublich. Ich dachte, du wolltest ihn angreifen. Was? Wen wollte ich angreifen? Wer hat den wohl? Ich bin gänzlich friedlich. Ja, aber du hast doch gesagt, der ist so ein big threat. Ich habe gesagt, er ist stark. Wo liest du da raus? Ah, dann renne ich doch mal voll rein in ihn. Ich weiß nicht. Außerdem, was Punkte angeht, ist Andi sogar weiter... weiter... Ne, WB ist jetzt wieder auf das Einzige. Das ist ne Lüge, ja? Das ist ne Lüge. Ich bin gar nicht da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du nur noch Freunde? Ägypten und ich. Also... Lass uns unsere Wirtschaftsallianz doch gerne weiterführen. Ja. Brammen, hast du Interesse an Kohle? Welche nehmen? Klar. Ich bräuchte Salpeter. 20 zu 20? Ja. Wunderbar. Sag mal, warum brauchst du Salpeter? Das braucht doch nur jemand, der militärisch aufrüst. Naja, Fregatten kosten Salpeter, wenn ich mich nicht täusche. Ey, was haltet ihr davon, wenn wir alle sagen, wir verzichten auf Militär und vernichten alle unsere Einheiten? Für den Frieden. Ein Abrüstungsvertrag. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich dabei. Ich meine, da müssten wir jetzt beim letzten, also beim Ziff-Gipfel gab es ja tatsächlich Regeln, die es uns jetzt ermöglicht hätten, das als bindende Resolution ins Spiel zu bringen. Leider sind die Regeln des Pete-Ziff-Events ein bisschen, ich würde sie vielleicht härter und pragmatischer nennen. Da gewinnt man nicht einfach nur mit Geschwätz. Das ist für dich und mich ein großer Nachteil, Nils, glaube ich, leider. Ja, das sehe ich ähnlich, ja. Wir müssen trotzdem unser Bestes geben. Eieieiei. Was ist das denn? Stimmt. Habt ihr sowas von recht? Grüne Neule. Äh. Hm, hm, hm. Macht das eigentlich, also kann man auf einer Wüste eine Stadt bauen, ist das völlig sinnlos, oder? Man kann das machen. Wenn du die Petra dazu baust? Ja, ich schon. Gibt ein cooles Weltwunder. Wobei, ich weiß nie genau mit den Sonderregeln, die wir hier haben, dass hier auch ein cooles Weltwunder ist. Ja, wahrscheinlich ist es so gepatcht, dass du Petra zwar bauen kannst, aber es bringt dir einfach nichts. Genau. Alles umgekehrt ausgepatcht. In Hannelore, oder? Ja, ich weiß es nicht. Eieieiei. Ah, das klingt auch sinnvoll. Ja, na. Boah. Hm, das wird gerade schon mal gemacht. Hm, hm, hm. Ja, Leute. Warte, was hast du so vor mit deinen 160 Kampfkraft? Das ist rein defensiv. Nein, im Ernst, ich bin, ähm, ich hab zuletzt, also, ich hab hier nur wieder Rückenprobleme. Und mein Physio hat gesagt, ich soll mehr tun. Ich hab mir gedacht, eventuell ein bisschen, vielleicht die Hälfte von der Kampfkraft, die ich mir heute erwirtschafte, reinzunehmen ins Real Life und damit Rückenmuskulatur zu stärken, beispielsweise. Weißt du, warum du so Rückenschmerzen hast? Wahrscheinlich, weil deine Nase so lang ist. Ach, du meinst ja nicht. Wow. Nein. Ähm, ja. Nils, der war nicht schlecht, Nils. Das muss man dir jetzt einfach mal lassen. Äh, well played. Ich seh schon, wir beide, Maurice, ich merke natürlich an dir, dass du auch realisierst, dass es heute nicht so einfach wird. Und du weißt ja, dass ich auch jemand bin, wenn er nicht gewinnen kann, dann will er zumindest im Siegerteam sein. und ich bin deswegen offen für Schmeicheleien, ich sag's nur so. Okay. Ja, das ist, das liegt daran, dass du so ein vernünftiger Kerl bist. Mit dem man gut reden kann, der selbst gut reden kann. Du hast einfach sehr viele positive Eigenschaften. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Manchmal, ich meine, Äußerlichkeiten sind leider, erzählen eine andere Geschichte, aber manchmal denke ich mir, wenn ich dich so sehe, so, ey, ob du mein Bruder sein kannst? Au. Und, ja, ich hab schon mal meine Mutter gefragt oder auch mein Vater so, ey, hattet ihr, hattet ihr früher so vier Jahre, bevor ich geboren bin, ungefähr? Vielleicht, lief da irgendwas mit anderen Leuten und so? Aber die rücken nicht raus. Aber ey, das ist auch unverschämt von ihnen irgendwo, oder? Der hübsch, wohin das führt, Jan? Was brauche ich denn? Mein Gott, was hältst du denn davon? Alles. Alles, was du willst. Alles, was? Boah, 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 das gefällt mir alles nicht. Wir haben es auch erstaunlich stillgewordt, Ja. Vor allem, Brammen könnte ja reden, weil Brammen ist ja, wie wir alle wissen, der schnellste Spieler, der als einziger nicht mit dem Timer struggelt. Ja, wir haben es nebenbei am COD-Spiel. Genau. Mach den bei COD, ein paar Calls raus. Aber ihr seht mal, ich hatte eben eine riesige mit der Übermacht gegenüber Bram. Ich habe die Füßchen stillgehalten und alles ist gut. Bram hat eine riesige Verteidigungsarmee ausgebaut. Und wissen wir alle, das ist... So schützt man sich einfach. Vorsorgend, defensiv. Habe ich keine Chance mehr durchzukommen. Das ist Wettrüsten losgetreten. Das finde ich gut. Also die größten Sorgen macht mir eigentlich Maurice, weil wenn das stimmt, ich habe noch keine gute Sicht auf ihn, dass sich so viele von diesen Kleinstinselchen geschnappt hat. Dann... Ich habe zwei Kleinstinseln. Was sind die mit Uran? Das sind zwei mehr als ich. Ach, die mit Uran. Aber dennoch bist du ja mächtiger als ich. Also ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Das sagt er. Und ja, aber es gibt ja auch eine Wirtschaftsmacht. Und mittlerweile stehst du in Sachen Kultur gut da. Das stimmt. Okay, du bist nicht der hellste Kopf, wenn man auf deine Forschungserträge drauf geht, muss man offen sagen. Ich bin relativ dumm sogar. Das wird auch geklippt, oder? Ja, natürlich wird das auch. Das ist absolut fair enough. Das wäre eigentlich... Ich erinnere dich einfach... ...dass einer rausschneiden würde direkt instant, dann würde ich das einfach auf so einen Button legen. Jetzt habe ich den Drückgerasse. Ich könnte es dir halt nicht mal verübeln. Ich bin ehrlich. Vielleicht wird dieser Clip mir irgendwie zugetragen innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, anderthalb bis zwei Minuten zum Beispiel. Also auf Sicht meine ich damit natürlich. Natürlich, ja. Vielleicht würde ich dann auch einfach, trotz aller Regeln, die wir haben, diesen Clip öffnen, nur um ihn kurz runterzuladen und um den ganz kurz dann in Premiere zu bearbeiten für so 20 Sekunden. Weil du es ja kannst. Weil du ja derweil mit dem Spiel schon durch bist. Ja, ich meine, das Problem ist halt... Also wir haben ja dieses Thema schon oft gehabt. Mein Kernproblem ist, ich bin self-aware genug zu wissen, dass ich das verdient habe, aber nicht self-aware genug, mich zu bessern. Das heißt, es wird halt immer so weitergehen. Von daher... So sei es. Hätte ich so einen unschönen Mistklick gemacht, das könnte so viel zerschören. Das ist echt ärgerlich. Ah, Kriegserklärung. Nee, das nicht. Der Healing hat mal ein dickes Kompliment an Bram, der mittlerweile eine große Armee unterhält und es irgendwie schafft, die zu finanzieren. Das ist eine respektable Leistung. Ganz im Ernst. Wirklich. Da ist der kalte Krieg schon ausgebrochen. Merkt ihr das? Alles klar. Merkt ihr, wie ich komplett gefickt werde? Ja, ja. Auf der ganzen Bahn. Schöne Armee du hast. Ich werde komplett benutzt. Wäre doch schade, wenn ihr was zustuft. Nachdem du so krass geworden bist, wäre das jetzt richtig traurig, oder? Mann, Brammen, ne? Ja, ja. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das freut mir auch. Waka, waka. So. Wurde hier irgendein Stadtstaat erobert? Ist hier eine verloren gegangen? Darf man doch nicht. Doch unanständig. Ehrenkodex unter allen Ziv-Spielern. Erstens, Hänne weg von Hänne weg? Was ist denn mit der Hänne jetzt? Hänne weg, Füßchen weg, Gewehre weg, alles Hänne weg von Stadtstaaten. Und zweitens, keine böse Bemerkung darüber, dass wir seit Jahren darauf warten, dass endlich Civilization 7 rauskommt und mittlerweile uns die Fingernägel schon wund kauen. Vor Sehnsucht nach Civ 7. Das stimmt. Das ist das einzige Thema, das ich mich zur Weißgelude bringen kann. Im Ernst. Ich glaube, ich habe gerade Schaum vor dem Mund. Ich glaube, in meinem Leben gibt es auch noch andere Themen, die mich zur Weißgelude bringen. Es ist nur das. Aber es ist natürlich trotzdem traurig. Also würde ich doch WB bewundern für das gute Leben, das er führt, oder? WB, eine Frage. Was sagst du eigentlich zu Civ 7? Was sind da so deine Gedanken? In Bezug auf was? Auf Civ 7? Einfach generell, wenn du darüber nachdenkst, was löst das Emotionen bei dir aus? Du hast doch gehört, Wut. Große Vorfreude, ein bisschen Wut, dass es noch nicht da ist. In Wunsch, die Damen und Herren, Entwicklerinnen und Entwickler in den USA vielleicht ein bisschen mehr zu motivieren. Durch ein kleines, aber wohldosiertes Maß an Stromstößen, an Arbeitsplatz und andere Geschichten halt. Nein, im Ernst. Wann kommt es endlich raus? Seit ihr Abend schon? Oder es wird zumindest mal angekündigt. Es wurde ja. Angekündigt wurde es de facto. Es gab so einen Tweet. Und da stand irgendwie so so kryptisch drin. Ja. Da kommt was. Das werte ich als Ankündigung. Nein, wir wissen doch schon, dass der gleiche Entwickler, was ich übrigens sehr doof finde, Civ 7 macht. At Beach. Das ist ja schon offiziell alles. Das stimmt, ja. Warum ist es so doof? Ja, weil ich finde, es hieß mal, dass jedes Civ, jeder Entwickler hat immer nur ein Civ in sich, hat man irgendjemand gesagt. Aha. Und das finde ich auch gerade toll an dieser Serie, dass er sich wirklich in jeder Runde, äh Quatsch, in jedem Teil sinnvoll, interessant verändert hat. Und die Frage ist, ob das ein Entwickler kann aus seiner eigenen Welt anschauen müssen. Ich würde mich aber niemandem einschleimen, aber ich würde mir wünschen, für Civilization 6, dass es endlich Schweiz und Österreich gäbe an spielbare Völker. Außerdem Bayern, Sachsen und Kölner. Bayern fände ich cool, ja. Ja. Kölner fände ich auch gut. Ja. Ja, ich bin natürlich, ich stimme da auch Steinwallen zu. Also ich fände es spannend, wenn Civ 7 eine sehr andere Interpretation des Civ-Rezepts wäre als Civ 6. Und es ist natürlich absolut möglich, dass der gleiche Entwickler das machen kann. Und das will ich ihm jetzt nicht in Abrede stellen. Nein, aber es wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöht worden, wenn es ein gänzlich neuer gewesen wäre. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, dass mich so über die üblichen Kommunikationswege wie WhatsApp oder so der Clip noch nicht erreicht hat. Das ist eine Enttäuschung. Also ich meine, selbst als die geschädigte Person zuhört oder so, ich wollte das nur noch mal kurz, kurz ganz am Rande erwähnt haben. Also selbst als die geschädigte Person in diesem Fall möchte ich meine Enttäuschung mit der Peaksmeet-Community hiermit zum Ausdruck bringen. Euer Brammen, euer Junge hat auf euch gezählt und ihr habt ihn enttäuscht. Also ich muss eins sagen, wir haben hier schon eine Zweiklassengesellschaft. Und je länger das Spiel voranschreitet, das hat uns der Kapitalismus gezeigt, desto größer wird die Schere. Und jetzt muss man sich fragen, was ist das Interesse jedes einzelnen Teilnehmenden? Möchten wir jetzt dabei zuschauen, wie sich die Großmächte weiter ausbreiten und am Ende vielleicht in einem panischen Akt des Krieges kurz vor Schluss wieder versuchen, dann den endgültigen Sieger rauszubomben? Oder wollen wir, wir Kleinen, uns vielleicht zusammentun und sagen, wir können noch mehr sein als das Zünger in einer Waage. Wir können die Waage sein. Und wie möchtest du, Nils, die Waage werden? Ich kann dich also alleine machen. Ja, mach einen Vorschlag. Ich bin dabei. Als erstes würde ich mich jetzt zur Verfügung stellen als euer Anführer. Das ist so demütig von dir. So dienstbeflissen. Das ist rührend, wirklich. Ich sag nur. Bescheidenheit, du hast einen Namen. Nils. Ich echte jetzt Atomkraft. Einfach nur. Als Anführung ist irgendwas. Als ich jetzt gegen Atomkraft habe ich jetzt gestimmt. Was? Wir wollen doch keine Atomkraft, oder? Das ist jetzt der Anführer der Welt für Atomkraft. Ich stimme auch für Faschismus. Und für Atomkraft. Das bitte auch darauf kontextieren. Ich meine, es ist nicht so, dass es überraschend ist jetzt, ne? Ach, ich verwende, glaube ich, immer den Weltkongress. Das ist schon immer falsch. Mein Chat lacht sich bestimmt tot. Ich stimme aber nur für eins ab. Ach, eins von den beiden, oder was? Ja, ja. Interessant. Ja, der Weltkongress ist meiner Meinung nach das nervigste Feature im Spiel. Okay, okay, alles klar. Ich habe tatsächlich immer komplett falsch abgestimmt. Ich würde ganz gerne mal mit Nils unter vier Augen. Er hat das doch endlich anfangen. So sei es. Jawohl, Atom. Redet. Uzzah. Also, Nils. Jawohl. Du hast ja da so ein bisschen ... Du hast ja selber auch gemerkt, du hängst ein bisschen hinterher in allem. Du wirst da vielleicht auch ein bisschen gehindert durch den einen oder anderen Mitspieler. Mhm. Ähm ... Ich glaube, wir hätten die Möglichkeit, in gemeinsamer Kombination, einen dieser Mitspieler von der Karte eventuell zu entfernen. Das klingt jetzt erst mal gut. Also, da würde ich erst mal sagen, ja. Zähl mir mehr, würde ich da erst mal sagen. Ja, also, ich habe da natürlich schon Gedanken gefasst. Ähm, wir beide haben ja ein Problem mit jemandem, der die Dreistigkeit besessen hat, sich auf unsere Inseln draufzustellen. Mhm. Ja, das stimmt absolut. Ähm, und jetzt war er ... Hast du bestimmt auch gemerkt, wie er gerade dann noch mit dir eine ... Er war der, der gerade am meisten noch für dich geredet hat, um dich noch auf seine Seite zu bringen und weißt, warum meine Angst vor ihr habt. Meinst du? Ich glaube, ja. Oh Gott, das ist aber schmeichelhaft. Ähm, okay. Was hältst du davon, wenn wir uns beide vielleicht mal so ein bisschen militärisch ausstatten und dann mal den Knaller zünden? Ja, nur, dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Gegen wen geht's denn? Gegen Steinwall? Gegen Steinwall. Nee, ich war mir sicher nicht, dass ich am Ende denke, es geht um Steinwall und dann sagst du, ey, wieso bist du ... Wieso bist du nicht bei Mewis? Bei Riding Bull rein. Oder sowas, ja. Das würde natürlich schwierig sein. Ja, okay, ich kann das grundsätzlich, ähm, nicht abstreiten, dass da was passieren muss. Deswegen, ähm, bin ich da jetzt nicht abgeneigt. Ja. Aber, ja, ich muss aber, ich bin ziemlich lame. Ich muss richtig, also, das dauert, ne? Du siehst ja, ich bin in keiner guten Verfassung. Ich bin nicht in zehn Runden Kriegsbreite oder so'n Shit. Ich hab nichts. Ich hab militärische Stärke 326. Ja, aber er hat jetzt auch nicht so viel mehr und du hast 2600 Gold. Und am Ende des Tages, das erste, worauf du dich ja eigentlich nur fokussieren musst, ist, ähm, der Nierenstein. Warte. Warte, ich guck gleich mal. Äh, wenn ich die Karte wieder scrollen kann. Okay, du möchtest, äh, der stimmt Nierenstein und dann Gallenstein, wobei ich würde die eh nicht behalten können. Okay. Ja, dann, äh... Ja, aber darum können wir uns ja kümmern. Wir können ja, sobald wir da durch sind, sobald mit allem mal gucken, wie wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Allianzen und handeln können, damit du die Städte auch behältst. Das, ja, finde ich eine ganz gute Idee. Dann muss ich jetzt aber, ähm, erst mal meine Produktion ein bisschen umstellen, ne? Und erst mal zusehen, dass ich mir was aufbaue. Vielleicht, was, wie wollen wir das machen? Soll ich eine Flotte bauen? Vornehmlich? Oder wie stellst du dir das vor? Ähm... Inwiefern eine Flotte bauen? Ja, also eher so Invasionstruppen oder eher so zu sagen, ich baue auf Schiffe. Weißt du? Ich glaube tatsächlich, dass wir auf der Karte mit Schiffen ganz gut fahren. Landeinheiten musst du erst mal rüberbringen. Die erste Stadt, die du einnimmst, musst du mit Schiffen einnehmen. Danach kannst du mit Landeinheiten rüber. Ja. Andersrum geht das nicht. Okay, ich werde mich ein bisschen, wir müssen ja auch mal, ich bin schon bei dir, wir müssen ja auch mal ein bisschen Spaß reinbringen. Ja. Ich werde deswegen jetzt zusehen, dass ich mich mal dementsprechend ein bisschen aufstelle und gucke, dass ich mal schaue, dass ich so ein paar gute Truppen, zum Beispiel hier, was haben wir denn? Eine Fregatte. Ich baue jetzt einfach mal hier eine Fregatte. Zack, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ja, damit können wir doch arbeiten. Oder? Ja. Wir können Fregatten eigentlich schießen in die... Das steht da, wenn die Fernkampfstärke haben. Dann geht das, ne? Ja, dann, okay, ich baue mir mal was auf. Lass uns mal in zehn Runden oder so nochmal absprechen und dann gucke ich, was ich in der Zeit aufgebaut habe. Ah, das ist genau. Geil, bis gleich. Okidoki. Wie lange das dauert mit der Religion? Was hat die konvertiert, die Sau? Wie viele Religionen haben wir eigentlich aktuell? Vier, wenn ich das richtig sehe. Vier? Echt? So viele. Ja, ganz gut, dann kann halt keiner damit richtig gewinnen. Das ist ja gut. Das habe ich mir auch gedacht. Religion reicht halt, echt einer, der gegen arbeitet, dann hast du ein Problem. Naja. Wenn ich da so ein Andi Knight sehe mit 1300 Punkten, kann er bestimmt auch irgendwann mal scheiße was sagen. What? Ne, 1300 Punkte ist falsch. Hier werden das nicht ganz richtig. Das sind keine Punkte. Alter, ich habe definitiv ein Problem. Oh, verdammt. Es gibt viele Sachen, die jetzt kommen hier schon feindliche Spionen und so. Rede mal bei uns. Was ist das Problem? Oh, geil. Schlecht. Sehr schlecht. Was ist los? Was ist schlecht? Nix. Oh, ein goldenes Zeit, Alter, sehr schön. Doppelt schlecht. ist ja viel schlecht. Das passiert, meine Güte. Was ist los bei euch? Alles schlecht. Alles schlecht, offensichtlich, ja. Ja. Oh, das ist ja Hammer. Ich muss gestehen, dieses goldene Zeitalter ist mega gut jetzt. hat was, hat was, ja. Ja, so drei Dinger gönnen. Ja. Drei Dinger kann ich mir leider nicht gönnen, aber eins ist doch was. Äh, keine Zeit. So, ich wollte doch. genau, genau, da warte ich hin. das war, das war, das war auch knapp, ja. Das war sehr knapp, ja. Das war sehr knapp, Sehen, wolltest du da nicht laut rausposaunen, da hat einer erbaut? Ich bin jedes von diesen Civ-Multiply-Events wieder aufs Neue so baue ich Weltwunder. Ist es worth it? Weil es halt so daneben gehen kann. Und die Vorteile sind natürlich krass, aber es kann auch immer sein, dass du 20 Runden in der Stadt investierst und dann nichts rausbekommst am Ende. Ja, das ist echt scheiße. Oh. Ist das ein Ball? Oh. Was ist da los? Bleib doch mal einfach wo du bist. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Da 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 da. Ja. Ich höre. Wir sind aber auch Handelspartner, ne? Ja. Wir geben uns zumindest Mühe. Würde ich sagen. Ich meine das. Hä? Ich denn jetzt hier? Was machst du denn da? Selbst die Schiffe brauchen wir. Man weiß nicht so um eine Insel rum, neun Runden. Wow. Komm mal wieder nach Hause, nachdem du die Welt umsegelt hast. Ja, ist okay. Sieht sich ein bisschen. Ach. Andi, wo bist du eigentlich? Welche Farbe bist du? Wir haben uns schon getroffen. Ja, aber ich glaube, das war eher so aus Versehen. Ja. Fett. Maurice segelt uns aber hier langsam weg. Sollten wir auch nochmal diskutieren. Wo segelt Maurice weg? Da ist es. Punktemäßig. Ernsthaft? Was macht denn Maurice denn? 600 Punkte. Was? Ja. Ich möchte vorlesen. Sepp hat mich denunziert. Und der Charakter liest vor. Das soll eine Beleidigung sein. Ein erbärmlicher Versuch von einem verkrusteten Krebstier. Sepp. Ja. Wann tötest du hier meine Missionare? Du Arsch. Hab ich? Ja. Wo? Missionare? Ja, der ist in dein Land gegangen und dann war der tot. Guck ich zwei Runden später. Du hast den einfach niedergemetzelt, die Sau. Du schnitt in mein Land. Ja, weiß ich auch nicht. Der wollte da mal durch. Hast den einfach platt gemacht. Verstehe. Dann ist die Denunzierung zurecht. Das wird doch wieder passieren. Arsch. Wird er wieder hier. Komm, komm. Nein. Lass mal irgendwie. Irgendwas müssen wir erforschen. Eigentlich töten. Nicht die Einheit töten. Was ist los mit dir? Warum nicht? Er hat fast wieder noch einen Eissturm. Jetzt kommt's knüppeldeck mit. Jetzt kommt's knüppeldeck. Find ich nicht cool. Also mir gefällt ja auch Gallenstein als Name sehr, muss ich sagen. Das ist dein Spitzname für Stefan. Nein, das ist ein Ort, den ich erkundet habe. Ist das so, willst du die Stadt erobern? Also ich hab das Gefühl, die Bewohner dort machen das schon selbst. Das scheint irgendwie ein bisschen Unruhe zu sein, oder? Joa. Joa. Joa, weil ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Das gibt sich auch wieder in der Zeit. Ja. Die sollen mal alle sich nicht so aufregen, ganz ehrlich. Richtig. Das Volk nörgelt viel, wenn der Tag lang ist. Hm. Ich hab tatsächlich noch Land gefunden, wo ich noch was gründen konnte. Ich bin grad mega happy, muss ich sagen. Ich fühl mich... Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin umhergesegelt in der Welt. Und hab noch was Schönes. Einen richtig schönen Flecken, muss ich sagen. Und es war keiner groß in der Nähe. Also... Ich bin zufrieden. Das freut mich für dich. Auch ich freue mich. Das stimmt uns alle sehr, sehr glücklich. Absolut. Wir freuen uns unheimlich. Bedeutet jedem eins von uns... Unfassbar viel. Moment, mir wurde ein Zettel zugesteckt. Ich freue mich auch sehr für dich. Ja, doch. Blinkt voll glaubwürdig. Absolut. Aber ihr könnt ja auch mal von euren Erfolgen berichten. Welche? Wenn ich welche hätte, ja. Wow. Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts. Das ist so traurig. Was mir noch passiert, ich klicke immer so in Reihe diese zivilen Ausrichtungen an. Und dann vergesse ich immer die Politikkarten zu ändern. Und es fällt mir dann mal eine Runde später auf. Ja, das mit den Politikkarten kenne ich aber auch. Da habe ich teilweise noch alte Sachen dann immer drin. Ja, ich muss mich jetzt mal drum quennen. Und dann merkst du, oh, eine, die ich drin hatte, ist veraltet. Und sie gilt noch für Einheiten der Antike. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Alle veraltet. Das ist, äh, ja, ähm, Problem. Hm. Nachlässig seid ihr? Hm. Ja, hm. Bip, bip, bip. Was? Was ist denn hier los? Kann man eigentlich eine Militärinheit mit einem Siedler mit einer Fregatte zu dritt zu einer Eskorte zusammenbilden? Ich habe nur eine zivile, eine Militärinheit mit einer Fregatte zu dritt. Alles klar. Ich habe ein Bild. Was brauche ich denn? Wie regeln wir das hier auf der Insel? Ich brauche Wohnraum und Essen. Ähm, äh, liebes Zulu-Reich, ist das in Ordnung, wenn ich diese Wüsten-Dinsel... Äh, ich bin... Sehme. Oh Gott. Die unter Edinburgh. Oh Gott, das ist... Ja, genau. Das ist ja eh nicht sehr viel, also es ist halt Wüste. Mach ruhig. Perfekt. Großzügig. Wenn die Inseln verteilt. Ich meine, er ist auch, glaube ich, schon ganz gut mit Inseln ausgestattet. Ja, Gaius, wir beiden sind letzter. Ich glaube, unsere Insel... Für Völkerung ist super. Das mache ich, ey. Ich habe bis jetzt noch nie auf diese... Ich muss nicht auch mal auf diese Weltrangliste mal gucken. Mach's nicht. Tut mir. Warte mal, bei Punkte oder was? Ach, das ist aber unangenehm. Aber mit 400 bist du jetzt auch nicht abgeschnackt. Ach, Peter, vier Punkte. Ja, die Erfahrung zeigt tatsächlich, das kann sich alles schnell, schnell drehen in diesen Partien. Sagt er. Ai, 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 ai. Ich frage mich, woran das... Ich frage mich, woran das... Aber das hat sich ja auch gedreht von BB und du führend. QED nenne ich das. Ja. Ja. Was mache ich eigentlich? Ist das einfach... Hier so eine Wüsteninsel mit vier Feldern. Und das sind auf jedem Feld, das ist einfach so eine Barbareneinheit. Also die haben das komplett eingenommen. Und haben jetzt auch schon hier Musketiere stehen und alles Mögliche. Die wollen die Wüste nicht hergeben. Die mögen jetzt auch gut. Warum kann ich denn... Was? Was? Nein! Ist ja lächerlich! Was? So, wo sind wir. Was wird das für eine Truppenbewegung? Einerseits. Was ist jetzt eigentlich mit eurem Krieg? Ach ja, Krieg wird überbewertet, es geht auch ohne. Ja, ich glaube, dass die Aussage gelogen ist, aber es sieht so aus, wenn ich das nicht bin, wo du hinfährst. Gelogen ist ein sehr strapazierfähiger Begriff. Ja, also ich bin mir jetzt durchaus bewusst, dass du mich auf die Sicht wahrscheinlich knacken würdest, aber ich würde jetzt zumindest ein bisschen zurücktreten. Dann kämpfe nicht interessiert, höchstens an Eroberung, muss ich offen sagen. Ich habe dir gefühlt von einer Stunde bei der Wabert geschickt. Keine Zeit, tut mir leid. Weißt du, vorhin waren noch alle willkommen und jetzt hat er für niemanden mehr Zeit. Entwickeln diese Leute sich mit Macht. Okay, ich bin da early. Wohin fährst du? Fährst du zu Nils? Oder fährst du weiter? Vielleicht dreht er auch einfach nur eine Runde mit seinen 2000... Mit seinen Flotten... Mit seinen Flotten... Mit seinen WB oder was? Habt ihr zu mir? Oder was? Hallo Nils, schön, dass du auch mitspielst. Das hat doch Bram vorn abgemacht mit dem WB. Dass ihr mich fertig macht. Dass ihr mich fertig macht. Das ist aber nicht so ein Scheiß. Ich habe überhaupt nichts abgemacht. Du kannst deine... Nichts. Also, das war abgemacht. Bram hat nur gesagt, WB, mach das bitte. Wohl dir Nils, ich selber möchte leben. Schon ab, der lieber Nils. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mitmachen möchte. Dann hat er gesagt, nee, lieber nicht. Mach das alleine. Aber Leute, hört auf damit. Maurice reibt sich nur die Hände heimlich. Maurice reibt sich immer die Hände. Maurice reibt sich auch nicht heimlich die Hände, ja? Doch! Der ist gerade am... Der ist quasi... Der reibt so schnell schon... Manche würden sagen, dass es masturbieren. Hä, warum habe ich... Okay. Oh. Wird es gleich unangenehm. Wirklich? Ich bin so paranoid, WB. Ich fahre mit meiner Flotte neben deinem Herd, damit ich sehe, ob du nach unten abwiegst. Also, wenn du möchtest, kann ich auch zu dir fahren. Nee, das hatte ich überhaupt nicht gesagt. Kannst du mal bitte, Peter, lass uns das einfach demokratisch klären. Frag doch bitte mal die Zuschauer bei dir im Chat und die Zuschauerinnen auch, wen ich besuchen kommen soll. Boah, nein. Boah, nein. Boah, nein. Boah, nein. Nils oder ich. Wow, wow, wow. Nicht sowas. Nein, gibt es. Und ich dachte, wir wären gute Freunde. In welcher Welt bist du gut befreundet mit dem? Hm, das ist eine berechtigte Frage, aber... Ich werde eine Umfrage organisieren. Das ist sehr lieb von dir. Nein, ich stehe dazu. Ich glaube fest an die unerschütterliche... An das Herz der Karten oder was? Nee, aber ich glaube schon, dass BB nicht zu sowas fähig ist. Der ist einfach als Mensch... Also, die Einheiten haben sich schon bewegt, das kann ich dir sagen. Ja, aber nicht in meiner Nähe. Also, ich stelle gerade fest, dass Bram als Scout arbeitet für fremde, feindliche Mächter. Das ist kein Scout. Damit hast du für mich einen ganz anderen Rang mittlerweile. Nämlich ein feindlicher Kommandant hier. Aber BB, ich muss dir sagen, du fährst ein Feld von meinem Reich daran vorbei. Das ist kein Scouting. Das ist ein... Du kommst zu mir, wichst und sagst, Junge, ich fahr jetzt da lang. Peter, wärst du bitte so freundlich, deinen Chat auch zu fragen, ob ich Bram einschätzen soll als einen guten Freund? Oder als jemand, der mich aufgelacht einführt? Oder jemand, der eventuell für Nils scoutet? Bitte mal deinen Chat fragen. Gerade läuft noch, wen soll WB besuchen? Besuchen in anderen Fragen. Alles unter auf einmal, kann nicht schaden. Ja, okay. Guter Freund, guter Freund. Oh. Wie viel denn der Zuschauer sind gekauft? Ich bin schon schütternd. Ich auch. Ich muss auch sagen, bei wen soll WB besuchen? Äh, ja. Moment. Gewinnt 1 zu 2. Also, Bram hat 800, 900. Er ist noch nicht ganz vorbei. Sorry, Moment. Ja, hab ich angenommen. Und machen wir das andere auch nochmal? Nils hat 64% der Stimmen behalten. Und Bram mir noch schicken. 36%. Also, dein Chat ist der Meinung mit großer Mehrheit, ich soll Nils besuchen gehen. Das ist korrekt. Ja, okay. Peter. Wie will das überhaupt keine Auswirkung auf nichts? Peter, meinst du, dass das irgendwie einen moralischen Einfluss auf mich haben sollte? Was unser Chat sagt? Ja, ja. Ich finde, du solltest dich davon überhaupt nicht beeinflussen. Einfach reiner Leute. Kannst du bitte mal eine Umfrage bei dir im Chat machen? Der Chat, es findet, dass du deren Votum total gegenstandslos und uninteressant findest. Ähm, nö. Es ist sehr bedauerlich. Ich würde Fragen am Anfang. Also, ich würde das, wenn ich Moderator war, würde ich das machen. Nee, es sammelt schon wieder Stimmen. Ja, danke schön. Ich finde einfach nur, WB ist in der Gaming-Landschaft auch einer der Altvorderen. Und wir alle wären vermutlich nicht da, wo wir sind, ohne WB. Und ich finde es echt schade, dass er von euch nur Missgunst, Misstrauen erntet. Und er fragt, er bittet um einen simplen Vote. Und selbst das wird ihm nicht gewährt. Und da möchte ich einfach mal sagen, nein, ich bin ganz klar pro WB. Hast du mich gerade einen alten Knacker genannt, du Jungspund. Exakt das. Also, das führt jetzt auf eine Liste der Gräueltaten. Der Gräueltaten. Der, der, der rhetorischen Gräueltaten. Katapultiert ich das auf einen, zumindest der hinteren Plätze jetzt. Alter, du hast einfach Marinesoldaten. What the fuck? Okay, das ist krass. Ich hänge hier unten. Nix, Atombomber. Aber Andi ist sogar noch ein bisschen weiter. Also, Andi ist gerade bei der Atombombe. Bei Uran. What? Wie? Schaut euch das nochmal an. Jo, stimmt. Also, Andi müsste ja jetzt mal nicht unter den Scheffel gehen. Es gibt aber auch noch einige Technologien. Gehen dich noch gar nicht hervor, Strap. Ja, okay. Einige hast du noch nicht. Aha. Dann ist das nicht gut. Und zwar unter anderem Uran. Das ist nämlich die nächste. Gnade. Richtig. Nein. Also, WB, ich habe den Chat jetzt aber in einer anderen Umfrage gefragt, wie frech du bist und gewonnen hat ganz besonders frech mit 87%. Okay, das ist mir jetzt eine Lehre. Das heißt, ich folge sofort dieser Einschätzung. Wende mich an die Maori. Dauerhafte Botschaft einrichten. Nein. Freundschaft verkündet auch nicht. Überraschungskrieg erklären. Forderungen stellen. Casus Belli. Kein Casus Belli möglich. Dann halt eine Überraschungskrieg erklären. Oha. Gegenüber Nils. Die Frage ist, wie überraschend ist das? Nils, es ist nicht persönlich gemeint. Das ist sehr persönlich gemeint. Das ging ja so schnell. Schuld ist der Chat von Peter. Ich hätte es selber nie gemacht. Nein, 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 nein. Steh dazu. Wiesel dich nicht aus deinen Gräueltaten raus. Das hat mich auch noch ein Wiesel genannt. Das wird immer schlimmer hier. Da spielen wir mit. Jetzt muss ich das gut ist. Oh, oh. Oh, was? So läuft das nicht. Was? Das läuft so nicht. Oh, Riding Bull. Was ist gerade passiert? Hat Bram mir den Krieg erklärt? Bram ist so ein Ehrenmann. Wenn ich jetzt mal die Wuppe gehe, dann gehe ich zumindest mit dem längsten und den dicksten Eiern im Spiel. Wow. Wie du? Du bist bitte. Wow. Nice, Bram. Freu ist ein Wiesen. Bram ist einfach Ehrenmann. Ja, halt deine Klappe da hinten, du Falkesau. Komm rüber. Ich werde nicht dein Reich verteidiger. Oha. Hammer, Hammer. Was willst du tun? Like it. Wow. Sehr cool. Cooler Move. Finde ich echt sehr, sehr cool. Bringt sehr viel Leben hier rein. Finde ich eine ganz tolle Idee. Ja, finde ich eine mega Idee. Alter, ich kack mir gleich in die Hose ab. Aber ich kack mir gleich in die Hose ab. Aber ich finde die Idee mega. Hey. Jetzt kommt auf jeden Fall ein bisschen Action hier rein. Das stimmt. Ich frage mich jetzt nur, ob Nils sich jetzt zurücklehnt oder ob er jetzt auch Truppen schickt, nachdem ihm der Krieg erklärt wurde. Ich lehne mich doch nicht zurück. Das ist immer die Frage bei Nils. Ich bin gespannt. Du glaubst du nicht im Ernst, dass ich jetzt jemandem, der mir zur Hilfe eilt, den eiskalten rücken zu rennen würde. Eigentlich schon. Ja, doch irgendwie. Wow, das ist aber böse von euch. Das ist schon so ein bisschen das, was ich ja auch jetzt ehrlicherweise von dir denke. Von mir? Ja. Von mir? Wat? Du sagst mal was, aber ehrlicherweise denke ich genau das. Ja, ich meine, ich muss natürlich... Im Idealfall kann ich natürlich auch irgendwas tun, ne? Also es ist ja... Ah, jetzt kommen direkt die präventiven Ausreden. Ne, überhaupt nicht. Aber es ist... Also ich... Alles, was ich habe, aber es ist nicht viel. Das ist nicht so. Alter, Junge. Der hat einfach 2500 mittlerweile an Angriffsstärke. Ja, exakt. Einfach komplett krank. Da braucht man ja auch nicht so tun, als wenn das jetzt irgendwie Zufall gewesen wäre, ne? Ne. Du hättest aber genauso viele Runden in der Corporation gehabt, wie ich, seitdem ich das gesagt habe, dass das so ein Problem gäbe. Naja, ich habe ehrlich gesagt... Ich hätte irgendwie... Mein Glauben an WB war einfach, glaube ich, ein bisschen stärker ausgeprägt. Ah, dass ich jetzt wieder für die Armen und Schwachen in der Gesellschaft meinen Rücken hinhalten muss. Ich sag dir, wie ist es Nils? Ja, das ist eine Rolle, die steht mir überhaupt nicht. Ich finde, sie steht ihr sehr gut, ehrlich gesagt. Wer ist dein Moneberater gewesen? Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich komme da einfach zu dir rüber und lache und renne. Weißt du, entschuldige mich bei dem. Gib dem 1000 Gold und frage, ob der mir zusammenlacht. Dich wegmachen. Ich dachte, brauche deine 1000 Gold nicht. Wir brauchen tut er die nicht. Aber einfach nur mit, er weiß, dass ich mich leider giert habe und jeder vertut sich mal in seinen Entscheidungen. So, dann brauche ich ja doch ein paar Schifflein jetzt, glaube ich. Auch ein paar mehr. Hm, was wäre ein Riesenvorteil, wenn ich jetzt das Arsenal von Venedig gebaut hätte? Tja. Das ist in der Tat richtig. Hättest du mal gemacht. Das ist ein Riesenvorteil, wa? Kann ein Siedler eigentlich eine leere Barbarenstadt wegmachen? Oder weiß ich nicht? Ich glaube, es ist irgendeine Einheit einfach. Gute Frage. Na ja. Dann teste ich es mal aus. Mal schauen, was passieren wird. Genau, jetzt spawnen dann der Speerkämpfer. Ja, vorhin war die Stadt schon frei und dann kam da ein Musketier. Achso. Ja. Wetten, dass jetzt auch wieder was spawnt. Also ich will ja mal einiges sagen. All die Mächte da draußen, die sich Hoffnung machen, dass sie noch gewinnen können hier heute, die sollten ein ureigenes Interesse daran haben, dieser schändlichen Eroberungsambition ein Ende zu setzen. Ja, halt einfach Kriegsschiffe. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Keine gute Tat, bleib ungestraft. Halt einfach Kriegsschiffe. Hey, dann hab ich gesehen, was du da gerade rechts gemacht hast, ja? Also ich will ja nur sagen, jetzt ist die Zeit für alle Leute, die sagen, sie wollen noch gewinnen, weil wenn sich WB jetzt Bram und mich einverleibt und sich fett frisst an unseren Städten, dann seid ihr de facto raus und könnt nicht mehr gewinnen. Ich sag nur. Nils, ist das schön mit dir? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. War echt geil. Okay. Nächstes Mal, Leute. Okay, das ist schon ein Arsch. Sehr gut, sehr gut. Ich frag mich halt, würde Nils mir in so einer Situation helfen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Nein. Und ich kann mich in den letzten acht Events nicht daran erinnern, was jemals passiert ist. Hast du mich denn jemals um Hilfe gebeten? Das ist doch die eigentliche Interesse. Das sind die wichtigen Fragen, das stimmt. Sehr laut, sehr laut. Ich hab Nils geschrien, meine ganze Nachbarschaft hat's gehört. Nils geschrien. Uff. Leg mich am Arsch. All right. Das war's. Hä? Wie? So schnell? Alter, guck, der hat 2500 Kampfkraft mittlerweile. Der hat Kriegssippel. Oha. Ich hab die nicht. Ja. Ich hab's probiert. So ein Abstauber, Alter. Peter, frag mal deinen Chat, ob ich jemals im Laufe der Partie, du hast mich ja gefragt unter vier Augen, du hast dich gefragt, was hast du vor und ich hab gesagt, mein guten Freund Brammen greife ich niemals an. Frag mal deinen Chat, ob die Leute sich daran erinnern. Frag mal im Ernst. Ich will ja nicht als Lieb, ich will ja nicht als Lieb, frag dein Chatballen los. Ja, und die hat mir Hinterrücks hier den Krieg erklärt. Ja, das war jetzt nur so halb Hinterrücks, aber ich hab dir von Anfang gesagt, die Insel da ist ein Fehler. Mein Chat sagt nur Lüge. Das hast du mir nicht von Anfang an gesagt, das hast du erst gesagt, als ich auf der Info war. Also war ich doch. Lüge an Presse. Na gut, ja. Das ist mies. Weiß ich jetzt nicht, wie die auf diese Idee kommen, dass das vielleicht nicht ganz wahr war. Die Ereignisse überschlagen sich, glaube ich, hier gerade. Und Maurice ist wieder der, der vorne ist und nicht angegriffen wird. Eieieiei. Ja, das ist leider. Das spielt alles wieder in die Hände. Dieses. Maurice wird nicht angegriffen, ja, ändern wird er doch, oder? Krass. Jetzt wird's wild hier. Ja, mach mal. Also ich mein jetzt nicht mich, weil ich hab da jetzt keine Aktien in Maurice. Ich weiß nicht mal, wo Maurice ist. Wo ist denn der? Auch der letzte, den ich entdeckt habe, ich weiß es auch noch nicht. Also ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab irgendwas von ihm entdeckt, aber ich weiß nicht, wo. Das verrät mir auch keiner, dann kann ich euch leider nicht helfen. Wo Maurice ist, ist einfach überall, das ist ja das Problem. Achso. Genau. Ah. Ah. Dann bumse ich einfach alles, was ich hier sehe. Da steht dran Indien. Wer ist Indien? Bitte? Ne, Steinwald. Ja, das ist nicht Maurice. Ja, dann kann ich den leider nicht bumsen. Maurice ist, äh, Süd, jetzt muss ich aufpassen, um meinem Uf hier gerecht zu werden. Der Steinwald-Navigator. Ja, genau. Da ist der wieder. Ja, er kehrt zurück. Ist südöstlich von mir. Zumindest sehe ich da was von ihm. Hi, Just, du hast was erhalten. Ja, aber was erhalten, dann schauen wir doch mal. Ich hab sehr viele erhalten hier. Ah ja. Das hört sich doch gut an. Uff, uff, uff. Aber es klappt. Ich hab jetzt, ähm, wenn Bram, wenn dein Move wirklich der war, die Schützen vor Nils zu stellen, es hat funktioniert. Meine Aufmerksamkeit ist jetzt komplett bei dir. Das ist richtig. Großer Kriegserfolg. Das war alles, was ich geplant hatte, hat sich der große Folge Gippen davor geschmissen. Leider finde ich es krass, wie du es schaffst, während wir kämpfen und ich dir auch die Einheiten kaputt mache, weil ich auch diese Korbstechnik bei dir abgeguckt habe. Ich bin zwar mit allen Sachen ein paar Runden langsamer. Weil ich mich bei dir immer erst sehen muss. Trotz hat es mich das faszinierend, wie du es schaffst, die ganze Zeit eine Kampfkraft weiter zu erhöhen, während meiner Halt sinkt. Obwohl du halt auch Einheiten verlierst. Andi, sag doch mal, wo du jetzt da diese Stadt auf deiner Insel hast, wollen wir das jetzt hier weiterführen? Wir wollen das weiterführen. Ja, okay, alles klar. Du weißt, dass ich aber nicht vor dir bin, punktemäßig, ne? Aber gut. Das weiß ich ja. Dann führen wir das weiter. Wo ist nochmal die Dreier-Zusammenfassungstechnik? Du bist ja kultuor. Kultuor. Hier ist ein Weitschinten. Kultuor kommt durch. Kultuor kommt durch. Kultuor kommt durch. Kultuor kommt durch. Kultuor attacke oder so. Was haben wir denn hier? Dann kommt denn so das Hochwasser so. Fakt da für ein Freund. Das wäre eine coole Frage, ja. Als ob ich das machen kann. Oh, 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 oh. Die Robo-Growse. Oh je. Gar keine Artefakte wäre irgendwo auf der Karte. Das ist ja bitter. Sammelst du noch Artefakte? Was machst du alles noch nebenbei? Ich machen, aber ich finde nichts. Ja, ja, ich muss gerade dafür sorgen, dass meine Stadt nicht in einer Runde verhungert und weg ist. Was? Das ist ein bisschen problematisch. Ach, meine Güte. Finde ich mitten in dem Krieg eine gute Vereinbarung, Pram. Ja, ein bisschen. Also komplett random, aber ich, ja. Nee, einfach, einfach alles für, für den Club. Alles für den Dackel? Ja, alles für den Dackel. Ich werde mir irgendwann mal einen kompletten Stream von dir angucken. Musst du küssen? Küssen, mein Gott. Küssen? Möchtest du ihn küssen? Also willst du machen? Müssen auch, damit ich klarkomme, wie das genau alles funktioniert. Das ist ja einfach nur faszinierend. Stein, weil ich finde es ja schön, dass du gerade so ein Boot gebaut hast, aber... Ja, ich hab's gesehen. So kann er so weit schießen. Er liegt mit dem U-Boot verdeckt vor meiner Stadt. Oh. Hat einen Instagram-Kill gemacht, ja, ja. Das ist menschlich. Überirdisch. Absolut. Absolut. Alter. Okay. Oh, ja. Das geht ja jetzt gut zur Sache. Krass einfach. So, bislang ein Siegkrieg. Ein Siegkrieg? Wusstest du nicht, dass im Krieg, es gibt es keine Gewinner? Nee, echt nicht. Das ist nicht richtig. Was, wenn ich das vorher gewusst hätte? Also, Nils, ich bin ja auch ganz ehrlich, das ist auch kompletter Bullshit. Ja, Nils, warum opferst du deine Galeren? Das herzt einer... Achso, da war nichts, die hatte nichts weiter von Bedeutung. Kann ich die nicht auch mal... Ja, 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 ja. Das ist ärgerlich. Wieso habe ich denn auch nicht? Das ist ja auch albern. Ich habe auch so viel Quatsch schon wieder gemacht. Wer macht das nicht? Gleichfalls. Aber das ist auch, ich meine, für die Leute da draußen, die das dann später bewerten. Ja. Wenn man das nicht gewohnt ist, diesen Zeitdruck, ne, das ist auch die Hölle. Aber schon hart, ja. Es ist wirklich heftig. Also muss man, finde ich, ganz klar sagen. Hey, wieso kannst du so weit schießen? Das verstehe ich nicht. Kriegschiffe können drei Felder weit schießen. Natürlich kann Kriegschiffe drei Felder weit schießen. Ja, shit. Oder meintest du was anderes? Ja, ich meinte genau das. Bladiewald, ja, ne? Du kannst aus einem guten Move sein. Ich auch. Du wirst auf jeden Fall eingehen in die Geschichte. Ja, das ist mir leider. Alter, du hast Flugzeuge? Ich fass das nicht. Was? Dieser überrollt mich hier mit Ungläubigem. Was? Der überrollt mich hier mit dem absoluten Hightech-Scheiß. Möglicherweise muss ich meinem Volk beichten, dass wir dieses Mal nicht genug in die Forschung investiert haben. Ist dem so. Ich habe viele Wahlversprechen gemacht. Ach, mach jetzt mal doch nicht sowas da. Ich habe meinem Volk wirklich viel gesagt. Leute, Forschung ist mir wichtig und sowas. Dann habe ich es doch lieber anderweitig verprasst, das Geld. Also, ja. Wählt mich trotzdem ist meine einzige Sache, die ich dazu zu sagen habe. Wählt mich trotzdem. Klopfte ich eigentlich noch. Was machst du eigentlich? Alter. Komm ich da noch irgendwie hinterher, was du hier machst? Hm? Scheiße. Tja, 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 tja. Oba, jetzt hat er auch eins. Joa, ich glaube, mein Abend ist demnächst vorbei. Oha. Dein Problem an der Front. So schnell schon. Ja, ja. Bist du wirklich überrollt? Ja, ich werde richtig überrollt, ja. Überflogen quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay, krass. Ich bin sehr froh, dass ich mich mit Andi immer so gut gestellt habe und wir Freundschaften ausgetauscht haben. Ja, das ist durchaus nicht gefunden, ja. Ja, das ist durchaus nicht gefunden, tatsächlich. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Das musst du nochmal betonen. Ja, jetzt, wo die Flugzeuge fliegen, will ich das nochmal betonen, richtig. Ach ja. Ach ja. Ja, gut vorbereitet. Hat mich völlig überrascht. Ja. Also traue ich mich schon überraschend. Ja. 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 Das ist endlich Krieg kippt. Mein Mitkrieg ist doch immer irgendwie spannender als UNF. Ja, das freut sich. Mike. Mein Stiefel in deinem Gesicht. Der Pietismus ist die einzig wahre Macht am religiösen Himmel. Es kann keine weitere neben dem Pietismus geben. Jetzt erklär den Krieg los. Ja, Bitch. Das ist doch gar nicht mehr das Problem hier. Nicht? Nee. Puh, 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 puh. Ich bewundere deine Einheiten. Ich guck, ich guck jetzt einfach nur mir das an. Wacht der, putzt der dich jetzt richtig weg gerade? Ja, absolut. Was? Andi! Ich werd einfach komplett aufgerollt, ja. Du kannst doch nicht den armen Stein hier weglöten. Joa, das ist schon okay. Ich mach das auch wirklich ungerne, aber... Das ist schon okay. Moment, du sagst ungern für einen Krieg, den du selbst erklärt hast zu einem selbst erfundenen Anlass? Ich wurde ungelogen jahrhundertelang provoziert hier, ja? So, so. Das muss ein furchtbares Gefühl gewesen sein. Ja. Bebe, du kannst mich verstehen, oder? Muss schlimm gewesen sein. Mich hat zwar niemand gedisst, aber ich habe andere gedisst. Ich kann es genau nachempfinden. Ja, also... Wenngleich auch aus der Täterperspektive. Aber mein Herz schlägt auch für dich. Danke. Mein Herz schlägt auch für dich. Wäre alles anders gekommen, wärst du mein Nachbar gewesen. Ich glaube auch. Vielleicht hätten wir dann ein Problem miteinander gehabt, aber... Ich glaube nicht. Ja, da ist er auch in Führung, der Andi. Ja, ja. Bei mehreren Siegvarianten. Er führt auch, glaube ich... Ja. Ja. Ist ja auch logisch. Wenn er mich jetzt komplett einnimmt, hat er einfach unfassbar viele Punkte. Ja. Ja, er ist leider... Er ist so weit weg von mir. Ich kann da nicht mal irgendwie sinnvoll... Ich habe ihn literally jetzt erst entdeckt, indem er was von dir eingenommen hat. Wow. Äh... Wie ist denn... Kann da jemand was gegen machen? WB, willst du nicht ein Held sein? Also ich könnte Steinwallen helfen, aber erst in 15 Runden, weil unsere Allianz läuft. Euch ist auch hundertprozentig klar, wenn ihr euch gegen mich verbindet habt, ihr gegen Maurice und WB ein Problem. Am Ende. Ja! Kann ich mal ganz kurz sagen, dass ich jetzt seit 5-6 Runden gegen deinen Gegner Krieg führe, ja? Wie oft habe ich dich in der Zeit lob gepriesen? Ja. Fast lobmütlich. Du glaubst, dass in der Zeit auch fast 90 Kampfkraft zu kriegen. Ja, aber meine Truppen werden ja eh von seinen fortgefegt. Ach so. Aber das hast du direkt aufgegeben. Naja, ich leg mich auf den Rücken und guck niedlich halt. Aber das Gefühl kenn ich. Das kenn ich, ja. Also Andi macht das echt gut mit 280 Forschungspunkten, das ist verdammt ein Brett. Und Sepp holt auch auf. Ja, dann Hauptsache du machst Bram und mich tot. In dieser Reihenfolge, genau. Ja, ich kann nichts dafür. Zuerst Bram hat mir gesagt, greif Nils an, dann greif ich Nils an, dann greif Bram mich an. Ich wollte das alles nicht. Ich denunziere dich dieser Lüge. Ein zweites Mal. Lüge ist so ein grausames Wort. Es ist genau das. Eine Lüge. Es ist das Schlimmste, was man tun kann. Lügen ist das Schlimmste. Lügen ist schlimmer als Mord. So, was ist hier los? Achso. Die stehen sich da am Wege. So ein. So ein. So ein. Ja. So wie es ist. Auf meiner Türchen Kriegsschiffe. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie ich die Kriegsschiffe wegfüge. Die können weiter schießen als ich. Mike fügt das. Also, Sepp hat gerade sechs Kriegsschiffe um Piez mit Golft. Eine süße Insel. Die eigentlich auch mein sein sollte. Ihr hört die aggressive Stimme von ihm? Alles. Ja, aber du bist auch... Es gab den Pietismus, ne? Das ist so wie... Es gibt die Katholiken. Und dann kamen die Evangelisten, die Protestanten und sagten, ja ne, wir glauben das gleich, aber ihr habt ja keine Ahnung. Es kann nicht zwei Religionen der gleichen Art geben. Nee. Das geht nicht. Das sieht man ja in der Weltgeschichte. Die Fantasiewelten sind völlig unterschiedlich. Ja. Also. Wir sind ja im Bereich der aufgeklärten Wissenschaft unterwegs. Ja. Ja. Grummel. Ich hätte einfach nie jetzt unter den Bus schmeißen sollen. Als ob der dich jetzt da hängen lässt, was ist denn das für ein Arsch? Meinst du mich? Also seitdem der Krieg angefangen hat, hat WB 300 Kampfkraft dazu gewonnen, würde ich sagen. Wenn ich pulsiert bin, bin ich zu ungeheuren Leistungen imstande. Guck doch selbst! Aber WB, was sagst du denn zu der Andi-Situation? Ich sage, ein Schritt nach dem anderen, ein Problem nach dem anderen. Die Andi-Situation. Können wir ja nach dem aktuellen Schritt vielleicht mal Rat halten über die Andi-Situation. Was können wir machen? Das Problem ist, der aktuelle Schritt wird gleich mit der Flankierung geendet sein. Welche Flankierung? Weckesuitet. Und warte dann. Oh, was machst du? Ja, warum ist meine Einheit da? Geil. Ich kämpfe irgendwo. Ah! Jetzt kommen hier schon die Bomben da. Jetzt hauen doch nicht ab mit dem Auto. Alter, der kann aber weit schießen. Holy shit. Drei Vögel noch. Der ist aber drei Zeit, alter Bomben. Ja, kommt hin. Kann ich doch alle markieren? Bb, ich muss dir was sagen, ja? Ich muss mal zu stehen. Als ich damals, ganz am Anfang, noch vor vielen hundert Jahren, gerade einen Fuß von dieser Insel gesetzt haben und Thebo gegründet worden ist. Ja. Da habe ich so eine weiße Linie am Nordrand meines Volkes gesehen. Da lag noch die große See dazwischen, ja? Ja. Danach hat mich der göttliche Moderator gezogen. Ich habe währenddessen, während der dabei war, entdeckt, mit wem ich mich da rumschlamminzeln muss. Meine direkte Aussage darauf war, mein Leben ist ab jetzt scheiße. Ach. Weiß ich nicht. Das habe ich gesagt. Ja. Wobei vielleicht also sinngemäß. Ich möchte mich da jetzt nicht selbst komplett zitieren. Bei Huhn aus. Ja, man kann auch clippen und dann kriegt man irgendwie so einen Clip eingespielt und dann sagt, ich bin der Allerdummste oder so. Ich bin relativ dumm sogar. Ja. Das wurde gesagt. Das ist irritierend, wenn deine eigene Stimme plötzlich so aus dem Off kommt. Aber wie gesagt, verdient. Von daher. Ja. Äh, Andi, ich habe dir mal ein Angebot geschickt. Das, ja, aber was soll ich damit? Okay. Ah doch, ich sehe, was ich damit soll. Die Insel, die du da oben wirst, sehr reich an Rohstoffen und reich an Wundern. Da schnaubt er. Da schnaubt er. Die Ausführungsallianz, richtig. 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 Aber wir sind auch befreundet. Richtig. Bist du angegriffen? Habe ich was nicht mitbekommen? Oh, der Weltkongress. Das ist schon der Stadt. Wenn jetzt der Weltkongress dazwischen kommt. Ja. Oh. Man muss ja auch mal Diplomatie weiten lassen hier. Hören Sie mit Schiffe schwächen oder sowas? Nee, geht gar nicht, ne? Nee. Und jetzt würde sich Schottland sehr über diese Handelsangelegenheit freuen, muss ich sagen. Warum sind Schiffe gar nicht dabei bei diesem ganzen... Das ist der Quatsch. Stimmt, die Schiffsaal... Das gibt, glaube ich, immer nur... Dann Fernkampfschwächen, oder? Das ist ja cool. Ja. Es ist so eine Sache, ne? Das hat Vor- und Nachfragen. Ja, genau. Und ich finde, Handelswege zu Brammen sind eine gute Sache. Ja, Brammen ist doch jetzt, also... Nicht auf jeden Fall zu weit weg. Ich finde mich auch eine gute Sache. Also nix gegen Brammen, ne? Ich wäre gerne bereit... Ah, du bist am Anfang schon bereit, Alter. 25 Gold in einer Armee ist ein Witz. Obwohl ich gestern gefickt werde, wie sonst was. Steck ich dich immer noch in die Tasche. Das weiß ich nicht. Also ich habe sechs Kriegsschiffe. Weiß nicht. Oh, sechs Kriegsschiffe und nur 619... Ja. Ich bin eine Lüge. Okay. Also Andi spielt das mit dem Forschungsvorsprung und mit der passenden Kulturforschung echt gut aus. Kann man nicht anders sagen. Schickt gerne eure Handelswut nach Schottland. Wir haben gute Angebote für euch. Finde ich gut. Ja. Boah. Boah. Welche Technologien sind denn die Kriegsschiffe? Kriegsschiffe. Ich sehe hier schon Flugzeuge. Müssten die nicht vorher kommen? Ja. Ei, ei, ei. Auch mal wieder was versenkt. Gibt es noch beim Urlaub? Nein. So was ist das? Hm. Wie du mittlerweile fast 3000 Kampfkraft hast. Während wir im Krieg sind, Alter. Was ist sick, ne? Wie schnell der da einfach die Schiffe rauspumpt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das Schiffe sind, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, vielleicht sind es auch schon die Toos Roboter. Ich glaube, es dürften aber recht viele Schiffe sein, weil er die halt so schnell produzieren kann. Ja. Ja, gut, dass ich alle meine Städte, mit Ausnahme von einem, so gesetzt habe. Am Wasser raus. Dass er da einfach reinfahren kann. Kannst du die Bombarde sparen, BB. Das hatte ich ja letztes Mal auch. Das war echt belastend. Hm. You are welcome. Das ist unangenehm. Wem sagt dir das? Ey, das ist unnötig. Ja, wenn du mir, mach mir ein Friedensangebot und wir reden drüber. Ja, okay. Ja? Dann lass uns doch ins Separee gehen. Ja, okay. Einmal rüber. Also ich erinnere mal ganz kurz, Bram hat sich eben heldenmütig vor der Leben geworfen. Das werde ich nicht vergessen. Also du würdest mir einen Frieden unter uns an. Was? Und finde ich cool. Mach das. Fass im Backstep. Ey, ey, was bist du dich da ständig in Konflikte ein, mit denen du nichts zu tun hast? Das ist ja unfassbar, du Grieber-Schlangenzunge. Das ist einfach ein pragmatisches Politikverständnis. Ist okay. Die Folge nehmen wir nachher auf Pete Smith, warum Nils ein Arsch ist. Ich werde... Wirklich. Ey, ich werde alles, was mir zur Verfügung steht, schützend vor den Restleib Ramm inschmeißen. Das ist ja gelogen. Peter, wir wollen miteinander reden. Ich meine, das ist natürlich eine einfache Aussage, wenn du nichts hast, was dir zur Verfügung steht. Oh, endlich ein bisschen Ruhe. Dieses Gekalfe im Hintergrund. Das war nicht auszuhalten. Endlich sind wir allein, oder? Endlich die Erwachsenen unter sich. Das freut mich so sehr. Wenn ich vorab ein Kompliment machen darf, aber als Ältester in der Runde, für mich bist du gefühlt vom Niveau her und auch sonst insgesamt vom Auftreten der zweite Älteste in der Runde. Ich würde dich so auf Ende 50 schätzen, im Geiste und in der Ausstrahlung. Du, das ist das Schönste, was je jemand zu mir gesagt hat. Ja, ich weiß. Ich will mich recht herzlich dafür bedanken. Ja, ich weiß, sagt er doch noch. Es kam von Herzen. Ja, also wir brauchen natürlich nicht so tun, als wenn es hier ausgeglichene Stärkeverhältnisse gäbe. Von daher bist du in der Situation, dass du am Ende natürlich die Bedingungen diktierst. Das ist ja völlig klar. Ich möchte aber zu Bedenken geben, dass es durchaus auch Argumente gibt, weshalb du mich nicht vernichten solltest. Und dazu zählt zum einen, dass Bram und ich unterwürfig kriechend dir zum Sieg verhelfen könnten, weil du natürlich mit Andi ganz krass und aber auch mit Maurice um den Sieg kämpfen wirst. Und da ist die Frage, was hilft dir mehr? Verbündete oder zerbombte Städte? Verstehe ich dich richtig, dass du für Brammen mitverhandelst? Ja. Das ist weiß im Augenblick. Ja, ich bin ein Mann des Wortes und ich werde diese Geste Bramens nicht unbeantwortet lassen und werde für ihn kämpfen mit dem bis zum letzten Atemzug. Lockst du mich jetzt? Argumentierst du jetzt? Du rufst du jetzt? Schmeichelst du jetzt? Das ist zu viel. Ich habe einen ganz kleinen Kopf. Das ist viel zu viel Input. Eine Strategie, nicht vier auf einmal. Eine Strategie. Ja, ich würde dir gerne anbieten, dass wir gemeinsame Sache machen. Brammen muss in jedem Fall dabei sein. Und dann können wir gegen die anderen zu Felde ziehen und hoffentlich mit einem guten Endergebnis. Ach, das ist immer sehr traurig. Ich hatte gehofft, du wolltest Brammen in den Rücken fallen. Nein! Das wäre interessant gewesen. Nein, nein, das mache ich nicht. Das waren jetzt, ich sage es ganz höflich und freundlich, für mich persönlich drei Minuten verschwendete Lebenszeit. Es tut mir echt leid. Du hast ja auch nicht mehr so viel davon. Ja, es geht nicht. Also das geht nicht. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Brammen wird von mir verraten. Nein. Hätte ich gesagt, das ist ein pragmatischer Geist. Das ist ehrenhaft. Der weiß, wie er mit Ressourcen sparsam und effizienter eingeht. Das hätte für mich reines Respekt bekommen von mir. Also ich werde auf keinen Fall werde ich Brammen. Das mache ich nicht. Nee, dann nicht. Tut mir sehr leid. Tschüss Nils. Tschüss. Liebe Grüße. Tschüss. Alles. vor mir steht. Das ist genau meine Befürchtung, Brammen, leider. Deswegen. Aber, Maurice, dann tu doch auch was. Ich bin am anderen Ende der Welt. Von Writing Bull, das kann nicht sein. Weil Steinwallen, Writing Bull ist überhaupt gar nicht das Problem. Writing Bull ist nicht das Problem. Andi ist das Problem. So sieht's aus. Andi ist kein Problem. Und Andi ist leider weit weg von mir. Ja, sagst du mit, ihr seid so unwissende Plebs. Ach, Quatsch. Ihr habt alle keine Ahnung, was in der echten Welt passiert. Nein, nein. Komisches kleines Fickspielzeug, was ihr da macht. Ihr könnt ja alle sonst wo hinschicken. Alter, weißt du, was hier beim Hilfen vor der Tür steht? Das ist, das ist also, hm. Ja. Er hat halt auch 3000 Kampfkraft, das ist jetzt nicht so wenig. Ach so. Hey, das ist mir bewusst. Aber ich mein, schau dir, was ich habe. Da kann ich gerade nicht reinrennen. Nee, muss auch nicht reinrennen. Boah, eine dunkle Seite, Alter. Wie furchtbar. Ich weiß überhaupt nicht warum. Wirklich, oder? So. Was macht man in der Situation? Jetzt können wir beide jetzt irgendwie auf den anderen gehen, WB, jetzt nachdem wir uns ein bisschen aufgereibt haben. Du schlägst mir jetzt einen Partikularfrieden vor an Nils vorbei, weil der, der gerade in den Rücken gefallen ist. Ja, also von mir aus gegen irgendeinen deiner Wahl. Ja, also gegen Nils dann. Du schlägst es dann auch, ja. Ja, weil du gerade erlebt hast, dass Nils in diesen Geheimverhandlungen, du kannst ja denken, worüber wir geredet haben. Ich bin aber jetzt angewiesen. Nils hat mir auch, Nils hat natürlich gesagt, sowas wie, yo, pass auf, Digga, lass mal Frieden machen, du kannst Brammsländereien haben, da verlässt du mich in Ruhe. Als ob du dabei gewesen wärst. Pass auf. Vielleicht. Bram, ich sterbe gerne auf dem Schlachtfeld, aber ich sterbe nicht auf dem Schlachtfeld der Lüge. Okay. Was hast du denn gerade angeboten im Gespräch, um mich zu verraten, nachdem ich mich vor dich geschmissen hab? Ich hab, ähm, ich sag dir genau, wie's gewesen ist und ich schwöre, der Chat kannst dir hinterher, du kannst dir als VOD angucken und wir in die nächsten Sessions dann mit reinnehmen, wem du glauben kannst und wem nicht. Ich hab, ähm, Writing Ball angeboten, dass, unter der Voraussetzung, dass er dich verschont, ich und dann hoffentlich auch du quasi ihm als militärische Vasallen dienen, um anderen hochambitionierten Mitspielern in diesem Kreise einen Stock in die Speichen zu stecken, auf das sie im Wettrennen des Sieges zurückfallen im Vergleich mit ihm und die Voraussetzung war, dass er von uns ablässt. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich verschwende meine Zeit, ich hätte von dir erwartet, dass du Brammen verrätst, dann hätte ich das gemacht, aber weil du Brammen nicht verraten hast, ähm, vertöde ich dich jetzt. Das waren seine Worte, ich schwöre und du kannst es im Biodi nachgucken, ich habe bis zum letzten Atemzug um dich gekämpft mit allen diplomatischen Mitteln, die ich hatte, leider ist meine Schwerter stummellig. Ähm, und ich sag nur, ähm, das Wiodi wird nicht lügen. Guckst du an? Brammen, wie wahrscheinlich hältst du diese Aussage? Also ich muss jetzt was sagen, jetzt die Geschichte, die ist, also, die ist halt schon lang. Naja, es waren ja drei, vier Minuten. Aber das spricht ja vielleicht dafür, dass sie wahr ist, weil eine Lüge kann man sich ja kurz und schnell ausdenken. Also ich schaue BB ja alles zu, aber das, erhört auf mich zukommt. Moment, also was auch Wunderbarkeit, was schnell nochmal zusammenzufassen. Der ist auf dich zugekommen, hat gesagt, pass auf, wir können Frieden machen unter der Prämisse, dass du mir in den Rücken fällst, obwohl du dich nicht verseitern kannst. Nee, 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 nee. Ich hab, äh, ich bin quasi kriechend äh, auf ihn zu und hab gesagt, pass auf, du kannst uns natürlich vernichten, äh, du musst dich entscheiden, ich kann das eh nicht, ähm, die abnehmen, weil am Ende bist du in der Position der Stärke. Entweder du machst uns platt und, äh, sammelst unsere, äh, vor, hitzeglühenden Städte ein oder du sammelst uns diplomatisch ein und wir helfen dir quasi dein Ziel zu erreichen, hier heute Abend zu gewinnen unter der Voraussetzung, dass er dich in Ruhe lässt und mich auch. Und dann hat er gesagt, aha, ich hab quasi kein, ich hab jeden Respekt vor dir verloren, wenn du wortwörtlich pragmatisch gewesen wärst und er hat es nur versucht, dich zu retten, äh, hätte ich das gemacht, aber dadurch, dass du, äh, Bram, äh, versuchst zu retten, hab ich den Respekt verloren und deswegen, äh, mach ich dich jetzt platt. Das waren, das waren seine Worte und ich kann dir nichts dafür, was er gesagt hat. Ich sag dir nur, was er gesagt hat. Es waren verblüffend viele Worte in sehr langer Zeit und, ja. Ich hab nichts verstanden. Man kann es sich angucken, also, was soll ich sagen? Man kann es sich alles angucken. So, ich hab mir jetzt mal Kaffee eingegossen. Anni, ich hoffe, du machst mich dann auch richtig fertig so. Ich sag dir auch, wo alle meine Städte sind und so. Boah. Ja, ja, natürlich. Wie hast du das gemacht? Also, ich hab, also, tatsächlich hab ich nicht vor, dich da mit einer statt, irgendwie da mit drei oder so. Du, Bram, ich bin dir nicht böse, wenn du, wenn du mich, äh, verrätst. Ich will nur nicht, dass du das aus den falschen Gründen machst. Okay? Ich will dich nicht verraten. Ich kann dich gar nicht verraten. Ich hab mich schon vor dich geschmissen. Ja, eben. Ich kann dich nicht mehr verraten. Ich kann dich nur noch fallen lassen und du weißt, was gerade vor mir steht? Ja, ich weiß. Egal, was so kleine Scharmützel Andi Knight da hinten macht, ja, alles, Pussis. Alles Pussis. Nur die Einheiten, die ich sehe, sind schon so krank, mehr, als was der ganze Rest der Welt hat gerade. Nee, du unterschätzt aber Quantität und Qualität. Was, Andi Knight kommt hier halt mit wirklich Hightech an. Ja, vor allem Andi Knight hat auch richtig viele Punkte, das muss Writing wohl ja erstmal wegfläsen. Das ist halt auch nochmal, ja, weil er mein schönes, großes, schön entwickeltes Reich. Andi Knight hat 891 Kampfkraft. Writing Bull steht hier mit einem Level 2 Sterne Kriegsschiffflotte. Ja, ja, das ist schon, naja. Ja, was willst du mir sagen? Das ist nix, oder was? Davon nicht nur eine, wohlgemerkt, sondern Knight. Welt, Millionen. Bram, das Angebot, das Nils eben gemacht hat, habe ich abgelehnt. Kannst dir dir vorstellen, das war selbst für meine Verhältnisse. Das verstehe ich auch, das ist komplett unter deiner Würde. Das ist für meine Verhältnisse, das ist etwas over the top einfach. Obwohl ich sag, der Nutznießer wäre, das ist ja komplett schlecht. Guck mal, immerhin, WB, verhandelt noch. Ja, die Arme, die kann ich noch verhandeln. Guck mal, im Krieg habe ich gerade die Kultur von Spectator besiegt. Stark. Wir wissen beide, das ist jetzt ein Akt, ein Akt auf keinen, das ist also im Prinzip kannst du mir schon diktieren, wie das laufen soll, also ich werde dann was sein oder du killst mich. Sagen wir realistisch. Möchtest du Vorschläge machen? Ja, ich glaube, ich habe gerade alle Möglichkeiten, die existieren. Bitte, möchtest du mal Bram und mich in Separi führen? Das könntest du doch auch offen verhandeln. Naja. Ah, vielleicht gibt da jetzt gleich für irgendjemanden Backlash. Ja. Bab, 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 Nils? Ja? Ich hoffe, du produzierst irgendwas, weil ich glaube, das könnte richtig auf die Fresse geben. Ja, ich kriege doch so oder so. Das ist Motivation. Du glaubst doch nicht im Ernst, was glaubst du denn, was ich noch machen kann? Ja, richtig einen Wegwämsen. Richtig einen Wegwämsen. Ich habe der erst technologisch so weit weg von mir und da rein auch quantitativ, dass es, ich kann nur versuchen, so lange wie möglich standzuhalten und das so herauszuzögern, dass ein Mensch meiner Wahl die Zeit hat, aufzuholen und dann abzustauben. Das ist ja wirklich so erbarmend von dir. Aber die Frage ist, ist man nicht, findet man das nicht eigentlich gut, wenn derjenige, der einen fertig macht, auch gewinnt? Warum? Was ist denn das für ein Stockholm-Syndrom? Naja, weil hat man immerhin gegen den Verlierer verloren und, ähm, den Gewinner gewonnen. Und nicht gegen, stell dir vor, du verlierst immer besser. Ja, so rum, okay. Und stell dir vor, du verlierst gegen den zweitschlechtesten oder so. Nee, sorry. Das ist schwierig. Nee. Da geh ich nicht mit, also, weiß nicht, was du für ein krankes Hirn hast, aber, da geh ich nicht mit. Ich würde das nachvollziehbar. Es gab keinen Deal. Aber ich sage der Weltbevölkerung, auf meinem Sterbebett, Andi, nein, das ist gerade nicht das größte Problem. Und irgendwann wird man sagen, der Prophet hat uns gewarnt. Das stimmt. Ich möchte ganz kurz erwähnen, dass, dass halt aus, äh, Armadern, die, äh, aus Flotten, die Armada geworden ist bei Kriegsschiffen. Oh Gott. Oh je. Ich glaube, das tut weh, oder? Nee. Nee, das tut echt weh. Ich dachte, das tut sehr weh. Ach Gott, ey. B, B, O, W. Alter. Oh je. genau. Oh geil. Atombomben. Wollen wir da rein? Ja. Geile Atombombe. Die Sätze, die hier in diesen Runden fallen, sind oft doch sehr fragwürdig. Das muss man sagen. Fenster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sollten alle auf Maurice gehen. Was? Was? Na ja, immerhin kann ich bald wieder mein Chat sehen. Wirklich. Ich sehe ihn schon. Eine gute Sache wenigstens. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist es auch gar nicht so nett. Oh Gott. Wir sind wirklich so schlimm, Stefan. Es ist so, dass ich jetzt nur noch Kaffee trinke. Ich leiste keinen Widerstand mehr. Ach. Es ist zwecklos. Was soll ich jetzt noch irgendwelche Opelstädte jetzt sagen, dass sie noch ein Monument bauen soll im Moment des Runtergangs oder so? Oder ein armseliger Linieninfantrist. Nils, weißt du, mit dem ihr helfen könntest wenigstens? Ja, wie? Wie wert, wenn du mir 6344 Gold rüberwachsen lässt? Die brauche ich jetzt. Was? Ja, hallo, ich spare hier. Wie viel Geld, ja. Der Maurice hat aber auch ordentlich Geld, wenn ich das so sehe. Ja, ich habe tatsächlich gut Geld. Ne, ich brauche die wirklich, ich habe die aus dem Grund angespart, weil ich die Truppen modernisieren muss gleich. Das ist der wahre Grund. B, Wollen wir vielleicht mal ins Separee gehen? Ne. Nicht? Ne, ich habe einfach keine Zeit. Andere Leute wollen Leute mit mir reden, ich muss aber Köpfe einschlagen und Schiffe abfackeln. Okay, das ist ein Ernst. Also bei irgendeinem guten Anlass wirklich, aber gerade geht es gar nicht. Tut mir echt leid, ich will nicht der Spielverderber sein. Ich kann das verstehen, du bist ein vielbeschäftigter Schlechter. Ja. Das ist nun mal so. Also ich nehme von der Weltgemeinschaft finanzielle Unterstützung gerne ab. Und ich werbe dafür. Ich muss aber Andi vor allem auch einfach respektieren. Vorher war es noch knapp mit uns punktemäßig. Ja gut, er nimmt jetzt die ganzen Steinwallenstädte. Ja klar, der schnackt sich hier alles, was Steinwallen je erbaut hat. Städte und Bevölkerung sind halt die meisten Punktequellen. Und ich hatte ziemlich viele Städte. Ja, ja. Es ist ein Problem. Aber so ist es. Aber Nils hat sich ja noch Nierenstein geholt. Das ist ja auch noch eine schöne Wendung der Geschichte. Aber das war eine freie Stadt. Ja, das war eine freie Stadt. Ja. Ja, das war so ein bisschen der Kipppunkt bei mir. Ich hatte ein Douglas-Zeitalter in einem Moment, wo ich drei Städte quasi durch Rebellion fast verloren hätte oder verloren hätte. Aber das ist auch demütigend, ne? Wenn bevor der Invasor kommt, die eigene Bevölkerung sagt so, nee, sorry, ich hab... Naja, warte mal, anders. Das wurde ja vom Invasor genutzt, diese Situation. Hm. Ja. Aschloch. Nein. Ups. Ich stell die Frage ja nochmal in Boris, wollen wir kurz reden? Äh, das können wir durchaus machen. Spitze. Ernsthaft? Äh, wer wollte reden, Entschuldigung? Wollte jemand reden? Maurice und ich. Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Oh, dann werde ich die mal wieder abreißen. Schade. So, so. Ey, Leute. Ist doch klar, was passiert. Leer uns auf, Nils. Ja. Schweigeschatten der wilden Worte rund um das imperialistische, ähm, Treiben des WBs machen sich natürlich jetzt hier Andi und auch Maurice große Hoffnung. Ja. Ihr könnt auch um die Kleinen werben, ich sag's nur. Also es gibt eine Alternative zur Auslöschung und Einverleibung der Städte. Es gibt noch Alternativen dazu, friedliche Alternativen dazu und ich bin eine dieser Alternativen, ich sag's nur, ich bin auf dem, auf dem Markt Platz mit einem sehr geringen Preisschild steh ich da und man kann mich kaufen. Kaufen um was zu tun. Als Gaukler? Wie wollt ihr gewinnen? Als was wollt ihr gewinnen? Als Meister der Asche? Als Herr des Krieges? Als Fürster Finsternis? Oder wollt ihr, auch wenn's schwerer wiegt als das Schwert, die Fahne der Gerechtigkeit und der Freiheit tragen? Wer wollt ihr sein? Als wer wollt ihr in die Geschichte? Ich möchte nicht der sein, der gehängt wird, also. Aber ich find das gut, dass du um uns buhlst. Also ich geh da später vielleicht drauf ein. Mhm, okay. Alles klar. Weil dein Bankkonto, das sieht auf jeden Fall gut gefüllt aus. Das schmeiß ich noch in den Ozean, bevor ich erobert werde. Das ist noch das One Piece dann, ne? Ja. So, so. Ach ja. Ich habe irgendwo zig große Persönlichkeiten irgendwo rumstehen. Stationiert. Wir kommen im automatischen Einheitendurchlauf überhaupt nicht, irgendwas mit denen zu machen. Ah, ein Bankstep von denen? Weißt du, das ist echt krass. Du hast so viele große Persönlichkeiten, nur die eine, die du wirklich brauchst, besitzt du nicht. Meinst du dich? Nein, das war jetzt ein Spiegelwitz. Das geht doch nicht. Möchtest du mal ein Angebot machen, das ein bisschen besser ist als das letzte? Ich werde Bram nicht unter die Räder schmeißen. Äh, Andi, ich habe noch zwei Städte im Westen auf so einer kleinen Insel. Oh, die mache ich gleich. Puh, okay. Westlich von Steintor und südöstlich von Steintor. Du jetzt hier die verrätst, ey. Ja, natürlich. Also, wenn, wenn mich jemand hier schon so, wenn mich jemand hier so voll überrollt, dann soll er auch es komplett machen und davon profitieren. will ich schon richtig. Alter, als wenn Sepp jetzt Steinbein hier hinterrückst und mal den Krieger klettert, hat er so richtig reudig. Alter, zwei Inseln direkt neben Main, die drei Felder groß sind. Ich wusste wirklich nicht. Ich dachte, es gibt noch Eier, aber habe ich mich wohl getäuscht. Nein, Eier verloren. Da wird eiskalt abgestaubt. Da wird einfach nur abgesnackt noch. Da bin überhaupt nicht mehr Ich finde, das ist strategisch einfach nicht gut, wenn Andi da die Städte hat. Ich finde, Andi soll es auch weiter wollen gegen Nils, wo er jetzt schon in Schwung ist. Andi, du bist der Stärkste. Es wird irgendwann, du bist jetzt, du hast jetzt die Zielscheibe aufgehangen. Ich sage immer noch nicht tatsächlich, dass ich die Zielscheibe hier haben sollte. Ne, das sage ich auch nicht, aber du hast sie dir umgehangen. Aber wer sollte sie denn haben? Nils. Nils, ich sage dir, wer das ist, wenn ich könnte. Ja. Ich würde dich jetzt wegflenken. Darf ich dir mal was fragen? Du sendest mir wirklich Mixed Signals. Du bist so wie jemand, der einem erst ins Gesicht schlag und dann küsst er einen und dann schlägt er wieder zu. Und ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich müsste den Brief an Dr. Sommer schreiben. Du kannst den Brief an Dr. Sommer schreiben, gerne mit dem Blut deiner Feinde. Oh, 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 okay. Au. Das ist eine Ansage. Man merkt ja eigentlich, Entschuldigung, ich spreche mit vollem Mund an dem Sonnenjum. Aber man merkt ja einfach, wie ruhig Maurice ist. Ja, erschreckend ruhig. Merkt ihr das? Wie versuchst du jetzt aus mir ein Problem zu machen? Weil ich dich kenne. Sobald du die Klappe hältst, planst du perfides. Ich dachte, wir waren Freunde, Kameraden, Nils. Und wo warst du, als die Westfold fiel, mein Freund? Naja, wo warst du, als die Westfold fiel? Ist doch erst mal die Frage. Nein, die Steinfurt heißt das. Hat jemals ein Soldatenstiefel, der nicht deine Farben trägt, deine Grenzen verletzt? Nee. Na, also. Friede. Aber andere Leute leiden gerade. Brammen, ich. Wieso leidest du denn? Du hast mir einfach den Krieg erklärt. Ich dachte, du machst doch gar nichts. Wo ist dein Leid? Wo habe ich dir denn den Krieg erklärt? Entschuldigung, Sepp hat mir den Krieg erklärt. Alter, wie die Geschichte einfach ungünstend verändert wird. Das ist frech. Du bist ein armes Opfer der Umstände. Definitiv. Anni, wenn du noch meine zwei Städte haben wirst, musst du dich jetzt beeilen. Ich habe gesagt, die kann Sepp haben. Achso, ihr habt ihr euch aufgeteilt. alles klar. Ja, das macht auch, glaube ich, für ihn mehr Sinn, sich auf dich zu konzentrieren jetzt erstmal. Auf mich? Nee, das macht keinen Sinn. sind wir bisher echt gute Partner. Richtig. Okay, B, womit kommst du gleich um die Ecke? Also im Augenblick mit gar nichts, weil ich komme einfach, auch wenn das doof klingt, ich komme einfach nicht dazu, all die Einheiten zu ziehen. Oh Gott. Da bleibt ständig irgendwo was liegen. Ich habe das Gefühl, ich werde im Laufe des Krieges immer schwächer, weil selbst mit aktiviertem automatischem Durchlauf komme einfach nicht hinterher. Ich verstehe das. Es tut mir total leid, kann ich irgendwas für dich tun? Ich meine, WB hat nicht mal gemerkt, dass er den Krieger klärt hat vor zwei Runden. Wow! Ja, das ist ja nicht von Mike so schmeißkriege gegen LKW. dass du mir das sagst. Nee, ich habe das getan, ich habe das getan in der Hoffnung, dass er rüberkommt und Sepp wegklatscht, weil Sepp mich genervt und ich dachte, WB ist sein. Ach so. Und deswegen erklärst du den den Krieg, der dich retten soll. Das ist ein Plan. Ja, heute haben wir alles schon was soll ich denn sonst tun? Ich meine, du bist einer hier am Tisch, der hat auch Ehre. Ich meine, WB ehrlicherweise auch, muss man sagen. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Er verteidigt sich gegen mich als Aggressor, aber jetzt ist hier das Loch. Das möchte ich nur ganz kurz sagen. Er hätte mir wenigstens die Kohle geben können, damit ich mich verteidigen kann. Aber mal freuen. Einen besten muss er sich aufbauen. Mein Freund. Wie der weiße Hertha Maurice schon sagte, ja, bitteschön. Relativ dumm sogar. So ohne Weg. Wie ich für dich gekämpft habe, ey, wie ein Bär. Wie du mich gekämpft hast, ey. Unglaublich. Wie eine Mutter. Wo warst du als die beste Frau? Oh Gott. Bram. Ja? Lass uns doch nochmal ins Separé gehen. Was willst du von? Ich will nicht mit dir ins Separé gehen. Ja, okay. Was ist denn der Separéigkeit hast du verloren? Oh, ho, 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 ho. Ja, das ist okay. Ich verstehe es. Das ist, ähm, ist in Ordnung. Ich mache dir keinen Vorwurf. Alter, wie schnell der Anleitung ist. Wo warst du, wo warst du, als Rohan gerufen hat, ja? Hey, lass dich nicht bewegen, Junge. Lauf. Wieso können die sich nicht bewegen? Hast du mich gestunnt? Ist das eigentlich gerade richtig, dass die Stadt GTA-Verstecken gerade unabhängig geworden ist? Ja, ja. Ja, weil Sep nix halten kann. Nein, weil ich, ach, was ist der? Das habe ich verloren. Okay. Moment, was habe ich diesmal verloren? So, mein Unterseeboot. Na gut. Ich muss aber an der Stelle wirklich ganz ehrlich sagen, Bram, echt größten Respekt, dass du dich so lange hältst. Bram hat, das ist echt cool. Ich muss zugeben, es hängt bei mir auch daran, ich produziere genauso viele Kohle, wie ich habe. Plus 13. Ich kriege nichts nicht übers Herz. Soll ich dir welche geben? Dann braucht du eine Kohle. Ja, schenk mir eine Kohle und ich verspreche dir irgendwas. Eine Kohle reicht. Ich schenke dir eine Kohle und du gehst mit einem und du hast auch nichts. Also, ich verspreche dir, er schenkt mir eine Kohle und es geht schneller. Ja, das ist ja lehm. Ist ein Deal? Ist ein Deal. Das ist wahrscheinlich auch true. Das ist ein Deal, den du ablehnen kannst. Ja, habe ich so eben. Aber der war mir nicht so ehrlich. Der ist halt nicht so zwiegespalten wie von Grima Schlangenzunge. Wer ist nochmal Grima Schlangenzunge? Du meinst sicherlich nicht mich, deinen guten Freund, oder? Mein guter Freund. 7200. Nur weil du jetzt mittlerweile bei 900 Angriffskraft hast, meinst du, du bist jemand, ja? Ja, wow. Ja, vielleicht kann ich dir ja noch helfen. Vielleicht komme ich ja noch rum und in letzter Sekunde, das ist doch auch so in dem Film, da haben die doch eigentlich schon verloren. Ich kann doch nicht kommen, das muss doch richtig dramatisch sein. Das ist richtig. Ey, es wird vollkommen okay. Bist du ausgestattet gegen eine Unterseeflocken, Armada und gegen Kriegsschiff Armada? Vielleicht. Also gegen zwei und drei Sterne? Der einzige Stern, der mir wichtig ist, bist du. Ach, halt. Oh Gott. So charmant. Jetzt wird es auch noch armontisch hier. Ich bin gerührt. Schwierig. Sag mal, Gaius, was ist eigentlich deine Aufgabe hier in dieser Welt? Meine Aufgabe ist gerade noch, in den ich gefunden habe, zu kolonisieren. Ich dachte, wir beide sind die Schwächsten hier in der Runde, halten zusammen nebeneinander, aber du siehst ja gerade, dass Sepp über mich herpflügt, was er sehr gut macht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Aber wenn ich, wenn ich weg bin, Gaius, bist du der Nächste. Ja, und in dem Sinne baue ich jetzt sozusagen meine Verteidigung und meine Armee auf um mich dann zu verteidigen, um zu überleben. sind zusammen jetzt gegen Sepp vorzugehen, als dass er uns nach und nach weg macht und deine untertechnologisierte BDK macht wird dann weggepflügt. Jetzt kommen wir hier. Ist dies so untertechnologisiert? Ich weiß ja nicht, was Sepp hat. Bin auch einiges. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Oder Einschätzung. Ich würde behaupten, wir sind ungefähr auf einem Level und Sepp ist ein paar Level drüber. Und wenn wir jetzt nichts machen, dann... So, Nils, gönnen wir das mal bitte. Wo bist du denn? Dein Angebot. Ach du Scheiß, jetzt war's. Warte mal, bist du Hedwig? Nee, ne? Ich bin Klo. Das ist eine Eule, die gekommen ist. Warte mal, Herr Vater, ich habe dir diese ganzen Scheiß-Nachrichten, die haben sich ange... So, Gallenstein hält noch am längsten durch. Da. Der ist der letzte Vorposten der indischen Zivilisation. Das hält sich in der Regel auch sehr hartnäckig, ja. Ich möchte auch mal gewürdigt wissen, dass ich Gammie ganz gut gewollpaid hab, oder? Ja. Könntest du bitte das noch annehmen? Wirklich? Riedlicher Regie, macht nix. Noch verraten, wo die Städte sind? Wenigstens das, ja. Warte, warte, weil ich guck. Ja, klar können wir machen. Was hat das zur Auswirkung? Weiß ich nicht. Dass wir fünf mehr Kampfkraft kriegen. Ey, ganz kurz, meine Damen und Herren, darf ich kurz ans Pult der Vereinten Nationen treten. Ich möchte hiermit verkünden, dass mein sehr guter Freund und Säbelgefährte Brammen und ich soeben eine in tiefer Freundschaft geschmiedete Allianz verkünden und auch leben und kämpfen wollen. Und wenn wir untergehen, wenn unsere Schiffe sinken und zu Korallenriffs werden, dann werden sie das in Würde und Ehre tun, mit Mut, und nicht mit kriecherischen Angeboten an den Aggressor. Ich bin fertig. Danke schön. Eine schöne Rede. Ja. Wow. Brammen ist der völlig egal, wie er eben versucht hat, dich im Zweihergespräch mit mir zu verraten und zu verkaufen. Alter, Jeno, du hast mich verkauft. Ja, ich bin, also ich hab, das Einzige, was ich daraus für mich mitgenommen habe, ist, dass ich wohl mental die Wanderhure hier bin. Jeder verkauft mich. Nein, Brammen, das stimmt nicht. Ich habe dich nicht verkauft. Ich finde, ja, ich konnte dich nicht mit den Truppen unterstützen, die du gebraucht und auch verdient gehabt hast. Das ist mein großes Versäumnis, dass meine Armee nicht groß war, weil mein Vertrauen umso größer war in die Welt, in die Welt, die mich verraten hat. Ja, ich hätte für dich da sein müssen, als du deinen Leib heldenmutig vor mich geschmissen hast, aber wäre es überhaupt nötig gewesen, dass du dein Leib vor mich schmeißt, wenn ich Armeen gehabt hätte, um mich zu verteidigen? Nee, genau, wird eben nicht nötig gewesen. Also, ich versuche alles. Das ist doch sehr lieb. Ich versuche alles. Ich habe auch nicht vor, jetzt aufzuhören. Hör nicht auf, kippt nicht auf. Meine Damen und Herren, es liegt eindeutig Andi Neid vorne. Maurice, möchtest du als der Vorjahres-Sieger oder Sieger aus dem Frühjahr eventuell uns allen mal einen Vorschlag machen, wie wir Andi Neid in die Schranken weisen könnten? Alle druff wäre mein Vorschlag. Normalerweise würde ich sagen, Piet, zieh mal alle rüber ins Separee außer Andi, aber stattdessen kannst du auch herablassen und sagen, Andi, raus mit dir. Ja, Maurice, denk dran, was ich gesagt habe. Ja, ich finde das gut. Okay, ich schiebe ihn mal kurz raus. Oha. Ihr könnt reden. Im Ernst, also er gewinnt gleich. Also ich schlage vor, für x Runden machen wir nichts und irgendwas. Genau, was heißt denn gleich? Was gewinnt er denn? Er liegt einfach, der wird einen Wissenschaftssieg bekommen, auch durch die Eroberung der Städte liegt er uneinholbar dann vorne. Er räumt alles ab, er hat das genau richtig gemacht, er hat einfach gebildert, 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 ist ich dann einen genommen, der neben ihm liegt und ein bisschen schwächer war, hat das durchgezogen, jetzt hat er mehr Städte und hat vorher schon einen Wissenschaftsvorsprung und wenn wir nicht kollektiv handeln, schaukelt er das zu Ende. Das ist richtig. Ich bin in letzter Runde Freund mit Andi Knight, weil ich logischerweise bin mit jedem verbündet, außer mit Steinbein, weil der hat keinen Boden. Nee, ich habe tatsächlich recht bewusst diese Freundschaft nicht angenommen, die er mir bat. also, ja, du stehst zu verfügeln, willst du damit sagen. Aber als Putz wirklich, wir wollen das jetzt als Putz hier niederlegen, ja? Nur weil Andi nicht gewinnt. Ja. Also ich bin tatsächlich, also ich würde... Nachdem ich die letzten anderthalb Stunden! Nein, der Sinn ist doch einfach, weil wir sind acht Leute oder sieben, acht, ne? Und wenn einer vorne liegt, kann er nur gewinnen, wenn wir alle es zulassen. So ist das einfach. Wir müssen jetzt gemeinsam die Entscheidung treffen, wollen wir zulassen, dass Andi gewinnt oder wollen wir nochmal Spannung reinbringen? Das ist ganz simpel. Wie ist denn Steinbein sein Technologie-Level? Was sind denn die Einheiten, die er gerade hat? Hm. Also Voraussetzung wird, dass wir alle jetzt kollektiv Frieden erhalten. Waffensstillstand. Dass auch Steini überleben darf, dass Bram die Nils in Ruhe gelassen werden. Nein, 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 ich bin tot. Steini ist tot. Steini wird ja nur von Andi angegriffen. Steini ist tot. Ich bin tot. Also mit mir braucht ihr nicht mehr rechnen. Ich wollte gerade sagen, da wäre doch eine Stadt oder was. Wir könnten nicht zum Generalsekretär der Völkergemeinschaft enden. Das wäre doch was. Also ich möchte ja dazu eine Sache sagen. Aber bitte kurz. Also nicht so in der üblichen Länge. Ein bisschen kurz. Ich werde das nur in Erwägung ziehen, wenn du die wahren Worte, die in unserer Zweier-Session gesprochen wurden, hier öffentlich wiedergibst. Ja, ich bin bereit, dieses Opfer einzugehen. Also Bram, Nils hat die Wahrheit gesagt. Er hat nicht gegen dich intrigiert. Er wollte eigentlich sich weiter schützen, vor dich zu stellen. Vor dich stellen. Ich habe das abgelehnt. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich dir das glauben kann. Oder ob du das sagst, um dein nächstes Detekt. Oh, Steinwallen. Martin ist raus. Oh, Steinwallen. Das tut mir leid. Der Generalsekretär wurde abgewählt. Das Ende von Gandhi. Die Völkergemeinschaft geht in Bach runter. Wieso abgewählt? Ich nehme jetzt meine Arbeit auf. Sehr gut. Ach so. Sehr gut. Ich bin doch jetzt, ja, jetzt habe ich Zeit für Politik. Ein kleiner Antrittsreder. Darf ich vorschlagen, eine dreiminütige Pause, bevor es in die Endminuten reingeht hier. Ich muss das jetzt an die AI geben, quasi dich, aus irgendwelchen Gründen. Hast du gelieft, Steinwallen? Naja, ich bin raus. Er ist tot. Er wird ja automatisch gekickt, Genau, der kann ja zurückkommen, theoretisch gesehen. Wenn einer die Stadt einnimmt und sagt, gib dann den Ursprung zurück. Ach so. Ich muss jetzt hier Give Control to AI drücken. Das kannst du machen. Ich werde, glaube ich, dann deinen Spectator-Stream anmachen für meinen Stream, damit die auch ein bisschen was zu sehen haben. Du kannst, wenn du möchtest. Oder kann ich selber Spectator werden? Ach so, warte. Wir können uns ja nicht unterhalten, deswegen. Nee, du kannst leider nicht Spectator werden. Du könntest doch auch die Discord-Geschichte machen. Ja, das können wir machen, wenn du möchtest. Wir könnten über Discord reden, während wir hier weiter den anderen, also dass du quasi Co-Kommentator wirst. Peter, kannst du Andi wieder dazu holen? Das ist sonst sehr unhöflich. Ja. Und dann kann er über Discord auch zugucken. Entschuldigung, Andi, wir haben dich kurz vergessen, weil wir haben gar nicht mehr darüber geredet. Danke. Ist auch nichts Glimmes passiert. Wir haben nur über dich geredet, sonst nichts. Nein, das stimmt nicht. Wir klären gerade die Co-Kommentator und schafften Steinwallen. Danach schieben wir dich wieder raus, weil dann bekommst du das mit und danach... Peter, vier Minuten Pause? Ja. Ich glaube, es ist gerade eh Pause. Perfekt. Wir versuchen das. Dann bis gleich. Äh, das Spiel ist nicht pausiert. Das Spiel ist bei mir pausiert. Ne, stimmt. Jetzt nicht mehr. Gerade war es noch. Jetzt nicht mehr. Aber ist doch pausiert, weil da die ganze Zeit dieser Schimpf steht, oder? Nein, das ist nur, weil er aus der Steilwallen rausgegangen ist. Das Spiel geht weiter. Okay. Seid ihr alle da? Es ist kurz Pause. Ne, sind nicht alle da. Also, alle sind da. Da. Aber nicht, jetzt haben wir vom Rechner Mikkel, äh, Mikkel. Aber jetzt wollten wir hier kurz Pause machen, oder? Ja, ja, ist Pause. Machen wir hier Pause? Ja. Ja, fuck. Dann gehe ich provisorisch auch kurz. Wer weiß. Nicht, dass sie sich in einer unangenehmen Situation meldet. Bis gleich. Jetzt, Alter, wie machen wir das jetzt? Das ist doch alles fragt. Bis einer. Bis another. Versch Elise. Bis gleich. Bisou. Ach ja. Oh Gott. Dann muss ich sagen, den roten Button drücken, da der gekickt wird bei mir auch. Ja, das ist einfach nur die Benachrichtigung, dass er raus ist. Okay. Boah. Na Gaius, das ist schon richtig räudig hier, dass du mich von der Seite so anpupst. Wie bitte? Ja, ja. Das neckt er sich hier. Es ist eine unabhängig gewordene Stadt an meiner direkten Grenze, also... Indirekt, ne? Ja, aber... Das Krümelchen kannst du mir lassen, oder? Da hab ich denn nur ne Kampfkraft von... Das kann doch gar nicht sein. Du hast ne Vereinheiten. Oder wer? Ja. Ich hab Kriegsschiff-Korps. U-Boot-Korps. Ich hab... Mehrere. Drei. Ich hab aber auch U-Boote, Panzerschiffe. Klingt wie ne Lüge. Get it. Ey, sag mal, Bram, hast du überhaupt ne Stadt verloren? Bisher noch nicht. Ja, ist doch Hammer gelaufen. Wie, Hammer gelaufen? Das läuft noch. Die Sache ist doch nicht durch hier. Ja. Naja, aber der Aggressor hat jetzt ja schon die Hand gereicht. Ey, 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 da reden wir jetzt nicht außerhalb des Streams drüber. Ne? Das ist jetzt Gratis-Pause. Okay, wir sind wieder auf Stisse. Wir werden keine weitere Behandlung gemacht während Pauses. Ne, ne, ich mach nur Smalltalk. Mach nur Smalltalk. Ne, ne. Guy ist noch nicht da. BB ist noch nicht da. Steinbein weiß ich nicht. Achso. Der ist jetzt bei dir. Mike ist grad noch nicht... Wer ist noch gemutet? Das war unfair. Wir sind ja gerade in einem Diskurs. Bis wann haben wir denn Pause? Ja, ja, alles gut. Ich wollte nur einfach sagen, grundsätzlich, du lebst noch. Und das ist ja ein super Erfolg. Was mach ich hier für ein Bullshit? Tja. Alter, wie kann man 400 mit so fucking Forschung haben? Ja, schon krass. Ja, weil du jetzt halt doppelt so viel hast, ne? Schon. Schon. Wieder da. BB. 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 BB ist BB. Und... Ich bin da. Ich bin da. Okay, für noch Mike. Wie geht die geht? Was ist denn hier los? Ähm, Stefan, hast du die Wahl zum Generalsekretär angenommen? Ich bin noch dabei, hier technische Vorbereitungen zu treffen. Okay. Kann man, kann man helfen? Alles gut. Okay. IT-Service-Bram steht immer zur Verfügung. Dürfen wir mal kurz in unsere Chats reingucken? Shit. Was? Warum? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Da kann ja trotzdem was drin stehen. dass wir Steinwahn feierlich zum Generalsekretär nennen. Ah, dann nennen. Im älterst-Statsment. Ja? Das stimmt. Äh, Peter? Stimmung in Chat. Allgemeine Zustimmung zur Wahl von Steinwallen zum Generalsekretär. Steinwallen ist dann auch derjenige, der Blauhelm-Truppen aufstellen kann und anfordern kann bei uns allen. Und der dann sagt, hier, da drüben geht es mittelang. Das wäre nicht schlecht. Da bin ich dabei. Dann hättest du auch wieder eine aktive Rolle. Ganz im Ernst. WB ist sehr liebenswürdig. Ich muss mich erst mal hier einfinden in diese neue Situation. Diese verantwortungsvolle Rolle. Ja, genau. Mag ich wieder da. Er wurde aber auf jeden Fall gewählt. Das ist sehr gut. So werden wir jetzt bevor die Diskussion zu Ende führen, die wir gerade angefangen haben. Ja. Dann müssten wir Andi wieder rausschieben. Oder wir anderen in Separé, wenn es weitergeht. Andi, würde ich das menschlich treffen, wenn wir dich rausbitten, statt alle gemeinsam rüber zu gehen. Ich sag mal so, ihr macht einen Fehler, aber das werdet ihr schon noch früh genug sehen. Was ist denn der Fehler? Was ist denn der Fehler? Maurice ist der Fehler. Der Fehler ist nicht nur Maurice. Ja, also du liegst ja im Augenblick vorne. Deshalb, wenn wir sinnlos Zeit verbraten, jetzt ist das in deinem Adresse. Ich würde vorschlagen, wir müssen das ein bisschen beschleunigen. Ein bisschen Gas geben. Kommunikation hier. Klares Ziel vor Augen. Andi, bis nachher. Das klappt sogar. Andi entschwindet. Hör mal, Steinit, das müsste dein Job sein hier. Das stimmt. So, okay. Also, der Vorschlag war ja jetzt wirklich, dass wir aufhören, uns zu bekriegen. Und mein Vorschlag, dass Nils und ich jetzt beide auf WB gehen, der ist damit dann auch raus, ja? Also, ich wäre bereit zu sagen, wenn wir jetzt wirklich alle auf Andi gehen, ich liege ja immer noch in der Militärstatistik, glaube ich, weit vorne, dann würde ich erklären, dass ich alle Kriegshandlungen einstelle und dass ich bis zum Ende der Partie von meiner Seite aus niemanden mal angreifen werde. Außer jetzt Andi. Wenn wir das wirklich durchziehen, dass wir jetzt alle auf Andi gehen. Und greifst du ihn auch an? Ich würde ihn auch angreifen. Also, ich würde meine Flotten rüberschicken, würde darauf vertrauen, dass Steinwallen, dass Stefan als Generalsekretär der Vereinten Nationen mit Blick auf die ganze Karte es mitbekommen würde, wenn man mir in den Rücken fällt und es sich dann gewarnt würde. Was meinst du dazu? Also, das geht nicht. Ein toter Spieler kann jetzt hier nicht, weil er meine Perspektive hat, andere Spieler warnen. Ja, das stimmt eigentlich. Aber wenn wir ja irgendwie Freundschaften erklären, dann kann man dich ja eh nicht angreifen. Also, wir uns gegenseitig nicht. Ja, das ist alles gefristet. Können wir denn irgendwie das Ganze irgendwie ein heiliger... Stefan, irgendwie eine Eides-Formel, das irgendwie Diplomatische absichern? Ich finde ja, die Eides-Formel sind ja in der Vergangenheit erarbeitete Glaubwürdigkeiten. Aber wenn wir danach gehen, dann können wir jetzt auch schon eine Absprache kommen. Ich habe diese Partie auch noch keinen Verrat begangen. Ich bin... Du wartest noch ab, oder? Können wir wenigstens vielleicht weiterspielen? Also, wir können ja weiterquatschieren. Nee, wir brauchen schon eine Absprache. Naja, eigentlich wird bei Absprachen auch weitergespielt, die Pause. Genau, das meine ich. Also, wir sind alle da. Aber dann bitte in der Zeit keine Kriegshandlung gegenseitig, sonst würde ich mich leicht veräppelt fühlen. Nee, nee, wir machen das jetzt. Also, mir wäre Zeps Meinung sehr wichtig, wie er sich entscheidet. Warum? Aus strategischer Kartensicht. Wenn Andi wieder rein darf, sagt Bescheid. Von mir aus kann Andi auch so wieder mit zuhören. Aktuell ist es noch wieder wie es bisher ist. Ja, okay, was sagt Zip dazu? Ja, wir brauchen ja noch mal ein paar Meinungen, auf jeden Fall. Ist es normal, dass ich dieses Gandhi-Symbol noch in der Mitte habe? Muss ich das irgendwie wegklicken? Entschuldige, ich habe jetzt eine andere technische Lösung genommen. Ich bin raus aus Discord. Das Videosignal war einfach schlecht. Ich gucke einfach jetzt mit Delay euren Stream an und dann ist gut. Also, muss ich hier auf dieses rote Dings klicken? Ja. Ja. Moment. Hat Steinbein gerade versucht, mit mir zu reden? Ich bin gemütet. Ja, er hat versucht, mit dir zu reden. Richtig. Pass auf. Okay, ich habe dich unmuted. Hör dich wieder. Kurze Info. Ich habe jetzt, das war technisch, hat mir das nicht gefallen, das System. Das Videosignal war super schlecht. Ich bin jetzt einfach auf euren Stream gegangen, habe ich halt einen kleinen Delay, bleib jetzt hier im Teamspeak und es gut ist. Das ist lieb gemeint, aber wir machen die Discord-Version nicht. Okay. Ja. Danke dir trotzdem. Kein Thema. Okay, so, BB. Ja. Jetzt die Frage. Ja. Boah, nach der Aktion, nachdem ich dich eigentlich so heute überfallen habe, sollte ich eigentlich dankbar sein? Warte, mein Kopf ist gerade so, okay, war das die höchste Wiesigwahrscheinlichkeit für mich selbst? Also, ich meinte, das irgendwie... Ich werde ich nicht gewinnen, das ist halt wahr. Ich bin dafür. Also, ich finde, wenn es jetzt nochmal spannend werden soll, am Ende, wenn wir das gesamte Event und die Zuschauer im Blick haben, dann kann es in dieser Spielphase zu Beginn des Late-Games nur heißen alle auf den Erstplatzierten. Ja. Alles andere als Quatsch. Sepp greift mich gerade weiter an. Genau, also für mich ist auch Sepps Meinung und Entscheidung mit am wichtigsten. Wenn Sepp dem Ganzen zustimmt, würde ich dem Ganzen auch zustimmen. Weiß nicht, ob Sepp weiß, dass er gemutet ist. Das weiß ich auch nicht. Entschuldigung, ich habe gerade versucht, mit euch zu reden. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich würde gerne mit Gaius zusammenreden. Ja, kann er drüber reden. Können wir gerne machen. Oh Gott, okay. Das heißt, so wie wir das sehen, ich möchte nur mal kurz erwähnen, dass ich Andi nicht angreifen kann, immer noch, weil ich Freundschaft mit dem vom Paro in den Schloss habe. Ich nämlich auch. Ich habe auch eine Allianz mit ihm. Also, das dauert noch ein bisschen. Also, das habe ich aber schon erwähnt am Anfang des Vorschlages, möchte ich nur kurz sagen. Ist okay, ist okay. Okay, kann ich dann Andi wieder zu euch holen? Ja, von mir aus. Mach ich jetzt. Ich. Okay, aber dann. Ach du Gott, ist der für immer überflutet? Furchtbar, ne? Vor unserem Tor, meinst du? Sepp ist Gaius, wenn ihr uns weitergegeben nicht vorgehen, das wisst ihr, ne? Sepp schießt weiter meine Städte kaputt. Was ruft sich Kampfkraft noch nicht? Jetzt kämpft doch nicht gegeneinander. Lass es bleiben, ganz im Ernst. Sepp macht weiter Platz. Ich glaube, Gaius stärkt in die ganze Zeit den Hüpfen, deswegen wollen wir auch zusammen jetzt weiterquatschen. Ja, ich bin aber technologisch komplett unterlegen. Ja, da glaube ich, wir müssen auch aufpassen, Maurice hat einfach mal 300 Kulturen, ne? Ich bin gerade auch am Militär aufrüsten, um diese Allianz Oh, das beruhigt uns aber. Ja, das ist alles ein gutes Gefühl der Sicherheit. Also jetzt mal bitte, ich bin zweitplatzierter, ich bin militärisch weit hinter WB, das ist ja wohl jetzt nicht ich das Problem. Ich sag doch nur, ich versuche nur auf alles Mögliche mal einen Finger zu zeigen. Das ist legitim. Mich gerade auf dich aufmerksam. Ich dachte, wir wollten Frieden schließen. Jetzt hängst du den Zielschreiber auf, da steht drauf, WB ist nächstes Opfer. Also so kommen wir zu nichts, du darfst mich nicht in Versuchung bringen. Das ist so schrecklich, Maurice, was du jetzt getan hast, ja? Ich bin für den Vorschlag absolut zu haben, der gemacht wurde. Ich verstehe dich da auch noch so hart, das ist das Schlimmste, ich würde mich gerne anschließen. Oh Gott, die Zeit, mal wieder. Nicht so langsam an die Pötte kommen, Runde für Runde vergeht, Andi zieht oben am Formament seine Kreise. Ja, also ich bin jederzeit, mich dafür zu haben, wenn der Startschuss geht für unseren Move, dann machen wir das. Ich beantrage, einen Todesstern zu bauen. Mit allen. Ich glaube, das passiert nicht. Boah, das ist halt so, also ja, ich bin bei dir, ich würde dir anbieten, ich mache Frieden mit dir und da ich jetzt 928 Grund mit Andi nicht, den ich angebete, ankämpfen kann, werde ich bis dahin aber versuchen, wieder auf 1500, also easy, bis dahin wieder auf 1500 Kampfkraft kommen, auf zwei Korpsschiffen. Das ist mir vollkommen egal, solange unser Friedensschluss nicht rein bilateral ist. Also wenn jetzt alle gemeinsam sagen, wir machen Frieden und greifen dann Andi an, dann mache ich mit ihr Frieden, dann mache ich mit Nils Frieden, mit Mike, auch wenn er möchte und gelobe, wie gesagt, bis zum Ende der Partie greife ich keinen an. Und verlasse mich drauf, dass ihr es bei mir auch nicht mal. Ja, ich finde das gut. Die bis zum Ende der Partiegeschichte, die Klausel würde ich gerne rausnehmen. Ja, wer weiß, wie lange dann? Ja, zumindest eine normale Phase von, weil wer weiß, was passiert. Nachher bist du da auf dem Weg, hast 2500 Kampfkraft, Maurice zieht mit 300 Kultur weg und du sagst, sorry, greift der nicht an? Nein, ich schicke alle meine Flotte, also ich schicke meine Militär und meine Flotte rüber zu Andi. Ja, klar, aber dann ist der besiegt von mir aus und dann ist Maurice der erste und der sagt, sorry, jetzt gewinnt Maurice einfach. Er ist am anderen Ende der, also wir spielen auf episch, auf schneller Spielgeschwindigkeit. Wenn die B nicht einnimmt, ist euch hoffentlich klar, dass Maurice nicht das Problem ist. Das bedeutet, wir forschen schnell, wir bauen schnell, aber wir ziehen die Einladen genauso in der Standardgeschwindigkeit wie sonst auch. aber Maurice ist auf der anderen Seite von mir, der ist nicht weit, von Deck von dir, keine 30, keine 20 Felder. Echt? Ja. Schön, das ist doch sehr hilfreich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25 Felder, ist seine Hauptstadt von Chicago weg. In welche Richtung? Von mir, Osten oder Westen? Einmal an mir vorbei. Ich stehe genau zwischen euch, meine Insel. Ist der, sind es die Griechen? Ja. Ach, der ist ja um die, nein, er macht die, die Polen sind das. Andi sind die Polen, ich bin die Griechen. Er ist Polen. Andi ist in Polen. Wo Polen ist, weiß ich nicht. Recht weit oben, oben in der Mitte, glaube ich, oder? Ich weiß, wo Polen ist. Sag es mir doch mal, da will ich hin. Freut euch doch alle. Polen ist links von Brammen und dann hoch, im Grunde. Ah, nördlich von Nils. Ja. So, also, ist das jetzt ein Deal oder nicht? Ja, schon. Dein, Steini, du bist ja auch da. Dein Job als Generalsekretär ist es doch, unsere Abstimmung durchzuführen und zu protokollieren. Dann für die Umsetzung zuzusorgen und Blauhelm-Armeen aufzustellen, die fremde Lädereien befreien. Dein Job. Ich bin erst mal gerade bewundere, dass ich jetzt erst mal die Karte sehen kann. Schwierig jetzt. Protokolliere, mit einer Einschlusskraft und deinem Tempo bist du uns eine große Stütze. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Wird alles protokolliert. Klingst du das jetzt an oder nicht? Wer macht mit, wenn wir jetzt alle Frieden schließen und Andi angreifen? Ich mach mit, Maurice? Maurice, machst du mit? Ja, ich denk dran, was ich gesagt habe. machst du mit? Ja, ich hab dir gerade den Friedensvertrag geschickt. Ja, ich warte ab, bis alle zugestimmt haben. Nils? Nils macht nicht mit. Oh. Oh. Sehr pikant. Dann hast du jetzt noch 60 Sekunden, ansonsten geht das Spiel hier weiter, weil ansonsten muss ich was tun. Ich lasse dich jetzt nicht aufbauen. Mich? Ja, das heißt, du bist jetzt Steigbügelhalter für die Macht von... Was hat er dir geboten? Pass auf. Was hat dein Preis, Jonas? Pass auf, ich sag dir, was der Preis ist. Es gibt keinen Preis, sondern was passiert ist, dass ich angekrochen kam bei dir und du hast mich verhöhnt. Du hast mich aus der Position der Stärke von oben herab ausgelacht. Und jetzt mal vor einmal zwei Minuten später brauchst du mich. Es waren 20 Minuten. Also ganz im Ernst, der Rest der Geschichte stimmt, aber es waren 20 Minuten. Da ist ein dicke Null. und du musst dir über die Konsequenzen deines Handelns im Klaren sein, weil für mich ist es so, mir ist egal, wer gewinnt, ich werde nicht gewinnen. Es gibt hier drei Leute, die gewinnen können. Das eine ist Andi, dann gibt es Maurice und dann gibt es WB. Und weder Maurice noch Andi haben mich erniedrigt und mich vor den Augen der Weltöffentlichkeit dem Sportpreis gegeben. Warum sollte ich mich für dich entscheiden, der du mir auch noch den Krieg erklärt hast und nicht für den einen, für einen der anderen beiden? Also wenn ich das Hindernis bin für diese gemeinsame weltweite Friedensaktion, da kann ich auch sagen, dann macht halt ihr nur den Frieden untereinander und greift Andi an und ich behalte mich zurück. Naja, du willst ja gewinnen. Oder wir werfen einfach Nils raus aus dieser Gleichung. Wir haben ganz kurz die Zeit seit 20 Sekunden abgelaufen. Naja, Nils auf die Strafbank. wieder weitergeschossen in der Zeit. Ja, macht das doch. Ihr braucht mich ja nicht, aber ihr versteht vielleicht, warum ich meinem Volk jetzt nicht vermitteln kann ohne Gesichtsverlust, weshalb der Mann, der über uns gespottet und uns mit Vernichtung gedroht hat, warum ich dem Mann jetzt in den Krieg folgen soll. Das muss ich ja meinem Volk... Was könnte ich machen, um dich abzubringen von diesem moralischen Rigorismus? Chicago, Philadelphia, Charles, New York. Ja, okay. Mit Verhandlung beendet. Einmal alles, bitte. Wir beide Frieden und dann lässt du mir ein paar Runden Zeit, um dieses kleine Problem aus der Welt zu schaffen. Wir... Du könntest mir gerne mit mir den Frieden... Ich hab nicht gesagt, dass ich dich vernichte. Ich hab gesagt, du kannst... Wir können gerne Frieden schließen. Aber auch gar nicht... Also, mein Chat sieht es gerade. Mein Gesicht hat gerade eine sehr ungesunde rote Gesichtswabe und ich hab etwas Schaum vor dem Mund. ein Minimum an Stolz bringe ich auch mit. Ja, aber ich wurde doch verhöhnt. Also, ja, aber wenn du nicht die ausgereichte Hand zum Friedensschluss annehmen möchtest... Doch, ja, ich hab doch gesagt, wir können gerne Frieden schließen. Ich werde nur nicht mit deinem Banner in den Krieg ziehen. Also, wenn du mir die Hand nicht reichen möchtest, reiche ich dir die Faust, wie du möchtest. Ja, okay, dann reiche ich mir deine Faust. Okay. Dann kämpfe ich auf Seite von Andi und dann ist gut. Bram, wie sieht's aus? Wir lassen uns in Ruhe und dann löse ich das Problem im Westen. Ich habe dir schon den Vertrag geschickt. Ja, einmal Frieden mit Bram. Also, ich habe die Faxen echt dicke hier. Ist ja unfassbar. Wir werden hier angepasst von der Seite. Ganz im R, Nils, das war's. Lad dich nie mehr zu meinen Events ein. Alright, alright, alright. Welche Events denn? Das musst du nur noch angeben. Das war der Punkt. Jetzt mache ich einmal Freundschaft mit Sepp. Jetzt mache ich einmal irgendwelche Luxusressourcen austauschen mit Maurice. Irgend so aussieht wie ein Dr. Perversikles aus der griechischen Antike. Was ist das denn jetzt? Einmal Freundschaft mit. Wer ist denn das? Oh Gott, ich hätte beinahe an die Freundschaft. Nein, um Gottes Willen. Das war knapp. Haarscharf. Bram, wo ist denn dein Vorschlag? Ja, der ist schon da. Mike Stiefelhagen erklärt mir die... Das ist ja unfassbar. Mike, machen wir den Frieden? Ja, ich kann ja noch mal sagen. Ja, ich bin eh bald tot. Also können wir mal. Können wir mal. Wo ist denn dein Vorschlag? Oh, Bram. Also er ist da. Ah, der ist da. Ansonsten machst du mir einen. Ja, einmal Vorschlag. Einmal Frieden mit dir. Cleopatra und WB. Diesen Nase, ganz sauberhaft. Wir haben Frieden geschlossen. Hey Nils, die Schiffe reichen nicht. Das heißt, die Diskussionen zwischen uns, Nils, sind gescheitert? Ja. Das ist doch eine klare Ansage. Vielen Dank, dann weiß ich Bescheid. Ja, können wir jetzt. Er ist informiert hier. BW, wie wäre es denn, wenn wir da für Freunde sind? Ja, immer. Sehr gut. Waren wir da schon zuvor? Ja, eben. Ah, geht wahrscheinlich gerade nicht. Der Weltgemeinschaft verkünden. So, Andi. Wir haben dir eine Freundschaft geschickt. Hast du da nichts zu zu sagen? Ich glaube, nichts, was ich sage, kann die Weltbevölkerung davon abbringen, zu sehen, dass, wenn WB meine Städte einnimmt, ihr verloren habt. Hundertprozentig. Ey, du hast eigentlich gehört, was ich gerade für einen Move gemacht habe? Ja, und ich habe gerade versucht, und das ist ausdrücklich kein Scherz, ich habe versucht, dir Gallenstein zu schenken, und ich glaube, ich kann es nur nicht machen, weil die gerade Loyalität verliert. Okay, du wolltest ihm einen Gallenstein schenken, das ist widerlich. Ganz im Ernst, das ist total unappetitlich. Das ist wirklich krass, mit jemandem Gallenstein zu sehen. Das ist echt, das ist der schlimmste Satz, den ich, dass ich das sechste Mal, dass ich dabei bin, und das ist echt unerste Schuppe. Aber das ist ein schöner Gallenstein. Das ist ekelhaft. Nichts gegen Gallenstein, bitte. Was möchtest du mir schenken, einen Nierenstein? Nierenstein gibt es auch, ja. Aber die hat Nils schon. Und ich gehe gut damit um. Letzter Versuch. Was ist aus unserem großen Plan, verkündet alle auf den Erstplatzierten. Das ist das X-Event. Und ich habe kein einziges Mal erlebt, dass es hier die Gruppe hinbekommen hat, kurz vor dem Ende, sich wirklich gegen den Erstplatzierten hinzustellen und den wirklich gemeinsam in die Schranken zu reisen. Immer irgendwelche Egoismen, moralische Reden oder irgendwas anderes. Es hat nie funktioniert. Kein einziges Mal. Wie wärst du, wenn wir das einmal hinbekommen? Hört, 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 hört. Ja. Ich bin, wie gesagt, dabei. Ja komm, rüber zu Andi. Vorher mache ich noch einen kleinen Umweg über Nils, weil er mich gerade beleidigt hat. Aber ansonsten, rüber zu Andi. Ich kann halt nicht den Angriff gegen Andi führen. Du bist stärker. Ich bin schwächer als er. Aber sobald du bereit bist, ihn anzugreifen, folge ich dir. Ja, dann mache ich das. Vertrauenverdraubt, dass ihr alle ehrbar seid und das auch macht. Bram schickt auch schon seine Schriffe rüber. Alles gut. So machen wir das. Und dann pass auf, wenn die WB auf hoher See volks mit der Flotte. Das sind eigentlich die Polen. Seid ihr das? Ja. Oh, Andi, Alter, was für ein Reich hast du bitte? Ja, ja, der Andi, der Gönn ist. Er ist die Mitte, quasi. Ja, aber er ist auch die Mitte. Das reicht der Mitte. Das ist doch einfach gegessen hat. Ja, das ist ja das Problem. Das ist doch jetzt Quatsch. Hey, warte mal. Kann man sich nicht einmal um was anderes kümmern? Bram, du auch? Natürlich, wenn schon, denn schon. Du musst doch an dir vorbei. Du kannst doch woanders. Du kannst auch da im Norden, da rechts von der Insel lang. Du musst doch nicht durch. Das ist nicht genehmbar, wie ich gefahren bin. Bram, lass dich nicht von der Seite komisch anmachen. Ganz im Ernst, das ist ein gutes Recht. Du darfst deine Schiffe da durchführen. Ach so, nee, warte mal. Wir sind ja auch Freunde. Du darfst das. Ich dachte gerade, du hast mein Schiff angegriffen. Nein, 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 nein. Andi ist doch links von dir. Nein, alles klar. Du darfst das. Ich habe nur kurz gedacht, du hast mein Schiff angegriffen. Aber hast du ja. Großer Staatsmann hat mal Folgendes gesagt. Das geht doch für dich. Ich bin relativ dumm. Nils? Ja? Es ist erwähnenswert, dass Rodney Gold gleich den ersten Schritt fertig hat vom Wissenschaftssieg. Ja, und du? Ja, warum? Ich bin derjenige, der hier standhaft ist und der sich nicht zur Marionette machen lässt, seine eigene Gelüste. Wieso, Mike? Wieso, Mike? Hast du die Information nicht vor drei Minuten gedroppt? Das ist schon eine wichtige Information, ja? Details, Details. Kann ich nicht, weil ich hier von Sepp auseinandergenommen werde und das interessiert keinen. Also ist WB kurz vor einem Wissenschaftssieg, so. Nein. Versuch auch ein bisschen meine Leute klüger zu machen, das ist alles. Aha, aha, aha. Also, ich sag das mal, wie du bist, wenn ihr gegen mich den Krieg erklärt, dann wird WB in der Zeit, in der ihr mich einnehmt, 100 Brote Wissenschaftsieg holen. Ich sag doch gar nicht. Von der Rundenanzahl her. Gaius war die schlechteste in meinem ganzen Leben. Bei der Forschungsallianz. Aber das ist eine Info für alle, würde ich sagen, an der Stelle. Das ist eine krasse Info. Und wenn ich mir das angucke, es haben jetzt noch nicht so viele Leute. Soweit ich sehe, ist Sepp mit, ähm, mit WB befreundet. Äh, nicht mehr so lange, ja. Ein Rätsel, wie man das ehrsame und friedliche Streben zu mehr Wissenschaft und Verständnis in der Welt formieren kann als einen kriegerischen Akte, der gegen die Weltgemeinschaft gewendet wäre. Ist für mich zutiefst, äh, vor allem von jemandem, der mir eben noch einen Gallenstein angeboten hat, total unappetitlich. Ah, Gott. Nils, können wir beide ganz kurz in Separee gehen? Immer, ich gehe immer sehr, sehr gerne mit dir in Separee. Ja, älsch auch. Aber du machst mit 8400, was du die Kohle nie ausgibst, ja. Fang mal an, nicht zu investieren. Du kannst auch Gebäude in deinen Städten kaufen, nutze Info. Da hast du recht. Ich wollte es zum Upgrade meiner Truppen zurückhalten. So, aber ich kann, wie weh, den Krieg jetzt ja wieder erklären. Du kannst ihm wieder den Krieg erklären? Ja. Ja, tu es. Ja, aber ich, ich hab nur noch acht, ich möchte zumindest, wer cool, wenn er zwei, drei Runde in deine Richtung fährt, damit ich dann von unten gucken kann. Ja, aber macht er eh. Also er will ja bei mir jetzt vorbei und das ist okay. Ich hab da ein bisschen Artillerie und ein paar Stadtmauern. Ähm, und er wird, also natürlich ist er stärker als ich, aber er wird schon, weil, weil das auch Steilküsten sind, er wird schon ein bisschen Anlauf brauchen. Er kann mich ja nicht nur mit seinen Schiffen besiegen, er muss halt auch Truppen holen. Und er wird sich schon ein bisschen, ähm, beugen müssen hier auch. Also von daher, ja, können wir gerne machen. Ja, aber pass auf, mein Vorschlag wäre, er hat jetzt den Erzsatellitenstart gemacht. Das ist bisher ja noch nichts so mega krasses. Ja. Rein forschungstechnisch gesehen, gehört halt einfach dazu. Mhm, stimmt. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ich muss überlegen. Ja, ich überlege mir das, oh Gott, das ist alles so schlimm. Ja, funkt mich an, sobald du was hast. Ich bin jetzt ja neutral, sozusagen. Also ne, ich bin im Krieg mit Writing Bull. Gott. Ja. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Passt schon, alles klar, ich sag Bescheid. Aber ich glaube, es ist alles gut. Okay, ich ziehe euch wieder hoch. Ja. Ist nicht so einfach hier für den Mike, Alter. Das ist alles nicht so einfach hier. Wir bleiben einfach exakt so wie der. Es wirkt so, ja. Es wird einfach nichts passieren, ja. Ich glaube auch. Das ist das Problem, ja. Hallo. Ne, das ist genau nicht der Punkt. Das ist wie jedes Mal. Jetzt gibt es so diese kurze Phase noch. In der Technik, bis auf einmal die Atombomben fliegen. Richtig. Oder die Roboter kommen, ja. Aber ich finde es auch okay so, dass jetzt die Schwächeren ausscheiden. Also ich nehme jetzt mal mich rein und wahrscheinlich nehme ich demnächst auch irgendeinen Gaius oder... Also das glaube ich nicht, dass ich hier rausgenommen werde. Ja, aber... Ich glaube, wir sind schon die Zünglein an der Waage. Ja, aber durchaus. Aber die werden nichts mehr für den Gesamtsieg zu tun haben, sagen wir es mal so. Na, wir können da durchaus noch was beeinflussen, glaube ich. Ja. Ja, aber nicht die Nation selbst. Aber wie ist Writing Bull denn... Also hat er jetzt einfach nur durchgetaggt oder wie kommt er dazu, so weit zu sein? Ich meine, er ist halt auf der Hälfte vom ersten Schritt zum Wissenschaftssieg. Man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Ja, aber nicht unterbewerten. Ja, aber wenn er die richtigen Städte dafür hat und die Karten dafür, dann wird das verdammt schnell gehen. Naja, das kann man beschleunigen. Das stimmt, das ist richtig. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn ihr euch da auf den einlasst, gewinnt ihr den Sieg nicht schenken. Aber, 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 okay, pass auf, Andi, dann habe ich auch mal eine Frage. Gehen wir davon aus, ich gönne BB den Sieg nicht, ja? Ja, ach, rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Wem würde ich, dann müsste ich den ja dir gönnen, aber ich gönne den ja nur mir selber. Schwierig, Bram, schwierig. Naja, Bram, aber die Sachlage ist relativ simpel gegen eine von beiden Parteien hast du schon Krieg geführt. Ja, das ist richtig, aber ehrlich, jetzt muss man auch ehrlich sagen, das war nicht mal seine Schuld, sondern meine. Das stimmt. Aber er hat ja auch nicht gesagt, ja komm, Bram, weißt du was, lassen wir gut sein. Sondern, er hat ja schon ruhig gezogen. Das hat er gerade gesagt. Ja, jetzt. Ja, 2000 Jahre nach Krieg. Wo er die Möglichkeit hat, alleine zu gewinnen. Richtig. Ihr könnt mir alle am Arsch legen, ich deck jetzt einfach hoch meine Einheiten wieder. Ich weiß nicht, ob ich am meisten Geld hier verdiene, aber zumindest bin ich pro Runde mit oben dabei. Und dann kostet sich die Kohle. 5000. Pro Runde? Ja. Okay. Du machst 5000? Okay. Was? Ist das okay? Nein. Nein, Bullshit. Das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, wir sind alle zu leichtgläubig hier. Ich glaube auch. Ja. Ich bin doch überhaupt nicht vorher auf dumme Bemerkungen von Steinwallen reingefallen. Ich bin nie leichtgläubig. Jetzt kann nicht jeder nur 241 pro Runde machen, ne? Ja. Könntest du irgendwo was auf die anderen machen? Ich glaube, du kannst es nur beobachten anhand... Oh. Oh, Weltkongress. Bleiben wir beim Atomkraftwerk, oder? Ja. Verächtung. Was? Wieso kann ich nicht weitermachen? Achso, da. Weltausstellung. wollen wir denn gerne roden oder wollen wir nicht so ist die in die weltgemeinschaft dass ich das ist mir relativ egal aktuell glaube ich mittlerweile alles so viel ja eben das stimmt wir reden darüber was gerodet werden soll frage ich euch wie das noch sind gewollt has gone mad hallo ach nils und brammen ihr seid ihr wieder da hat euer kleines gespräch eben zu einem einvernehmlichen ergebnis geführt das bleibt so wie vorher besprochen bisher dankeschön wir kriegen wir ganz kurz nicht da selbst wie viel kohle machst du eigentlich um minuten bram macht 400 ist doch gut bb macht auch minus krieg ist teuer da bin ich aber ja mal ganz da freut sich ja der einzige mit mir spielt ist maurice verdient er auch so viel er verdient auch so viel ich werde ihnen ganz gut geld ja okay ich habe recht viel auf hafen am anfang bin ich sehr viel gegangen dadurch gibt es viele handelsrouten hier oder ab da hau da ab also ganz im ernst ich habe eben ich habe mir den mund fusselig geredet dass zu einer großen großen weltweiten kampagne für die gegen an denen nichts hat überhaupt nicht funktioniert ab jetzt heißt es für mich aus und vorbei das war es wie der versuch irgendwelche absprachen mit einem von euch zu treffen sind völlig zum scheitern verurteilt einer von euch hat sie ja sogar es hat sich sogar ein schwert gestürzt ich gucke richtung steinwein nur um absprachen entgehen zu können da bleibt nichts mehr übrig peter moderiert statt damit ich keine absprachen mit dem treffen muss es ist wirklich unfassbar brammen macht mal absprachen mal keine absprachen es ist unglaublich ja die haus hat noch kein einziges mal irgendein vorschlag mir gegenüber geäußert kein einzigen das stimmt erschüttert stehe ich auch dazu da stehe ich zu 100 prozent dazu soll es doch tun unterschreibe ich mit meinem namen ja dafür andere absprachen getroffen und die waren bis jetzt ganz positiv für schottland ich muss ja an mein volk denken zuallererst nicht wahr hört 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 ja das stimmt das sehe ich auch so wollen es sich instrumentalisieren lassen von diesem an ihr stand bei dem bull hat willst du jetzt von weg ich dann wieder einer man ist es hier verloren noch ist lange nichts verloren hat echt gut aufgeholt sehe ich ja das ist eine kohle mehr würde an einer stelle gerne mal kurz den spiel ein bisschen umdrehen und eine konferenz starten ohne writing es ist mittlerweile beim zweiten schritt des wissenschafts sieg also tun wir also wie ich das hier gibt es einen der bislang kriegszustand ist mit writing bull und das bin ich also die frage ist wo ist er ich habe ich habe ihn tatsächlich sein reich nicht ganz lehre ist hinter mir an die von uns super war also von dir aus wahrscheinlich sogar rechts weiß es tatsächlich auch nicht wo ist der ist östlich von mir hallo ist es nicht wo er ist nun die lusten stadt er ist mir zu an die du bist neben mir ja ja und writing was einfach eine insel weiter 17 felder rechts von luschenstadt genau auf der höhe okay ach da oben ist er aber stimmt dann solltest du an die ja relativ einfach da hinkommen nur ist nicht weit von dir das ist überhaupt nicht weit ja von luschen stadt ja richtig an die ist nicht soweit rechtlich seid ihr denn dabei kollegen wer hat denn jetzt mit ihm der allianz oder freundschaft ich habe noch eine freundschaft von ihm weiß nicht ob er sie an wie lange noch ich glaube nicht ich glaube in einem moment wo sehe ich das denn wenn du die erklärt hat nee ich bin dann würde neben seinem gesicht nach dem smiley sein eigentlich schon da habe ich das nicht da hat er es nicht angenommen dann kennst du das doch ich sag mal so dadurch dass er geld verliert und ich aktuell noch sagen wir minimal im fluss bin glaube ich ist ein krieg den man führen könnte ich brauche aber auf jeden fall ein zwei drei leute die da mit anpacken wird nils und nicht alleine gewinnen mittlerweile so hat sich das gewendet das hat sich vorher noch ganz ganz anders angehört mittlerweile habe ich auch bei der kriegsschiff armada genauso wie der okay dann an die dann noch dazu kommt aber ihr könnt mich alle mal ja ich habe euch den letzten 20 runden oder so vom hals gehalten ja ohne in ohne reputationszahlungen die tausende gehen könnt ihr an mir vorbeisegeln und ich wicke euch zu wie viel ja nee du alleine wirst nicht zahlen können wie viel ja 2000 15.000 also ich war alle zusammen mit so viel geld ja um meine armee wieder aufzubauen und ich vor dem krieg hatte ich muss ganz klammer partei ergreifen für bram war haben wir ist der einzige gewesen der mir zur hilfe gekommen ist als mich diese übermächtige und übermütige armee bedroht hat und er hat von uns allen am meisten geblutet und am zweiten als nicht ja ja pass auf da habe ich einen anderen deal rahmen wie weit bist du denn überhaupt weg von writing boy sind da städte in der nähe die duran okay dann sind von meiner stadt in seine schießen und umgekehrt dann da mache ich dir den deal du bekommst die städte die du halten kannst alle werde ich mich nicht einmischen wenn ich sie einlebe schenke ich sie dir ist dort genug turm nee auf keinen fahr nein das macht auch gar keinen sinn ganz ehrlich wenn ich mich jetzt raushalte dann werdet ihr im kollektiv obwohl ihr ewig weit fahren müssen was gegen wb tun müssen ja bevor ich wieder ob nur wenn ich daneben stehe alle meine ressourcen da reinstecken muss und dann wenn eventuell die stadt dabei abfällt wo ich keiner von euch voll lappen kommen wird um mir die zu geben ja und damit ich die dann eventuell bekommen kann die ich mir am ende selbst geholt habe ja aber hat nicht andy gemeint dass du alle städte bekommst oder habe ich das falsche städte die du halten kannst ich könnte die alle halten weil der wieser da sind aneinander dann ist dann ist natürlich auch klar der deal ist überhaupt nicht klar wenn ihr da jetzt alleine hinfahrt ja dann hat sepp und moris müssen halt auch mal ihren arsch bewegen und was tun ich kämpfe die ganze zeit ja aber nicht gegen mich ja okay das größte problem ist doch lächerlich jetzt macht mich hier nicht so klein doch das ist schon das ist kein krieg auf augenhöhe und ich werde nicht ich werde nicht euer heimlicher wasall sein der einfach dafür sorgt den auf den sack zu gehen weil ich muss den gar nicht besiegen das wisst ihr auch reicht vollkommen wenn ich dem die ganze zeit auf den sack gehe und da muss eigentlich nur das raumfahrtzentrum bursen ja genau und das ist ja ich sage von mir wo das ist das neun felder von mir weg sei dann ist der hat mich besiegt ja dass ich lieber den mann gewinnen der mich besiegt hat lieber lasse ich den gewinnen der mich der mich besiegt hat als jetzt an die sepp oder moris den sieg zu schenken und ich dafür was bekommen auch noch das ist ja das schlimmste daran verkauft hat ja auch noch so als wenn ich was bekommen würde aber die wahrheit ist ich krieg ja gar nichts ich mache das ja selber lege das sind wahre worte dann machen wir sagen dass ich mich selbst chicago und er sagt an die porten das weiß wenn ich die karte selber holt dann darfst du dir die auch können größer weiß dass ich weiß ich werde vielleicht einfach mal die alternative in den raum bevor wir jetzt ewig rum tun und jeder sagt ich mache was wenn die anderen was machen handelt doch jeder nach seinem sieg interesse wenn jemand der meinung ist bb muss besiegt werden dann greift bw an wenn nicht richtig an die wieso greifst du jetzt nicht bb an ich bin jetzt meine armee auf den weg nach drüben ok ja dann ist das ja und dann kann ja wenn das passiert schauen wer sich anschließen mag und wer nicht bevor wir jetzt weil ich glaube das war der halben stunde sagte ich mache es richtig was macht irgendwer muss jetzt einfach ich glaube ich glaube ich bin meine armee gerade über nie ist bist du dabei ja nein ich bekämpfe schon die ganze zeit gegen writing bull ich weiß nicht ob wir das ob du bist du dabei ja nein du du machst du kleine schlange hier nochmal relativ dumm ich wusste nämlich du gehst da auf deinen scheiß 308 kultur gedänt ja oder 871 kampfkraft haben sich auch nicht verändert weißt du meine kampf habe schon wieder höher als deine obwohl ich bis vor zwei runden im krieg gegen wb war da passiert nämlich überhaupt nichts du du ich habe dir auch irgendeinen krieg zugesagt sein ewigkeiten wird gesagt wir machen alle was und eigentlich sagst du die ganze zeit nein will ich nicht und jetzt sagst du dass hier andere dir nicht folgen in einen krieg denn du nie willst also was ist dann hier genau der vorwurf alles schlangen aus der mutter aus der mutter ja hat es lang aus der mutter so ist er ruhig dann wir werden wir mal wieder zurück die anderen bin ich wieder da ich muss mit mir selber reden minuten lang ihr habt euch wahrscheinlich nur angeschwiegen wehmer ich musste die ganze zeit für mich hin brammern niemand war da der mit zugehört hat verstehe dich wb und die inhaltsellergemeinschaft die können nicht mal alle ich hab die ganze zeit geredet und geredet mit mich selber und da war niemand ich habe mich so allein gefühlt das könnt ihr mir nie mehr antun bitte es war schmerzhaft ich bin traumatisiert wie fühlt sich das an das macht schrecklich ich weiß ich genau was an die mitgefühlt hat an die das tue ich dir nie mehr an und du mir nie mehr ich bitte herzlich um verzeihung es war eine idee von überlegen wir noch mal ja wann kriege ich endlich mein geld von welches geld willst du denn jetzt ja wann kann ich kriege ich meine meine kohle wieder zurück dass ich meine armee in den raum geschmissen habe damit wie wenig die plättet ja aber ich pumpt doch jetzt hier meine armeen um dich zu retten was willst du jetzt noch geld von mir ja ich hätte aber 9.054 aber da bin ich ja pleite ich muss ja meine armeen jetzt alle ab du bist ja ich will erst mal die karte noch ausspielen dass ich das 50 prozent verbilligt krieg du kannst mir so hart die eier knutschen aber das geld ist doch quasi schon weg also das ist ja das ist da steht dann noch aber es ist ja verplant jetzt wurde sagt fühle ich es auch auf jeden fall ich sage dir jetzt einfach die ganze weltgemeinschaft wollte ich gerade ficken nur damit du bescheid weißt ja die wollten nachher auf dich drauf gehen aber nur in so einem sinne von schick dennis vor und wenn denn es sich eine stadt holt dann darf er die generöserweise behalten generöserweise glaube ich der so sofort der rest der welt ist nicht so wie wir beide denn es wirklich so auf dem level kam die an weißt du nur ich meine ich weiß auch dass du gerade ein wissenschaftsprogramm wasser ist das nicht so als wenn du als wenn ich da fand nur so moris der spiel auf seine kultur mit 340 ja und seine aufrüstungsmentalität oh jetzt hast du mal eine einheit gebaut moris ja aber das wird dein das wird dein mit deinem schatten der der ich weiß ja hier ein böses wort einfügen mir fällt gar nichts ein das wird es nicht verdecken können auf jeden fall ich finde es schade dass du das so siehst brammen ja wir hatten so eine produktive wirtschaftsallianz die ganze zeit ja die können wir auch gerne weiter man muss sich ja nicht mögen um voneinander zu profitieren so siehts nämlich auch ja ich bin da komplett bei dir alter bram du hast ja meinen stadtstaat geholt ich habe dir den stadtstaat der hat sich mir angeschlossen der hat sich dir angeschlossen ja einfach mir also ich habe den ja ich habe den ja nicht mal kurz gemacht wie du siehst ist die stadt komplett ganz das ist korrekt aber wieso haben wollten die denn nicht zu mir diese das verstehe ich auch nicht hier mister 990 euro schulden mensch dir ja ich hätte die gold gebadet na gut selber schuld flüssigen gold welche subtile drohung ja ich sage dir ja alle die wollten alle gerade auch sind meine an die wollte die leute dahin schicken damit er gewinnt ist aber noch nicht bereit ich bin aber noch nicht bereit ja weiß warum nicht bereit ist mit minus 50.000 gold oder wie viel hast du immer noch minus geld pro runde ja ist man nie bereit nur auf sieg zu spielen und moris der hat sogar richtig viel geld pro runde ja aber das einzige was er tut ist sich irgendwo mal ins kriegsgefühl stellen so wie da wo seine vor seine wand damit keine angefahren kommt es gab denn es ist gab in den gesamten match heute eine einzige heldenhafte tat so nämlich das war die von mir als du dich völlig uneigennützig vor nils geworfen hast als ich ihn angegriffen habe das war ohne irgend so sagen ohne irgendeinen vorteil für dich einfach so und das ist aus der emotion raus und da habe ich respekt vor ohne scheiß jetzt wirklich das ist sogar richtig ich gebe meinem chat das magische symbol was bedeutet dass mit dem ich den chat signalisiere dass ich die nicht verarsche stimmt tatsächlich oha so maurice bei knossos hast du deine ganzen schiffe da stehen stehen die da jetzt weiterhin damit die jede runde eins hinstellen kommst du jetzt noch rüber was ist denn rüber ich höre jetzt nicht wenn ich rüber komme dass wir dann gemeinsame sache machen würden sondern du du wetterst die ganze zeit gegen weg bleibt einfach bei den knossos und alles gut ja genau das ist ein schöner hafen ja da kannst du bleiben und dann kannst du da sonnen warten und politik und tourismus man terrorist muss ganz auch machen ja egal ich sag mal so es werden fortschritte erzielt ich bin dabei scouts zu entsenden um rauszufinden wo der krieg überhaupt stattfinden das ist ja spannend werden scouts entsendet es wird geprüft sage ich euch es wird geprüft einen ausschuss zu ernennen dem wohlwollend wird ob eine kommission möglicherweise darüber befinden wird demnächst in zukunft in gedanken zu erwägen einen scout loszuschicken ja ja man muss ja also wb du bist doch also als als besonderer strategie spieler wirst du doch verstehen dass man keine entscheidung leichtfertig treffen darf weiß genau weiß genau als erfahrene strategie spieler genau wie sich das anhört wenn man seine mitspieler verarscht absolut nein auch da ist es möge hinterher dass wir die beweisen es sind wirklich scouts unterwegs ja die heißen rock bands ich sehe sie die rock bands also das sind dann auch das essen aber authentisch nicht meine ich habe keine rock bands das sind dann so ich sehe die sachen hat nur weil meine händler wieder da sind aber ist doch okay ich habe wirklich keine rock bands was genau meinst du ich habe händler ich habe künstler wir sind einfach gute friends haben wir haben das zeit was was sollt ihr beide denn miteinander das ist doch quatsch wir wollen die ganze bequatschen wie sie mich zerstören können aber bevor er weg geht ja reich wieder kann die zweite phase abgeschlossen schon freuen die zweite von fünf aber moris hat auch schon die hälfte und an die die beiden wenn ich die hälfte aber gut auf zu jetzt mal nicht übertreiben naja also die frage ist schon wert sich um am meisten mich bemüht oder wer hat mich am wenigsten gekränkt und das wäre naja also moris hat mich relativ freundlich behandelt für seine verhältnisse und an die auch auch du hast ja vorhin mich einmal sogar angefangen du wolltest mich einsparen für deine dienste aber auch dir kann ich nichts übles nachweinen also der einzige der mich wirklich niederträglich behandelt hat heute und das tut mir in der sede weil ich ihn ja sehr herz ich schätze ihn ja sehr aber wb hat mich heute sehr gekränkt mein volk weint wenn seinen namen hört und das was soll ich sagen noch dem nichts erklärt gaius mit dem krieg es tut mir leid und der forschungsallianz klang jetzt aber nicht wie ehrliche reue gaius so ehrlich muss ich mit dir sein ich glaube das möchte der schlechteste freund den ich hier hatte und hat bram mal es muss pragmatisch manchmal gehandelt werden wow das ist wirklich so wenig also hat mir jeder aber geredet dass wir einen verteidigungspakt oder ein das ist eine ausrede das ist alles ich bin der einzig moralische hier und deswegen habe ich eine sondersitzung eingerufen meine freunde sehr schön okay ja im spiel oder okay dauert noch kurz noch eine weitere runde okay sie beginnt am ende dieser runde deine sitzung sind immer cool ja ich muss den fall der weltgemeinschaft vortragen der hier gerade passiert ist tatsächlich von griechenland ok pass auf morris weiß wie weit gekommen bist du bist auf der hälfte meiner insel ungefähr die hälfte weiter darüber bis jetzt nicht weil siehst du eigentlich schon irgendjemanden ich sehe tatsächlich eher so leute halt um mich rum wb ist ja irgendwo hinter dir ich sehe nils über mir ich habe einen handwerker von wb gesehen nächstes mal kein klang muss nur vorbei ist gut möchte hiermit mal festhalten dass die scouts wirklich existieren alle haben es angezweifelt du hast nicht gelogen das ist richtig ja die habe ich auch gesehen die scouts da sind sie die griechen überall der kaiser ist ehrlich gewesen ja so 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 ich kann drei verratsnotfälle beantragen ich nehme mal zwei das reicht gegen andy habe ich nix war das so könnte jetzt gegen dich einen notfall das stimmt ja mit ernsthaft ja weil du wohl eine schulgerei begegst wow geist hat mich aber nicht so zwar so hinterrücks nils kannst du dir nicht vorstellen ja aber du musst es uns bildlich erklären der gaius hat mich auch in verdrungen die letzten 4000 jahre hand in hand insel an insel zusammen gelebt in einer friedlichen vorschriften die ecke man kommt so ja und dann und dann und die selben 4000 jahre mit so zusammen gelebt tatsächlich genau und dann hat er sich gekniet und hat gesagt sepp komm ich helfe dir wir zusammen und jetzt stehen sie da hab ich ja jetzt gesehen selbst religion ist ja bei mir schon vor der tür ja das ist krass das ist wirklich krass ja überall wo man hinguckt blicke ich verrat also ich finde auch bram und nils am sympathischsten diese runde ja ich mich auch ich würde sagen moris soll gewinnen ich bin ganz ehrlich meint ich komme nicht rüber zu dem gebäck wo ist das zulureich wobei andy gönn ich es auch ja also andy würde ich es auch können muss ich sagen da ist das zulureich direkt neben gallenstein ja der gleiche ja wahrscheinlich von wo es ist wo ist eigentlich stefan stein war nicht so der generalsekretär und er muss doch eigentlich sowas hier moderieren das stimmt wenn ihr das macht ihr schon am besten ja ich lausche mit klein ich sag mal gibt es bestrafen du musst uns moralische richtschnur geben wenn einer das sagen kann dann dann du soll mal gaius oder in der branche ist die moralisch ist dann auf jeden fall geben wird dann geben wir nämlich den ziel anhalten noch mal minus drei kampfstärke ja bram sag mir was ich tun soll ja das ist doch jetzt die einzige moralische instanz eine nebenfigur gerade sagen jetzt hier nicht gerade eher um andy und writing bull als die großen personen und ist ja als ich überholfen hat es keine sau interessiert also ich halte ich habe gerade steinwein vergessen ich mag stein auch richtig gerne weil deswegen bin ich nicht letzter das ist vollkommen okay steinwein ist auch ich mag steinwein also ich sehe es schon kommen am ende lacht moris wieder ja ist ja okay lass ihn lachen das wäre durchaus denkbar 105 möchte ich nur sagen aktuell besteht seine komplette armée aus 1 2 3 4 schiffen die bei ihm vor knossos stehen ich glaube bram und du überschätzt deine sichtweite also 1.104 militärische stärke komme ich komme mal gucken ja ich komme mal an wie groß seine army ist die da ist mit 1000 1000 kann jetzt nicht so überwältigend sie ist nicht riesig das habe ich auch nie behauptet aber sie ist schon ein bisschen größer als als du ihr credit gibst ja ich gebe ihr richtig credit kommt ja ich bin am stössl das ist keine gefahr ist nicht ist ein kriegsschiff level 1 kriegsschiff ohne armada ohne alles ja keine gefahr sehr gut ich würde mir nur angucken wie krass die griechische armada ist das war damals athen habt durchaus aufgerüstet seiner zeit als dann sparta und so was ne seemacht also das hat historischen präzedenzfall bei uns kriegen einfach mal irgendwelche geilen städte reinwerfen sparta und so da rennen wir uns alle dran ja natürlich damals als wir noch groß waren gute zeit noch mit sparta und so gute old times was habe ich eigentlich hier damals als die welt noch gut war andi du bist weg wird wie ich bin ja du hast die ganze gemütet durch sachen verpasst also ja ist dir egal nee ist mir nicht die sachen die armee ist gigantisch ja kontinuierlich jede runde auf eben ich will mal ein bisschen hier diese diese anschuldigungen die hier gegen mich kommen entschieden zurückweisen dass hier nur faul auf meinem griechischen hintern sitze nein das hat keiner gesagt einen griechischen hintern ja definiere es fast so anziehend wie eine griechische nase bitte klippen liebe leute aus der community von moris bitte bitte klippen schickt meinen clip rüber den möchte ich immer einspielen wenn im chat behauptet wird ich würde manchmal absonderlichkeiten von mir geben also gut ich nie absonderlichkeiten von mir gebe das wäre wirklich moris hat gerade wörtel in die sache mit dem gallenstein waschen heftig aber die aussage zitat moris mein popo ist beinahe so anziehend wie die nase eines griechen lässt durch also das ist heftig war es gar nicht in welche richtung da schon beschämt das war jetzt eigentlich gar nicht so als die aussage dahinter so konkret geplant aber jetzt wo du sagst habe ich das gesagt ja es haben schon starten im europäischen raum unter wen geringfügere anlässe sich den krieg erklärt ja ich weiß jetzt selber gar nicht wie ich da wieder rauskomme ehrlich gesagt ich glaube gar nicht gar nicht glaube das ist nun die sache ja nee ja mike aber mike hat seine stelle so kacke gebaut die so viel minus bei mir in mein riesenloch klappen das ist einfach scheiße dafür also die machen seitdem ich seine städte habe mache ich 100 minus weiß gar nicht weiß gar nicht was er dafür quatsch gemacht hat mit seinen städten dann geh weg dann mach ich einfach kaputt fertig die armen städte tag jetzt hat die schon wieder rebelliert ich rasse aus was gibt es doch nicht also sepp wir können es auch gerne so machen du eroberst die städte dann rebellieren sie und dann sorge ich dafür dass es den leuten wieder gut geht in den städten so nach und nach das klingt doch nicht sehr fair nein ich kann ich auch einfach abreißen aber ich will die städte eigentlich behalten aber irgendwie haben die leute keinen bock auf mich versteht auch nicht das ist komplett unbegreiflich ja absolut muss einfach unsympathisch weshalb müssten du indoneser hätte ich jetzt auch in der in der zeit in der wir spielen würde ich mich auch viel lieber den ägyptischen menschen zuwenden als irgendwie dieses nie als die gefolgte einfach ja wirklich gesagt ist schon widerlich eine andere art und weise wirklich so spricht derjenige dem grad attestiert wurde der einzig ehrbare spieler heute zu sein danke schön dass das noch mal ausgesprochen genug getrashtalkt ich vergesse das immer wieder ich wollte mir die großartige die großartige armee vom griechischen reich angucken okay pizmied kocht hat minus 39 auf dieses nierenstein ist aber wirklich eine sehr kümmerliche stadt die mir da überlassen wurde guck mal da dabei hat sie sich so geärgert hat sie dich also moris komm mal ganz ehrlich ja von den 1217 kampfkraft die du hast müssen doch diese sechs sieben amadas die hier stehen der großteil sein das kann gut sein ja so ich habe doch jetzt nicht so viel übersehen noch nee aber ich meine aus der kampfkraft ist doch jetzt dann keine winz armee wie du hier die ganze zeit propagieren auch nicht gesagt hat sich angefangen dazu propagieren lag die noch bei 600 oder so ja aber dann hast du ja deine meinung nie geändert also auch mittlerweile hat sie gehabt griechenland eine stadtliche wo ist sie armee ja dann darauf können wir uns doch einigen siehst du mal einigen sehen doch weiter in unserer handelschef hin und her ja eben wir profitieren doch alle voneinander es ist es gibt doch gar keinen grund sich über irgendwas zu beschweren so nämlich ja danke endlich sagt immer ein ja ich aber wb hat einstmals 2500 militärische stärke dieses ganz schön schrumpft die die zahlen passen sich aber auch im laufe der zeit an durch technologischen fortschritt waren die punkte weniger wert und es kann auch sein wenn einheiten zusammengefasst werden zu zwei oder drei als text die werden auch vom spiel geringer bewertet das noch einmal absoluter quatsch hallo hallo gucken sie nur an mir vorbei alles ist ja nur die scouts die die alles gut alles gut weit und breit in der welt ich gebe dir begleitschutz alles sauberhaft macht ja gut ich hab dir mal einen handels an klar geschickt das ist ein sehr gutes angebot des handels das hat tom zeit alter so so jetzt wird es zerstörerisch oh yes wollen wir atomen atome atombomben haben ja wie sagt man ähm echten um sie echt aber das spieltechnisch irgendwie durch irgendeine petitionen umsetzen erst durch den durch den kongress wo ist denn der tut jetzt hin manometer mike wieso muss es mir denn so schwer machen hier absolut absolut asozial hast du hast die karte ist ja mittlerweile aufgedeckt ich habe hoffentlich darauf geantwortet was du hast deine karte ja okay meine forschung ist halt schon echt weit na ja ja weiß man nicht wie er das macht aber drohlicher writing bull mit seinen zwei punkten eine wissenschaft oder moris mit 61 kultur von 174 boah andy hast du viele städte nicht einschätzen das ist ja krass andy hat unfassbar viele städte ein dieser stadt städte heißt sogar steinballen ja aber das war eine hauptstadt ich habe fünf städte fünf städte ich habe fünf städte fünf städte ja wobei du bist denn gibt doch den manus pro stadt brauchst du auch mehr für die forschung sachen das sind gerüchte neben ernst es war bei einem früheren zift also also ich glaube von seinen städten sind weiß ich nicht zehn oder zwölf meiner gewesen ja wir nicken alle betreten so ist das wenn man gern die ist und das ernst nicht mit der rung geworfen dazu bin ich ja nicht so weit kann man wollte gerne damit brauchst du aluminium oder uran uran weiß ich noch nicht okay und aluminium das habe ich schon zweimal sogar kann ich irgendwie sonst ein bisschen an öl von dir kommen jetzt brauchst du auch noch für mich oder was möchtest du trüffel haben auch du kannst du von mir haben ja ich gucke doch mal ganz kurz bei dir rein ja ich schmeiße aber noch so 30 in den port wird helfen darf man erst mal ja gerne kann man maximal 25 geben die nehme ich auch aber wo aber jetzt sind einfach mal von so davon finde ich fair auch noch mal hast du beides doppelt das ist richtig und du hast mir beim letzten mal auch was ja komm kann ich vielleicht dann öfters ein bisschen öl bekommen dafür dass du die regelmäßig bekommst ja da können sich ja mal da werden muss auf jeden fall einig und dabei ist da sehe ich aber gar kein problem sehr schön aber handel war bisher immer ein trefflich kommen kann mich nicht beschweren ich habe mich auch versehen wir haben nichts gesehen warum soll das auch mein problem sein nicht wahr nicht wahr die griechen die ganze zeit nur theater oder ja wirklich mehr machen wir nicht magaius du brauchst das doch gerade öl na ja ich brauche öl kann ich dir kein öl geben vielleicht habe ich gerade öl von brammen bekommen ich muss mal schauen aber das öl wird bald wieder aufgebraucht sein also ich werde ja mach es ja ja nächste runde übernächste runde spätestens brauche ich wieder öl denke ich ich kann dir 21 pro runde geben das wäre fantastisch ja richtigen jetzt peter erst magst du vielleicht ist peter da neben peter quatsch mit moris das ja bitte und moris möchte nämlich noch gewinnen ja das glaube ich gerne dass moris das trippel möchte das glaube ich auch kultur probieren wir doch niemals rechtzeitig die kultur haben oder der ist doch noch so weit da zurück 498 kultur oder schätze ich das falsch ein kultur können wir halt passiv dagegen halten ist nicht freundschaften mit ihm machen bis 0 uhr hier kultur hinzubekommen oder täusche ich mich das weiß ich weiß man nie weiß man es geschickt macht und passende bonus von irgendwoher bekommt anders stellen ja aber ich halte auch für unwahrscheinlich hast du gott moris in der stelle die taktik spricht so 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 wird gleich schon wieder rebelliert ich raste aus hast du sie alle mit dieser rebellen die nicht wollen dass andere ihre länder nehmen also ich verstehe nicht ist mittlerweile in der level 3 statt ich krieg die nicht unter kontrolle ja weil ich mich so liebte wirklich 30 gleich aber unbedingt zu das ist ja weil ich leider ist im mismanagement betrieben habe muss ja ehrlich zugeben also aktuell habe ich 18 öl also ich meine ich hätte allein gegen dich schon eigentlich klar verlieren müssen aber gegen beide ist schon okay greife ich doch gar nicht proaktiv an ja ist ja egal kann sich auch zu zweit wobei reden piet und moris die ganze zeit weiß ich nicht vielleicht darüber genau oder was kulturmäßig der plan von moris ist oder ob er jetzt doch mit der armee die er gerade aufbaut noch mal irgendwo intervenieren möchte er muss jetzt gucken eigentlich moris muss an die punkte klauen aber wenn er in krieg geht hat er seinen kultursieg verballert apropos kultur ich glaube ich bin dann mal eine meiner städte um die kühltür war chicago direkt gegenüber von brammen anstatt mal um mit einem etwas besseren namen ok brammen ist ja am besten brammen ist der beste als meine stadt gegenüber der einzige im ernst mich eingeschlossen der einzige der im laufe dieses events eine uneigennützige tat für sich selber und für alle anderen gemacht hat der einzige ein bisschen niveau hat er heute recht mich inklusive da leider muss ich leider offen sagen es ist wahr es ist wahr wir sind schon stolz auf brammen so also andy spielt jetzt auf jeden fall gerade im wissenschaftssieg mit möchte ich ja nur mal gesagt haben wirklich auch ja weißt du ich hab ja ich bin so schnell mit meinen runden wirklich ja ich merke das du kannst dich sofort alles anschauen ich gucke mir alle statistiken jede runde gerade an ok und griechenland ist seit dieser runde dominant als meine kultur moris wird ja polen ist auch schon der wollte eigentlich nur so ein bisschen sich mal umschauen ja er wollte das ja war das war seine entscheidung sind wir uns da sicher es war ein rogue agent also also macht es doch nichts wenn ich den mal in keller und lehricht richtigen absolut hin also ich meine dass wir wissen ja alle dass der offenbar auf eigene befehle gehandelt hat warum sollte ich jetzt noch also ja 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 geht ja gar nicht nils die stadt gegründet hast du auf diesem auf diesem kleinen eiland wie heißt die warte da hatte du da oder hatte hatte du da genau nee wieso hast du interesse den namen mit zu gestalten so als nachbarschaft das einfach kulturell hochwert hochwertig das ist echt sehr sehr cool ja danke ich habe mir auch echt mühe gegeben ja ich habe eben ein paar ganz böse sachen zu gesagt das ist mittlerweile ja ich habe irgendwas gesagt wie von von wegen also in deiner abwesen ach das weißt du alles gut stimmt nicht ab stimmt nicht alles gut das ist echt schade weil ich wollte dir gerade meine gesamte armee schenken aber jetzt leider leider das ist also diese geste hätte ich nicht verdient die geste ist zu großherzig ja das stimmt aber ich jetzt trotzdem einfach gern gemacht so war okay jetzt geht es natürlich dann leider nicht mehr schade also eine sache wo ich sehr happy wenn dass ich die lektion aus der letzten runde gelernt habe diesmal habe ich tatsächlich frühzeitig diese ganzen dämme am wasser gebaut die überschwemmung habe ich das nicht gemacht das hat mich am ende noch mal richtig weg gehauen oh ja cool hat sie für mich darstellt ertränkt die hat man tatsächlich die also auch ich habe die letzte mal echt spät gebaut obwohl mir der super fuhl bauen kann eigentlich ja das ist die menschliche natur die bringen der erst mal nichts direkt das heißt du denkst immer doch noch andere sachen auf die ich mich konzentrieren kann es gibt doch gerade wichtigeres und dann dann machst du halt was auch immer dir gerade wichtiger erscheint und da bist du plötzlich plötzlich weggeschwimt da steckt der einzigen drinnen an alle zuschauer da draußen das stimmt ja wir sollten lieber nachhaltige handeln apropos ich habe null gunst und minus zwei pro runde ja auch was ja ja null diplomatische gunst also die ansichten der weltgemeinschaft über mich und dann gehen wir minus zwei runter runde vorne ich habe nur minus drei aber ich habe noch ein bisschen also wer von euch ist jetzt eigentlich sicher dass er gewinnt weil die großen drei die großen drei spielen für sich hin und scheinen ja offensichtlich alle drei der meinung zu sein dass es für sie das klügste ist jetzt keine militärische konfrontation zu suchen das finde ich schon der andy finde ich schon echt erstaunlich ich glaube dass ich gewinne ich glaube ich war zu langsam nils wenn du mal um deine stadt rum guckst ich bin mir nicht sicher ob das richtige aussage ist ja ich sehe das ja also das scheint mir momentan eher eine defensive variante zu sein aber ähm wer weiß ähm sepp deine rebellen machen wir hier gerade einige probleme kann ja ja auch mit ihren krass bitte gut was habt jeder für einen stress eigentlich was ist denn los ihr seid zu zweit gegen den mann hier mit zweiter militär wo ist dein problem ja ich habe leider den macht mit rebellen mal gerade am arsch also ich muss auch wirklich sagen mike obwohl mike immer eigentlich derjenige ist der irgendwo auch vielleicht ein bisschen pech hat mit seinem siedlungsort und so weiter dann im laufe des spiels ein bisschen zurückfällt er hält sich immer verdammt gut und das muss man absolut sagen also mike finde ich macht das echt stark stark mal ein langschwert von nils gefunden ein mittelalter artefakt 1876 ja das ist gut gefunden dass die jetzt immer raubkunst in meinem archäologischen museum in philadelphia ausstattung bares ferrares du das finde ich super damit deine leute auch ein bisschen kultur haben ist doch schön ja das ist glaube ich dein persönliches langschwert aber das habe ich noch bei mir weiter angeben aber wenn du an meinem langschwert interessiert bis kann man da sicherlich was arrangieren das ich möchte möchte dieses gespräch jetzt abbrechen ja es ist besser glaube ich kommen zu sagen selbst ich mache keinen frieden tschüss aber ich werde jetzt mal allen die bei mir zuschauen mal den langschwert zeigen in große aufnahme ich könnte das können wir bitte daraus so einzelne spuren machen ja und dann hinter unterlegen wir die mit so einem short animation movie wo einfach in einer bereit ist dann was zu zeichnen und dann haben wir hier einfach so und ich sehe richtig so bin jetzt das aber auch im rücken liegt das langschwert so zwischen den beiden festhält und wie wichtig da so vor der animation siehst du hier ist der langschwert kommen uns das doch mal gemeinsam an das wäre schon gut irgendwie sprachlos ne ja 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 ich vermeldet kurz dass die griechen a.k.a. maurice mich quasi kulturell gerade eingewickelt haben das haben die polen bei mir auch schon gemacht also wie es ist und an die ist knapp hinter wb beim wissenschaftssieg nicht war diese politikgeschichte aber wo wir gerade beim thema body shaming sind ich weiß auch nicht wie ich jetzt auch von moris zu sprechen kommen wenn ihr euch mal dessen 3d anschaut ja ich finde also dr periklas ja sieht er nicht eher aus wie ein doktor perversiklas ja gut er leider kann ich nicht angest reißen jetzt wurde das für ich leider auch alter bb du bist einfach ein tier muss man sagen wie kann man mit fünf stecken 583 bahn das ist echt beeindruckend also hat man leidlos anerkennen nicht mal in den runden wirklich ich frage die frage wie ich fühle mich so unfassbar dumm erzähle ich gerne am ende ist ein paar kleine billige tricks aber ich lasse gerne teile die gerne ja also natürlich nicht jetzt sagen aber ich bin ich bin beeindruckend krank jetzt wieder ja moris was denn soll einen politikplatz auffüllen aber darf nicht das ist einfach eine riesensauerei ist du spiel ist ich muss das auch irgendwie eigentlich mit gold man halt noch freischalten dass man das darf aber die schaltfläche sehe ich auch nicht kann nur eine persönliche aniversität des spiels sein gegen dich das ist das spiel lehnt sich aus genau das hat auch nicht gecheckt was sich geändert doch hat es bis wir hatten doch schon mal zu beginn des heutigen nachmittags und abends sind die situation dass das spiel dich nicht in multiplayer match reinlassen wollte ja damit das als zufall abgetan heute gegen mich ja könntest du dir einen grund dafür vorstellen eine menge ja leider ich mir auch übrigens okay das dachte ich mir also moris ja du brauchst ja nicht mehr viele runden bis du gewinnst ne glaube ich brauche ich gewinnen ehrlich gesagt ja 44 das kann man so sehen bei der kultur anzeige das ist irreführend oder wo weniger sein das stimmt die zeigt mal drei an mal 180 die bezieht sich immer auf auf die kultur leistung die man in der runde vorher geschafft hatte und rechnet die hoch und weiter schwankt das ist komplett irreführend könnt ihr ignorieren ehrlich ich weiß nicht aber wann ist das denn wert bei dem man intervenieren müsste also oder lass mich für die frage folgendermaßen stellen ist an die nights mond landung weiter als die aktuelle kultur leistung von moris also bei der kultur leistung also bei dieser tourismus leistung das sind ja immer werte die gegengerechnet werden gegen denjenigen mit der großen kulturellen defensive das heißt derjenige der immer mehr tourismus anhäuft muss denjenigen der immer mehr kultur ab anhäuft übertrumpfen und wenn das heißt wir können das aktiv unterdrücken dass jemand ein kultursieg bekommt wenn wir entsprechend kulturelle defensive aufbauen also viel kulturpunkte haben und zwar muss derjenige den tourismus sieg holt alle bei allen anderen mitspielern deren kulturelle defensive überwinden also mehr tourismus erzeugen vereinfacht formuliert als jeder einzelne im spiel kultur erzeugt bei wissenschaft ist es anders da muss eigentlich nur einer die ganze geschichte durchgelaufen haben bis zum ende und an die projekte noch durchgeführt haben also die landung auf dem exoplaneten und dann hat man gewonnen das können die anderen dann am ende nicht mit anti wissenschaft leistung begrenzen ja ich fühle mich noch so ein bisschen aus dem spiel genommen ich habe das gefühl ich muss noch mehr ich muss aktiver sein muss ich denn wb noch eure städte einzeln aufdecken dass der tourismus da wirkt oder muss ich nur eure nation getroffen haben das ist nicht nötig und weil ich spiel dann selber zum ersten mal deswegen bin ich selber noch so ein wenig am rum hudeln ehrlich gesagt aber gaios braucht mehr öl als man das öl für gaios hat das ist tatsächlich vollkommen richtig ja mein freund gaios da war ja was ja um was zu tun eigentlich gaios um die türen türen schlösser zu schmieren die leider nicht mehr so gut funktionieren in den alten gebäuden die noch aus dem mittelalter stammt okay das ist doch so ein eins zu eins hier was hältst du davon dann kann ich schau einfach mir mal beide angebote an also beide haben an den kannst du nicht genug speichern ich kann immer nur 25 speichern was denn das andere ja doch die ich euch einen kleinen typ geben darf als ihr den kultursieg von moris verhindern möchte ich habe gerade moris beraten kann ich euch auch beraten versucht die die diplomatie politik hatte musik zensur freizuschalten und zu nutzen weil dann können fremde rock bands euer territorium nicht betreten und mit rock bands kann man die kultur oder den tourismus sieg abkürzen lieber wb ich stehe eins vor dem tod gegen zwei nationen wenn meinem volk was total egal ist dann die musikzensur ich finde das gut ja mir hilft ja auch niemand also vom joss kann moris musizieren so viel er möchte geiler typ die musik ich meine ich habe gerade noch nicht rausgefunden wo ich überhaupt rekrutiere deswegen ist es ein bisschen der glauben das ist mein level er glaube er glaube ja und zwar so richtig viel die kosten arsch voll oh gott das was du wahrscheinlich nicht hast also wenn du hat gewinnst moris na der frage ja ich weiß dann fall ich vom glauben ab ja okay mit mit glaube gut aha ja das erklärt fragen kann man ja beantworten das erklärt wirklich einiges okay so wenn wb erzählt man kann musik zensur machen damit du keine rock bands benutzen kannst kann ich die aussagen wie man das ist ja dass das erklärt gerade sehr viel warum mit glaube what the fuck ist das alles nur christrock oder was was man wahrscheinlich christrock 560 kultur es ist schon krass das ist tatsächlich einiges okay so und was kann die jetzt sieht eigentlich bei der religion aus ist da jemand vorne ich habe gerade den einzigen kampf gegen mich selber das ist so bitter muss auch gestehen dass ich late games so selten spiele irgendwie dass ich dann da ja wirklich ich auch immer sehr schwer tue es ist so early bis mit game das läuft super oder gut jetzt nicht so gut wie bei anderen aber aber ist so das late game da schwimme ich dann durchaus auch und die rock bands gehen dann ins gegnerische gebiet oder was genau genau weil ich jetzt für die einfach nicht ist glaubens menü geschaut das ist natürlich dann auch ein bisschen mein fehler gewesen ja gut obwohl jetzt wissen sollen auch wie early ach jetzt meine ganz ehrliche frage was machst du eigentlich mit der kugel und moris auch ja das ich habe da sehr viel gebäude gekauft mit dem geld die ganze zeit das tue ich auch die ganze zeit deswegen habe ich auch keins weil ich dann einfach jede runde mache im richtigen moment ist es natürlich auch mal gut um vielleicht ein zwei teure militärinheiten zu kaufen in der runden ja moris ist jetzt richtig hochgeschossen ja der hat wieder neun tausend gold ist schon einiges er durchaus kriegsphase ist vorbei auf dem papier führen mike und nils für geführe ich mit euch mal einen neuen krieg ich hab dir vor 100 runden eine friedens erklärung nicht und ist untergegangen im meer untergegangen soll ich die immer nur annehmen das ist deine entscheidung ich glaube dass dann geht jetzt weniger mein und dein volk noch im restlichen spiel nur kurz ob du eine vor der stütze religionssieg nein nicht wirklich ich glaube das kann machen michael mir fällt ein stein vom herzen steinballen kein gallenstein hoffe ich doch nicht ja wirklich ja das stimmt das stimmt das late game wir haben 18 96 und überall sind die die flugzeuge die panzer die atombomben sind schon irgendwelche auf dem weg mal wieder machen wir die welt zu einem schlechteren ort das ist eigentlich wirklich traurig eine schöne tradition dabei soll es bleiben fragt mich die ganze zeit ob man das auch ein bisschen rollenspielerisch machen kann bei ziv aber es ist wahrscheinlich echt schwierig so mit der zeitbegrenzung und diesen sachen ja ich hab's mit gandhi versucht ne ja gandhi wobei gandhi hat bei mir nie den großen frieden gepredigt muss ich sagen es kam in schottland nicht an muss ich gestehen ne du hast einfach keinen krieg geführt aber das ist kein aktives roleplay das ist passives roleplay kann das sein dass ich hier sabotiert werde von jemandem von wem denn von dir alles klar nein ich ich weiß überhaupt nicht worüber sie reden ja gerne das ist echt schade das ist es ist eigentlich schon fast wieder eine kriegserklärung wir haben doch schon weiter der wirtschaft fröhn ja natürlich Möchtest du noch einen zweiten kriege anfangen Ja Das ist ertig Wo wir jetzt bei dummen fragen sind was sind gültige nationalparkfelder Oh das ist ähm Gute Frage Gute Frage da muss ich dich ein bisschen ein bisschen zutexten Ähm Lass mich mal kurz gucken ob ich irgendwo ziehen muss Ja ich muss eine Aktion machen Nils Die hab ich auch mal ein paar schöne handelsangebote geschickt Du bist so ein richtig guter freund Also Nationalpark das ist eine Raute Vier Felder in Rautenformen Nils ich hab dir auch was geschickt Und Nationalpark alle Felder müssen zu einer und derselben Stadt gehören Das kannst du ein bisschen beeinflussen indem du ja die meisten Stadtfelder kannst ja eventuell bei naheliegend Städten auch hin und her schieben Also vier Städte Rautenförmig zur selben Stadt Auf dem und auf jedem einzelnen Feld Darf kein Bezirk stehen Und darf keine Modernisierung stehen Und darf kein Weltwunder stehen Es müssen alles Landfelder sein Hättest du eine Modernisierung gebaut kannst du die natürlich auch erst abreißen Und danach dann den Nationalpark drauf bauen Und die brauchen eine Mindestvoraussetzung an Attraktivität Das heißt wenn du die Attraktivitätslinse aufruft Und indem du auf die drei drückst Und wie sie so kleine Grüne und Dunkelgrünen Felder Die Dunkelgrünen sind die die für Nationalpark besonders gut geeignet sind Die Hellgrünen gehen so Okay Hat ja echt viele Anforderungen Krass Gut Ich glaube ein, zwei Orte wo das gehen könnte Habe ich sogar Auf meinen sinnloseren Inseln Vielleicht auch hier Das kostet halt schon auch was Rating Bull Ich habe da auch so eine technische Frage Also man kann ja über Über das Regierungsgebäude Über den Regierungsplatz Platz auch dazu kommen Mit einer Ausbaustufe Dass man mit Glauben Einheiten rekrutieren kann Genau Was ja sehr cool ist Das kann ich aber nur in meinen Haupt selber gegründeten Städten Ne das kannst du überall Weil ich kann das bei Mike in den Städten Kann ich das nicht Ah ne bei dir alles gut? Ne ich schlade gerade mal Also du brauchst Lass mich mal kurz nachdenken Du musst genug Glauben haben Ja Und du musst die kaufen mit Glauben Also du musst in den Innerhalb der Du musst das Stadtfenster aufmachen In Glaubensreiter reingehen Genau Und dann kannst du Einheiten Da sind die nicht aufgelistet Ne Das hängt vielleicht Ähm Man kann glaube ich nicht alle Lande Einheiten kaufen Man kann nur Lande Einheiten kaufen Liegt das vielleicht daran? Äh Ne ich kann Also in der einen Stadt konnte ich das jetzt gerade gar nicht Aber Ja Es sollte eigentlich religionsunabhängig sein Ja das habe ich jetzt Das habe ich nämlich nicht ganz sehr alt hier Peter kannst du mich mit Gaius mal eben ziehen? Also ich kann das auch kaufen Ich kann mal kurz nachgucken Ja ja Es könnte daran liegen Aber bei dir auf der Insel ja Also ich glaube in der Beschreibung steht nämlich Von dir selbst gegründete Städte Kann sein, weil wir mit Mod spielen Dass es hier verändert worden ist Kann ich nicht ausschließen Aber der häufigste Fehler ist der Dass da schon eine andere Einheit Des gleichen Typs Also zum Beispiel auch eine Lande Einheit Oder eine Lande Einheit Ja Schon drin steht in der Stadt Und du deshalb nicht nochmal eine drüber bauen kannst Ja Also mein Chat sagt die Städte müssen konvertiert sein Da werden schon drei Leute geschrieben Bei diesem Regierungsplatzgebäude Nie und nimmer Kann ich mir nicht vorstellen Also Also ich sage jetzt nie und nimmer Aber ich würde mich komplett überraschen jetzt hier Aber ich kann es nicht ausschließen wenn der Chat dir das sagt Ich kann jetzt gerade nicht in meinen reingucken Ich würde sagen Ich würde sagen Ja Wurde gerade fett wie Rockman abgespielt Aber leider gab es danach kreative Dinger werden Wäre ganz gut Peter, danke ohne Phone Schau dir mal in die Beschreibung des Gebäudes rein Wolltest du den Frieden annehmen oder Weil tschuldigung hast du mir schon wieder Frieden gemacht Ich, Ich beachte dich gar nicht Das ist mir total unangenehm Du bist so ein netter Mensch Das habe ich nicht du hast die ganze zeit wie krieg mit gemm oder bis mit gemm befreundet ich weiß und dann kommt dauernd so eine meldung ist der ist dann einmal frieden kann so selbst ist ja meine städte kritisiert aber triwan drum und ja baldur oder pur das ist auch nicht die geilsten okay also weniger produktion für wissenschaft ist natürlich also frage ist welches wo sind sie denn gerade beide ja warte mal warte mal warte mal das verstehe ich immer nie wenn wir auf die musik gehen das ist dann teure oder das ist eine gute frage also nanotechnologie erforschen mars kolonien hat writing bull schon geschafft dass wir dementsprechend exoplanet expeditionsstatt unter intelligentes material erforschen ja aber die frage ist berechtigt was ist jetzt das was sabotiert das obere plus 100 produktion für dieses projekt also das ist dann teurer sabotieren oder erst eine gute frau sein minus ich bin nicht sicher weil die produktion weil die produktion kommt ja nicht vom projekt sondern das heißt dann du brauchst minus 50 produktion das projekt wahrscheinlich weil es lustig das falsch machen und ja es kann auch sein dass du 100 prozent das wahrscheinlich gerade nicht ja aber gleichzeitig auch die weltspiele nein danke wie ist das denn bei den anderen auswahlmöglichkeiten ist da das untere immer das blöde es gibt ja manchmal noch andere fragen bis hier was ich meine militärberater zum beispiel ist ja einheiten der gewinnten beförderung verlieren fünf ist das unterscheiden immer ja was sollen wir nehmen wahrscheinlich ist wahrscheinlich ist minus das ist halt super schwer ist das minus das gute oder das schlechte und wenn ich kann peter mal den chat fragen wie wir da abstehen soll ich habe ich war gerade in einem anderen auch die frage ist bei öffentliches bauvorhaben programm ist plus 100 produktion für dieses projekt ist damit gemeint hat man 100 produktion bekommt als gedoppelt so schnell oder es minus 50 produktion für dieses projekt ist dass es nur auf minus 50 prozent kostet ich hätte es gesagt dass es dann langsamer geht das zweite was müssen wir wählen a oder b um das projekt zu verlangsamen ist genau das möchten wir wir möchten exoplanet expeditionsstaat im zwischen moris und ich möchte das verlangsamen müssten wir da oder b wählen 100 ist das schnelle b ist das langsame okay und was was aber welches ziel denn bitte exoplanet expeditionsstaat alles klar dann machen wir das und die weltspiele müssen auch weg die weltspiele wir müssen auch weg ja weil die moris hat naja ok oh ja da stimmt moris gewählt exakt weil ich nicht wusste dass die für mich sind aber da steht auch tourismus drunter das stimmt ja ich habe du bist doch ein terrorist tourist ihr habt absolut recht was wollen wir noch einheiten stärken oder schwächen ich habe die gestärkt ich habe keinen kampf gestärkt weil es irgendwer dass ich gerade auf die die fresse hau und viel zu machen na dann sei es so ach shit ja es gibt einen release termin für die neue arcane staffel weiter november 2024 verdauers von welchem spiel ok jetzt guck mal ganz was hat bb dann gewählt exoplanet ist durchgegangen ok bb hat auf jeden fall 50 prozent plus gewählt 100 prozent plus ja meine ich ja 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 bei unserer spielgeschwindigkeit ist das eh gar nicht so wichtig weil wir unglaublich viele produktion haben ich wünschte ich werde mich ständig sabotiert und dem wirst du dann sabotiert vielleicht auch nur vom vulkan aber ich glaube er dass jemand anderes ist ich glaube er das ist ich glaube der jenige weiß schon wer ist ich bin es nicht hoffe dass derjenige weiß wer ist ich vermute es ist einfach der ich schwöre ich hab dich jetzt noch mal gezogen hier ja gerade alles hier und ich will gerne mal wissen wie du so dein spiel jetzt siehst ja also ich bin natürlich leider nicht mehr in der position um den sieg mit zu spielen und möchte aber nicht wenn ich mich instrumentalisieren lasse dann natürlich auch sehr charmant und das ist bislang nicht passiert ich könnte glaube ich auch ich weiß nicht ob ich noch zunglein auf der waage sein könnte wenn ich jetzt versuche gegen einen der drei die siegkandidaten noch zu gehen dann kann ich vielleicht sagen okay auf die art und weise nehme ich noch einfluss aber ich will jetzt auch nicht einfach random jemanden das spiel zerstören da habe ich jetzt auch nicht so bock drauf das ist immer so schwierig auf der einen seite will ich relevant sein und noch mitzocken und auf der anderen seite will ich auch jetzt niemanden einfach wie gesagt völlig chaotisch einfach in die in die parade fahren der einzige mit dem ich halt wirklich ein bisschen beef hatte jetzt im spiel ist halt writing bull und wenn dann am ehesten würde ich mit ihm noch irgendwas machen die anderen beinahmen nichts getan aber ich glaube ich werde jetzt versuchen ein paar weltwunder zu bauen oder so vielleicht auch noch ein paar truppen zu bauen um eventuell am ende noch mal ein bisschen nerven zu können aber ansonsten kann ich leider nicht so viel machen oder wie siehst du das da kann ich jetzt leider nichts zu sagen aber es ist interessant von dir zu hören dankeschön für die einschätzen ja sehr gern auf wiedersehen sich viel kraft kosten wird ansonsten verlierst du ja mein tourismus irgendwie anders ergibt null sinn von daher das ist eine wie wb so oft sagt die ist rein zur defensive da diese armee noch eine stunde und 20 aber dann ich weiß nicht wie bei der ist aber ich würde auch links welche hinstellen das kann gut sein dass wir da stehen lassen ist okay für mich auch noch mal pop-up-up aber wie es nicht jetzt hier mit ein bisschen schafft Ja, Malting Bulls ist im dritten Ding, Andi im zweiten, bisher hat keiner was getan. Nee, der Rest. Das sieht echt nach einem knappen Kampf zwischen uns. Wenn ich das richtig habe, hauen sich an, Andi und WB hauen sich auf jeden Fall aufs Mund. Ja, das ist sehr knapp bei den beiden. Wer ist der lachende dritte? Habe ich zwischendurch mal beim Vorbeifahren mal gesehen, dass die auf jeden Fall am Kämpfen sind. Achso, Andi und WB, ihr kämpft aktiv? Nee. Nee. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen weniger beeindruckt von WBs Militär, dadurch... Nils, bist du das immer noch? Ja. Du bist du, Nils, ist das noch? Sorry. Ich bin gerade von WBs Militär relativ wenig beeindruckt, der hat einen Großteil immer noch Muskeltiere und so. Was? Wirklich? Moment, war es etwa eine reine Abschreckungstaktik durch hohe Militärpunktzahl, die er führte? Ja, wahrscheinlich. Hat nicht Brammen... Wobei, das ist auch schon wieder länger her, dieser Krieg, ne? Wo du... Ja, er hat vielleicht ein paar Kriegsschiffe, aber... ...und das Recken von WB erzählt hast. Nix dahinter. Ach ne. Ach ne. Ja, das wird jetzt echt... Ja, man muss das immer mit einberechnen, ne? Ab jetzt werden die Runden immer langsamer werden. Das stimmt, ja. Ähm, weil wir einfach nicht mehr so viel Zeit haben. Mhm. Weil... Weil die... Also man darf das nicht immer so mitrechnen, wir haben noch so und so viele Runden, wir wissen ja wie lang eine Runde ist, tun wir gar nicht mehr. Und ich lade jetzt aktuell jede Runde neu. Das ist Mist. Kommt schon mit Flugzeugen? Jetzt erst? Ja, also das ist schon ne Weile her gewesen, das... Ja. Kommt mit Flugzeugen? Jetzt mach doch endlich zu den Sack der Schottland und Indonesien. Was denn da los? Ja, ich... Also die Fände auf jeden Fall episch, wenn du... Also die Fände auf jeden Fall episch, wenn du... Ich hab 5... 5 Runden, warte ich halt auf meinen Panzer. So, und die 5 Runden dauern halt ne Viertelst, Mike. Ich fände es episch, wenn du bist zum Ende durchhältst, Mike. Das wäre dann durchaus ne gute Verteidigungsleistung. Ich mach gar nix. Ihr seid so zweit, ihr müssten eigentlich normalerweise das in 10 Runden haben. Okay, das nicht. Hier musst du auch hart am stüsseln. Da kommt es, da kommt die The Reading Bulls. Kommt da. The Reading Bulls. Das ist... Ich hatte... Meine erste Rockband waren Maurice und die Weber-Knechte. Die haben sich nach kreativen Differenzen aufgelöst. Das sagt auch einiges. Jetzt haben wir die Reading Bulls, die sind auch gerade unterwegs und machen ein bisschen Party. Mal gucken, wie lang... WW, was denkst du? Die Reading Bulls? Ist das ne harmonische Band, die zusammenbleibt? Oder sind die auch recht schnell weg? Ne, der ist bisher nicht da gerade. Ah, okay. Aber das ist Christenrock, oder? Alles Christenrock. Alles, was mit Glaube gekauft ist, kann ja nur Christenrock sein. Ne, der neue Glaube ist doch die ganze Popkultur. Aber so musst du das betrachten. Ach so meinst du das? Ja, ja. Wir sind alle hier schon Atheisten und das hat deren Kult übernommen quasi. Ah, das ist natürlich... Maurice kommt mit K-Pop. K-Pop, ja, ja. Ne, neulich war ich bei Sabaton und die Vorband war Baby-Metal heißen die. Das ist Kawaii-Metal. Ich war absolut fasziniert. Ähm, das sind Kawaii-Japanische Frauen, die richtig harten Metal machen. Es ist ein Erlebnis. Du hast es in der Radius... Äh, nicht genug. Ja, wie gewinne ich denn jetzt noch? Vorschläge? All dein Gold Mike schenken. bislang der beste vorschlag aufkommen lassen die arme greift ja okay in zwei schritt plan so nehmen die allianzanfrage an die ich dir geschickt habe und wenn wir uns irgendwann treffen sollten packen kekse was für kekse da darfst du auch so leibniz butterkekse wenn dann die mit schoko dinger da leibniz schoko diesen geil ganz kurz dadurch dass ich gerade nachgeladen habe sagt ihr mir wenn der teil abgelaufen ist dann würde ich es gibt ein bisschen westerunde ich habe zwar ein bisschen weniger zeit aber das wäre nur fair denke ich wenn ich dann halt überspringen also hier steht jetzt wir warten auf an die neid ja aber ich meine bis der hundentimer abgelaufen ist er ist schon durch ein minus einfach ja gut dann aber du jetzt quasi unendlich zeit hat genau ja deswegen ich will klar ich könnte sie eine stunde sitzen ja und gewonnen ein glorreicher sie ich gehe auch gerade jemand schon gegeben mit 200 punkten vorsprung man bin ich gut als okay wer war es was das ist geschehen irgendwas gebaut einer hat mich abspioniert abspioniert ja also hat mich hier ich weiß nicht wie man das nennt garantiere die ich war nicht das auch nicht ach das ist ja lustig wieso wird das nicht fertig so peter er ist die ganze zeit nicht da hast du mich auch mittlerweile glaube ich und das wollte ich machen so peter so peter so peter so peter so peter So, ich habe gerade etwas getan, ich habe mein Volk gerade... Was hast du getan? Was hast du mit deinem Volk getan? Jetzt... Du weißt nicht, wie ich es... Also... Verzeih mir. Was hast du mit deinem Volk getan, sag es uns. Wir haben ein Rechtes zu erfahren. Hättest du, es beeinflusst dich. Negativ. Dauerhaft. Okay. Aber mehr kann ich dir leider nicht sagen. Gen-manipuliert. Ja. Gen-manipuliert? Gen-manipuliert. Das ist okay. Gen-manipuliert. Irgendjemand ist beim Gen manipuliert worden. Mein Gott. Du bist weg! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da bist du ja wieder mein Freund. So. Lalalalalalala. Kämpft eigentlich jetzt in diesem Augenblick irgendeiner gegen irgendjemand? Ja, ich gegen Mike immer noch. Seit 100.000 Jahren. Ich bin jetzt endlich im Plus wieder und jetzt kann ich endlich wieder für den Glücklich Krieg führen. Können wir Krieg führen? Können wir Krieg führen? Mike, ich bin da weiter stärker. Ich erwarte nur noch, dass Mike gleich sich umdreht und sich auf die Fresse. Das ist hier echt Müll. Das wär schon lustig. Ich würde es auch lustig finden, ja. Ich hab's leider ein bisschen verkackt zugeben. So. Ich habe einen Weg gefunden gerade. Oh komm, Mike. Jetzt mach nicht den hier. Was soll ich denn noch tun? Ich kann hier nichts mehr machen. Mike, komm ey. Oh, das ist ja genial. Jano. Das tust du jetzt nicht. Oh. Was? Was ist geschehen? Erzähl es uns. Ja, Moment. Bitte warten. Er klaut jetzt das Raumprojekt von irgendwem. Ja, von beiden. Das kann man sich einfach so in die Tasche schleichen. Und Bram hat gewonnen. Ich würde es feiern. Ich würde es auch feiern. Ich würde es ein bisschen feiern. Bram einfach auf die Rakete aufgesprungen. Überspion. Aber James Bond rekursiert. Er hat schnell die Fahne in den Mondboden gerammt. Ich war zuerst. Ich war zuerst. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Nix. Ich habe gerade, also mir ist gerade etwas aufgefallen. Und zwar. Ich mach kurz, ich werde mich gleich dazu äußern, ja. Bb, ich mag übrigens unterringen um diesen einen Stadtstart sehr. Das gefällt mir. Das ist ein schönes, ehrliches... Das nervt sich. Jede Runde so ein Grimm. Und der Krieg erklärt, weil es dauernd zu einem von euch geht. An diese Bibings habe ich aber alle ausgeschaltet. Das würde mich auch stören. Nett, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja, doch. Weil ich finde es ist ein ehrliches und faires Ringen. Ohne Krieg sogar. Hast du nett gesagt, aber warum hast du denn hier mit? Dich alleine? Ja, ja. Ich muss dir heute erzählen. Was ist das Problem? Wieder eine große Persönlichkeit bekommen und frag mich, was ist das für eine? Brauchst du gar nicht. Einfach entlassen. Hinrichten. Wow. Jetzt ein bisschen übertrieben, um echt zu sein. Uff, selbst Schmutz. Ach komm. Ich weiß, was das vorher roden, aber mach ich jetzt nicht. Lalalala. Wie die denn zusammen mit ihren Zerstörern auf dieser armen Stadt fahren? Aber die Stadt ist richtig krass, 106 Verteidigung, die gönnt richtig die Stadt. Sepp, hab ich dir doch erzählt. Die Stadt ist gut. Aber wir haben sie gleich. Alter, wirklich. Ja. Aber Mike, um das zu sagen, ich will nur diese eine Stadt. Meine Truppen werden dann nicht weiter angreifen. Ich werd bis zum bitteren Ende hier kämpfen. Nee, das ist ja in Ordnung. Wir werden die Stadt malig machen. Machst du das hier gerade sowieso voll malig. Deshalb sind wir auch in diesem Global-Ding halt voll raus. Genau, wir hätten zu dritt auch Global-mäßig mitwirken. Nein, du hast meine Religion hier in Frage gestellt und meine Insel geklaut. Das ging mir nicht. Du hast meine Religion in Frage gestellt und die Insel war bald schon zu ehrlich. Oh, ich höre Rockbands. Oh je. Sepp, Sepp hat die Entscheidung getroffen einfach, dass wir hier raus sind. Wo sind die Griechen? Wo sind diese tanzenden Griechen? Da waren Rockbands. Ja, jetzt kommt... Hey, hier die Weberknechts 2 sind auf dem Weg, Muris. Oha. Die Folgeband. Was? Die Weberknechts for real heißen die. For real? Die sind zu dir gegangen? Wir haben die mit staatlichen Mitteln subventioniert in unserem Rahmen unseres griechischen Kulturprogramms hier. Und diese... Das ist ja ein Verrat. Das ist ein Verrat, das dachte ich mir auch. Ein Verrat. Das ist eine Unverschämtheit. Die sind jetzt vier. Shit. Und das ist noch ein Weg zu dir. Wow. Nils Can Never Win kommt gerade. Die Rockband. Ernsthaft? Von wem ist die? Von Maurice. Von Maurice. Warte, 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 warte. Ganz kurz. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie ich noch eingreifen möchte in diesen Dreikampf. Ich freue mich auch die ganze Zeit. Ist da wirklich gerade eine Band Nils Can Never Win? Soll ich dir vor den Whatsapp schicken? Auf jeden Fall. Ja, aber das machen wir nicht. Und diese... Du musst mir glauben, dass das hier... Ich sag dir, wo das ist. Siehst du meine Stadt? Gerade? Ich kann nichts mitmachen gerade. Vielleicht siehst du ja auch schon die ganze Map? Ne, leider nicht. Okay, aber vielleicht siehst du es ja. Ich glaube, das Spiel stürzt gerade ab, kann das sein? Ne, das ist normal. Ne, das ist einfach sehr. Oh Gott. Wir sind so spät vorgezogen. Wir sind jetzt mittlerweile so weit und leider ist es jetzt so, dass alle zwei, drei Runden an die neue Leid oder so. Ja. Aber ich möchte, da müssen wir jetzt durch. In fünf Runden endet das Zeit, Alter. Okay. Alter, hier, ich höre die Rock Band. Aber diese Rock Band sind die Reading Bulls. Das ist ja alles nur was... Also es werden hier einfach Dinge erfunden. Also ich will nicht einmal jetzt wirklich einfach hören, ob das der Wahrheit entspricht, dass quasi gerade... Gaius. Let's go. Jawoll. Das ist, das ist wichtig. Das muss ich jetzt wissen. Ob das stimmt. Nils can never win. Ob das stimmt. Wir sind gerade südlich bei mir. Es ist nichts als eine Lüge. Unter der Stadt, an der Stadt Apu. Jetzt sind die bei Svenet. Da und dann jetzt. Oh, die haben sich dann aufgelöst. Die haben leider nur ein Konzert ever gespielt. Oh Gott. Das wollte nicht sein. Wow. Ich warte, ich muss mal kurz im Kongress, in der Volkskammer einfach mal eine Umfrage, einen Volksentscheid machen, wie wir mit dieser sehr kränkenden Situation umgehen. Ihr wisst ja alle meine... Du wirst doch jetzt Brammen, der die ganze Zeit nur stichelt, nichts glauben, Nils. Der will ja nur, dass du jetzt... Ich bin der ehrlichste von uns allen. Der will doch jetzt nur, dass hier nochmal du eine Kurzschlussreaktion hast. Kurzschlussreaktion. Die dich in das Unglück stürzt. Mich? In welches Unglück? Da würde ich absolut nichts drauf geben. Ich würde auch gar nichts drauf geben. Also würdest du verneinen, dass es diese Rock Band mit dem Namen Nils can never win oder ähnlich jemals gegeben hat? Natürlich. Oh, ich sehe gerade einen riesigen Kampfroboter. What? Möchte einer von euch wissen, in welche Richtung Andi den losschickt? Ja. Wahrscheinlich in deine, oder? Hoffentlich in selbst. Ich wollte auch gerade sagen. Alle hoffen, er geht auf die anderen. Nils, du bist das Ziel. Ohne Scheiß. Nein, ich bin das Ziel. Auf keinen Fall bin ich das Ziel. Doch, du bist es. Nein. Das ist westlich der Stadt Nils. Da stapft ein riesiger Kampfroboter. Ja, und der stand doch schon 30 Runden. Das weiß Nils. Echt? Ist der nur Vogelscheich in Deko, oder? Nein, das ist einfach das Monument unserer Freundschaft. Ein Kilometer. Ich gebe Ihnen tatsächlich zu, dass die Stadt Nils nicht Nils gehört, irritiert mich schon länger. Ne, es gehört sogar Nils. So, also Maurice, erst diese blasphemische Tournee, jetzt ist dein Spion erneut beim Versuch Geld abzuschöpfen ertappt worden. Das ist schon frech. Ich positioniere mich in diesem Dreikampf jetzt neu. Ich war ja bisher ja neutral mit Krieg gegen Maurice. Ich muss sagen, diese frech, doppelte Frechheit, du hast dir leider gerade den falschen Feind ausgesucht, sorgt natürlich dafür, dass ich eigentlich das dahinplätschende Spiel nochmal jetzt militärisch anfeuern muss. Und, ähm, es tut mir sehr leid, aber das war eine Provokation zu viel. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Und, was ist der Schluss? Dass ich jetzt, ähm, dass da eine Drohung ausstößt, die aber keinerlei Folgen hat. Ich höre die Welt natürlich kein Klatschen. Äh, ich hab da mal, äh, WB, ich hab dir mal was geschickt. Hohoho. Schauen, was es ist. Ein leichter Vulkanausbruch? Nein. Unwetterbütig weiter. Das ist ein tolles Geschenk, finde ich. Maurice hätte gerne Freundschaft mit mir. Das ist eher witzig. Nie und nimmer. Das hab ich schon vor Ewigkeiten geschickt, glaube ich. Das hast du noch nie angenommen. Nils hat etwas rübergeschickt. Weil du mich nicht respektierst. Oh. Ich fühl dich, Maurice. Ja, ich find das gemein. Du kannst auch über eine Ballade singen. Ja. Ballade? Haben wir eigentlich noch keine Atombomben hier am Start? Was ist denn da los? Der Fliegschuss in den Blasen und eine Rakete geschossen, glaube ich. Aber ich hab's ehrlich gesagt nicht ganz mitgekriegt. Ne, ich glaub, wenn eine Rakete abgeschossen wäre, hat man das mitgekriegt. Und war dann nicht sicher, auf wen sie gegangen ist. Hm. Deswegen... Hast du schon mal mit dem Augenwinkel mitbekommen? Ja. Zumindest eine Rakete, die auf irgendwas landete. Oh. Aber ich mag mich auch irren. Ja, aber das... Dann hätte doch irgendjemand geschrien, scheiße Atombombe, oder? Eigentlich schon. Deswegen hab ich da auch hinterher gedacht. Wahrscheinlich war es Blindheit und Naretai, die mich leitete. Ah! Da sind sie gescheuert. Ist Gallenstein wieder unabhängig? Da freut sich jemand. So. Ähm... Was ist da passiert? Alles klar. Frieden in dieser Zeit. Ich hab gerade versehentlich... Ich wollte dir 10 Gold schenken. Und dann hab ich das wieder rausgenommen, weil ich Angst hatte, dass das dann ewig dauert, bis du das siehst. Was? Kann es sein, dass die Vereinbarung wieder an dich zurückgegangen ist mit meinem Vorschlag. Gleich lauten Frieden. Äh... Warte. Ähm... Kann mich mal jemand und Mike, äh, ziehen? Ne, ich will nicht so werden. Okay. Geil. Ey, es gibt eine neue Band auf dem Planeten, die heißt Weber Skyler Knecht. Ich find das gut. Ich glaub, die produzieren einen echten Banger. Die Reading Bulls haben auch grad nochmal... Aber die... Die Reading Bulls sind alternde Rocker und deswegen mussten sie leider das Konzert... Also es war ihr letztes Konzert, weil sie schlichtweg zu alt geworden sind. Es tut mir ein bisschen leid. Ähm... Altersdiskriminierung. Das ist ganz, ganz grausam hier. Ja. Liebe Leute, das war politisch absolut unkorrekt hier. Das find ich traurig. Sind sie dann wenigstens auf der Bühne gestorben? Wahrscheinlich, ja. Ja. Da schau, das ist doch ein schöner Tod. Würdest du mir das wünschen, wenn du eines Touch-Streams mit Kopf klappt über auf der Tessatur landend? Wäre das... Wäre das der optimalen Höhepunkt für den Stream heute? Wow. So 5 Minuten vor 12, letzter Zug. Na, ich würde dir schon ein würdiges Alter wünschen. Dabei. Aber so, wenn du mit 95 im Stream stirbst, wär doch nicht schlecht, oder? 95 wäre nicht schlecht, ja. 95 im Stream. 95 ist ein gutes Alter. Ja. Ich find, dann kann man die Runde Zahl auch noch voll machen. Also wenn du mit 95 im Stream einfach stirbst, dann find ich das nicht schlecht. Ja. Nur damit wir dann mal drüber... Ich würde grad sagen, wo haben wir uns gerade hinbewegt? Äh, stimmt nicht. Aber wahrscheinlich würde das gegen irgendwelche Twitch-Richtlinien verstärken. Hä, wenn du einfach spontan stirbst? Ja gut, aber ich meine, wenn du tot bist... Dann wirst du auch noch gebannt, während du tot bist. Na also... Könnte sein, dass ich postmortem gebannt werde. Ja. 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 Die Runden werden einfach so insane langen. Ja, das ist immer am Ende bisschen die Schwierigkeit, finde ich, dass du denkst, du hast eigentlich noch recht viel Spielzeit, du hast aber gar nicht wirklich viel Spielzeit. Ja. Äh... Ja. Sondern... Wir könnten ja dadurch... Wir könnten ja dadurch verkürzen, dass jeder einfach die ein paar Klicks macht und dann wirklich auch klickt auf eine Runde weiter. Also ich warte... Jeder 10 Klicks. Ich bin die wirklich... Top, die Wette gilt. Ich bin gerade Platin geworden in LOL nebenbei. Okay. Oh, da wurde noch ein Wunder gebaut, Nils. Was ist denn das für ein schönes Wunder gewesen? Tja. Warten auf Andi Knight steht bei mir. Ja. Ja, wie gesagt, also... Nee, ich wollte es dir nur sagen. Ja, nee, deswegen alle zwei Runden, wir können Bescheid geben, wenn der Time abgelaufen ist, damit ich mit Shift-Ender-Ding beenden kann. Ja. Ah, okay. Wie gesagt, habe ich dann halt 20 Sekunden weniger Zeit, aber mein Gott. Ähm, Sepp, hast du wieder Öl in der neuen Runde? Ich habe immer Öl. Ich habe alle Rohstoffe, die ihr haben wollt, habe ich 5er. Hat jemand für Gaius Uran? Bitte. Ich habe Uran. Ich bin aber nicht bereit, es einzusetzen. Ich will mich auch eigentlich nur noch verteidigen, also ich will dich nicht mehr aktiv angreifen. Ich will es nur gesagt haben. Aber es ist in Ordnung, wenn du weiterkämpfen willst, ist alles gut. Dann wird weitergekämpft. Das Sulu-Reich ist auf jeden Fall ein ehrenhafter Kriegsliegen. Wurst-Wasser-Metal ist Andi's Band jetzt hier. Auch ein interessanter Name. Ja, ja. Ja, so ein bisschen gegenhalten muss man ja, ne? Man kann den Weber nicht mit jedem Scheiß durchkommen lassen. Das verstehe ich total. Richtig. Würde ich auch nicht. Ja, da sind sie doch. Die geilen Weber-Knechts. Der Name ist schon... Der Name ist gut. Der ist schon gut. Ja. Apropos Namen, Maurice, hast du dir schon so ein bisschen zum Thema Namen Gedanken gemacht, nachdem du da auf einer Plattform Aufrufe gemacht hast? Äh, wir hatten einige gute Vorschläge für Podcast-Namen. Wir suchen noch. Okay. Kam auch sehr viel mit Weber-Knecht, tatsächlich. Natürlich. Was auch sonst. Natürlich. Geblutet und gewebert? Das ist auch nicht schlecht. Max und Maurice fand ich eigentlich nur gut. Ich bin auch, ich bin gar nicht so abgeneigt einfach der simpelsten Lösung tatsächlich irgendwo. Und? Ähm, das ist ja auch manchmal nicht verkehrt. Weber-Knabe? Weber-Knabe hat auch was, ja. Okay. Also ich fand Stolz und Vorurteil schon gut. Ist auch ein guter Vorschlag gewesen. Absolut. Aber wer ist wer? Tja, das wird dann offengelassen. Das ist ja das Besondere. Ja, das ist eine Frage für die Zeitalter quasi. Richtig, richtig. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ha, 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 ha. Okay, fair enough. Ist in Ordnung, Mike. Ein kleines Volk kämpft tapfer. Das darf es. Dennoch werden wir nicht mehr angreifen. Aber wir werden natürlich ehrenhaft verteidigen. Also, sollten Kämpfer kommen, dann werden wir ihnen einen guten Kampf liefern. Okay. Also sollten die Kanonen und die Kavalleristen kommen, werden unsere Panzer ihnen einen guten Kampf liefern. Haar-Panzer habe ich auch. Das habe ich gesehen, ne? Wobei, da ist nicht mehr so viel Leben dahinter, oder? Aber viel Wille. Ah, das ist auch gut, ja. Aber manchmal reicht das ja auch, ne? Aber du wirst auf jeden Fall bis 0 Uhr hier noch überleben. Da würde ich alles drauf wetten. Da würde ich alles drauf wetten. Na ja, ja. Wir werden beide mit Sepp zusammen ziemlich weit unten stehen. Wobei, Sepp ist gut. Nö, Sepp ist gut dabei. Wer spioniert hier denn schon wieder so rum? Ja, ich wurde auch richtig ausspioniert. Andi, ich habe dir was geschickt. Ja, ich habe dir auch gespioniert. Ja, im Gegensatz zu manch anderen gucke ich da drauf. Ey, Gallenstein. Niemand will Gallenstein haben. Das ist die Wirkung von einem Besitzer zum nächsten. Ich war gerade drei Minuten lang nicht da. Als ich ging, war mir zu Beginn der Runde. Als ich kam, war ich am Ende der Runde. Das ist wahrscheinlich keine Sau mitbekommen. Wir haben gedacht, du bist konzentriert. Ja. Oder gestorben. Nein. Ne. Doch wie die alten Rocker im Stream. Erst in 33 Jahren. Ja, das wünschen wir dir alle. Oder ich meine, ich finde 38 Jahre besser. Wer es so lange macht, bis dahin haben wir vielleicht irgendwie die Transplantation in Roboter-Körper oder sowas. Könnte sein. Also, wer weiß, ob wir nicht alle noch unsterblich werden. Oh je. Ey, ich glaube fest daran, aber die Frage ist, ob wir das noch miterleben. Ne, ob wir das noch miterleben. Das ist die Frage. Ob die Welt, in der wir dann unsterblich sind, eine sind, die so toll ist. Das ist auch die Frage. Ja, das ist die nächste Frage. Das ist leider eine gute Frage. Das sind Fragen für Zukunfts-Gaios, Zukunfts-Neils, Zukunfts-Morice. Da müssen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Ganz kurze Verständnisfrage. Wenn ich eine Rockband bei einem anders zünde, bringt das trotzdem Tourismus für mich? Genau. Ja, das ist der Sinn. Weil die Leute kommen dann zu dir. Soweit ich das verstanden habe, ne? Okay, okay. Lalalalala. Schau mal Nils, ich habe nochmal eine Band für dich. Sie heißt Don't Believe His Lies. Es ist eine wichtige Aussage über... Könnte jeder sein. Ja. Naja, also dein Spion ist ja nun mal traurige Realität gewesen, der erneut Geld abschöpfen wollte. Wo ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, wer sabotiert mich? Und dann habe ich es endlich rausbekommen. Du hast Geld bei mir geklaut. Du kannst mir natürlich auch das komplette Geld mit einer öffentlichen Entschuldigung zurückzahlen. Dann gibt es auch keinen Grund für mich Groll zu hegen. Ist doch klar. Aber das war natürlich einfach... Ja, frech. Das stimmt Nils. Dann werde ich dir hiermit das Geld zurückzahlen. Oh. In welcher Höhe denn? Ich glaube es waren 250. Ich gebe dir sogar 300. Bei den 13.000 merkt er das gar nicht, oder? Schau. 13.000. Für meinen Spion, der Missetaten begingen gegen meinen Willen, sollst du dieses Geld haben. Dir ist schon klar, dass das... Ich glaube schon, dass du keinen Bock hast noch auf eine kleine Störung von mir. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe nichts. Ach, da bist du. Unter mir ist der. 300 Mark. Geschenk in dem Tag. 300 Mark. Das ist... Wie kommst du denn eigentlich dazu, dir jetzt noch einen Feind zu machen in so einer Situation, wo du kurz vorm Triumph stehst? Ich bin ja überhaupt nicht kurz vor. Ich werde... Also dieser Kultursieg, ich bring den heute nicht mal auf die Hälfte. Äh... nicht so weit kommen, wie ich ihn gerne hätte. Bin ich... Bin ich ganz ehrlich. Early in the game. Ach ja. Das wäre aber krass. Also Kultursieg gab es glaube ich noch gar nicht. Doch. Doch. Peter hatte mal einen. Echt? Ja? Oh, okay. Es gab mal einen. Hatte Bram mal einen ganz überraschenden? Ja, Bram hatte den nicht. Hat den keiner ernst genommen. Der erste ever. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gespielt. Ich habe einiges gelernt. Mal schauen. Äh... 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 Du musst dich halt echt sehr viel mit Sachen beschäftigen. Die was anderes sind als Forschung und Militär. Mhm. Also der hat schon echt viele Schwächen, der Sieg. Ähm... Ey, warte auf Andi Knight. Für dich Andi, du kannst wieder klicken. Ja. Natürlich. Wir müssen da immer dran denken, dass... Stimmt, da müssen wir dran denken. Das wäre ganz gut. Yes. So. Bei mir schwindet grad bisschen der Glaube, dass wir überhaupt ein Kultur- oder Wissenschafts-Sieg erleben. Nee, ich kann... Ich kann mir auch vorstellen, dass... Der meint Punkt siegt am Ende. Dass Andi den Punkt siegt sich einfach um. Ja. Um Punkt Null Uhr. Ist auch eine Möglichkeit, ja. Das... Ja... Oh... Okay, leider... Das war auch meine neue Band, hat einen grottenschlechten Auftritt hingelegt. Es hat leider... Es ist alles eine Katastrophe. Ähm... Ja. Die griechische Kultur, Leute, ihr seht sie untergehen. Es ist, äh... Eine Tragödie. Es ist wirklich eine Tragödie. Es ist aber auch wirklich verdient irgendwo. Ja, das stimmt. Wollen wir vielleicht versuchen, ein bisschen zügiger durch die Runden zu kommen. Mal jede Runde dauert jetzt drei bis dreihundert Minuten. Es ist eigentlich noch im Krieg tausende Einheiten zu ziehen. Aber wenn einfach der letzte immer einmal klickt und sagt, ich geb die Runde frei, ist wir auch für die Zuschauer sehr unterhaltsam. Ja. Finde ich gut, ich bin kümmert. Pap, pap, b... ich hab mich nur noch warten ob angeknickt müsste aber drunter eigentlich wieder drin sein okay jetzt habe ich ja gerade ja ich muss nur schauen wo ich meine letzte siedlung wenn ich will wurde muss ich tatsächlich einmal noch auf nicht so ne klicken dann bin ich in euro und wieder drin okay so jetzt bin ich auch fertig mit der runde die politik hat sich wieder nicht übertragen das ist das schlimmste finde ich tatsächlich gegen ende dass du die politik wird immer größer und du kommst nicht hinterher wie kommt es eigentlich dass keiner von euch die welt die wir hier haben genauer erkundet hat mich schon vor 300 jahren gefragt ja das ist wirklich weil man keine truppe übrig hat wenn man neben briding bull wohnt ach so okay verstehe die möglichen werden ohne weiterzugehen sehr gerne am ende so gewesen dass ich spät dran war mit dem erkunden und dann das problem war dass die ganzen gebiete ja schon durch sind aber du hast richtig ich kann immer noch was besiedeln aktuell moris nicht echt ja mein siedler ist daher auf dem letzten platz gerade unterwegs für die letzte siedlung die noch nicht schlecht ist ja auch noch ein paar spots wie mache ich noch mal die runde zu ende obwohl noch einheiten befehlen wollen shift habe ich eigentlich gerade so probieren wir es noch mal jetzt jawohl aber bei mir steht nur warten auf ende so viel konzert auf einem kontinent das ist wirklich krass brauchen wir echt vier minuten für eine runde entschuldigung dass ich aber ich denke auch immer an die zuschauer halt ja ich bin voll dabei also ich mache immer so schnell wie es geht wir auch noch ein bisschen lang aber das ist doch so lange wie immer oder ja der wird halt mit jeder runde und länger und dann ist halt bei drei minuten angekommen ist mit sich das das kaum zieht sich immer länger ja das natürlich in meinem sinnlich durchaus auch in meinem interesse ist dass man schneller vorankommt das will ich nicht verhehlen das ist ja in aller interesse außer andy ist gerade wie war wie war wie war wie war wie war wu oh ein dunkles zeitalter wie traurig das ist ein gold du hast ein dunkles zeitalter es tut mir leid krass es gibt ja eine richtig krasse tourismus karte gibt einige richtig krasse ja wenn man was die 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 äh, was? nicht fertig hatte schon fertig geklickt und dann war er wieder durch hast du aus, diese pizp kochstadt, ne, die ist drei groß, die rebelliert durchgehend was gibt es noch nicht das hör nicht erzählen, ja ich muss tatsächlich, also ich spiel da wirklich nicht auf Zeit, ich muss wirklich einfach scheiße viele Sachen bewegen ne, das muss auch gestattet sein ne, ich find aber auch, wir haben halt jetzt einfach sehr viel zu verwalten ja, nicht alle von uns ja, nicht alle von uns ja, nicht alle von uns ehrlicherweise sagen aber wenn man 3800 kampfstärke hat, dann kann man bestimmt viel bewegen ja, das ist richtig ich bin auch ehrlich, ich glaube, so viel hatte ich in meiner Civ-Geschichte noch nie das ist auch eine ordentliche Zahl, muss man sagen, ja und ich hab trotzdem wirtschaftlich gutes Plus dabei wie hoch denn? gerade 800 800, das ist, ja bei der Militärstärke aber gut, du hast ja auch wirklich, du bist ja die Mitte, also und du hast quasi einen zweiten Spieler geschluckt ja, nicht schlecht Respekt einen guten zweiten Spieler möchte ich tun ja, das stimmt leider auch noch einen, der echt gute Städte gebaut hat, höchstwahrscheinlich richtig ja, ich glaub, die haben ganz gutes Gold gemacht, ja Produktion auch du hast sie gut für Andi vorbereitet ja, genau ja fast schon nobel war es von dir ja, ein Architekt er ist nicht mehr der wie hattest du ihn genannt, Maurice, der Admiral es ist der Architekt der Vorbereiter der Wegemacher der Wegebereiter ohne es selbst zu wollen ja richtig warte mal, habe ich hier tatsächlich jetzt Quatsch gemacht? man darf das Militär nicht unterschätzen da habe ich gar nichts verweilt oh Gott, ich habe ja die ganze Zeit einen Nationalpark hingebaut, der gar nicht geht ich bin so eine Pfeife gerade mit uns oder mit einem inneren mit der Welt, WB die Welt ist schlecht echt ja die Welt in Person von dir selber so klang das gerade ja, ja das ist ich sage nicht, dass es ein sehr logischer Standpunkt ist ich habe die ganze Zeit so ein passiv-aggressives Gemurmel gehört es klang ein bisschen wie Gollum uns Meer Goll das hat mir Angst gemacht ja ja ist nicht inakkurat würde ich behaupten hm da kommen gerade zwei fette Roboter an haben die denn davor ne ne die rennen ich sage mal nix durch die sind da die sind da die stehen nur da und gucken doof ich weiß es auch nicht die könnten zu jedem geartig immer verfallen irgendwie noch so neun einfach gesandt als Torwoller aus das können ja die 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 geht bei mir ja ich seht er bewegt sich ganz schön viel naja ich habe wohin bewegt zu die frage also ich weiß muss sich hinbewegt aber sagen wir nicht bin gespannt ihr könnt ja sagen wenn es offensichtlich ist und es ankommt kann er dann das spieler sagen dass über meine kleinen einhalten ich sehe dann hinter der und ist ein schönes schiff stattlich gebaut finde ich dankeschön es ist die eule das ist richtig die eule rüdiger der rabe brennen brennen bilder oder so wo die nächsten mal den dreihäugigen raben oder was leute 25 sekunden bis zum runden wechseln und das mal sinnvoll zu füllen was ist das vor x strategie spielt es 2024 erscheint mit dem ihr die größten erwartungen habt nichts würde ich sagen vor x das ist ja machen wenn wir neu das gibt es größere vx spiele die gesichert nächstes jahr kommen ja eins auf jeden fall was ich gerade im kopf habe ich frage mich auch ist er die antwort von microsoft und dem ist nicht auch millennia millennia habe ich jetzt gedacht gerade ja ich habe sie angekündigt ich muss aber sagen also bei beiden die müssen noch ein bisschen mehr zeigen bevor ich da gehypt drauf bin ich finde die beide interessant beide aber nur so dass ich da jetzt sagt ja auf jeden fall geil so weit sind wir noch nicht ganz bei denen bei mir zumindest oder wie sie ist bei euch dann waren und ich kann es glaube ich beide schon spielen aber man dürfen noch nicht darüber reden ach was viele stunden habe ich schon reingesteckt in millennia und ohne länge da bin ich auch schon spielen ja hast du auch schon schaden noch nicht dazu aber er würde ich gerne mal mehr spielen aber die sind so bisschen es gibt immer wieder so alphas ab und an aber schäbigerweise nicht für die wichtigen leute nämlich uns streamer youtuber und sowas und das war zum testen für für echte spieler ist eine unverständlich fürchte ich fürchte ich fürchte schlimm ja ja kein wunderschön level 3 kann man das ja mal machen also ich raste aus was du für eine kack insel jahrs egal stein hatte ich auch noch die wollten vier runden und die rebelliert einfach auf level drei also bei mir ging es den lange zeit sehr gut dann ist es halt so muss man mal early bean an der stelle wenn man der bevölkerung nicht das gibt was die möchte dann hätte ich da auch keinen bock drauf absolut richtig ich meine man sieht es ja so ein ganz wichtiger punkt hat sich ja auch für mich entschieden und obwohl das direkt an nils angegrenzt hat ich meine klar da gab es natürlich den einen oder anderen auch naja das eine andere zykali sag ich mal aber am ende war war ich es doch selber der das volk überzeugt hat gesagt hat ja ich möchte ein könig sein ich bin relativ dumm da kommt denn jetzt die blonde büffel die habe ich mich mal kurz rufen könntest jetzt gedacht das ist nicht mehr viel was da deswegen möchtest du natürlich auch dass wir uns ein bisschen weil aber das ist ein bisschen sein müssen seinen gdings ist hat bei new york ins kasse die großen mächte hier aufs ende zu steuern und keiner erklärt irgendeinen krieg und lässt einfach geschehen hat alle denken sie kriegen ihren sieg vielleicht noch durch glaube ich ja kriege ich bin durch befreit ich wollte sagen es gibt drei leute glaube ich selbst sorry du bist auch keine große macht ja wirklich die berufen möchtest gerade andy und wb im technikbereich slash in der punkte und mori ist bei kultur richtig nur die drei ich meine bei punkte bin ich ja auch gar nicht so weit hinter andy sei auch das stimmt aber leider dadurch dass er mehr städte hat entwickelt er glaube ich auch sich stetig mehr weiter als ich also ja das verstehe ich schon wenn alles ganz schön belastend für dich ja wirklich da bin ich gänzlich bei dir also ich finde wir hätten damals auf mir zu hören sollen als er meinte lasst uns verbünden die schwachen gegen wien aber noch mal genau der reihe nach hätten wir weggeflügt das ist wie im echten leben weißt du wie im echten welcher noch mehr gescheitert glaube ich nicht also ich habe gesehen im jahre ich weiß nicht mehr genau ich glaube im jahre oder wenn es 1924 so im jahr 1700 oder 1600 oder so gab es eine zeit da hatte mike st punkt wie aber mehr abgekürzt wird liebevoll hatte er null kampf kraft das hat aber nur erst mit jedem versuch ich habe mehr kultur als sie der sululands nein gar nicht auf friendship und nein das geht aber überhaupt nicht die hat jetzt schon so viele tausende jahre bestand die muss weiter gepflegt werden ich bin mir bei dir ich sag generell wie es ist ne ich kann ich kann es bei dir bram also ich sag mal so ich habe hier so eine schöne insel gefunden ich lade dich gern mal ein machen wir da was geiles schöne weihnachtsbäume anschauen oh nein es bringt würde ja gehen das heißt oder auch seine heimat und bei mike in den städt kaufen ist doch scheiße alter das management recht einfach mit 1000 das ist leider ab und an ein bisschen ein frauerspiel mit den bänden webers geile knaben haben einfach haben einfach eine tragödie es war kompletter schmutz ok ja da habe so wieder ist und der nächste auftritt er an die hat ja wir sind ja zum glück freunde aber also anlegen würde ich mich mit an die jetzt nicht ich glaube nicht ich glaube nicht eine zeit die runden auch lang also das sind ja distanzen die überwunden werden aber dann wäre an die ja gelegen schnell weiter zu drücken das stimmt da hinkommen ja wobei ja ist die frage also die problematik die sowieso habe wenn ich einen krieg anfangen habe ich einen massiven nachteil alleine weil ich halt jede zweite runde am anfangs mit zwei sekunden nicht ziehen kann ja gut aber eine juke drauf zu ballern und so einen fetten roboter da rein zu hieten also bei 4000 kampfkraft hast du ja nicht nur einen ist auf jeden fall ein lesen nachteil absolut absolut aber das ding ist halt wenn er vielleicht nichts macht dann passiert also eine nuke brauchst du nicht dabei sein fliegt auch ohne dich wie wie kann er denn jetzt in einer halben stunde ist das realistisch naja der eine fehlt noch also ich glaube writing roll wird den planeten erreichen ja ich glaube auch das wäre doch ein stück ermutigung für uns alle er hat aber nur noch 30 minuten und wenige runden also mal schauen wie viele 10 jahre ist das denn entfernt 25 runden also dauert 25 runden dauert das bis man ankommt writing roll wo hast du deine raumstation so stehen das weißt du selber unterirdisch unterirdisch also woher so nord süd westen osten von deiner insel direkt am mittelpunkt der erde in der mitte der insel okay also in der hohlerde in der hohlerde von reptilien beschützt ich sag so wie es ist ne ich finde du solltest das gewinnen danke bram ich glaube du hast noch nie gewonnen oder ich habe wirklich noch nie weil ich immer ich das immer wieder weil ich immer so zur hälfte etwa die erste hälfte spiele ich immer super konzentriert und in der zweiten hälfte brauche ich dann immer irgendwie irgendwie scheiße dann gibt es irgendwie eine möglichkeit einen krieg zu machen und zum unterhaltungslevel beizutragen und dann beschneide ich irgendwie meiner was dich er war mal mein zaum zu zeug und dann greife ich irgendjemand unvorbereitet an weil ich denke das ist für die zuschauer irgendwie cooler die stadt ich hasse einfach alles an allem die stadt ist bald wieder befriedet ihr habt mir den krieger klärt ihr wolltet das konnte keiner wissen dass eine level 3 stadt so rebelliert ja wir haben heute alle was gelernt sepp das ist doch nicht wahr ich habe selbst meine religion in deiner stadt und es bringt nichts er gibt gründe was für ein grund hast du denn er sei ich dir nach dem spiel okay die mögen dich einfach ganz los boah nils ja der vollen da ist wer außer natürlich deinem kock wer das hier warte ich guck was du da machst ja das wäre wirklich nett wie kriegen wir die nuggels hier oh aber willst du bernstein gegen bernstein tauschen ja das wäre eigentlich egal ich wollte einfach nur irgendwas machen um dir den deal zu sweeten damit ich da einfach mal durchfahren kann dann kann ich nämlich die welt noch einmal mehr angucken ja eine schöne welt tatsächlich du hast mich eingesperrt hast du auch einfach alles da dran zwei lichtjahre pro runde bei bb das geht schnell jetzt wo ist denn da so das gedöns wo gehst du angeblich in 16 runden gewonnen das fliegt ja die ganze zeit also wenn mir einer nix sagen könnte wo ich mit die rakete hinschießen müsste dann würde ich ja tryen aber wir werden keine 16 runden mehr haben ey Maurice das fliegt da achso ach das sind schiffe ah hast du vision auf seinen seinen raumhafen yo Maurice bewegt sich langsam aber sicher wie Maurice bewegt sich ist er eine schildkröte oder ja Maurice hat gerade seine komplette armee in bewegung gesetzt ja ich hab mir weißt du ich hör da immer so Leute bewegen sich irgendwo hin und sowas vielleicht sollte man ach du willst zuschauen auf alle visualitäten vorbereitet sein ja aber das ist die falsche richtung du siehst doch du siehst doch Mendes rechts oder nicht bei mir bei Knossos rechts Mendes ja da drunter da kommt was oder wie ja da kommt also da kommen 8 oder 10 Roboter what 8 oder 10 von wem die sind rot also Andi oder Nils wahrscheinlich Andi ich könnte sagen Nils schon Roboter ich geh davon aus dass er also wenn er zu mir wollen würde wird er wahrscheinlich etwas weiter nördlich kommen ne da hab ich tatsächlich da hab ich nicht gescoutet weil da war bislang immer nichts ja aber da rechts weiter ist es doch auch du kannst ja auch die Erde andersrum ne ja ja ok warte mal ganz kurz Maurice du siehst die ganze Karte ne ok siehst du wo mein Reich ist äh direkt über dir genau ich bin links über dir stell dir mal die Frage wenn meine Armee von unten rechts kommen würde wo wäre das denn wenn ich so eine krass Armee hätte würde ich einfach gerade runter marschieren ja ja ich äh da muss einfach mal eins du bist der schlechteste Kriegsreporter hat sein Bramme das ist vollkommen richtig er ist halt zum Singen geboren man kann ja schnell was hinschicken und dann sieht man da ist gar nichts richtig ich hab mich dann wohl doch vertan am Ende das tut mir auch leid ok aber es ist schon teilweise schwer zu also ich bin mir nicht ganz sicher Anni was du für ein Spiel spielst du spielst mit dem Feuer ehrlich gesagt ich weiß dass ich mit dem Feuer spiel und das Feuer löschen wir gleich weil du könntest mit dem was du hast erst Riding Bull und dann Maurice einfach schlucken und jetzt sitzen wir hier und fragen sich ok wird Maurice oder Riding Bull noch vorab mit ihrem Kultur- und Wissenschaftssieg durchkommen du hast ja seit 100 Runden ich seh das ja deine Truppen du bist ja hoch überlegen du kannst ja einfach alles wegfegen ich werd's am Ende vom Spiel aufklären ja er hat einfach keinen Bock ok er gönnt es einfach Riding Bull er gönnt einfach ist doch ne schöne Story ok ba 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 na gut sooo schon gemacht Weltwunder kann man nicht wieder abbrechen oder? mhm mhm ja du kannst du auch was anderes also du kannst es nicht wieder klären aber du kannst doch ok ne das passt was anderes bauen oder? so geile Bullen wollen dich opening act stufe 4 geil alter 40 verkaufte Alben richtiger Erfolg ich hab letztens eine Rock Band so gemacht, dass ich mit der nirgendwo hin kann, weil kein fastes Feld auf diesem Bett gibt vom Update her LOL was kommt denn da an? siehst du jetzt die Roboter oder was? jetzt siehst du sie ne? jetzt siehst du sie ich bin daneben mit meinem fast equivalenten Panzerschiff da zählst du für 4 Roboter sogar Digga und da sind mindestens zwei aber ich bin so nett und sag WB, dass die links oben bei ihm stehen ich weiß ich weiß ich weiß, dass die großen Persönlichkeiten oder so ja müssen wir mal ein bisschen aktiv werden jetzt auf Höhe von New York, nur links von deiner Insel ja hier werden alle Informationen mal geteilt Muri, du fährst nur nicht mit deiner Armee hin, kannst du mir das mal sagen? wenn jetzt Schluss wird 20 Minuten vor Ende warum soll ich es dir sagen, nachdem du gerade gezeigt hast, dass du solche Infos nur an den an den weiter gibst, der damit am meisten Unheil anrichten kann ach du willst du willst Andi jetzt noch ficken? nein wo ist denn da bitte Andi? ja also naja, ungefähr 20 Felder weiter, da ist Andi das schafft er in 3 Runden, ja ich glaube nicht, dass ich die Person mit 4.000 Militärstärke mit 1.000 Runden ja, aber seine Armee steht ja gerade auf der Höhe von New York nur weiter links auf der anderen Seite Braml ja, 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 Braml du denkst du nicht, dass ich meine ganze Armee rüberschick Alter, da stehen mindestens zwei Robots, ja? ja, das ist richtig ja, lass mich durch mir noch mal ein Feld sofort bewegen du kommst doch nicht nur mit zwei Robotern an in einem Feld sag ich dir, was da steht jetzt sofort in 4 Sekunden wenn jetzt Schluss wäre, wäre Nils for writing bullies, sag's so gut wirklich? das wäre mein persönlicher Sieg meiner auch schau ich nur mal Sprech zu reden jetzt am Ende also, ich würde auch writing bull, muss ich sagen, echt den Sieg mal gönnen nachdem er da noch nie gesiegt hat Andi, die Zeit ist abgesagt ja, ja, ja wenn es jetzt so knapp ist, wäre es verdient schön auf Wissenschaft ja boah, guck mal, und ich bin mit Andi ja fett befreundet ne, bin ich gar nicht, warum eigentlich nicht Andi, willst du mein Freund sein? natürlich und ich haha geil wow die schlägt wow die schlägt, so Andi erklärt writing bull ding warte mal, wuff alter okay, krass ja, warte mal, Moment alter Schwede da kommen 4, 3 Roboter 4 Roboter wow 5 Roboter, 6 Roboter what the fucking hell, alter ja ja interessant das ist natürlich schon mal ein ganz schön großer Lumpen, der da ankommt alter Maurice, wo fährst du mit deiner Armee hin? ja erst mal also, Nils ich seh dich da ja bestimmt vor was, ich war einfach schweigen mit dem Lumpen ja, ich hätte ja schon längst angegriffen, mein Freund, wenn ich das wirklich gewollt hätte ne wolltet ihr nur noch ein bisschen ein Detparent hinsetzen, ne ich kann mir jederzeit solche Roboter kaufen äh, 4 Stück wenn ich mag Maurice, ich hab seit 5 Runden die Typen da stehen ja ne, das ist okay wenn ich dich wirklich hätte angreifen wollen, hätte ich es längst gemacht okay damit du deine Armee nicht hochziehen kannst geile Bullen wollen sich hatten kreative Differenzen nur als Information das ist heftig ja, das ist, passiert dann gerne mal leider äh das ist krass ich fühl mir mit dir WB die Situation hatte ich ja beim letzten Mal ja, eben das ist bitter ich würde es jetzt auch gern sehen, muss ich sagen ja, das ist geil zu beobachten mach mal Friend, damit ich mich dazwischen stellen kann das ist ja schon das ist ja schon ja, warte mal Moment, ich muss ein bisschen Krieg machen ja, mach mal später mach mal kurz ein bisschen Krieg jetzt sei mal nicht so ein Ego Dude ja, hast du dich macht ein bisschen weniger ja, hier will ich danke schön so nämlich da haben wir doch auch nicht ich komm jetzt mit meinen ganzen Einheiten stell mich einfach vor deine Roboter das ist okay Nils möchte eine Botschaft errichten ja, das ist fein für mich oh, hier aber die brauchen wir doch um irgendwelche anderen geilen Sachen zu machen oder wie ist das? ja, 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 natürlich, natürlich ah, da sowas was kann ich dir denn anbieten gar nichts im Krieg anschließend will ich ja gar nichts warum nicht? ja, Mike, ich weiß nicht, was da los ist na gut, ich könnte jetzt doch ganz schäbig abstauben ja, das stimmt das sind alles Fanatiker in deinem Band okay klasse ich hab Maurice Armee verloren was? ich hab mich eine Runde nicht aufgepasst ich hab's wusste es ist so winzig, dass man sie direkt verirrt was ist das denn jetzt hier wieder? ich bin kein Kultursieg-Experte aber Griechenland muss noch keine Kultur erobern, ne? dann haben sie den Kultursieg ja, das ist auch kein Problem aber das dauert jetzt noch mindestens 10 Runden und wir haben nur noch 19 Minuten aber Bram vor drei Runden stand da es wird noch 40 Runden dauern, ne? ja, das ist richtig ich weiß nicht ich bin kein Experte, aber also, ich sehe das auf jeden Fall gerade so was hier passiert blau, aka Griechenland fährt gerade wunderschön an wer bist du? zwischen Nils beiden Reichen durch in der Enge von der Eilerheiligen Bucht zu Fontanal Richtung Kluschenstadt mit seinem kompletten Raketenkreuz um da mal rein zu öngeln damit Maurice auf jeden Fall Andi noch besiegt während Andi sich denkt Scheiße, ich muss right in Bull aufreiten ich kann doch Andi nicht besiegen Junge, was fabulierst du hier zusammen? du musst ihn nicht besiegen du musst ihm nur eine Stadt zocken du hast gewonnen, punkte technisch naja eine Stadt rein also ich drücke es mal folgendermaßen aus ähm, Maurice äh, Quatsch Bright and Bull hat sich grad zwei Atombomben gefangen oh und wirklich das war eine Minderheit von dem was ich besitze von daher ja okay eine Stadt futsch vier bleiben übrig ey, das ist trotzdem die Frage ist bremst ihn das aus oder fliegt der Raumhafen ja, wo ist der Raumhafen bremst mich das aus die Frage ist, wie sehr, ne? ja, richtig jetzt lade ich noch oh mein Gott ist das spannend das ist ja noch 18 Minuten das ist jetzt echt interessant das ist unglaublich spannend das ist äh, he 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 oh, Rating Bull kann ich hier immer tun ich würd das ich würd das ich, 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 ich fürchte nicht ich, 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 ich fürchte nicht ich, 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 ich fürchte nicht ich bin mittlerweile auf deiner Seite ne, Problem ist Rating Bull kann halt die ersten 20 Sekunden machen was er will ich kann nichts dagegen tun ah, selbst wenn ich da mit einer Thermonuklearenwache reinhalten sollte würde das nix bringen, wa? der Kampfroboter überlebt das richtig das ist spannend boah, ich hab grad eine so weite Reise ich hab die Stadt jetzt bestimmt zehnmal das ist mein Versuch der Sieg, Alter zehnmal hab ich diese Stadt eingenommen und sie fickt mich er hat sie zerstört ist das gut welch was ist das stört das war Level zwei oh, ist das schön in der Level zehn Stadt hab ich damit angefangen und da hab ich hier so oft mittlerweile schon eingenommen ja, ein Hin und Her ich glaub das nicht nachdem hier offensichtlich nicht auf mich geschossen wird kehre ich in den Hafen zurück oh, das wärs doch voll öde gewesen, Maurice ich dachte du holst dir jetzt wirklich Lust und Stuff boah, das sieht nicht gut aus ja, weil du ein Kriegsgreiber bist ja, weil du ein Kriegsgreiber bist ich vermute das wird ja mit der Faust entschieden der Weg, wenn du mehr, dass du noch gewinnen könntest das wär ein guter Plan gewesen das wär ein guter Plan gewesen ja, vielleicht es ist gleich Geschichte, ja wirklich? ja wirklich oh, oh, oh ja gut so ein paar Nuks, die können einen ganz schön weg machen Also ich habe auch diese riesen Forschungserträge nur dadurch mit fünf Städten geschafft, dass ich die ganze Zeit Forschungsprojekte durchlaufen lassen. Ich habe keine neuen Einleiten produziert und Geld war eigentlich immer zu wenig da, nur fünf Städten die laufenden Truppen zu unterhalten. Ich habe zwischendurch noch so Hafenprojekte einstellen müssen, um noch an Geld ranzukommen. Einleiten auch nicht verbessert die ganze Zeit. Ich habe ein paar Truppen hier. Ich hatte die Atombombe, die oben die Stadt kaputt gemacht hat. Das ist echt heftig, weil da stand Luftabwehr drin. Ich habe hoffenweise Luftabwehr. Aber die gibt ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ich dachte, dass es klappt. Nee, das wird dann ausgewürfelt. Und je nachdem, wie gut die Truppen sind, desto... Aber es sieht im Augenblick nicht gut aus. Ich sage, das Gebiet ist wohl, ja? Wenn du noch acht Runden überlebst, dann schmeißt du im Robo einfach so eine Newport gesehen. Das sollte nicht klappen. Ich glaube nicht, dass wir noch... Ja, wobei... Wo ist er hin? Da ist er. Nee, doch, vielleicht. Was guckst du? Ich habe einen meiner Kampfroboter verloren. Andi, das ist hier jetzt, ne? Mit 30 Euro... Ja, ist jetzt nicht verloren im Sinne von kaputt, sondern ich wusste nicht mehr, wo er war. Ich fühle die Struggle. Ist auch deine ganzen Kampfroboter verloren. Alle tot. Zwei Leute. Andi ist gerade ein echter Penner. Der geht auf Bram, ist der beste Stadt. Die hat noch nichts abbekommen, du Pfeife. Ja, aber du läufst doch gerade... Wirklich, jetzt Pfeife. Hier, das kriegst du von mir, ja? Ich bin relativ dumm sogar. Maurice, das hast du jetzt heute so zehnmal gesagt. Ist irgendwas... Ich habe ein Problem, ja, ja. Stimmt heute etwas nicht. Die Zeit ist abgelaufen. Äh, okay, ja. Wieso kann man eigentlich mit Glauben keine Kampfroboter kaufen? Das geht nicht. Ich habe ihm jetzt mit Geld gekauft, den Kampfroboter. Ich wollte da auch mal in einem coolen Clip sein. Ich dachte, ich kann jetzt zehn Kampfroboter pullen. Aber das wäre dann nur so ein 20 Meter großer Jesus. Aber du könntest... Hast du dir wenigstens die ganzen... Hey, Sepp, hast du zumindest die ganzen persönlichen Persönlichkeiten gekauft? Nein. Okay. Wenn die Stadt von Gaius rebelliert, hat jemand Öl für ihn, oder so? Irgendwas? Öl habe ich, ja. Öl habe ich noch genug. Ich glaube, der Mann braucht Öl. Ich glaube, was du brauchst, ist einfach mal ein richtig harten Klatsch von Deggeln. Ja, aber ich warte seit tausend Jahren. Ja, ich auch. Das passiert nicht. Ja, weil meine Nuke braucht doch vier Runden. Ja, mach die Nuke. Nehmen wir mal einen Klatsch von Deggeln, ne? Ich dachte, ich kann jetzt auch wieder früher raus. Kannst du Steinwall mich chillen? Ja, nee, die Runden dauern halt fünf Minuten. Sepp und Gaius, du bist nicht geschissen. Ja, deine Städte sind aber auch insane. Ich hatte nie vor, dich zu vernichten. Ich dachte, meine Städte sind scheiße. Ja, aber die sind so loyal, ey. Boah, gleich ist alles vorbei, ja. Krass. In vielen Runden, über Jahrtausend weg, alles aufgebaut. Ist alles gleich Geschichte. Boah, das ist krass, ey. Aber ich meine, das ist auch eine lächerliche Armada, die da zu dir kommt. Lächerliche? Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, hier, Bram, du bist der beste Stadt, Andi, du Buschi, ist einfach weg, ja? Ja, das ist richtig, die stand im Weg. Wow. Nee, das macht's gleich. Jupjuuu. Das ist krass. Das ist einfach nur krass. Kann man auch nix mehr machen. Boah, du hast gerade eine Atomartige abgefangen, die auf New York geschossen worden ist. Alter. Ja. Nice. Aber das war ja nur eine von vielen. Eine von vielen. Also, bei mir. Ich wäre mir jetzt nicht sicher, dass er die abgefangen hat. Bei mir ist die durchgegangen. Da steht ICBM-System abgefangen. Ja, aber die Stadt lebt ja noch, also da ist mehr dann. Ich hab's gesehen, wie sie abgefangen wurde. Und New York hat bei mir auch immer noch volle und volle Life. Okay, no shit, bei mir nicht. Ja, bei New York hat auch noch volle Life. Bei mir nicht, bei mir ist die eingeschlagen, tatsächlich. Neu. Was? Was? What the fuck? Verschiedene Zeitlinien hier. Er tut's richtig gefährdet. Paralleluniversen. WB hat Zukunftszechte. Mal gucken, was nächste Runde ist. Ob das dann noch über Andi ist oder bei WB. Oh je. Wie geht das? Kann man auch nix, absolut nix machen gerade. Ich möchte trotzdem mal einen F-en-Chat haben, von allen Chats, für Bram. Die Problematik ist, dass WB trotzdem gewonnen hat. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in den letzten Zügen unseres großen Ziv-Gipfels. Ich erklär euch, was Phasis ist. New York steht noch rechts. Wenn Bram fertig ist. Das bin ich. Leider verdeckt. Ja, aber dank deines Kommentars ist man quasi dabei. Das schön. Ja. Ich fühl mich auch als wenn ich dabei bin, obwohl ich ganz weit weg bin. Das ist Andi. Andi ist kurz davor zu gewinnen. Also nächste Runde ist nicht der Touch. Aber der zerstört hat Riding Bull. Das war die nächste Runde. Definitiv, da fehlt die nächste Atombombe und die klappt auch tatsächlich. Oh, er hat die 5. Oh, Riding Bull hat alle 5. Ja, richtig. Riding Bull hat schon der Bombe. Die Atombombe geht aber auf ein Lager runter und nicht auf eine Stadt. Alter, ist das krass. Oh, oh. Hat er jetzt gewonnen? Oh, oh. Alter, ist das krass. 10 Minuten vor Anfurt. Das wäre krass jetzt so kurz vor Ende noch, wo er zusammengebombt wird. Wenn er das jetzt... Krass wird. Oh, ist das spannend. Ich bin echt gespannt jetzt gerade. Ich bin jetzt auch gespannt, was jetzt passiert. Die Spannung steigt ins Unermessliche. W, B, W, W, W. Oh Mann, wäre das krass. W, B, 10 Minuten vor Anfurt. Man, die Lade schneller. 9 Lichtjahre. Das würde jetzt der letzte Zug so oder so sein, wahrscheinlich bei den Ladezeiten. Na, ich glaube, einen könnte es noch geben bei 10 Minuten. Der letzte ist ja immer auf 0 Uhr. Da heißt, bei den Zeiten, was sind wir bei 3,30? Zumindest zwei spielen wir noch. Auf 4 geschlagen. Na, was passiert jetzt? Noch nicht durch. Erstmal nichts, oder? Nee, es geht weiter. Okay, aber dann noch... Also es kann ja nicht mehr lange dauern. Hält die Atombombe, fällt sie nicht? Oder wisst ihr was? Ich bin im Ladesgrün, ich kann, wie gesagt, nicht. Ach so, du bist... Aber wie ist das denn, wenn er jetzt im Prinzip schon so weit ist und dann wird jetzt quasi irgendwas abge... Schossen. Da beim Kampfhobber kommen wir rechtzeitig zur Berichterstattung nach New York. Kurze Frage, Freunde. Hast du wirklich... Ah, ich bin ja gar nicht gemutet. Ah, jetzt bin ich wieder unmuted. Ach, Nils. Ja, ich muss kurz beim Chat mal Hallo sagen. Ich habe mal eine Frage. Äh, was wollte ich sagen? Wenn jetzt... Dramatisch im Final. Diese Rakete, fliegt die denn noch weiter? Was kannst du jetzt noch sagen? Nein, wirklich. Also er hat ja die Rakete schon losgeschickt und jetzt muss sie ja, glaube ich, ankommen, oder? Und jetzt ist ja die Frage, die ist jetzt ja nicht mehr auf der Erde. Das heißt, wenn die Rakete fliegt und sie muss nur noch ankommen und... Das ist die spannende Frage, ja. Reicht es, wenn er eine Stadt hat? Raumhaften muss da sein. Echt? Das werden wir gleich sehen. Oh Gott, das ist krass spannend, einfach. Und ich... Also, Junge, ich schimpf mich mal... Stadt ist gefallen. Stadt gehört jetzt Andi. Und bei mir in der Wissenschaftsanzeige... Ja. 22 von 25. Oh, eine Runde! Eine! So knapp davor, wirklich. Eine Runde. Oh, ne? Wow! Oh mein Gott. Alter, Schöne. Eine einzige Runde fehlte. Alter. Alter. Ach, du Schande. Das ist ja das Mieteste. Aber Andi, da hast du aber echt bis zur letzten Sekunde gewartet. Einzermalte! Aber jetzt schaunke mal, ob wir noch, ich meine... Absolut, ja. Geht es jetzt nicht weiter? Obwohl die Rakete gestartet wurde? Nein, nein, es geht nicht weiter. Sie bleibt in der Luft hängen. Kurz vor dem Ziel. Nein, ey. Ein Meter vor dem Ziel. Der hat seinen Fuß schon fast auf den Boden gesetzt. Ich höre... Also, no shit. Ich höre meinen Puls. Das glaube ich nicht. Halleluja. Ich dachte echt, das ist durch. Ich dachte, Writing Bull hat das 100 Pro. Ja, eine Runde. Das war ja auch super. Aber ich habe es auch nicht verstanden. Das musst du mir wirklich erklären. Warum du deine ganze Armada einfach nicht nutzt. Und das auf dem letzten Prozess machst. Ich hatte die Problematik, dass ich die Sorge hatte, immer wenn... Oder wenn ich den Versuch mache gegen Writing Bull, dass dann Maurice bei mir irgendwas versucht. Ich habe die Armee da erst mal nur primitiv hingestellt. Und außerdem, und das hatte ich mit Peter auch... Hatte ich Peter auch gesagt gehabt. Ich war der Meinung, dass Writing Bull den Wissenschaftssieg so, dass so nicht schnell genug schaffen wird. Und deswegen wäre von meiner Seite ein Eingreifen gar nicht notwendig gewesen. Das hat Maurice nicht durchgezogen hat, als er mit der Armee dahin gefahren ist. Das hätte nichts mehr geändert. Nee, also tatsächlich, ich hatte auch... Ich hatte, was das angeht, ich habe ja auch mehrfach gesagt, ich hätte dich nur angegriffen, wenn ein Stärkerer geführt hätte, weil ich war ja nie stark genug, dich anzugreifen. Nee, aber du hättest auch Andi angreifen können, während der WB gemacht hat, um dir eine Stadt oder so zu holen. Ich kann da an der Stelle aber auch sagen, ich habe in meinem Reich Richtung Maurice noch drei Kampfrobotern stehen. Also ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich, sage ich mal, als diese Armada aufbrach, die hatte schon das Ziel, vielleicht sich eine Stadt zu holen. Und dann hat sie einen Ozean voller Kampfroboter hier an verschiedenen Stellen entdeckt. Und ich wusste auch nicht, welche Absprachen es gibt. Ich hatte jetzt tatsächlich genau diesen Gedanken, aber ich glaube auch, um 200 Punkte aufzuholen, hätte ich mehr als eine Stadt. Eine Stadt reicht nicht. Du hättest Nils rechtzeitig angreifen müssen. Das war mein Gedanke. Ich wollte tatsächlich Nils angreifen, aber dann hatten Nils und Andi recht viel geredet und beide hatten da Kampfroboter in diesem Ozean. Deswegen habe ich dann gedacht... Du hättest nur Andi angreifen müssen. Nein! Durchfahren hinten. Nee, das wäre zu spät gewesen. Nee, nee, das... Ja, das wäre nicht mehr rechtzeitig gewesen. Und ich habe dann eher noch gesagt, okay, ich pumpe jetzt weiter. Ich meine, ich bin ja jetzt beim Kultursieg nicht so ewig weit weg. Also ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt mein Weg. Ich versuche den durchzupumpen. Ich glaube, wenn ich den ein bisschen besser gecheckt hätte, hätte das vielleicht auch geklappt. Aber weißt du was, Brammen? Jetzt kannst du mir noch den Krieger klären. Ja, komm. Also die ganze Zeit willst du hier, machst du einen auf Oberclever und so. Jetzt, jetzt, komm. Diese Armada will auch noch mal was machen. Das ist auch okay. Die kann auch noch was machen. Jetzt kommt der Groll. Ey, weißt du was? Weißt du was? Bram, ich lasse dich nicht hängen. Jetzt hast du mir noch den Krieger klären. Ich lasse dich nicht hängen. Okay. Lieber, der Held. Halleluja. Die Erste. Alter Schwede, komm jetzt meine Leute zur Rettung, ey. Also ich habe das erste Schild von Maurice auch tot gemacht schon. Ja, eins. Ja. Da sind schon ein paar mehr hier. Ja, meine Armee muss kurz von Riting Bullen vom Kampfgeschehen wieder nach unten fahren. Bram, ich halte hier vom Laufenden. Ja, ich gebe auch zu, so richtig Belagerungszeugs habe ich hier nicht dabei. Das ist jetzt mehr ein... Weißt du, du hast einfach die ganze Zeit, warst du hier unverschämt klug geschissen. Ich rette dich. Jetzt muss man dir auch noch mal ein bisschen hier... Klug geschissen hier. Du musst mir deine Grenzen freigeben, sonst kann ich dich nicht retten. Da muss man doch jetzt auch mal ein bisschen hier... Ne? So, es tut tatsächlich nicht viel, weil die Schiffe anscheinend nicht ausreichend mit Artillerie haben. Mein Gott, das mit deinem Armer, da hättest du für den Schaden gemacht. Das ist ja krass. Ich habe bei dir gesehen, dass du noch sehr viele antike Einheiten auch hattest. Also jetzt nicht antik im Sinne von richtig antik im Spiel, sondern halt einfach alte Einheiten. So, Landsknecht oder sowas in die Richtung. War dein Plan mit der Militärstärke einfach die alten Einheiten zu behalten? Um uns damit Angst zu machen, dass es so viel Militär ist, obwohl das Militär was du hattest, nicht gut war? Die Zeit wird ja machen. Danke für die Antwort. Ich glaube, die Frage kam gerade etwas in zwei Gespräche rein. Ja, ich glaube auch, dass die Frage nicht ankam. Ich rette dich. Ey, aber du musst mir freies Geleit geben. Das ist so frustrierend, weil wenn ich in einem weiteren Raumhafen gehabt hätte, dann hätte ich gewonnen. Dann hätt's gereicht. Aber das Problem war halt, dass die Raumhafen können nur auf Geländefeldern ohne Hügel gebaut werden. Es gibt relativ wenig Platz hier überall. Und ich hatte auch nur fünf Städte. Ich habe die Städte stattdessen zugepflastert mit den anderen Geschichten. Also, was hat Parks und was weiß ich alles? Dann schick du mir noch mal eine. Ich muss erst mal eine Botschaft, glaube ich, bei dir einrichten. Habe ich gemacht. Vorletzter ist auch nicht so schlecht. Aber WB, was Andi gerade gefragt hat, ob du quasi... Ach so, die Frage ging an mich. Schick mir das nochmal, Bram, bitte. ...Militäreinheiten behalten aus dem Mittelalter, um deine Kampfstärke aufzublasen, um Angst zu verteilen. Ob ich das gemacht hatte? Doch, unten. Ja, genau. Nee, meine Militäreinheiten waren ja überwiegend kostenlos. Also, die kosteten keinen Unterhalt. Also, zumindest die Landeinheiten, wegen der spezifischen Geschichten auf Seiten der Amerikaner. Weil vielen von denen des Ponds sind auf Industriegebieten und auf Industriegebiet Gebäuden. Und wenn man so eins baut als Amerikaner, dann ist halt so eine gratis-Einheit da. Wenn man die dann zusammenfasst mit anderen Einheiten des selben Typs und die dann zu Kurs oder Armadas oder Armeen zusammenfasst, dann hat man Gratis-Kurs und Gratis-Armeen. Krass! Dadurch konnte ich mir eine große Armee leisten. Hin und wieder habe ich noch ein Hafenprojekt dazwischen geschoben. Eigentlich ging das gar nicht. Also, eigentlich bei fünf Städten so große Armeen geht. Was ist denn jetzt der Weltkongress zum Abschluss? Ja, die nächste Runde, die dann startet, wird dann wahrscheinlich aufgrund der Länge die letzte Runde sein, wenn die in 12 Uhr quasi reingeht. Außer ihr schafft, die vorher zu beenden. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also geben wir uns alle Massenvernichtungswaffen wie Andy, würde ich sagen. Ja, bin ich dafür! Oh, das hätte ich mal machen sollen, dich Trottel. Ich habe einfach versucht, eure wegzunehmen. Ach, Nils. Ich habe einfach gedacht, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie noch eine Waffe abzukriegen. Aber das wäre smarter gewesen. Ja, das stimmt. Das wäre lustiger gewesen. Ich kenne ja Maurice, der läuft ja nicht ohne einen Atomraum in der Tasche durch die Gegend. Leider haben alle, glaube ich, ganz gut ihre Städte verteidigt. Eine habe ich tatsächlich, aber diesmal bin ich nicht wieder. Ich habe diesmal wirklich viele Ressourcen in Kultur gepumpt. Und hätte, glaube ich, auch, wenn ich mich ein bisschen mehr noch vorher damit befasst hätte, mit Sachen wie Rockbands und Nationalparks, ich habe wirklich nicht gecheckt, dass die mit Glauben gekauft werden, weil ich Kultursieg noch nie gespielt habe, weil ich den eigentlich langweilig finde. Aber ich wollte heute wirklich mal, einmal wollte ich es schaffen, die Strategie unter dem Radar fliegen zu schaffen. Einmal wollte ich einfach nicht der sein, wo alle sagen, ja der, ne? Du warst aber auch so ruhig die ganze Zeit. Deswegen warst du so ruhig. Ja, das war doch klar. Ich war halt voll nett und friedfertig die ganze Zeit. Das stimmt, das stimmt. Und natürlich hat es mir niemand abgekauft und ständig komische Kommentare da von rechts aus Ägypten. Da muss man es halt immer reinballern. Weißt du, was hat es mir gebracht, friedfertig und kultiviert zu sein? Gar nichts. Nächstes Mal werden mir die Atombomben gezückt. Das war mega. Ja, die Kultur war doch stark. Also der hätte es ja geschafft, wenn du richtig gespielt hättest. 999 Punkte, schöne Zahl. Ich meine, er hat ja recht, der gute Mann. 0 Uhr. Letzte Runde. Let's go, Nuke fliegt. Dankeschön, Andi. War halt immer noch nichts dagegen, oder an der Stelle da. Oh mein Gott, ist da gerade eine Atombombe in Mikes Hauptstadt geflogen. Was ist denn jetzt? Oh Gott, das hat Mike nicht verdient. Oh nein! Oh Gott! Oh Mike! Das tut mir jetzt echt... So nämlich! Oh Gott! Gut, ich mache hier wirklich quasi keinen Schaden an dieser Stadt. Das ist ein bisschen schade. Wobei, jetzt allmählich wird es was. 3 Millionen in 2 Runden. Ich bin ehrlich, für mich ist es ein persönlicher Sieg, dass ich es hier über 1000 Jahre gegen die beiden ausgehalten habe. Alter, Kampfroboter, was habt ihr alles? Ja, alles! Aber das bringt halt nichts, wenn die Stadt einfach ins... sich quittet. Naja, wenn du halt mehrere Städte auf einmal anstimmst, dann kann auch kein Druck mehr entstehen. Ja, ich bin auch etwas frustriert von... Ja, es... Aber wir haben viel. Wir haben viel. Das ist absolut korrekt. Wir haben viel. So. Oh, mega. Da, Bäm! Siehst du, Bram, wie ich dich rette? Siehst du es? Du, Bram! Die letzten großen Momente, ja. Jetzt! Ich komme! Ich bin da! Da im Hintergrund mit deinen... Ja! Ich glaube, damit haben wir es, oder? Letzte Runde. Bäm! Es sinkt, Bram, es sinkt! Siehst du es? Wir haben einfach noch ein paar Sachen gemacht. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Voll, wie ich... Der war schon... Wollte gerade anlanden da. Ey, Schuld ist beglichen. Ja. Also, du bist so heroisch. Du hast doch alles, was du machen wolltest, oder? Okay. Ja! Ich finde doch, ich bin immerhin ganz happy. Ich bin immer noch doch auf 247 von den 322 jetzt Touristen gekommen. Schwarz. Ja. Das wäre noch, wie gesagt, für einen kompetenteren Kulturmenschen als mich, der halt auch nie ins Theater geht und sowas, wäre das machbar gewesen. Der Fairness halber natürlich wäre ich besser gewesen im Kultursieg. Hättet ihr auch früher gesagt, okay, jetzt aber Maurice, der gewinnt ja. Das stimmt. Das war schon ein guter Team. Nein, ist das auch ein Problem, warum meine Armee so zwiegeteilt zwischen dir und Writing Bull stand, weil ich mir dachte, okay, wer auch immer die größte Gefahr ist, der kriegt die zehn Kampfroboter ab. Ich glaube, wir hatten diesmal wirklich eine interessante Situation, weil es nicht so immer den einen offensichtlichen Leader gab, sondern immer mal so ein bisschen wusste, okay, alle waren so in diesem Mexican Stand-Off, wer geht zuerst auf entweder WB oder Andi oder mich. Ja. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nichts gemacht, weil ich schon immer dachte, okay, ich muss ja schon aufpassen, der Kultursieg geht ja voran. Es könnte auch irgendwer denken, okay, jetzt aber auf Maurice und dann kann meine Armee ja nicht gerade bei Andi sein, während Andi bei WB ist und dann, was weiß ich, wer dann bei mir einstellt. Wobei man sagen muss, ab dem Moment, wo Andi Steinwein gekillt hat, war er schon der offensichtliche Favorit. Ja, ja. Aber Writing Bull, wir haben halt so ein bisschen auseinandergerissen, weil er ja auch die Chance hatte dann. Also er war ja auch super close vorm Sieg. Ich muss Mike unendlich dafür danken, ich glaube, es war Mike, dass er noch darauf aufmerksam gemacht hat, dass Writing Bull kurz vor dem Wissenschaftszieg steht, damit sich die ganze Menschheit nicht gegen mich verbündet. Stimmt, das war entscheidend. Das war wichtig, tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob es entscheidend war, weil ich glaube, Sepp, Gaius und ich waren so verstrickt ineinander, die wären niemals abgedrückt. Wir wären niemals abgedriftet. Selbst wenn WB nicht... Ja, aber die anderen hätten sich zusammengetan und in dem Moment, wo du das gesagt hast, gab es eine komplette Chaotisierung dieses... Es war für mich tatsächlich, für mich war halt die Anti-Andi-Allianz war das Perfekte, weil das war halt der eine, der mit mir um Kultur konkurriert hat. Für mich wäre es halt so toll gewesen, wenn alle auf Andi einprügeln, er muss alle Ressourcen in Militär stecken und ich kann derweil weiter Theaterstücke aufführen über den glorreichen Krieg, den wir gegen ihn führen. Das war eigentlich die Hoffnung, die ich hatte, aber gegen, oh Gott, WB hat schon einen halben Weg zum Wissenschaftssieg, hast du halt kein gutes Argument. Jetzt erstmal offiziell GG Andi. Ja, GG Andi. Ja, GG Andi. GG, Wayne, Wayne. Der hat uns gespielt. 100 Punkte, 1577 Punkte jetzt am Ende für dich und da haben wir jetzt das große Battle of the Leaders gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wuuuuh. Applaus, Applaus. Aber auch noch großen Respekt an WB für die Fast-Weltraum-Landung. Oh ja, das war unglaublich, ja. Wir machen ein 8-Stunden-Event und es wird bei der letzten Runde entschieden, what the fuck. Das ist echt der Wahnsinn. Also, das hat mich ehrlich überrascht, ja. Mehr Spannung geht nicht, ne? Ja, echt. Ja, es ist echt Wahnsinn gewesen. Respekt an euch beide und WB auch, tatsächlich, man redet über den Zweiten natürlich dann nicht mehr, aber ich muss dann auch sagen, du hättest es auch verdient gehabt, auch wenn du frech warst. Ich hätte dir das mehr gegönnt, als allen anderen. Ich hab's eben, äh, als Bravo nicht dabei war, schon mal gesagt, aber jetzt gerne deine Anwesendung, auch nochmal der coolste Move überhaupt, fand ich, der uneigennützigste und der, der so den Geist des Zusammenhalts am besten beschworen hat. Das war das Manoeuvre von Dennis, also Nils. Ey, ich mag gerne, ob ich mich komplett hängen lässt, weißt du. Hey, come on. Das war echt cool von dir, Bram. Ich hatte das eben, ähm, Peter schon mal gesagt, unter vier Augen plus Chat, dass ich das, dass ich, das ist so, das sind so Momente, die genieße ich total bei dem Event, wenn so jemand nicht aus, kein Kühle raus immer spielt, sondern aus dem Herzen raus und das, ähm, macht mir eine Riesenfreude. Der Move war geil, aber auch das Erzählen, weil ich glaube, dass Kaios, Sepp und ich so eine eigene Runde gefühlt hatten und wir nur Zuschauer waren im großen Krieg und das, durch die ganzen Erzählungen von Bram, waren wir gefühlt dabei. Das stimmt, das war super wichtig, ja. Ja, Kriegsreporter auf jeden Fall. Absolut. Nils, Bram und BB als ein Trio direkt nebeneinander ist auf jeden Fall viel Trash-Talk. Ja, nimmst du Maurice noch dazu. Vom Chat, ähm, unter anderem an dich, Nils, was hattest du mit dem Geld vor? Du beendest jetzt hier mit fast 50.000 Gold, 14.000 Gold. Also das Ding ist, ich hätte, ich weiß natürlich jetzt, dass das Quatsch ist, aber, ähm, wenn es nochmal zu einem Krieg gekommen wäre, dann hätte ich mit dem Geld einfach reagieren können und hätte dann, ähm, noch ein paar Einheiten gekauft oder so. Das war gespart, weil ich hatte auch immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, jetzt am Ende, als Maurice mich da geärgert hat, mit, äh, diesem, mit dem Geld abschöpfen, was echt riskant war von dir, weil das ist für mich natürlich dann immer eine Einladung, okay, das nutze ich jetzt und gehe dann auf dich rauf und, ähm, weil ich war relativ schnell aus dem Spiel raus, äh, hab gemerkt, ich kann nicht mehr gewinnen und ich wollte jetzt nicht random jemand anderem die Partie versauen, indem ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt auf Maurice oder ich gehe jetzt, äh, auf Andi, ähm, einfach nur, um zu sabotieren, das hätte ich, hätte ich auch scheiße gefunden, deswegen hab ich mich sehr zurückgehalten, WB hat mich natürlich, hat mir den Krieg erklärt, deswegen war das legitim und dann hab ich gesagt, okay, ich mach nix, aber in dem Moment, wo du kamst, mit dem Geld abschöpfen, hab ich gesagt, fuck, das ist jetzt ein Kriegsgrund eigentlich und wenn du nicht so sofort gegengesteuert hättest und mir das Geld überwiesen wettest und so, dann hätte ich mein ganzes Geld in Einheiten gepumpt und hätte einfach gesagt, komm, go for it, ähm, so hab ich mich zurückgehalten, um jetzt nicht, das hätte ich so schön gefunden, das wäre auch nochmal spannend, das hätte dann wieder, hätte wieder Reporter sein können, WB, du warst der Erste, der die Weihnachtsinsel, die so versteckt ist, ganz unten rechts gefunden hat, WB hat die gefunden, aber nicht beachtet, ja, anscheinend sagt mir auch gerade überhaupt gar nix, eine sehr schöne Insel, die ich besiedelt habe, die Schotten feiern dort Weihnachten jetzt die... Wahrscheinlich automatische Erkundung, oder? Ja, genau, automatische Erkundung, das ist der Nachteil dann. Ich hab ohne automatische Erkundung, äh, tatsächlich dann diese schöne Insel gefunden. Weiß nicht, ob ihr die überhaupt sehen könnt, wahrscheinlich... Ja, jetzt sieht man die. Also, oder ich seh sie jetzt wegen dem... Ja, also, da kann ich nochmal ein großes Lob an den Kartenersteller machen, das ist echt ein schönes... Ein Eisdrache. Ein absolut schönes Gimmick. Ja, Eisdrache, Pierre, vielen lieben Dank nochmal dafür, es war eine geile Karte. Ja, richtig, richtig geile Karte. Also, es ist so schön versteckt hier auch mit diesen Verschlängelungen und, zwischen dem Eis versteckt, einfach noch eine richtig geile Insel. Da hab ich noch drei Städte drauf gebaut. Ich sag mal ganz kurz meinen Leuten, wir machen noch eine kurze Nachbesprechung. Ich bleib nur einen Moment hier, lauf nicht weg, aber wie versprochen, kurze Nachbesprechung noch gleich. Ja, ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr heute dabei wart. Ja, danke schön. Das war wieder ein wunderbares Event. Sehr viel Spaß gemacht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, euch dabei zuzusehen und dann auch zuzuhören, sowohl wie ihr untereinander sprecht, als auch dann in den in den gemeinsamen Gesprächen. Das war für den Chat auch fantastisch. Der hat sich sehr, sehr gefreut und hatte sehr viel Spaß und hat mitgefiebert natürlich bis zur letzten Minute. Also vielen lieben Dank euch allen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Wie immer sehr gut organisiert. Es ist immer eine große Freude mit euch in dieser Runde. Absolut. Wie immer ein Fest. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Yes. Ebenso. Und spätestens bis zum nächsten Battle of the Leaders. Auf jeden Fall. Tschüss zusammen. Tschüss. Bis dann. So, ihr Lieben. Jetzt können wir noch ein bisschen miteinander quatschen, eine kleine Nachbesprechung machen. Ich habe jetzt den Chat auf. Ich weiß nicht, ob ich, der Superchat hat sich so ein bisschen aufgehängt, aber ich habe jetzt mal den Twitch-Chat aufgemacht. Ich weiß nicht, ob der Superchat gleich nochmal wiederkommt. Hm. Aber ansonsten habe ich jetzt zumindest mal den Twitch-Chat offen. Ah, Nikola ist schon da. Krasser Typ. Ja, ey, ich habe natürlich jetzt die letzten acht Stunden gar nicht mit euch interagieren können, weil natürlich auch abgemacht war. Niemand guckt in den Chat und das finde ich auch besser so. Abgesehen davon, dass man so unter Zeitdruck ist, dass gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, noch großartig mit euch in die Interaktion zu gehen. Das hätte eh nicht funktioniert und das ist so auch viel fairer. Aber deswegen schön, euch wiederzusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nochmal kurz so ein kleines Fazit zu meinem Abschneiden heute. Das fing natürlich an für alle, die später eingeschaltet haben. Wir hatten zu Beginn technische Probleme und wir hatten dann schon mal eine Runde gestartet mit Verteilung von Liedern und Inselplätzen und so weiter. Und da hatte ich Russland unter Peter und hatte auch eine richtig gute Startposition und hatte also ohne Ende Ressourcen um mich rum, hatte ja relativ schnell den zweiten Siedler und so und dann haben wir aber neu starten müssen, weil das technisch nicht funktioniert hat. Dann, nach dem Neustart hatte ich die Maori und eigentlich sind die Maori hier ein super geiles Volk, weil das ja eine Inselkarte ist und ich quasi mit den Maoris zu Beginn des Spiels schon Seefahrt erforscht habe, sodass ich meine Einheiten wassern kann. Das heißt, ich hätte instant Siedler pumpen können und hätte andere Kontinente besetzt, bevor die anderen überhaupt bei Seefahrt gewesen wären und hätten wassern können. Aber dadurch, dass diese Beta-Balanced Mod installiert ist, haben die einfach den Maoris diese Fähigkeit genommen und das ist so das eigentliche Ding von denen. Das heißt, deren Vorteile waren einfach komplett weg und ich weiß bis heute nicht, ob ich dafür andere Vorteile hatte, die ich nicht gesehen habe, weil sie nicht im Text standen oder ob die einfach weg waren. So oder so war das natürlich ein kompletter Downer, weil ich im Prinzip in dem Moment fast schon das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt hier raus. Und nicht nur, dass ich dadurch meine komplette Strategie einfach obsolet war und es einfach nicht mehr funktioniert hat, kam halt noch hinzu, dass mein Startplatz viel, viel schlechter war als der, den ich zuvor mit Russland hatte. Also mit Russland war ich umgeben von Bonus-Ressourcen oder Luxus-Ressourcen, alles mögliche und da, wo ich dann gestartet war, da war im Grunde genommen gar nichts. Also ich bin ja hier gestartet und ihr seht hier, okay, die Kohle kommt ja später, das Eisen kommt später, das sieht man ja am Anfang noch nicht. Da hatte ich im Prinzip nur Weizen und hier Honig und ihr seht, okay, da ist noch ein bisschen Hirsch. Hier, das kommt ja auch erst später, Salpeter, das habe ich in dem Moment noch nicht gesehen, auch Kohle sieht man vorher nicht. Also das ist deutlich karger und dann kam hinzu, dann habe ich mir bei Religion, das kann ich auch noch mal kurz zeigen, den Fruchtbarkeitsriten-Pantheon genommen, der eigentlich sehr gut ist. Da bekommt man nämlich einen Handwerker direkt zu Beginn in der Hauptstadt und gerade zu Anfang ist dieser Handwerker wirklich eine Menge wert. Und es war ein Bug, ich habe den Handwerker nicht bekommen. Der war einfach nicht da und das war der zweite Abfuck, der direkt zu Beginn des Spiels mich da wirklich hart getroffen hat. Und dann hat mir Writing Bull den Krieg erklärt, was dann noch glimpflich ausging, weil Bram sich dann dazwischen geworfen hat, sodass ich eigentlich kaum kriegerische Handlungen erlebt hatte mit Writing Bull. Er hätte mich auf jeden Fall platt gemacht, weil er technologisch viel weiterweilt sich. Ja, und dann war die Situation, dass ich technologisch nicht richtig in Gang kam. Ich hatte nicht so richtig geile Campi oder Campusse. Ich hatte hier einen bei meiner zweiten Stadt, der gut war, aufgrund dieser Umzingelung. Das ist ja so, dass jedes Bergfeld einen Bonus gibt und das war ein guter Campus. Aber ansonsten hier, na, wo ist denn hier mein Campus eigentlich? Weiß ich auch nicht, wo mein Campus ist, ehrlich gesagt. Jedenfalls, ähm, ich hab gar keinen gebaut. Mega dumm. Hab ich nicht mal einen Campus gebaut? Doch, hier irgendwas. Ist egal, es ist spät, ich bin seit neun Stunden dabei. Jedenfalls kam ich nicht richtig in Gang und hab dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit dem Sieg nicht mitspielen kann, weil ich einfach die Werte nicht hochbekommen habe. Und dann hatte ich diesen Krieg mit Writing Bull die ganze Zeit. Und dann hab ich wirklich überlegt, okay, wie kann ich mich noch einigermaßen cool einbringen? Und, ähm, ja, hab dann wirklich überlegt, ob ich noch irgendwie einen Krieg anfange oder so. Aber ich wollte dann wirklich nicht, äh, so ein Typ sein, der dann sich selbst so in den Mittelpunkt stellt und sagt, ey, pass auf, ich entscheide jetzt, äh, gewinnt Writing Bull, gewinnt Maurice oder gewinnt Andi, indem ich dann einfach Truppenpumpe und einen von den dreien überfalle. Das hätte ich irgendwie in dem Moment auch ein bisschen assi gefunden. Ähm, und erst dann, als Maurice mir den, so einen Grund gegeben hat, als er gesagt hat, ey, oder als er bei mir versucht hat, Geldmittel abzuschöpfen und mit seinen Spionen mich genervt hat, da hab ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein Kriegsgrund. Und dann hätte ich wirklich, ähm, mein ganzes Geld auch reingepumpt und gesagt, komm, ich greife ihn jetzt an. Und dann hat er aber auch direkt zurückgerudert, Geld rücküberwiesen und sich entschuldigt. Und dann hab ich, ja, okay, komm, dann lass die Jungs machen. Dann bin ich heute nicht der Typ, der das entscheidet. Und ich war dann aber auch nicht in dem Kampf mit den anderen drei Jungs, die auch auf, ungefähr auf meinem Niveau waren, äh, beteiligt. So, dass ich relativ so unbeteiligt am Weltgeschehen so vor mich hergespielt habe, wirkte zumindest so. Ähm, das war ein bisschen Schaden. Normalerweise bin ich ja zumindest dann, wenn ich nicht gewinnen kann, dann derjenige, der dann auch irgendwie irgendwelche kriegerischen Handlungen zum Entertainment oder so vollführt. Aber ich war ja zumindest auch lange im Kriegszustand mit Writing Bull, auch wenn da nicht wirklich viel Austausch war. Genau, also das ist, wie gesagt, geprägt gewesen von, von, ähm, anfänglichen Ungerechtigkeiten, sag ich mal. Genau, und, ähm, du hattest Boni auf Wasserfeldern und Kulturvorteile. Er hätte ein interessantes Kulturbett mit Maurice werden können. Ja, auch da muss ich sagen, dass ich, äh, diese Maori noch nie gespielt habe. Und ich hatte keinen Plan, wie ich die spielen soll. Und diese Boni, die dieses Volk hat und so weiter, das habe ich zu spät, das habe ich nicht richtig gecheckt. Das war einfach, da war ich einfach nicht gut genug, sagen wir es ehrlich. Da hätte ich früher irgendwie mir eine Strategie ausdenken müssen. Aber ich war dann so, ähm, geschockt, dass ich, als ich gecheckt hatte, dass meine kompletten Boni weg sind, dass ich da gar nicht mehr in dieses Volk richtig reinkam. Ich habe dann gar nicht mehr richtig gecheckt, okay, wie spiele ich die Maori denn dann, wenn, wenn das, was die eigentlich auszeichnet, weg ist. So, da kam ich nicht mehr richtig in meinen Volk rein, wenn man so will. Hätte ich sicherlich dann noch bessere Sachen irgendwie machen können. Ähm, meine Kohle habe ich am Ende übrig behalten. Ja, weil ich dann auch dachte, okay, was soll ich jetzt noch damit machen? Ähm, ich habe wirklich gedacht, wenn es zum Kriegsfall kommt, dann pumpe ich Einheiten. Und mein Ding war, ich hatte jetzt nicht so viel Öl. Und ich konnte jetzt nicht ohne Ende einfach Öl fressende Truppenteile spammen, weil, wie gesagt, ich hätte mir mehr Öl besorgen müssen. Und dann hatte ich gedacht, okay, pass auf, ich schaue mal, wie schnell ich auf Kampfroboter komme, wenn ich das irgendwie schaffe, vielleicht nehme ich mein ganzes Geld und baue dann einfach, weiß ich nicht, wie viel Kampfroboter hätte ich dafür gekriegt, sieben oder was. Ich weiß nicht genau, was die kosten. Und dann dachte ich, okay, dann baue ich mir schnell noch eine Kampfroboterarmee und dann kann ich am Ende noch irgendwie ein bisschen Spaß haben. Aber okay. Ähm, so war es. Jetzt kommt Eddie auch noch. Herzlichen Dank für den Raid, Eddie. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich mache gerade eine Nachbesprechung unseres Sith-Events. Genau. Was seit 16 Uhr im Gang ist, also wirklich schon lange läuft. Ja, jetzt schreibt mir doch mal gerne, wie ihr das Spiel so gesehen habt, weil ich habe, wie gesagt, euch überhaupt nicht gelesen. Ähm, die Kooperation mit Andi war gut, der war fair, im Gegensatz zu WB und Maurice. Ja, ich, also er hat es auch verdient. Also, ähm, was ich mich frage, Nils, du hast oben bei der Stadt auf der Hauptinsel ständig alles an Überschwemmungen verloren. Wieso hast du keinen Damm gebaut, weil mir völlig der Überblick abhanden gekommen ist? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, aufgrund des Zeitdrucks und aufgrund der Gespräche mit den anderen. Das soll auch keine Entschuldigung sein für dummes Spielen oder so. Aber ihr müsst wirklich auch verstehen, dass die zum einen, ich spiele nie Multiplayer mit anderen Leuten, nur in den Events, die ihr auch kennt. Und dieser Timer, den wir haben, der ist wirklich krass, weil man, natürlich gibt es auch Runden, wo man kaum Baumvorhaben aktivieren muss und dann ist man auch eine halbe Minute oder so früher fertig und hat Zeit. Und, aber man ist dann irgendwie so in so einem Modus, dass man dann auch Trash-Talk mit den ganzen anderen Leuten, was auch wieder Gehirnvolumen verbraucht, dann flutschen einem Sachen durch und mir ist das komplett durchgeflutscht mit, ähm, diesen Überschwemmungen. Und als ich das dann gecheckt hatte, habe ich angefangen, überall Dämme zu bauen. Das seht ihr ja auch. Irgendwann habe ich, alles, alle neuen Bauformen waren nur noch Dämme. Also die sind jetzt ja überall Dämme. Das kam natürlich zu spät, da war diese Überschwemmung, wir sind die ganze Zeit schon, ihr seht das hier, da sind überall jetzt Dämme. Da waren, da haben die schon Schäden angerichtet. Habe ich einfach zu spät gecheckt. So. No, was schreibt ihr noch? Gibt es die Map als Download? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also gemacht ist die von Eisdrache. Vielleicht mal an Eisdrache wenden. Habe ich das Gefühl, du bist mit der Zeit kaum hinterhergekommen und deswegen auch einige Optionen übersehen nicht genutzt. Ja. Das stimmt. Bei Civ merkt man einfach, dass es für PvE gedacht und gebalanced ist. Macht natürlich Spaß, seinen Lieblings-Streamer dabei zuzuschauen, aber das Game kann so echt nicht seine Stärke entfalten. Ja. Hat die Map eine ID, die man posten kann? Weiß ich gerade nicht, das tut mir leid. Weil, aber wenn ihr bei WB mal nachfragt, also Eisdrache ist Mod bei WB, genau. Und der hat ja auch damals schon für die ersten Civ-Gipfel, glaube ich, für den ersten G8-Gipfel hat der schon die Map gemacht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, den kann man gut erreichen auf jeden Fall. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass ich einfach mehr spielen muss. Weil es gibt so, und ich habe da jetzt auch unter meinem YouTube-Video super viele hilfreiche Kommentare gelesen. Vielen Dank. Und ich habe mir die auch alle durchgelesen. Und das ist, aber das Spiel ist so unglaublich komplex. Und wenn ihr das selber nicht oft spielt, ähm, es gibt halt verschiedene Währungen. Also zum Beispiel, also sagen wir mal so, verschiedene Fortschritte. Das eine ist hier dieser kulturelle Fortschritt und das andere ist der technologische Fortschritt. Und die greifen ja alle ineinander. Das sind quasi zwei parallel existierende Forschungsstränge. Das eine ist halt wissenschaftlich und das andere ist kulturell. Aber diese kulturellen Sachen haben ja auch alle wiederum Wechselwirkungen mit den Technologien. Sodass man, wenn man hier irgendwelche Karten freispielt, dann bekommt man einen Bonus auf irgendwas anderes. Und das kann man dann wieder nur nutzen, wenn man das da hat. Also die greifen wirklich ineinander. Und das ist so komplex, weil ihr seht, dass jede einzelne Technologie hat so viele verschiedene Aspekte. Und das erstmal alles überhaupt zu checken, da muss man so viel Zeit erstmal in dieses Spiel investieren, um sich wirklich einen klaren Plan zu machen, für welche Siegstrategie nehme ich welchen Pfad? Welche Karten schalte ich frei? Und das ist wirklich komplex. Und da komme ich als Gelegenheitsspieler auch an meine Grenzen. Ich liebe das Spiel und ich weiß aber, dass ich da noch so unglaublich viel Verbesserungspotenzial habe, weil ich eben total überfordert bin einfach und keinen klaren Weg habe, weil ich ja auch die ganz viele Zivilisationen dann zum ersten Mal spiele und dann, wie in dem Fall jetzt mit dem Bauri, auf einmal mir auch noch die dargestellten Boni einfach abhanden kommen. Da war ich einfach komplett überfordert. Und von daher finde ich jetzt, dass wir uns okay geschlagen haben. Ich habe jetzt, wie gesagt, natürlich nicht so die relevante Rolle gespielt, was immer ein bisschen blöd ist. Das Dobe war auch, wenn ich jetzt im Krieg angefangen hätte, hätte ich jemanden ärgern können. Aber seien wir ehrlich, die meisten Kriege hätte ich verloren. Ich hätte auf Sicht mit Writing Bull verloren, ich hätte mit Andi verloren, ich hätte natürlich jetzt sagen können, okay, ich kämpfe mit Bram oder ich kämpfe vielleicht, hätte mir jemanden rausgesucht, mit dem ich auf Augenhöhe bin. Bram wollte ich nicht, weil der sich so heldenhaft vor mich geschmissen hat. Das war für mich in dem Moment klar, okay, dem werde ich jetzt nicht in den Rücken fallen. So, und dann hatte ich jetzt, im Süden hatte ich Maurice und im Norden, äh, hier im, am Westen hatte ich direkt Andi hatte ich keine Chance und im Osten hatte ich, hier war Writing Bull, der ist jetzt nicht mehr zu sehen, weil Andi ihn platt gemacht hat. Aber da hätte ich, ähm, aufgrund auch meines technologischen Rückstands keine Chance gehabt, sondern hätte ich jetzt irgendwie gucken können, hier. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, ähm, und da war ja aber auch schon, ähm, Steinwallen und der, den hat ja Andi dann quasi eingesaugt. Die Helzoulos hätte ich hier noch machen können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer den jetzt gespielt hat, ehrlich gesagt, gerade das wäre vielleicht noch eine Option gewesen, irgendwie in den Süden reinzugehen oder so. Die Stadt habe ich ja gerade noch geholt, die war ja bei Maurice. Das heißt, hier hätte ich gar nicht durchgekonnt, weil das war Maurice Stadt, die habe ich gerade noch nach dem Spielende sozusagen nur aus Spaß gemobst. Die gehörte eigentlich Maurice, also hier war auch dicht. Das war ja nicht so einfach, noch irgendwie was Cooles zu machen. Ähm, genau. Aber es macht einfach so sauviel Spaß tatsächlich. Ich liebe, ich liebe dieses Siv-Gipfel. Es macht einfach wirklich sauviel Spaß. Diplomatiesieg haben wir ausgemacht. Ähm, da Jin Yun live schreibt, ich kann mit Maori Diplomatiesieg erringen, aber Diplomatiesieg war ausgeschaltet. Genau. Ja, ihr Lieben, also, herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und zugeschaut habt. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wie lange ihr jetzt am Ende noch dabei wart oder wie lange ihr geguckt habt. Oh, ich kann gar nicht mehr richtig reden. aber es war auf jeden Fall ein großer Spaß und, äh, ja, ich hoffe, ihr habt nicht zu oft euren Kopf gegen den Tisch knallen müssen, weil ich irgendwas nicht gesehen habe oder falsch gemacht habe oder sonst was. Behaltet da in Erinnerung, dass ich wirklich noch ein relativ casualiger Spieler bin und ich mir da einfach noch ein bisschen Wissen aneignen muss. Ich muss da einfach noch ein bisschen mehr Zeit investieren, weil ich, es macht einfach echt Bock. Ich liebe diese Multiplayer-Runde. Und es ist eines meiner absoluten Lieblings-Events. Es ist immer so schön, auch mit den Jungs, dieser Trash-Talk und, ähm, klar macht es dann auch mehr Spaß, wenn man noch ein bisschen spielerisch mehr Relevanz hat und mehr eingreifen kann. Das ist natürlich dann auch für mich cooler und für euch cooler. Ähm, genau. Aber ich hoffe, ihr konntet es ertragen. Wenn ihr gut in Civ seid, dann werdet ihr natürlich tausend Sachen gesehen haben, die ich falsch gemacht habe, aber, äh, so ist das. Okay, ihr Lieben. Ich habe den Finanzsieg abgeräumt. Das stimmt. Genau. Kamuro war von Anfang an dabei, sehr gut. Malala auch. Wer hat eigentlich gewonnen? Ja, Andi hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, falls auch jemand noch von Rocket Beans vom Raid oder von Eddie dabei ist, äh, lasst mich euch das Ende noch ganz kurz erklären. Das war so ultraspannend, weil Writing Bull hat die ganze Zeit auf Wissenschaftssieg gesetzt und er hätte nur noch eine Runde gebraucht, dann hat er gewonnen. Und Andi hatte so eine superkrasse Armee aus der stärksten Einheit im Spiel diesen Kampfrobot dann zusammengestellt und hatte die ganze Zeit, ich habe das gesehen, weil er die ganze Zeit im Norden von mir geparkt hat, hat nichts gemacht und er hätte Writing Bull schon längst angreifen können und Writing Bull hat währenddessen aber diesen Weltraumsieg angesteuert. Das funktioniert so, dass man ein Raumschiff baut und das muss quasi, weiß ich, nach Alpha Centauri oder so und wenn es da angekommen ist, hat man gewonnen und Writing Bull hat eine Runde noch gebraucht und Andi hat dann mit allmasser harte Atombomben, Kampfrobotern Writing Bulls Städte eingenommen und wenn Writing Bull noch eine Runde länger durchgehalten hätte oder eine Atombombe mehr abgefangen hätte oder so mit seiner Luftabwehr, hätte er gewonnen und das war so knapp und so spannend und das war wirklich ja auch 10 vor 12, also das waren ja auch dann nur noch 2 Runden zu spielen oder so, das war wirklich ein unglaubliches Finish und Maurice war ja mit seiner Kulturgeschichte auch nicht so weit weg vom Sieg, er hätte wahrscheinlich dann am Ende da jetzt nicht mehr die Chance gehabt noch einzugreifen, aber zumindest auch von Punkten her war er auch nicht so weit weg, muss man tatsächlich sagen. Genau. Lustigerweise, ja, Mark the Dark, ich habe Potato Mac Whiskey schon seit Jahren abonniert tatsächlich auf YouTube und ich habe auch schon Videos von ihm gesehen und ja, habt ihr sicherlich auch ein, zwei Sachen von ihm gelernt, aber ich muss noch mehr sehen, aber tatsächlich ähm äh WB äh WB hallo liebe Freunde von WB, schön ist, dass ihr auch nochmal vorbeischaut, ich habe gerade ähm schon auch ein längeres Fazit nochmal gezogen und Revue passieren lassen und habe gerade tatsächlich, ich weiß gar nicht, ihr seid vor einer Minute gekommen, ich habe gerade tatsächlich über WB gesprochen, wie knapp er davor war mit seinem Wissenschaftsausstoß zu gewinnen und eine Runde hat gefehlt, wenn er die eine Atommombe mehr abgefangen hätte mit seiner Luftabwehr, dann hätte er am Ende gewonnen, also es war wirklich krass und ich hätte ihm den Sieg wirklich auch gegönnt, weil WB ist seit dem ersten G8-Gipfel auf Rocket Beans ist er dabei und hat noch nicht einmal gewonnen, was absurd ist, weil er ja eigentlich der beste Spieler ist und deswegen hätte ich ihm wirklich das gegönnt und natürlich haben wir unsere Scharmützel immer, aber das mag ich auch, weil das ist so der neue WB, weil der alte WB noch zu G8-Gipfelzeiten war nur so ein bisschen schüchtern und dann immer sehr bemüht, allen zu helfen, da hatten wir auch noch zu der Zeit mit Eddie und Simon und ich weiß gar nicht, wer dabei war, auch Leute dabei, die das Spiel einfach kaum kannten und dann hat er sehr viel Zeit aufgewendet, denen zu helfen und so weiter und hat auf eigene Triumphe verzichtet und hat dann später auch gemerkt, okay, es ergibt mehr Sinn, wenn ich jetzt mehr so ein bisschen Show mache und hat da auch den einen oder anderen Sieg, glaube ich, geopfert, weil er sich gesagt hat, okay, ich gehe lieber in eine Konfrontation rein und mache Krieg und so für die Show, was ich super respektieren kann, weil das auch immer so meine Herangehensweise war und deswegen hätte ich es ihm wirklich gegönnt, obwohl er natürlich mich heute direkt zu Beginn angegriffen hat und mich dann auch noch so fiese denunziert hat, nicht denunziert, sondern quasi verleumdet hat, als ich in dieser Diplomatie-Runde mit ihm gesagt habe, ich will Bram nicht unter die Räder kommen lassen, hätte ich es ihm trotzdem am Ende gegönnt, aufgrund einfach der jahrelangen Verbindung, die ich da mit ihm habe und Sif. Genau. Du bist sogar da! Hey, du bist ja wieder da! Ich rede über dich, ich habe gedacht, du bist schon im Bett. Hey, WB. Ja, nächsten Donnerstag zucken wir wieder zusammen, das wird super, das macht immer großen Spaß, auf jeden Fall. Und ja, ich habe eben schon gesagt, hast du wahrscheinlich gehört, wenn du die ganze Zeit da bist, dass ich dir das auch sehr gegönnt hätte, tatsächlich. Ja, das war gemeint von dir, nee, aber ich mag das ja, also behalte dir das bei, das ist ja, das ist ja genau das, was Spaß macht, wenn, wenn diese kleinen Gemeinheiten auch ausgespielt werden. Wenn alle nur Händchen halten machen, das ist ja Kacke. Deswegen, ich habe ja, bin ja auch in jedem Sif, in irgendeinem Krieg immer dabei, bei jedem Gipfel mache ich irgendeinen Krieg oder irgendwas, das ist ja einfach, das ist ja viel lustiger auch für die Leute, wenn jeder vor sich hin siedelt und quasi ein Einzelspieler spielt, da hat ja niemand was von. Deswegen behalte dir das auf jeden Fall bei, aber nimm es mir auch nicht übel, dass ich natürlich jetzt dich nicht als den verlässlichsten Bündnispartner sehen kann, einfach weil du so spielst, wie du spielst und das ist auch super und behalte dir das auf jeden Fall bei. Genau. Ja, und wenn ihr mehr Bock habt auf WB und auch mich in Videospielen am Donnerstag zocken wir die nächste Session und da machen wir eine Runde Warhammer. Ich glaube, das wird auch nice. Age of Sigma heißt es, ne? Das zocken wir zusammen, unter anderem auch mit WB Warhammer Age of Sigma. So, jetzt habe ich mich so gefreut, dass ihr noch vorbeigeschaut habt, aber ich bin natürlich auch nicht mehr der Jüngste und werde dementsprechend jetzt auch mal ins Bett gehen und euch direkt weiterschicken. Ganz, ganz herzlichen Dank für die super coole Runde. Wie gesagt, macht das unglaublich viel Spaß immer in der Konstellation auch der Trashtalk mit den Jungs, mit Maurice, mit WB, mit Bram, das ist einfach immer eine große Freude, die ich dann habe mit euch zusammen zu zocken. Lass mich mal kurz gucken, wer noch da ist. Ich schicke euch einfach mal rüber. Wir machen jetzt so die Runde sozusagen zu Gaius. Mit dem habe ich heute auch nicht viel zu tun gehabt. So. Bist du richtig geschrieben? Warum machst du so einen langen Namen? Was soll das? Shit, das war falsch. Was sein ist? So, ey, Gaius. Ja, stimmt, weil er hat 2a. jawohl, hat noch geklappt, genau, Gaius ähm, tagt auch noch Civilization, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob der vielleicht noch weitermacht, jedenfalls, Gaius ist off, ernsthaft? Gaius ist auch off? Ist er jetzt auch aufgegangen? Offline, okay, abbrechen, nee, dann, da, 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 da machen wir das natürlich nicht. Ich habe nicht den falschen geradet, ihr habt mir ja gesagt, Gaius geht offline, warte mal, ich schaue mir das mal, ach, ist der wirklich offline? Der ist wirklich offline, ihr habt recht, nee, dann raiden wir den natürlich nicht, selber schuld. Gut, dann geht's woanders hin. Warte, great. So, Steinwallen ist noch da, nee, doch, Steinwallen ist noch da. Geil. Bam, Steinwallen. Ja, Hammer, hat geklappt. So, alle auf zu Steinwallen, lieben Gruß, der kann mich auch noch mal seine Perspektive des Spiels erzählen und euch sagen, wie das so für ihn war. Wie gesagt, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann, äh, weiß ich gar nicht, wann sehen wir uns denn? Morgen oder spätestens am Wochenende auf jeden Fall und dann hängen wir miteinander rum. Morgen, nee, ja, doch morgen. Ich glaube, wenn ich es morgen schaffe, morgen ansonsten Samstag. So, das war es von mir, lieben Gruß an Steinwallen, gute Nacht, schön, dass ihr da wart. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020